Funktioniert. Dort kommt eine Fehlermeldung, dass die Sitzung noch nicht begonnen hat, Herr Präsident. Ja, auch ich. Ja, jetzt sind die Fehlermeldung. Man kann nicht die Presenze nicht mehr innen. Ist das richtig? Ja. Genau, genau. Also, ich spreche Italiener und du respondest in tedesco. Ah, ja, ja. Ja, ja, ja. Infatti, wir haben noch die Mikrofonen geschlossen, das ist für das, weil die Gespräche nicht begonnen hat. Aber wir sind bereits auf YouTube. Aber auch im Präsidenten, aber nur so ein Stück weit gehört. Ist das nicht passiert, oder? Ich habe auch gehört, aber nicht alles. Ich wollte es nicht hören. Ich wollte es nicht hören. Ja, ja, ich bin es nicht hören. Nämens, Kollege, hast du mich? Ja. Aber ich sehe deine Mundbewegung, aber mir hören die nicht. Ich halt nicht. YouTube sagt, dass wir jetzt live sind, gell? Aber das System, Gärtner. Ja, das System. Meldung. Genau. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Es müsste jetzt funktionieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Präsident, man hört Sie nicht. An... Sì, Presidente Vascati. Echt? Und es liegt nicht am Dialekt, sondern an der Technik. Herr Präsident, es muss ein Mikrofon liegen bei Ihnen. Man hört ab und zu nichts. Danke. 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 dass das System des Zivilschutzes in Südtirol eigentlich sehr gut funktioniert. Und insofern ist dieser Beschlussantrag nicht als Kritik zu bewerten, sondern als Anregung hier in der Kommunikation einfach noch besser zu werden, noch konzentrierter vorzugehen. Sie haben wahrscheinlich alle damals auch mitbekommen, dass jeder bemüht war, Informationen weiterzugeben, ob es dann um geschlossene Infrastrukturen ging, ob es um geschlossene Straßen ging, geschlossene Einrichtungen, Schulen und so weiter. Und dass man plötzlich mit einer Flut an Informationen konfrontiert war. Und eine der größten Herausforderungen in diesem Moment ist es dann auch festzustellen, welche Information ist jetzt die aktuell richtige, welche Information ist die aktuell gültige. Und in diesem Zusammenhang eben dieser Vorschlag, dass man über ein zentrales Informationssystem gehen sollte. Der Zivilschutz ist ja jene Struktur, wo die Informationen zusammenlaufen, sei es dann, was Straßen betrifft, sei es dann, was andere Ereignisse betrifft. Und dass diese Nachrichten nach Möglichkeit dann geteilt werden sollten. Es sollte vermieden werden, dass vielleicht in Sitzungen, wo beschlossen wird, eine Straße zu schließen, einzelne Kommissionsmitglieder dann schon gleich auf ihren privaten Facebook-Seiten oder sozialen Medien die Nachricht posten, um vielleicht der Erste zu sein, um vielleicht der Schnellste zu sein. Es geht darum, dass die Information möglichst klar und möglichst nachvollziehbar beim Bürger, bei der Bürgerin ankommt und dementsprechend dann auch wahrgenommen wird, verstanden wird und auch umgesetzt wird. Ich glaube, das ist das zentrale Anliegen, auch in Krisensituationen, wie Information funktionieren muss. Es geht nicht um Debatten, sondern es geht dahingehend, diese Information zielgerichtet streuen zu können. Und deswegen der erste Punkt, der sich mit dieser Thematik beschäftigt, dass man alle Strukturen dahingehend sensibilisiert, dass man sich doch dieser Kanäle bedienen möge. Man kann das dann natürlich auch auf den eigenen Facebook-Seiten und sozialen Medien posten, aber es sollte doch immer dieser Zusammenhang sein. Das sind offizielle Nachrichten, die verstärken dann auch die Glaubwürdigkeit, verstärken auch das Vertrauen der Bevölkerung in dieses System. Und wie gesagt, das System funktioniert und das Vorschlag, dass wir hier das dann verbessern. Der zweite Punkt geht in jene Richtung, dass geprüft werden soll, eine Implementierung eines Warnsystems für Naturkatastrophen oder Katastrophen im Bereich des Zivilschutzes generell einzurichten. Das heißt, dass wenn Ereignisse eintreten, dass Warnungen, die von zentraler Stelle starten, über zum Beispiel Push-Up-Nachrichten usw. rausgehen und den Leuten direkt zugespielt werden, ohne dass ich aktiv in das Netz oder in das Informationssystem einsteigen muss, um eventuell dann mich zu informieren oder zu suchen, welche Situation sich ergibt, sondern dass ich von vornherein eine Nachricht bekomme, eine Warnung, einen Hinweis und dass das dann gemacht wird. Das ist natürlich ein sehr sensibler Bereich, weil es soll nicht eine Überhäufung sein. Es muss natürlich auch gewährleistet sein, dass dementsprechend die Nachricht auch dort ankommt, wo das Ereignis dann eben unmittelbar auch eintritt, dass nicht vielleicht, wenn ein Ereignis im Busterteil ist, das ganze Land auf- und Anführungszeichen aufgescheucht wird, sondern dass die Information einfach zielgerichtet ankommt. Die Technik dazu gibt es natürlich, wie ich auch zu Beginn gesagt habe, wie wir es hier auch im Landtag erleben, immer eine neue Technik, ein neues System, bringt natürlich auch sehr viele Anwenderprobleme mit sich. Jeder hat andere Systeme, jeder reagiert anders, die anderen wollen Informationen schneller, die anderen wollen sie noch intensiver oder eben auch noch vertiefender. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man sich in diese Richtung bewegt. Und ich darf hier auch schon, glaube ich, weil wir auch heuer das dritte Mal im November eine Situation hatten, wo der Zivilschutz eine immens große Aufgabe zu bewältigen hat und auch die mit Bravour gemacht hat. Also nochmal ganz klar die Botschaft ein Danke auch hier. Und ich glaube, ich spreche im Namen aller Abgeordneten an die ganzen Systeme, an den ganzen Beteiligten in diesem Bereich Zivilschutz, ob es jetzt die Feuerwehren sind, ob es Weiße-Rote-Kreuz ist, ob es die Bergerätung ist, ob es andere Hilfsorganisationen sind. Ich glaube, hier wird wirklich immer sehr gut gearbeitet, das System funktioniert. Und das wäre eben, wie gesagt, eine Ergänzung, dass vor allem der Informationsfluss Richtung Bevölkerung verbessert wird und eben über diese neuen Systeme, neue Technologien nachgedacht wird. Ich denke, ich danke jetzt auch schon für die Anregung in der Diskussion und bedanke mich auch für eine Unterstützung in dieser Richtung. Vielen Dank. Zu Wort gemeldet hat sich die Abgeordnete Ladonna. Bitte. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Und schönen guten Morgen an die Kolleginnen und Kollegen. Ja, Ausgangspunkt für diesen Beschlussantrag waren der starke Schneefall im letzten Jahr, sowie die Hochwasser im August, um jetzt nur einige der Unwetter der jüngeren Vergangenheit zu nennen. Durch den Klimawandel häusen sich die Wetterextreme und setzen unser Land, den Zivilschutz, die Feuerwehren und die Bevölkerung zunehmend unter Druck. Damit die Bevölkerung so rasch als möglich über sich anbahnende oder bereits stattfindende Katastrophen informiert werden kann und sich entsprechend auch dafür rüsten kann, sehen wir in diesem Beschlussantrag einerseits die gebündelte Information der Geschehnisse auf einer Seite oder auch auf einer App vor. Andererseits, und das möchte ich an dieser Stelle besonders hervorheben, können die Bürgerinnen und Bürger mittels Push-Nachrichten sofort und direkt informiert werden. Und das hat sicherlich mehrere Vorteile. Einerseits ist dafür keinerlei Download einer App oder der neuesten Smartphone-Software notwendig, sondern diese Push-Nachrichten werden direkt an das Handy gesandt. Somit erhalten auch weniger technikaffine Personen diese Nachricht unmittelbar und direkt. Zudem, und dadurch erfolgt die Mitteilung auch standortbasiert. Das heißt, die Warnungen erfolgen direkt zielgerichtet. Also auch wenn ein Tourist beispielsweise sich in unserem Land aufhält oder wenn jemand in der Durchreise ist, erhält er diese Nachricht, da sein Handy mit dem nahegelegenen Sendemasten verbunden ist. Und ich denke, dass das eine sinnvolle und wirklich hilfreiche Initiative und Investition ist, die einiges auch an Schäden verhindern kann und unter Umständen auch Menschenleben retten kann. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmals mein Danke anfügen an alles, an den Zivilschutz, für das, was er bisher geleistet hat und was natürlich auch in Zukunft geleistet wird. Und dieser Beschlussantrag soll selbstverständlich eine reine Unterstützung sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Zu Wort gemeldet hat sich Abgeordneter Tauber. Ja, danke, Präsident. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, schönen guten Morgen. Leider müssen wir immer wieder feststellen, dass auch in Südtirol heftige Unwetter uns heimsuchen. Eben das Sturmtiefweier, das uns beschert war oder natürlich die heftigen Schneefälle im letzten November und natürlich damit der große Stromausfall im Hochbustertal, aber auch jüngst die ungemeinen Wassermassen und die Bilder, die wir alle noch im Kopf haben. Das Wasser bis zum Anschlag in Brixen, Klausen oder dann von Basajertal raus Richtung Meran oder natürlich auch Teile des Unterlandes. Laut Prognosen der Klimaforscher werden Wetterkapriolen auch bei uns immer stärker werden. Unsere Einsatzkräfte zeigen natürlich in diesen schwierigen Momenten jedes Mal vom Neuen, wie vorbereitet und ausgebildet, wie ausgerüstet und wie professionell und abgestimmt sie eigentlich agieren. Ein absolutes Vorbild, das sie natürlich über Jahrzehnte, Jahrhundert vielleicht kann man sagen, die ersten Gründungen der Wehren waren ja bereits 1864, entwickelt haben und weit über die Grenzen hinaus natürlich schon mit ihren Einsätzen ein absolut super Bild machen. Über Wetterapps in der Provinz Bozen können die Bürger natürlich diese Wettereinbrüche sich informieren. Es gibt natürlich über den Zivilschutz, über Radio, Fernsehen, über das Internet die Möglichkeit, die Leute zu informieren. Heute hat fast jeder bald ein Smartphone und natürlich durch Apps und durch Buchnachrichten kann man natürlich dann die Leute zielgenau informieren. Speziell, weil es ja oft nur ganz spezielle Gebiete betrifft und umso mehr kann dort informiert werden. Deutschland, Österreich hat das bereits, auch Australien, Amerika gibt es diese Geschichten und auch in Italien, Toskana, Lombardei, Kalabien haben bereits diese Warn-Ups. Ich denke für Südtirol absolut eine wichtige Geschichte für wirklich zielgerechte, nahe Information für ein sicheres Südtirol. Dankeschön. Vielen Dank. Zum Wort gemeldet hat sich Abgeordneter Knoll, bitte. Danke, Herr Präsident. Ja, es ist sicherlich ein interessanter Vorschlag, der hier gemacht wird, dass man auf schnellem und unkomplizierten Wege Nachrichten bekommt, auch über Unwetterkatastrophen beziehungsweise auch über Gefahrenhinweise. Ich denke hier beispielsweise auch, wie bereits gesagt wurde, an starke Witterungsereignisse, an starke Niederschläge, denken wir an Lawinenabgänge und so weiter, Straßen, die vielleicht gesperrt werden und so weiter. Da sind derartige Informationen sicherlich hilfreich. Ich hätte jetzt in diesem Zusammenhang eine Frage an die Landesregierung. Und zwar gibt es ja seit einigen Jahren jetzt inzwischen diesen gemeinsamen Lawinenwarnbericht der Europaregion Tirol. Dasselbe ist ja auch im Bereich des Wetters geplant. Wir hatten hier im Landtag auch bereits einmal einen Beschlussantrag mehrheitlich genehmigt und ich glaube auch im Dreierlandtag, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dass in der Europaregion Tirol eine solche gemeinsame Wetter-App installiert werden sollte. Und da stellt sich mir die Frage, ob dieses Projekt, das hier vorgeschlagen wurde, nicht in dieses Projekt mit integriert werden könnte. Also, dass man praktisch über diese Lawinenwarnhinweise und über diese Wetterhinweise der Europaregion Tirol auch derartige Warnelemente mit aufnimmt. Das heißt, dass das nicht wieder getrennt gemacht wird zwischen Südnord- und Osttirol und dem Trentino, sondern dass man hier über die Europaregion Tirol so ein gemeinsames Warnsystem aufbaut, weil es ja sowohl auf privater Seite als eben auch, wenn den Tourismus anbelangt, immer wieder zu grenzüberschreitenden Kontakten und Tätigkeiten kommt. Und ich glaube, es schon interessant wäre, auch für die Bevölkerung und für den Tourismus, wenn diese Ereignisse und die Warnhinweise dieser Ereignisse nicht immer sozusagen vor der eigenen Haustür aufhören. Ich erinnere daran, dass wir beispielsweise das Problem auf der Brennerautobahn haben. Dort werden ja starke Witterungsereignisse zum Beispiel auf diesen elektronischen Anschlagtafel angezeigt, aber dort steht dann nur wörtlich Schneefall bis zum Brenner. Auf der anderen Seite des Brenners hat man überhaupt keine Informationen, was dort passiert. Das sieht dann so aus, als ob es nur bis zum Grenzstrich am Brenner schneit und danach ist kein Schnee mehr vorhanden. Und das führt natürlich auch zu Fehlinformationen, auch gerade bei Touristen, denn derartige Wetterereignisse sind natürlich auch eine Gefährdung für die Autofahrer. Und da wäre es schon interessant, wenn man eine umfangreichere Information hätte. Und deswegen meine Frage an die Landesregierung, aber auch an die Einbringer dieses Beschlussantrages, ob man das nicht in ein solches Warnsystem der Europaregion Tirol, in dieser Wetter-App und in diesem Lawinen-Warnbericht mit einbauen könnte. Vielen Dank. Zu Wort gemeldet hat sich Hans-Peter Staffler. Abgeordneter, bitte. Ja, danke, Herr Präsident. Werte Kolleginnen, werte Kollegen, werte Kollege Lanz. Ja, diesen Beschlussantrag kann man ja nur unterstützen. Aber auch hier wäre es interessant gewesen, wenn wir uns vielleicht im Vorfeld ganz kurz gemeinsam unterhalten hätten, war ich ja sieben Jahre Chef des Zivilschutzes und hätte ja vielleicht den einen oder anderen Tipp noch geben können. Zum Beispiel, dass wir ja schon eine Wetter-App haben und dass wir schon seit vielen Jahren über diese Wetter-App-Push-Meldungen verschicken können. Zivilschutz-Push-Meldungen. Ich bekomme die auch regelmäßig, weil ich diese Funktion aktiviert habe. Aber ich zeige sie dir, also unter Einstellungen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich probiere es mal, Herr Präsident. Sie sagen mir dann, ob man das sieht. Hier sieht man nichts. Sieht man nichts, ja. Es gibt hier, also bei der Wetter-App des Zivilschutzes, gibt es Gemeinden für Gewitter-Meldungen wählen. Also man kann sich die Gemeinden auswählen und dann gibt es die Rubrik Push-Meldungen des Zivilschutzes anklicken. Und hier bekommt man dann schon sehr viele Informationen, genau die, die Sie hier in diesem Beschlussantrag angezeigt haben. Also diese Sache gibt es schon seit vielen Jahren. Das ist das eine. Und das andere, auch hier, das sind halt auch Informationen, aber die wird uns dann auch noch Landesrat Schulter liefern, glaube ich. Es gibt auch eine, mittlerweile eine App, die auf Italien, die italienweit vorangetrieben wird. Und hier ist meines Wissens der lokale Zivilschutz auch eingebunden. Und dieses Projekt läuft und wird in nächster Zeit, soweit ich informiert bin, dann auch über die Bühne gehen. Also wie gesagt, hier ist natürlich unsere Unterstützung gegeben. Aber ich möchte einfach auch darauf hinweisen, dass man, ich weiß nicht, wie sehr Sie mit den Fachleuten hier in Verbindung waren, dass man hier auch etwas, die Recherche vertieft, wenn man solche Beschlussanträge vorbringt. Danke jedenfalls für die, für diese Möglichkeit, über diesen Beschlussantrag zu reden. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Zu Wort gemeldet hat sich Unterholzner. Bitte sehr. Ja, guten Morgen zusammen. Und danke, Herr Präsident, werte Kollegen und Kolleginnen. Ich sehe diesen Beschlussantrag als ganz typischen KVP, das heißt kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Und das kommt ganz eindeutig aus der Industrie oder aus der Wirtschaft. Und deshalb sind solche Sachen generell, ich persönlich und ich glaube auch von uns allen, zu begrüßen. Egal, ob es das jetzt schon gibt, so wie es Kollege Staffler gesagt hat, dann ist es vielleicht zu erweitern oder zu verbessern. Generell sollten wir diese Instrumente bei uns auch hier im Hohen Hause installieren, dass kontinuierliche Verbesserungsvorschläge diskutiert und zugelassen werden. Egal aus welcher Ecke oder aus welcher Partei oder aus welcher Fraktion, dass sie kommen. Und deshalb sollten diese Sachen sachlich diskutiert werden. Wenn gute Vorschläge kommen, nochmal, ich wiederhole mich bewusst, egal von woher, da sollten sie ernst genommen werden, sollten sie diskutiert werden, sollten sie analysiert werden und gegebenenfalls oder möglichst umgesetzt werden. Ich sage das deshalb genau aus diesem Grund. So, wenn dieser Beschlussantrag jetzt von irgendeiner Oppositionsseite kommen würde, dann würde es wahrscheinlich heißen, so wie es genau der Vorredner Staffler gesagt hat, ja, das haben wir schon alles, da sind wir schon sehr viel weit und das brauchen wir nicht und so und so. Deshalb nochmal, wir sollten wirklich mit diesen Themen ehrlich und korrekt umgehen. Und generell, weil ich sehe das als ganz typische KVP, also als ganz typischen Verbesserungsvorschlag, was ich natürlich unterstütze, weil ich glaube, wir alle, auch wir hier in diesem hohen Hause, haben überall Verbesserungspotenzial und wir sollten jedes, möglichst jedes Verbesserungspotenzial nutzen und einsetzen. Weil das sehen nämlich unsere Wähler und unsere Leute draußen und die würden das für gut heißen, wenn wir hier wirklich gemeinsam an einem Strang ziehen und auch gemeinsam jede Meinung ernst und wahrnehmen und möglichst im Sinn und im Interesse der Bürger umsetzen und was Gutes dafür tun. Danke. Daher meine volle Unterstützung zu diesem Beschlusseantrag. Vielen Dank. Feisnauer, bitte, Abgeordneter. Ja, vielen Dank, Präsident. Ja, auch meine Frage, wie Vorredner Staffler, Hans-Peter schon gefragt hat, dass wir schon seine Wörter-App haben und die schon seit Jahren aktiv ist mit dieser Bush-Möglichkeit. Ich erinnere mich noch an meine Zeit als Bürgermeister, wo ich immer persönlich die Nachrichten bekommen habe als SMS, wenn ein Unwetter oder ein Unwettergeschehen ist, ein Katastrophenereignis war in der Gemeinde. Und ich frage da an die Einbringer, ob sie auch das gemeint haben oder ob das zu prüfen wäre, dass ich hier, wenn die Menschen die Handynummer angeben, immer die Informationen als SMS-Nachricht bekommen. Dann haben sie sie auf dem Handy drauf und könnten jederzeit dann das abrufen oder geht das Automatismus hinaus, ob das auch hier angedacht war oder ist. Vielen Dank. Paul Kölnsberger, bitte. Ja, dann werden wir Uli Meier zu Wort kommen lassen. Bitte, Frau Abgeordnete. Ja, danke, Herr Präsident. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Ich finde diesen Antrag sehr gut und passt auch jetzt in meinen Augen als logische Konsequenz gut in diese Zeit, da aufgrund einer Landtagsanfrage meinerseits herausgekommen ist, dass das Land ja zu Recht, muss ich sagen, sich eine Drohnenflotte auch angeeignet hat und beispielsweise die Forst und Domäne Ende Oktober mit dieser Arbeit begonnen hat. Es wurden ja auch eigens Leute ausgebildet für diesen Drohnenführerschein. Und ich denke, dass gerade in Zeiten, wie es auch im Antrag und Kollege Lanz ausgeführt hat, zunehmender Umwelt- und Naturkatastrophen, gerade die Beobachtung auch einzelner Naturvorgänge durch Drohnen wesentlich ist, um dem Sicherheitsbedürfnis auch der Menschen zu entsprechen und Gefahren auch frühzeitig und rasch zu erkennen. Und deswegen, dass das in diesem gesamten System auch mit eingebunden wird. Davon gehe ich aus, kann aber auch eine Frage an den Landesrat sein, ob man das dann auch geplant hat. Ich hoffe schon und für mich ist der Antrag sehr schlüssig und es wurde zu Recht schon hingewiesen, dass es natürlich auch Sinn macht, dass Informationen, dass gute Informationen rasch und direkt vom Zivilschutz selbst an die entweder jeweils betroffene Bevölkerung vor Ort oder die gesamte Bevölkerung natürlich gegeben werden können. Vielleicht eine Zusatzfrage, was die Drohnen anbelangt, die Forst und Domäne ist im Besitz. Ich gehe davon aus, dass natürlich auch der Zivilschutz wahrscheinlich im Besitz ist. Wie viele Abteilungen, ich weiß nicht, ob der Landesrat das sagen kann, sind mit Drohnen ausgestattet worden? Danke. Bitte sehr, jetzt kommen wir zum Abgeordneten Kölnsberger, bitte. Ja, jetzt geht's, danke. Ja, vieles von dem, was ich sagen wollte, ist jetzt schon vorweggenommen worden, vor allem vom Kollegen Stauffler und auch vom Kollegen Peter Feistnauer. Ich wollte eben auch darauf hinweisen, dass wir ja schon eine Wetter-Up haben, die heute diese Funktion an der Push-Nachrichten für Zivilschutz-Nachrichten übernimmt, auch weil die ja in der Regel mit Wetterphänomenen korreliert sind. Nicht immer, es kann ja mal ein Virus sein, aber in der Regel sind es schon Wetterphänomene. Die Wetter-Up hat einen riesengroßen Vorteil. Sie ist sehr weit verbreitet. Sie haben wahnsinnig viele Leute in Südtirol installiert, weil sie einen objektiven Mehrwert bietet und deswegen die Leute Interesse haben, diese App zu installieren. Wenn wir jetzt neu starten mit einer App vom Null, die nur Zivilschutz-Nachrichten macht, wissen Sie, wie lange das braucht, bis eine angemessene Anzahl von Usern diese App installiert hat? Natürlich ist die Idee gut, da reden wir gar nicht drüber, aber ich sehe auch, wenn wir hier von Verbesserungsprozessen sprechen, dann müssen wir hier das Existente verbessern. Das ist die Wetter-Up, die in diese Richtung eventuell ausgebaut werden könnte. Von Null starten heißt, von Null Anwendern starten. Bis wir hier auf eine User-Base kommen von mindestens 100.000, 200.000 Leuten, wo das Sinn macht, das schaffen wir wahrscheinlich gar nicht und wenn überhaupt, dann braucht das Jahre. Das sollte uns schon bewusst sein. Also ich plädiere ganz eindeutig dafür, die bestehende Wetter-App in die Hand zu nehmen, in diese Richtung etwas auszubauen. Andere Dienste, wie den, den mir Kollege Feisner gezeigt hat, Boxack, Südtirol.it, die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr, kann man dort integrieren. Aber verbessern wir das Existente. Mit etwas Neues noch etwas Neues machen und von Null starten hat hier wirklich keinen Sinn. Wir werden uns nicht dagegen aussprechen, wir werden uns hier enthalten, weil wir das Anliegen schon zu teilen ist. Nur der Weg, den Sie hier einschlagen, von dem würde ich abraten. Also, wir haben eine top funktionierende App, verbessern wir doch die und machen wir nicht etwas Neues. Vielen Dank. Abger Natal Nicolini, Consigliere Prevo. Grazie, Presidente. Mi allaccio alla proposta dei miei predecessori. Si dovrebbe collegare questa nuova App con qualcosa di già esistente, che tutti abbiamo sui nostri telefoni. È un'ottima idea, anch'io voterò a favore, però abbiamo già i nostri cellulari. Noi siamo grandi utilizzatori di cellulari pieni di applicazioni. Abbiamo un'applicazione per ogni cosa. Adesso la tendenza è quella di raggruppare le App, di dare più forza alle singole piattaforme. Io nella scorsa sessione ho ritirato poi una mozione che ho presentato sull'App Io, che è assolutamente di attualità, perché dal primo dicembre parterà il cashback, dunque bisogna che tutti abbiano questa App sul telefonino. Quasi tutti i sottirolesi e altoatesini hanno l'App per il tempo, per le previsioni del tempo. E appunto anch'io ricevo i messaggi push quando ci sono i temporali adegna nel mio comune, o nei comuni che seleziono comunque. Tutti i viaggiatori poi, anche per percorsi abituali, soprattutto i viaggiatori professionisti, utilizzano Google Maps quando viaggiano, anche se conoscono la strada, perché si possono vedere la code, le situazioni delle strade. Quindi in tempo reale ormai si segnalano tutte queste cose. Il problema è appunto che abbiamo i nostri cellulari che hanno 50-60 apps dalla scuola, il conto bancario, tra l'altro ho anche la SOS UALP, che è anche un'applicazione che arriva dal Tirolo, che comprende dunque tutta la regione, e serve per lanciare i messaggi di chi è in difficoltà. Ma è chiaro che la tendenza adesso non è quella di creare nuove app, ma è di quella di integrare funzioni all'interno delle app. Quindi voterò a favore di questa proposta, però pregherei di valutare se è il caso di aggiungere qualche upgrade a qualche app già esistente. Grazie. Tra l'altro un segnale, l'app della Vetter del tempo all'alto adige, è una vattata con open source. Bisogna anche dire questo, quindi tante volte si pensa che l'open source siano delle cose assolutamente per naif o per poche persone concentrate che ce l'hanno contro Microsoft o contro i grandi gruppi, però questo è open source. Questo si fa. Grazie. Vielen Dank. Nochmal Paul Krünzberger. Bitte. Zum Vorgang der Arbeiten. Ich würde vorschlagen, wenn wir hier den beschließenden Teil ein wenig modifizieren können, dass wir die Möglichkeit, die bestehende Wetterart dementsprechend zu verbessern, einbauen könnten, dann würden wir hier gerne dafür stimmen. Und vielleicht können wir uns hier ein bisschen entgegenkommen, weil überlegen Sie sich, es wäre wirklich sinnvoll, diese Überlegung hier einfließen zu lassen. Das wäre praktisch der problematische Punkt, das ist Punkt drei, der praktisch fordert, eine digitale Plattform, eine Zivilschutz-App zu machen. Wenn wir den entweder weglassen, Punkt zwei würde ja gut gehen, oder den dritten so formulieren, dass die Möglichkeit bestünde, die Wetterart auch in Betracht zu ziehen, dann würden wir gerne zustimmen, sonst müssen wir uns enthalten. Ich möchte nur hier den Einbringer Gerd Lanz und mit seinen zwei Kollegen fragen, ob Sie dazu bereit wären. Vielen Dank. Dann geht die Frage zum Vorgang der Arbeiten an den Einbringer Lanz, ob Sie das modifizieren möchten. Dann können wir inzwischen mit einem anderen Beschlüsseantrag weitergehen, ansonsten gehen wir hier weiter. Bitte, Herr Birnert. Ja, danke. Ich würde darauf in der Replika eingehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir diesen Punkt dann effektiv sogar zurückziehen. Ich möchte aber doch erläutern, was die Überlegungen dahinter sind, weil ich glaube, hier liegt noch ein Missverständnis, wo wir das gerne dann erklären. Aber gegebenenfalls können wir dann den dritten Punkt auch weglassen. Sehr gerne. In Ordnung. Dann kommen wir zur Stellungnahme der Landesregierung, bitte. Ja, danke, Präsident. Liebe Kollegen. Ja, eintragen, Kollege Schuller, eintragen, ja, die Technik. Oh. Moin. Machen wir schon. Noch nicht ganz gewohnt. So. Das ist jetzt sowieso. Dann läuft die Zeit. Ja, sehr gerne, Präsident, Kolleginnen und Kollegen. Es stimmt, dass wir ja die Wetter-App zur Verfügung haben, wo auch die Möglichkeit ist, solche Push-Meldungen zu verschicken. Ein System, das sehr gut funktioniert. Aber hier reden wir doch von zwei doch etwas verschiedenen Dingen. weil so ein Warnsystem wie eben Kat-Warn, das ist ja als Beispiel genannt in diesem Beschlussantrag, oder wie das System, das jetzt auf Italienisch Rebene erarbeitet wird, das sind doch zwei verschiedene Welten, wenn man so sagen darf. Ich werde auch erklären, warum. Ich habe mir auch selber das Kat-Warn-System in Berlin angeschaut. Dort wird es ja genutzt, auch von der Berufsfeuerwehr von Berlin betrieben. Mit den Möglichkeiten eben auch, die Bürgerinnen und Bürger frühzeitig zu warnen. Und hier reden wir nicht nur von Sturmwarnungen oder Umwetterwarnungen, sondern es geht ja weit über diese Achterwarnungen hinaus. Ich nenne Ihnen ein Beispiel, wenn irgendwo ein Chemieunfall ist, nehmen wir das Beispiel Solan-Silikon, ein Beispiel jetzt aus der Vergangenheit. Aber wenn so ein Betrieb hat einen Notfallplan, das heißt, dass es vorab schon geregelt ist, wenn irgendein Störfall eintretet, welche Zonen dann zu evakuieren sind oder wo die Warnungen auszusprechen sind. In so einem Fall, wenn in so einem Betrieb ein Unfall passieren würde, dann würde dieses Warnsystem schon automatisch ausgelöst. Also das braucht man gar nicht dann, das ist schon vorgegeben, ist nur drauf zu klicken und dann geht die Warnung schon hinaus. Das heißt, wenn ich mir mit meinem Auto in dieser Zone nähere, dann bekommen wir schon die Warnung, halt ab diesem Punkt, da ist man schon in einer Gefahrenzone aufgrund dieses Ereignisses und bekommt die Warnung schon vorab. Also das ist komplett eine andere Welt, wie die, die wir jetzt über die Wettreibe kennen. Und wir haben ja gesagt, uns dieses Warnungssystem angeschaut, auch bietet dann verschiedene Möglichkeiten, auch über die Haustechnik, zum Beispiel, ein anderes Beispiel zu nennen, für Gerührlose. Dort ist die Möglichkeit über die Haustechnik, Beispiel zu sagen, die Wohnzimmerlampe, die blinkt im Falle einer Warnung. Das heißt, dann kann die Person nachschauen auf dem Handy, im Computer, wo auch immer, dass eben ein bestimmtes Ereignis jetzt eintreten wird oder vor einem bestimmten Ereignis gewarnt wird. Also viele Möglichkeiten, aber ein ganz anderes System, wie wir heute das über die Wetter-App kennen. Und es ist so, dass es hier auch dann nicht viel bringen würde, wenn wir hier Insellösungen schaffen würden. Und deshalb ist eben auch der Agentur Bevölkerungsschutz mit im Boot. wird jetzt auf Staatsgebiet ein System in Auserweiterung. In der Folge eben auch die Grundlage dafür ist die Richtlinie 1972 des Europäischen Parlaments und des Rates von Dezember 2018, das eben vorschreibt, dass die Staaten so ein Warnsystem einführen müssen, die Mitgliedstaaten und das bis 21. Juni 2022 entsprechend im Betrieb sein muss. Und hier wird dieses System erarbeitet, soll jetzt zu Beginn 2021 bereits im Probebetrieb gehen und wird dann eine Möglichkeit bieten, hier auch dieses System zu nutzen. Es ist wie gesagt auch die Agentur Bevölkerungsschutz hier mit im Boot bereitet sich auch darauf vor und das wird dann eben ganz neue Möglichkeiten bieten der Vorhersagen beziehungsweise der Warnungen. Parallel dazu läuft auch ein EFRE-Programm, Teil des EFRE-Programms, ein Monitoring-System im Landeswarnungszentrums erstellen, publizieren, einen Spezialwetterbericht. Hier haben wir auch, das hat auch Kollege Sven Knoll zu Beginn gesagt, gibt es auch diese Initiativen auf Euregio-Ebene. Es ist ebenfalls in Bearbeitung ein Verteilungssystem, das heißt Schnittstellen schaffen, um eben auch die einzelnen Warnsysteme aufeinander abzustimmen. Also es ist in diesem Zusammenhang sehr vieles im Laufen, aber vor allem eben noch einmal diese Initiative auf Staatsebene, dass man hier ein eigenes Warnsystem aufbauen will, ähnlich wie das im Beschlussantrag genannte CAD-Warnsystem, das man in Berlin und in anderen Orten bereits erfolgreich in Umsetzung hat und noch einmal auch sehr viele Möglichkeiten bietet, frühzeitig zu warnen und vor allem auch schnell zu warnen, weil wir reden immer von Naturgefahren, natürlich finden die in Land wie Südtirol eine ganz besondere Rolle, aber es gibt auch Chemieunfälle, es gibt vor allem auch, kennen wir ja, hoffen, dass wir verschont bleiben, aber Terroranschläge, viele Dinge, die dann plötzlich reingen, sie dann plötzlich auftreten und wo es neue Systeme braucht, wo man die neuen Technologien nutzen kann, um eben auch so viele Menschen wie möglich zu warnen und warum vielleicht noch die Frage, warum haben wir dann auch nicht dieses CAD-Warnsystem oder andere Systeme hier eingeführt, auch als Zinslösungen, weil Italien über die Privacy-Bestimmungen noch einmal, also sehr strenge Privacy-Bestimmungen hat und man dann bald einmal mit denen in Konflikt kommt und hier haben sie dann entschieden, dass man auch dieses System, das staatsweit in Ausarbeitung ist, dann entsprechend zu nutzen und umzusetzen, wie gesagt, die Vorbereitungen dazu laufen. Danke. Vielen Dank. Wir kommen nun zur Replik des Einbringers. Gerd Lanz, bitte. Ja, danke, Herr Präsident. Zu Beginn muss ich mich für einen Fehler bei meiner Erläuterung entschuldigen. Ich habe gestern eine intensive Nacht mit vielen weiblichen Gesprächspartnern gehabt und habe von Push-Up-Nachrichten gesprochen. Natürlich meinte ich Push-Nachrichten, also entschuldigen Sie bitte diesen Fehler. Der Landesrat hat das genau auch angesprochen, was eigentlich die Intention ist. Es geht nicht darum, eine App zu installieren, wo man dann praktisch sich anmeldet und dementsprechend dann diesen Kontakt aktiv sucht, sondern dass man diese Push-Nachrichten zugeschickt bekommt. Das heißt, unabhängig, ob ich diese App auf meinem iPhone oder auf meinem Tablet installiert habe, bekomme ich in Krisensituationen diese Nachrichten. Ich glaube, das ist eben ein Unterschied auch zur bestehenden Wetter-App und dementsprechend ein anderes Thema. Was auch wichtig ist in meinen Augen, aber ich glaube, es ist dann immer so, wenn wir Beschlussanträge hier fassen, dann ist es natürlich nachher von den Technikern und von den Experten umzusetzen und auch zu prüfen und es ist wichtig, dass dieser Input mitgekommen ist. Ich persönlich würde es nicht befürworten, wenn wir dieses Thema des Zivilschutzes dann auf das Thema des Wetters übertragen würden. Denn wie es auch Landesrat Schuller gesagt hat, ist Wetter ein Teil davon. Das heißt, es würde vielleicht verwirrend sein, wenn ich auf meinem iPhone das Thema Wetter habe, weil ich mich ständig konfrontieren muss, weil ich hier die Informationen will und dann plötzlich Nachrichten bekomme, die ganz eine andere Reichweite haben oder einen anderen Inhalt. Deswegen ist es schon die Intention, dass man effektiv davon spricht, diese Bush-Nachrichten im Falle von auftretenden Ereignissen im Bereich des Zivilschutzes zu generieren und das können dann Wetterphänomene sein, das können Unfälle sein und ich bin mir bewusst, dass es auch innerhalb der Landesverwaltung verschiedene Strukturen gibt, die dann damit konfrontiert sind. Wenn zum Beispiel wir an die Straßen denken, an die Bahn denken, wie von ihnen auch eingeführt das Wetter, aber auch eventuelle Hangrutschungen, Überschwemmungen und so weiter, also das sind dann natürlich diese Informationen, die zusammenfließen müssen. Deswegen haben wir es auch so formuliert, dass man eine Plattform hat, dass es geprüft wird, wie man das dann machen kann und wie das im Detail aussieht, das sollten dann die Experten machen. Wichtig ist mir auch der erste Punkt nochmal. Es geht auch darum, dass Nachrichten, die dann kommuniziert werden, dass sie einen offiziellen Charakter haben, damit sie auch glaubwürdig sind, damit sie auch verständlich sind, damit sie auch nachvollziehbar sind. Denn wenn zum Beispiel eine Gemeinde kommuniziert, bei uns ist diese Straße gesperrt, aber die Zentrale weiß das noch nicht, dann schafft das Verwirrung der Bürger, die Bürgerin meldet sich dann vielleicht bei der Notrufnummer, bei der Zentrale und dort ist die Information noch nicht angekommen und man kann dann dementsprechend keine Informationen weitergeben. Deswegen ist es wichtig, dass hier ein gewisses System reinkommt, dass man auch versucht, dieses System zu optimieren und freut mich auch vom Kollegen Unterholz, wie er das angesprochen hat, dass es ein Verbesserungsprozess ist. Stimmt, wir haben gewisse Systeme, diese zu überprüfen, diese weiterzuentwickeln und dementsprechend dann auch neu und besser zu implementieren. Die Frage, ob auch SMS gedacht sind, natürlich könnte es eventuell dann auch zusätzliche Funktionen geben, wo jemand dann ständig informiert wird, wo er noch spezifischer informiert wird, weil ich glaube, wichtig ist einmal, dass eine grundlegende Information rausgeht, Achtung, in deinem Umfeld, in deinem Umkreis ist das und das Problem und deswegen, bitte bleib zu Hause oder bitte pass auf und so weiter. Wichtig auch, der Anreger ist, dass natürlich auch die Touristen mit involviert werden. Wir sind ja ein Land mit sehr hohem Tourismus und hoffen auch in Zukunft, das so haben zu können und da ist es natürlich wichtig, dass vor allem bei Situationen, die den Zivilschutz betreffen, auch diese Leute informiert werden. Ich würde gerne aufgrund dieser Leute, also den Beschlussantrag in dieser Form lassen, weil er wurde genau deswegen so aufgebaut, dass man effektiv die Voraussetzungen prüft, der Implementierung und dann die Umsetzung in Auftrag gibt. Ich möchte, ich glaube, es reicht auch, wenn wir so in der Debatte mitnehmen, ganz klar, wenn dann die Entscheidung der Techniker dahingehend ist, dass man ein bestehendes System weiterentwickelt, umbenennt, implementiert, verknüpft, also dagegen sträube ich mich sicherlich nicht. Nur wäre es mir wichtig, auch die einzelnen Zwischenstritte so zu definieren, die Voraussetzungen zu prüfen und dann mit der Umsetzung und mit der Implementierung zu starten. Vielen Dank zum Vortgang der Arbeiten, Abgeordneter Kölnsberger. Dann aussuche ich bitte um die getrennte Abstimmung des dritten Punktes. Danke. Also die getrennte Abstimmung, Prämissen auch getrennt? Alles und? Nur Punkt drei. Also nur der Punkt drei. Dann gibt es zwei Änderungen. Somit kommen wir zur Abstimmung. Ich versuche noch, alle kontrollieren, ob sie die Präsenz angemeldet haben. Auf Consilium. Lora voto, eh, pongo in votazione. È stato richiesto la votazione per punti separati, due votazioni. Apro la votazione. Oh, la votazione. Ich schließe die Abstimmung, teile mit, dass die Prämissen Punkt 1 und Punkt 2 des beschließenden Teiles mit eine Gegenstimmung. Also mit 33 Stimmen, mit 33 Ja-Stimmen, einer Nein-Stimme und einer nicht-gewählten Stimme. Genehmigt wurde. Nun kommen wir zu Punkt 3 des beschließenden Teiles. Bitte. Ich eröffne die Abstimmung. Apro la votazione. Al punto 3. Okay. Ich schließe die Abstimmung. Guido la votazione. Mit 24 Ja, 7 Nein und 4 Enthaltungen ist der Beschluss an Frage genehmigt. Wir kommen nun zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist der Tagesordnungspunkt 164. Beschlussantrag Nummer 344, Koordinierungsstelle gegen Gewalt an Frauen. Eingebracht von der Kollegin Amhof am 3. des 11. 20. Ich möchte... Nein, wir haben vereinbart zum Fortgang der Arbeiten und in persönlicher Angelegenheit über Zoom die Hände hochhalten. Es sind zwar blaue Hände, hat aber nicht mit der Farbe der Freiheitlichen zu tun, sondern das ist halt so drinnen. Denn sonst kann ich nicht unterscheiden ob man einen Beitrag als wo man Wortmeldung machen will oder ob zum Fortgang Arbeiten das vorgezogen wird. Auf jeden Fall das haben wir so frei in Part genauso ist richtig. Abkirater Zipite Prego Consigliere. Grazie Presidente Le ricordo che l'Azzurro è anche il nostro colore con solo dei frei hai per lichino. Bene Grazie Detto questo una sola senza alcun tipo di polemica una polemica ma solo una precitazione ieri abbiamo affrontato il tema velocemente della verifica della presenza al momento del voto che potrà essere importante magari anche questa sera questa notte sempre che si vada in notturno quando compare la maschera di chi vota che cosa le facce delle singole persone compaiono quindi è evidente che la verifica deve essere fatta prima del voto in quei pochi secondi insomma dal momento in cui il presidente avvia la votazione tutto qua semplicemente questo per precisare che comunque durante la votazione i volti non si vedono grazie ja das haben sie gestern schon eben auch zum vorkang der arbeit uns mitgeteilt das ist natürlich jetzt so und ich hätte das auch noch vor der behandlung des Gesetzentwürfes gemacht aber das gilt auch für die Abstimmung zu den Beschlussanträgen es ist ein Problem wenn Abgeordnete die zu Hause abstimmen oder im Büro abstimmen oder wo immer auch sie abstimmen nicht hier in der Aula wenn diese Abgeordneten ein Standbild oder ein Bild ein Jugendbild der Erstkommunion oder was weiß ich vorher auch immer reingeben dann können wir nicht feststellen wer hier abstimmt genau das ist der Abgeordnete Dürzi hier im konkreten Fall ist es der Abgeordnete Staffler deren Jugendfoto drinnen hat ja jetzt wieder nimmer wer dann können wir natürlich nicht feststellen wer stimmt ab stimmt der Sekretär ab die Sekretärin ab oder der Abgeordnete deshalb ist es erforderlich für all jene die zu Hause sind im Büro sind oder in einem anderen Ort sind außer hier in der Aula dass sie einfach das Bild vom Arbeitsplatz eingeben das Hintergrund Bild ist egal welches er ist das Bild ist aber auf jeden Fall den Abgeordneten müssten wir sehen damit es keine Probleme gibt in diesem Sinne oder Abgeordnete tut sie ja dann kommen wir zum nächsten Beschlussantrag Tagesordnungspunkt 164 Präsident zum Fortgang der Arbeit leider kann ich die Hand nicht geben ja wieso denn nicht ja weil es funktioniert momentan nicht aber ich möchte ganz kurz zum Fortgang der Arbeiten Herr Präsident ich wollte mich nur bedanken für das Jugendfoto das die mir da zugeschrieben haben das habe ich vor vier Wochen aufgenommen also herzlichen Dank für das Kompliment gut es scheint so jugendlich wobei du ja jugendlich bis nicht dann kommen wir eben zu diesem Beschlussantrag Nummer 344 Koordinierungsstelle gegen Gewalt an Frauen eingebracht von Kollegin Amhof ihre Suche nun um Erläuterung bitte ja danke Herr Präsident liebe Kolleginnen und Kollegen wir haben wir haben ja vorgestern sehr ausgiebig und auch konstruktiv würde ich meinen über die Parteigrenzen hinweg die Gewalt an Frauen debattiert und gerade deshalb bin ich heute gestern noch etwas mehr heute etwas weniger doch sehr überrascht gewesen aufgewühlt und auch verärgert verärgert bin ich immer noch nämlich über die Reaktionen die diese Abstimmung und auch die Diskussion hier im Landtag in den sozialen Netzwerken ausgelöst hat diese Reaktionen wurden vor allem angeschürt von einer Kollegin und das hat mich das war das was mich dann wirklich sehr geärgert hat und was mich auch heute noch ärgert das bringt uns nämlich in der Sache wenn es um Gewalt Gewalt Prävention geht nicht weiter zum einen weil die Diskussion und das betone ich jetzt noch einmal hier in dieser in der Aula aber auch in unseren eigenen Büros und Wohnzimmern eine ganz andere war jeder Einzelne hier und jeder hat die Bedeutung und die Wichtigkeit von Gewalt Prävention anerkannt und unterstrichen und es wurde einfach nur auf ein anderer Zugang diskutiert und ich möchte das einfach noch einmal hier loswerden an der Schule passiert viel viel an Gewalt Präventions Arbeit und gerade dort noch einmal zu intensivieren wo schon viel getan wird erachten wir und haben wir nicht als zielführend erachtet ich versuche es jetzt noch einmal mit einem Bild zu erläutern wenn in einer Bibliothek fünf Biografien von einer Frau stehen die regelmäßig ausgeliehen ausgeliehen werden und die Bibliothek wird aufgefordert weitere fünf dazu zu kaufen und das tut sie dann auch aber es werden nie mehr als fünf Bücher ausgeliehen welchen Sinn macht es dann dort zu investieren also diese Frage stelle ich mir und deshalb bin ich der Auffassung dass wir dort Gewaltprävention in Gewaltprävention investieren müssen wo wir noch viel zu tun haben wo noch viel Luft nach oben notwendig ist da es zu dem Beschlussantrag und zu den medialen Reaktionen dieser Beschlussantrag hervorgerufen hat und das was mich an der ganzen Geschichte am meisten erschüttert dass hier zu Shitstorm gegen vier Frauen in diesem Landtag aufgerufen wird ich weiß von Uli Mayer dass sie solche Geschichten auch viele hinter sich hat aber dass Frauen gegen Frauen aufrufen verballe Gewalt auszuüben finde ich dann schon sehr bedenklich und leite jetzt aber über zu dem Beschlussantrag den wir heute hier auf der Tagesordnung haben nämlich einen Koordinierungstisch gegen Gewalt an Frauen und und komme noch einmal zurück auf das Treffen das wir hier im Landtag mit Monika Hauser hatten die damals auch Empfehlungen für die Landespolitik formuliert hat und mit diesem Beschlussantrag würden wir ein Stück weit dem Rechnung tragen Seit dem 1. August 2014 ist auch in Italien die Istanbul Konvention in Kraft das ist dieses politische Instrument gegen Gewalt an Frauen das der Europarat als rechtlich bindendes Instrument zur Bekämpfung von Gewalt an Frauen geschaffen hat und dieses Dokument basiert auf vier Säulen einmal der Prävention einmal dem Schutz einmal der Strafverfolgung und der vierte Punkt ist die Koordinierung der drei genannten Handlungsfelder eben Schutz Prävention und Strafverfolgung und die Empfehlung ist es so einen Koordinierungstisch oder eine Koordinierungsstelle einzurichten und gerade das soll mit diesem Beschlussantrag passieren so einen Koordinierungstisch oder Stelle einzurichten ihr habt es ausgeteilt bekommen wir haben den Begriff Koordinierungsstelle mit Koordinierungstisch ausgetauscht wir haben uns darauf verständigt innerhalb der eigenen Fraktion nach Absprache der zuständigen Landesräte mit ihren Ämtern das heißt Landesrat und Landeshauptmann Arno Kompatscher der verantwortlich ist für den ganzen Themenbereich Frauen Frauenbüro und Landesrätin Waltraud Deeg die im Sozialresort zuständig ist für Gewaltprävention und insofern wurde diese Begrifflichkeit jetzt ausgetauscht in Abstimmung mit allen beiden und dieser Beschlussantrag zielt eben darauf ab so einen Koordinierungstisch jetzt einzurichten und hat dann den Auftrag einen Landesaktionsplan gemeinsam auszuarbeiten mit allen Interessierten aber vor allem mit allen Expertinnen und Experten in diesem Bereich um die Empfehlungen der Istanbul Konvention auch umzusetzen ich freue mich jetzt auch und ich hoffe dass wir hier heute einen wieder konstruktiven Austausch miteinander haben der anders endet als es der vorherige war das wünsche ich mir heute für diese Diskussion vielen Dank und ich glaube mehr ist zu diesem Beschlussantrag auch nicht zu sagen ja vielen Dank bevor ich das Wort zum Vorgang der Arbeiten an die Abgeordnete Foppa erteile möchte ich auch noch bekannt geben das Abgeordnete Foppa mit weiteren Gehe ich davon aus Vorgang bearbeiten in persönlicher Angelegenheit na gut bitte sehr ja falls ich die angesprochene Kollegin war die den Shitstorm losgetreten hätte ich nehme an die Kollegin Hammhoff hat sich auf mich gezogen das weiß man nicht das wurde kein Name genannt wie Sie wollen Herr Präsident die Fakten sprechen auch so für sich Ordnung wir kommen nun zu den Wortmeldungen Abgeordnete Uli Mayer sehr Dank Herr Präsident wir werden selbstverständlich auch diesen Antrag unterstützen wie wir auch den Antrag der Kollegin Foppa unterstützt haben ich möchte allerdings an die Einbringerinnen die Frage stellen warum man jetzt von der Koordinierungsstelle abgewichen ist und einen Koordinierungstisch daraus macht ich sehe das etwas abgeschwächt bin jetzt nicht gerade dafür bekannt dass ich eine besondere Emanze bin oder Feministin bin aber diese Tische wir haben im Land sehr viele Tische wenn ich an den technischen Tisch der Sicherheits Leute denke und so weiter die Tische sind immer sehr männlich gesetzt in meinen Augen hätte eine Koordinierungsstelle mehr Kraft mehr Aussagekraft und mir ginge auch der Vorschlag in Ordnung der Änderungsantrag den Kollegin Foppa eingebracht hat dass man auch eventuell die Frauenhäuser hinzunimmt ich stimme dem Antrag aber trotzdem zu auch wenn es so bleibt das ist selbstverständlich über Gewalt gegen Frauen haben wir diese Woche bereits ausführlich diskutiert ich möchte auch einen Satz dazu sagen den Kollegin Amhof das Thema das Kollegin Amhof bereits angesprochen hat ich bin auch etwas erstaunt über die Diskussion die sich auf Facebook vor allem abspielt denn ich bin schon der Meinung dass es angebracht ist oder dass es auch vollkommen in Ordnung ist wenn man zu diesem Thema auch unterschiedliche Meinungen hat und unterschiedliche Zugangsformen zu bestimmten Vorschlägen dann auch hat und die darf man auch als Frau artikulieren und was sich hier abspielt das spielt sich ja immer wieder ab diese Woche haben wir es auch erlebt dass eine Stadträtin im Bahnhofspark beleidigt wurde plötzlich gab es den Aufschrei auch des Landesrates Achammer den das sehr betroffen gemacht hat und der sehr verärgert ist wenn die Uli Mayer seit Jahren auf dieses Problem hinweist dann ist sie die übliche Verdächtige die übliche Rassistin und mehr ist eigentlich dazu nicht passiert also in diesem Land ist es erstaunlich dass man um gehört zu werden der richtigen Partei angehören muss auch als Opfer beziehungsweise von der anderen Seite jetzt von der linken Seite dass wenn sich Frauen erdreisten zu bestimmten Fraudenthemen eine andere Meinung zu haben ist es vollkommen in Ordnung wenn dann ein Shitstorm losgetreten wird weil es ja im Sinne der guten Sache ist ich finde das dem Thema nicht unbedingt gerecht es ist schade dass das ausgerechnet an diesem Tag passiert ist wenngleich ich sagen muss dass ja dazu irgendwo mir schon auch die Worte fehlen weil ich einfach der Meinung bin dass Andersdenkende beziehungsweise andere Meinungen einfach zugelassen werden müssen selbst selbst wenn sich Frauen bei diesem Thema nicht einig sind oder andere Ansätze Denkensweisen und Zugangsformen haben vielen Dank zu Wort gemeldet hat sich Abgeordnete Rieder bitte Dankeschön ja geschätzte Kolleginnen und Kollegen ich hätte an die Kollegin Amhof eine Frage denn das ist mir jetzt nicht ganz klar es wurde ja eben der Koordinierungs die Koordinierungsstelle mit Koordinierungstisch ausgetauscht und sie haben gesagt ja eine Koordinierungsstelle oder ein Koordinierungstisch also es ist doch so dass das ein sehr großer Unterschied ist ob wir von einer Koordinierungsstelle oder einem Koordinierungstisch reden denn die Koordinierungsstelle die ist ja genau definiert das sind die Aufgaben sind genau definiert und zwar hat diese eine Kontroll und Monitoring Funktion und das sollte dann eine unabhängige Stelle sein da sollten dann unabhängige und da sollten Expertinnen drinnen sitzen wenn wir jetzt vom aktuellen Beschlussantrag sprechen dann sprechen wir von einem sprechen sie von einem Koordinierungstisch ein Koordinierungstisch ist etwas ganz anderes in meinem Verständnis aber vielleicht können sie das dann auch noch genauer erklären wie sie sich das vorstellen was mir in diesem Zusammenhang wichtig ist zu sagen ist dass es diesen Koordinierungstisch eigentlich bereits gibt denn es gibt in Südtirol seit Jahren ja das Netzwerk der Frauenhäuser und wir hatten ja vor zwei Jahren die Vertreterinnen hier im Landtag auch zu Gast die uns auch über ihre Arbeit informiert haben die uns auch damals eingehend ja aufgerufen haben oder gesagt haben darauf hingewiesen haben dass sie die sie ja an vorderster Front sind gerade in diesen Themen gehört werden sollten und angehört werden sollten also ich glaube es ist so dass in diesem an diesem Koordinierungstisch wenn wir jetzt davon reden eigentlich sie federführend sein sollten oder sein müssen sogar denn sie sind wirklich die die tagtäglich die sich tagtäglich mit den von Gewalt betroffenen Frauen an der Front wirklich befinden und diese diese auch begleiten und Unterstützung geben und die müssen hier jene sein die mit einbezogen werden und die müssen auch hier im Grunde federführend sein denn sie sind die Expertinnen deswegen habe ich jetzt hier Sorge wenn wir jetzt wieder einen zusätzlichen Tisch einrichten und da gebe ich der Kollegin mal recht wir haben sonst schon so viele Tische dass wir eigentlich eine Parallele schaffen und deswegen wäre es mir auch wichtig dass wir in diesen Beschlussantrag mit hineinschreiben wer hier federführend sein soll noch ein kleiner eine kleine Anmerkung zu diesem Landesaktionsplan der selbstverständlich und das hat uns ja auch die Frau Dr. Hauser hier erklärt oder berichtet der selbstverständlich zu erarbeiten ist und da glaube ich wäre es auch wichtig den bestehenden den Aktionsplan der Stadtgemeinde Meran heranzuziehen der ja sehr ausführlich der ja schon besteht und sehr ausführlich ist einfach dann auch hier das schon bestehende mit einzubeziehen Dankeschön Vielen Dank Abgeordnete Voppa bitte Danke Herr Präsident Ja unser Änderungsantrag zielte eben darauf ab noch diese Diskussion fortzusetzen mit den Akteurinnen dieser dieses Themas insbesondere eben den Frauenhäusern weil wir von Frauenhäusern eben gefragt worden sind hier noch einbezogen zu werden in die Entwicklung deshalb war auch mein Vorschlag dass wir vielleicht in der vierten Gesetzgebungskommission darüber sprechen könnten gemeinsam mit den Frauenhäusern ich glaube es ist wichtig dass da das Einverständnis und die Beteiligung jener Expertinnen auch mit hereingeholt wird die sozusagen für uns andere Frauen und für Frauen die Gewalt erleben an der Front sind deshalb wäre uns dieser Änderungsantrag wichtig gewesen habe auch das Gespräch gesucht zu dem Thema ich weiß Kollegin Armhof was ein Shitstorm ist ich habe einige davon abbekommen ich weiß aber auch was ein Aufruf zu einem Shitstorm ist und ich frage sie ob mein Post das war ich lese ihn vor so viele Worte des Konsenses für unseren Beschlussantrag gegen Gewalt an Frauen so viele Wortweldungen wie selten einmal alle einig im Verdammen der Gewalt naja ein bisschen ist es schon auch ein Problem der Migranten sagen einige und die Frauen sind ja auch gewalttätig sagen andere aber insgesamt ist der Tenor ja da muss langsam nach der 15. Wortmeldung dreht sich langsam die Stimmung eigentlich tut man ja schon genug und eigentlich gibt es ja schon Projekte ich sage dazu nein es gibt noch nicht genug Projekte scheitern oft an der fehlenden Finanzierung die Prävention liegt meistens immer noch bei den Mädchen und Frauen diese Ablehnung ist schwer auszuhalten nicht weil es eine Niederlage für eine politische Aktion ist sondern weil es dem Thema so gut getan hätte gemeinsam alles aber wirklich auch alles alles Mögliche zu tun um der Gewalt an Frauen etwas entgegen zu setzen das ist kein Aufruf zu einem Shitstorm und ich habe auch innerhalb der Diskussion die sich entwickelt hat mit mehreren Frauen hauptsächlich gesprochen und gesagt schießt nicht auf die Frauen es ist niemals mein Anliegen niemals und Kollegin Armhof weiß das sehr gut wir haben oft darüber gesprochen es ist niemals mein Anliegen Frauen anzugreifen als Frauen niemals und ich habe es auch in dieser Diskussion von A bis Z vermieden Frauen anzugreifen Frauen eine besondere Verantwortung zu übertragen ich habe mich immer an die Männer gewandt schaut es nach viele Menschen haben sich diese Diskussion noch einmal angesehen ich habe mich an die Männer gewandt ich habe mich in meiner Replik an die drei Landesräte genannt und sie namentlich zitiert ich habe keine einzige Frau von euch jemals angegriffen nicht während der Diskussion nicht nach der Diskussion ich mache das nicht ich mache das niemals und meine politische Arbeit ist Zeugin dieser Haltung und niemand von euch wird jemals etwas anderes aus meinem Mund gehört haben oder aus meiner Feder oder aus meiner Tastatur auch nicht in dieser Sache es gibt ein Prinzip das heißt shoot the messenger man schießt also auf die Person die eine Botschaft überbringt bitte macht das nicht mit mir es wird meiner Arbeit nicht gerecht es ist niemals mein Anliegen Frauen zu schwächen und auch in dieser Sache habe ich euch Frauen keine Verantwortung mehr übertragen als jene die ich den Männern übertragen habe ich habe in erster Linie jene gemeint und die müssen das auch aushalten dazu stehe ich vielen Dank man kann nur sagen Frauen schafft es untereinander Kollege Locher sagt schon lange nix mehr gegen die Frauen ist eine interne Geschichte zu Wort gemeldet hat sich die Landesrätin Deek bitte Dankeschön sehr geschätzter Präsident sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen sehr geschätzte Kollegin Amhof ich möchte präzisieren dass ich mich hier als Landtagsabgeordnete zu Wort melde ich bedanke mich bei der Kollegin Amhof für diesen Beschlussantrag weil er einen wichtigen Prozess einleiten wird um das Thema wie wir mit der Gewalt an Frauen an Kindern aber generell mit Gewalt in Gesellschaft in allen Formen umgehen können einen wichtigen Anstoß gibt und weil vielleicht noch einige Punkte zu klären sind wer am Tisch sitzen soll und wo er dann auch die koordinierende Funktion sein soll glaube ich ist es genauso richtig dass er in dieser Form auch eingebracht wird ich möchte jetzt ganz kurz vielleicht auch auf das eingehen was Brigitte Vopper auch gesagt hat ich muss sagen ich bin gestern bis ein Uhr nachts in verschiedenen Chats gewesen und ich darf ehrlich sagen ich war entsetzt über die Art und Weise wie diskutiert wird von allen Seiten und das über das Thema Gewalt und Gewalt an Frauen und Gewalt in der Gesellschaft generell und ich darf Ihnen sagen es hat nicht von Ihnen das ist richtig einen Shitstorm Aufruf gegeben aber es hat diesen gegeben und ich glaube das wissen wir und der wurde auch schriftlich gemacht in einer geschlossenen Gruppe und ich muss sagen ich habe das noch nie gesehen und auch noch nie gemacht ich glaube wir sind hier um die Frauen und auch die Menschen generell zu schützen vor Shitstorms und nicht dazu aufzurufen und dann dass es mit dieses Thema ein ganz ganz wichtig ist das darf ich an dieser Stelle auch sagen und zwar deshalb ich habe schon mehrmals gesagt weil ich persönlich aber auch beruflich sehr eng mit diesem Thema im Vorfeld meiner politischen Karriere verbunden war viele Frauen in dieser Situation begleitet und beraten habe an Frauenhäusern in Beratungsstellen ich darf sagen ehrenamtlich das ist mir an dieser Stelle auch ganz wichtig und deshalb glaube ich und bin froh über jede Initiative jede Überlegung jede tatkräftige Unterstützung die es in diesem Bereich gibt weil wir müssen die Kräfte bündeln die Zahlen sprechen hier eine ganz klare Sprache was ich mir wünschen würde und dass wir einfach heute ein geschlossenes Signal nach außen geben dass wir gemeinsam diesen Koordinierungstisch einrichten jeder der sich in diesem Thema einbringen will glaube ich ist gut dass er an diesem Tisch sitzt dass er sich einbringen kann und ich darf sagen es gibt jetzt auch den Entwurf den habe ich auch der SVP Fraktion schon zugeschickt Gesetzentwurf zur Prävention und Bekämpfung geschlechterspezifischer Gewalt gegen Frauen Kinder 18 Artikel die das zuständige Amt für Prävention Gewalt und dann Unterstützung auch und Akkreditierung für Frauenhäuser und Beratungsstellen von der Frau Dr. Frey schon in Kooperation mit vielen ausgearbeitet hat und ich denke wir werden im Landtag über dieses Gesetz gemeinsam diskutieren können und anschließend dann natürlich auch über den Präventionsplan Dankeschön Vielen Dank Kollege Nats Damale bitte Vielen Dank Herr Präsident auch von unserer Seite kommt Unterstützung für diesen Beschlussantrag auch wenn wir Zweifel haben dass es eben in dem Sinne eben wie bereits andere Kollegen und Kolleginnen gesagt haben dass es eigentlich aus einer Koordinierungsstelle eben jetzt ein Tisch wird und wichtig ist aber dass er dann mit Inhalt gefüllt wird wir haben sehr viele verschiedene Stellen Anlaufstellen Beratungsstellen Arbeitsstellen für Frauen in Südtirol wir haben Gleichstellungsräte wir haben das Frauenbüro wir haben den Beirat für Chancengleichheit für Frauen wir haben den Beirat für das weibliche Unternehmertum also es gibt sehr viele Förderungen sicher sollte eben hier auch ein Netzwerk dann schlussendlich gegründet werden wichtig ist aber dass das Ganze mit Inhalt gefüllt wird dass es nicht bis zum Schluss bei einem Kaffee klatscht das soll jetzt nicht böse gemein sein sondern wie so oft auch in männlichen Arbeitsgruppen oder in gemischten Arbeitsgruppen wird viel geredet aber sehr viele Sachen versanken bis zum Schluss wichtig ist glaube ich dass es hier wirklich dann eben präzise gearbeitet wird effizient dass man sich wirklich Punkte macht was soll erreicht werden was brauchen wir was ist für die Zukunft wichtig sollen vielleicht auch Analysen gemacht werden auch jetzt beispielsweise im Rahmen eben wenn eben solche Tage anstehen wie entweder der 8. März oder auch jetzt wieder der Tag gegen Gewalt an Frauen dass man sich da immer mit diesen Themen dann wieder näher befassen muss und auch wieder auf neue Erkenntnisse stößt wie beispielsweise auf neue Analysen von Psychologen beispielsweise Gewalt wie auch Geschlechter unterschiedlich Gewalt anwenden beziehungsweise zu spüren bekommen auch da sind wichtige Analysen und Erkenntnisse und genau diese müssen mit einfließen damit man eben für die Zukunft hier gezielter vorgehen kann gezielter arbeiten kann um hier wirklich Fälle zu verhindern und andersrum Fällen besser helfen zu können es ist deshalb von unserer Seite aus absolut Zustimmung zu diesem Beschlussantrag in beiden Punkten denn es ist auch wichtig was in dieser Konvention steht dass hier eben in Bezug auf Prävention und so weiter eben dies auch hier in Südtirol umgesetzt wird und dass es eben nicht nur so wie hier auch bei dieser Zustimmung Gewalt 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 Situationen verbal sexuell körperlich psychisch und jede Anwendung davon ist eine zu viel und diese müssen einfach bekämpft werden aber mit friedlichen Waffen und nicht wieder Gewalt gegen Gewalt sondern eben dass hier wirklich ein Netzwerk geschaffen wird das ganz gezielt arbeiten kann Vielen Dank wir kommen nun zur Stellungnahme der Landesregierung Landeshauptmann bitte sehr bitte anmelden Dankeschön ja danke Herr Präsident geschätzte Kolleginnen und Kollegen ich glaube es gibt große Zustimmung zu diesem Antrag ich gehe jetzt bewusst nicht ein auf die Diskussion die in den letzten Tagen stattgefunden hat ich kann nur sagen schade ich glaube wir sollten jetzt wieder nach vorne blicken ich habe bereits berichtet darüber anlässlich der Diskussion über den vorherigen Beschlussantrag der Kollegin Foppa dass ich mich auch mit Frau Dr. Hauser unterhalten habe selbstverständlich die Notwendigkeit die von ihr ja mehrfach unterstrichen worden ist dass man sich mit einem konkreten Aktionsplan dann an die Umsetzung der Istanbul Konvention macht natürlich zuerst diese normativ verankert die Regeln entsprechend auch dort wo es notwendig ist in Gesetze fasst aber das reicht eben nicht weil sonst bleibt das tot der Buchstabe es braucht dann tatsächlich einen Umsetzungsplan kann und Kollegin Rieder hat recht es gibt bereits im Land Südtirol einiges an Dokumenten ich bin auch überzeugt dass man sich das alles auch das alles auch mitnehmen soll was an Erfahrung vorhanden ist was an Dokumenten da ist es gibt Beispiele aus anderen Regionen und Ländern in Bezug auf Aktionspläne für die Umsetzung auch das soll herangezogen werden und ich bin auch überzeugt dass es eine Koordinierung dann braucht anschließend ich bin der Kollegin Amhof dankbar dafür dass sie mit diesem Beschlussantrag auch ganz klar eine Richtung vorgibt die wir in der Landesregierung zu 100% teilen ich für meinen Zuständigkeitsbereich absolut zu 100% ich bin auch überzeugt dass wir jetzt eben den Worten Daten folgen lassen müssen ich habe es auch bei meiner letzten Wortmeldung schon gesagt Verankerung der Istanbul Konvention in unsere Rechtsordnung Aktionsplan und Koordinierung das ist notwendig das ist ein ein themen oder ein ressort übergreifendes Thema und deshalb ist ganz klar das Thema Koordinierung auch notwendig hier sind viele Ressorts und Bereiche betroffen das ist ein gesellschaftspolitisches Problem noch einmal ich habe es schon in meiner letzten Wortmeldung gesagt zu diesem Thema das ist auch spezifisch ein Südtiroler Problem das können wir nicht leugnen das können wir nicht von der Hand weisen und wir dürfen es auch nicht relativieren indem wir sagen es gibt in bestimmten Kulturbereichen oder in bestimmten Situationen ein noch größeres Problem das macht das Problem das wir haben um nichts kleiner wir haben in Südtirol ein Problem wir haben eine sehr patriarchalisch geprägte Kultur immer noch und wir haben hier tatsächlich Zahlen die deutlich über dem liegen was zum Beispiel der Durchschnitt Italiens ist oder was auch in vergleichbaren Regionen an Gewalt an Frauen zutage tritt und wir wissen zutage tritt nur sehr wenig denn leider es ist immer noch das Wegschauen das Nicht-Eingreifen das Nicht-Handeln immer noch das was vorwiegend stattfindet und hier braucht es jetzt wirklich Aktion und natürlich eine breite gesellschaftliche Einbindung und vor allem die Einbindung aller Interessensgruppen aber vor allem auch Verantwortungsträgerinnen und Träger die in diesem Bereich sind also die auch aktiv in diesem Bereich arbeiten auch dem stimme ich zu ich habe gerade aus diesem Grund einen Wunsch an die Einbringerin ich würde gerade deshalb vorschlagen dass wir eine getrennte Abstimmung vornehmen ich wende mich hier auch an den Präsidenten aber ich frage die Einbringerin ob sie damit einverstanden ist dass wir eine getrennte Abstimmung machen in Bezug auf den ersten Teil des geschließenden Teils zum einen einen Koordinierungstisch zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen einzurichten und getrennt über den zweiten Teil des Satzes abstimmen welcher beim Landesbeirat für Chancengleichheit angesiedelt sein soll ganz einfach mit dem Ziel dass wir uns hier noch nicht festlegen sondern gemeinsam dann schauen wo wo die Ansiedlung der Koordinierung am besten stattfinden soll die Koordinierung bedeutet ja dann dass alle an den Tisch gerollt werden sollen damit man dann auch hier den Aktionsplan die Aufgaben die Rollen entsprechend definiert gemeinsam und auch gemeinsam immer wieder evaluiert und immer wieder auch bewertet was noch zu tun ist und was bereits funktioniert und was nicht funktioniert aber in Bezug auf die Ansiedlung würde ich ganz einfach jetzt nicht vorab die Entscheidung treffen sondern diese auch gemeinsam definieren das ist mein Vorschlag an die Einbringerin deshalb würde ich die getrennte Abstimmung beantragen frage aber auch ob es dazu ein Einvernehmen gibt dass man sagt legen wir uns jetzt noch nicht fest sondern legen wir das dann gemeinsam fest sonst hundertprozentige Zustimmung zum Anliegen zum Antrag und auch von meiner Seite bereits die Selbstverpflichtung hier aktiv mitarbeiten zu wollen denn es ist tatsächlich ein gravierendes Problem das Problem der Gewalt an Frauen in Südtirol Vielen Dank Landeshauptmann wir kommen und zur Replik der Einbringerin Abgeordnete Amhof Ja danke Herr Präsident ich beginne beim Antrag des Landeshauptmannes dem ich selbstverständlich zustimme und wir haben es auch persönlich in einem persönlichen Gespräch besprochen ich denke es geht hier schlichtweg es geht um die Sache es geht darum dass die Arbeiten oder die Maßnahmen zur Bewältigung dieses Problems dieses wirklich diese gravierenden Tatsache dass es darum geht dass die Maßnahmen koordiniert werden dass die Projekte koordiniert werden dass dieser Landesaktionsplan auch erstellt wird darum geht es vordergründig und dann wird sich jetzt wenn wir diese Koordinierung diesen Koordinierungstisch zusammenstellen auch daraus ergeben wo dieser Tisch am besten angesiedelt ist deshalb ich stimme dieser getrennten Abstimmung auch zu Frau Rieder hat den Aktionsplan der Gemeinde Meran angesprochen der ein sehr umfangreiches Dokument ist mit ganz vielen wertvollen Inputs die gemacht werden können ich finde den ein ganz tolles Beispiel wie so ein Aktionsplan auch aussehen kann und möchte hier schon auch nochmal den Namen jener Person oder jener Frau nennen die maßgeblich an der Ausarbeitung dieses Aktionsplanes beteiligt war nämlich die ehemalige Stadträtin in der Gemeinde Meran Gabi Stromer das verdient sie sich nämlich denn das war das ist ein ganz hervorragendes Projekt das sie hier in Umsetzung gebracht hat warum Koordinierungstisch statt Koordinierungsstelle es stimmt wenn Uli Meyers sagt dass die Koordinierungsstelle ein viel stärkerer Begriff ist als Koordinierungstisch ich hänge mich jetzt nicht an den Begrifflichkeiten auf ich denke es ist wichtig dass wir mit der Koordinierung der Tätigkeit starten dass wir das Thema zu einem ganz wichtigen Thema in dieser Legislaturperiode auch machen und deshalb haben wir uns schlussendlich auf Koordinierungstisch geeinigt und ich denke lassen wir das was war hinter uns gehen wir jetzt den Weg im Sinne der Frauen die leider Gottes noch immer Gewalt erfahren wo viel zu wenig Menschen hinschauen auch zum Teil nicht gesehen werden kann weil es hinter den versteckten Türen der Wohnungen passiert arbeiten wir auf was war aber blicken wir nach vorne um vor allem jenen Frauen zu helfen die unsere Unterstützung benötigen vielen Dank ich möchte mich bei allen von euch bedanken für eure Wortmeldung die konstruktiven Beiträge und ja vielen Dank vielen Dank Frau Abgeordnete nur nächstes mal bitte eintragen auch auch bei der Replik eintragen Konzilium somit kommen wir zur Abstimmung und in Votatione statu richiestra Votatione per punti separati due Votatione einmal den ganzen Beschlussantrag ohne den Halbsatz welcher beim Landesbeirat für Chancengleichheit angesiedelt sein soll also ohne diesen Halbsatz und danach die Abstimmung dieses Halbsatzes somit eröffne ich die Abstimmung Apola Votatione Ich schließe die Abstimmung Teile mit das mit 33 Ja Stimmen einer Nein Stimme und einer Nicht Beteiligten der erste Teil angenommen wurde jetzt stimmen wir noch ab über den Halbsatz welcher beim Landesbeirat für Chancengleichheit angesiedelt sein sollte oder soll Ich eröffne die Abstimmung Apola Votatione Chiuso la votazione mit drei Ja Stimmen und 22 Nein Stimmen 10 Enthaltungen ist dieser Halbsatz abgelehnt Wir kommen nun zum nächsten Beschlussantrag Tagesordnungspunkt 165 Begehrensantrag Nicht Beschlussantrag Begehrensantrag Nummer 16 Frauen Leben schützen eingebracht von den Abgeordneten Amhof Ladurnerdeck und Hochgruber am 3. des 11. Ich ersuche nun die Erstunterzeichnerin Amhof um die Vorstellung dieses Begehrensantrages Bitte Es geht hier erneut um Gewalt an Frauen Diesmal ein Begehrensantrag an das Parlament Landeshauptmann hat es bereits beim vorherigen Antrag erwähnt Italien gehört und damit auch Südtirol und Südtirol explizit als eine Region als eine Provinz in Italien wo die Zahlen dann noch einmal höher sind zu jenen Ländern Europas wo die Zahlen am höchsten sind was Feminizide anbelangt und nicht zu vergessen und das haben auch Kolleginnen bereits vorgestern in der Diskussion angemahnt dass vor allem häusliche Gewalt in Italien während der Monate des Lockdowns um bis zu 40% gestiegen sind das bedeutet und das heißt und zeigt auch dass Gewalt an Frauen sehr vielfältig ist es ist Gewalt durch körperliche Übergriffe es ist sexualisierte Gewalt es ist psychische Gewalt und es ist Stalking und es gibt eine Form von Gewalt die bisher noch nicht straff verfolgt wird das ist das Upskirting und das ist das heimliche Fotografieren unter den Rock oder einfach auch in den Ausschnitt und das ist in Italien noch keine Straftat also das ist nach wie vor erlaubt wird nicht geahndet Männer können diese Bilder ins Netz stellen können damit Frauen erpressen was was leider Gottes auch sehr häufig passiert und all diese Gewalttaten eben vom Upskirting bis hin zu den schrecklichen Femiziden werden die auch in Südtirol verübt wird reagiert die Gesellschaft immer mit sehr viel Betroffenheit sie reagiert mit Entsetzen was was auch richtig ist und und auch oft mit Selbstvorwürfen und Zweifeln mit Gewissensqualen und auch mit Schuldgefühlen da wir uns auch immer wieder auch ich denke jeder Einzelne von uns sich die Frage stellt ob wir diese Tat vielleicht hätten verhindern können und wo hätten wir ansetzen können um diese eine Tat nicht möglich zu machen Kampagnen fordern zum Hinschauen auf sie fordern auf auch hinzuhören und selbstverständlich fordern diese Kampagnen auch zum Handeln auf und viele solche Kampagnen und wie gesagt es ist nie genug und Gewalt Prävention aber Arbeiten auch gegen Gewalt das ist unsere Aufgabe das muss ein Dauerthema sein und eben auch in Anlehnung an die Istanbul Konvention muss die italienische Regierung hier auch ganz klare Zeichen setzen das hat sie zum einen getan und zwar mit dem Codice Rosso der seit Juli 2019 in Kraft ist der den Schutz gewaltbedrohter Frauen verstärken soll und er strebt auch den Ansinnen der Istanbul Konvention nach das stimmt und ich denke dieser Codice Rosso ist ein gutes Gesetz auf dem Papier allerdings schützt es die Frauen noch nicht ausreichend das Gesetz ist gut aber die Strafverfolgung funktioniert in weiten Teilen noch nicht und deshalb im beschließenden Teil haben wir folgende Punkte hinzugefügt eben die Gewalt an Frauen und den Schutz von Frauen eben zum Dauerthema zu machen und verstärkt in allen Gesellschaft und Lebensbereichen zu integrieren den zweiten beschließenden Teil habe ich mit Änderungsantrag mit einem Ersetzungsantrag gestrichen der dritte beschließenden Teil beinhaltet dringende Maßnahmen im Codice Rosso so schnell wie möglich umzusetzen wie zum Beispiel die Aus- und Weiterbildung von Ordnungskräften von Sozialarbeiterinnen von Justiz und Sanitätspersonal aber auch die Ausstattung der Ordnungshüter mit genügend Fußfesseln voranzutreiben und da habe ich mich auch erinnert an ganz oft auch an Wortmeldungen von Kollegin Uli Meier die immer wieder auch angemahnt hat dass Ordnungskräfte unzureichend ausgestattet sind um nicht nur Frauen insgesamt das war die Meldung von Brigitte Vopper Menschen zu schützen vor Gewalt übergriffen und im letzten Punkt des beschließenden Teil das Upskirting als Strafbestand aufzunehmen so wie dies bereits in England aber auch in Deutschland und Schottland bereits gemacht worden ist auch in einzelnen Bundesstaaten der USA und damit Frauen einfach auch im Alltag besser zu schützen das wären die Inhalte zu diesem Beschlussantrag ich schließe damit ab und eröffne Diskussion vielen Dank Inhalte des Begehrensantrags Entschuldige Begehrensantrag Dank kein Problem zu Wortgemäler Tatsch Abgeordnete Voppa bitte Danke Herr Präsident ja danke den Kolleginnen die diesen Antrag eingebracht haben ja genau so ist es es ist nie es ist nie genug man hat noch nie genug dafür getan wir haben gerade in den letzten Jahren auch noch mal erlebt wie Gewalt sich auch verstärkt es war früher eine reine Privatsache wenn wir auch sehr oft über die Gewalt im öffentlichen Raum diskutieren so glaube ich kommt man zunehmend zur Einsicht wie sehr das eigentlich im Verborgenen abläuft und gleichzeitig gibt es einen neuen öffentlichen Raum ja das Netz die Social Medien und so weiter über die wir selbst in anderer Sache ja oft schon diskutiert haben aber in denen auch Gewalt neue Dimensionen erlangt das ist beeindruckend und das ist ganz oft gegen Frauen und diese verschiedenen Verstärkungen die muss man auch immer wieder in den Gewaltdiskurs mit einbeziehen denn diese Verstärkungen die sind gerade in den letzten Jahren einfach nochmal um ein vielfaches hat sich das Echo also das Echo hat sich so vervielfältigt und deshalb ist das Thema der Gewalt auch immer wieder anzugehen ich finde es so bemerkenswert dass wir in den letzten Monaten nach den Worten hier von Monika Hauser auch so so klar begonnen haben über Gewalt im eigenen Land zu diskutieren und es ist wichtig zu sagen im eigenen Land denn so wie es das eigene Haus ist so ist es eben auch das eigene Land und das Erste das man tut wenn man an Gewalt denkt dann ist das Erste das einem kommt ist leider das Wegschauen und das passiert uns immer wieder ich habe das ich habe sehr oft ich habe von oft schon erzählt Zivilcourage Trainings in den Dörfern Südtirols gemacht und es wurde dort immer wieder berichtet und die Frage gestellt was tue ich denn wenn ich im Kondominium oder im Haus gegenüber höre dass Gewalt passiert deshalb also es gibt sie es ist so schwer darüber zu sprechen es ist so schwer es als die eigene zu erkennen anzuerkennen also die Gewalt die uns betrifft auch wenn sie vielleicht nicht eine selber betrifft aber sie betrifft uns als Gesellschaft und deshalb glaube ich sind diese Ansätze so so wichtig und ich befürworte es sehr dass aus unserem Land das ja auch an der Schnittstelle zum resteuropäischen Raum steht und in Italien auch als solches wahrgenommen wird dass aus unserem Land dieser Aufruf nach Rom dringen soll also das unterstützen wir absolut und von Herzen die Europäische Union die Europäische Union oder wir wissen es vielleicht nicht Italien immer wieder auffordert weil es Italien eigentlich nicht wirklich schafft bei Gewalt gegen Frauen die Opfer zu schützen und zu unterstützen erst im Oktober hat Italien zum zweiten Mal eigentlich aus der EU eine Rüge bekommen oder eine Aufforderung des Ministerkomitees des Europarates dass Frauen die Opfer von Gewalt in Italien werden es sehr schwierig haben von der Justiz gehört beziehungsweise den Zugang zur Justiz zu bekommen denn es fehlen wirksame zivilrechtliche Rechtsbehelfe gegen jede staatliche Behörde die ihrer Pflicht nicht nachgekommen ist oder auch im Rahmen ihrer Befugnisse die erforderlichen Präventions- und Schutzmaßnahmen nicht ergriffen hat und das sind schon auch schwerwiegende Vorwürfe oder auch die EU hat auch in einem Bericht der von von Grevio erstellt wurde und zwar im Jänner des Jahres dass es in Italien eigentlich die Justiz eigentlich nicht so sehr für den Schutz des Opfers da ist sondern dass zu wenig eigentlich die Täter abgeschreckt werden und es eigentlich die Opfer sehr schwierig haben eigentlich zu ihrem Recht zu kommen deswegen ist es sehr sehr wichtig einfach wie wir schon gesagt haben und wie Kollege Namhofer auch gesagt hat jeder Impuls jeder Ansatz jede alles was wir unternehmen können zu unternehmen und ich glaube es ist vor allem auch sehr wichtig dass wir darüber reden und vielleicht noch ergänzend das Ministerkomitee des Europarates hat eben Italien einen Termin gesetzt nämlich den 31. März 2021 wo es eigentlich also Italien wird verstärkt überwacht man wird genau darauf achten welche Maßnahmen es setzt Italien setzt und zwar wurde Italien aufgefordert mehr für Gewaltprävention zu tun und die Präsenz von Antigewaltzentren und ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen sicherzustellen beziehungsweise zu erhöhen zufrieden war der Ausschuss eben mit dem Gesetz also mit dem sogenannten Codice Rosso das den rechtlichen Gesamtrahmen stärkt und auch also eingesetzt hat aber er bewertete einfach oder sagte gleichzeitig in diesem Bericht wurden gleichzeitig die alarmierenden Daten über die Reaktionszeit der Gerichte auf Beschwerden auf die Anzahl der eingeleiteten Strafverfahren aber auch Freisprüche und die übermäßige Anzahl von Einreichungen negativ bewertet deswegen glaube ich es ist es umso mehr angebracht dass wir hier tätig werden und aktiv werden und lassen Sie mich noch einen Satz zum Schluss sagen ich möchte heute mal den österreichischen Bundespräsidenten zitieren denn mir hat das hat ja letzte Woche gesagt hat sehr gut oder diese Tage gesagt hat sehr gut gefallen und ich glaube das können wir alle als Aufruf nehmen nicht wegschauen nicht hoffen irgendwer würde sich schon irgendwie um das Problem kümmern es ist unser aller Kampf nur gemeinsam werden wir gegen Gewalt gewinnen Dankeschön vielen Dank Frau Abgeordnete zu Wort gemeldet hat sich auch Franz Blohner bitte Abgeordneter wir hören noch nichts Abgeordneter Blohner jetzt jetzt geht's danke Herr Präsident liebe Kolleginnen und Kollegen nun dieser Begehrensantrag Frauenleben schützen werden wir mittragen vor zwei Tagen haben wir einen beeindrucken und ich denke auch empathische Rede der Kollegin Brigitte Fopper erlebt der sie uns aufgezeigt hat wie Frauen auch in unserem Lande unterschiedliche Wahlformen ausgesetzt sind danke Brigitte für deine Aussagen nun eine europaweite Studie die vor einigen Jahren veröffentlicht wurde und die heutigen Daten sind sicher nicht förderte erschreckende Ergebnisse zutage jede dritte Frau hat seit dem 15. Lebensjahr körperliche oder sexuelle Gewalt oder beides erfahren jede fünfte Frau hat diese Gewalt in der Partnerschaft erlebt und ein schreckend hoher Anteil von Frauen war und ist durch auch der psychischen Gewalt des Partners ausgesetzt und wir wissen durch häusliche Gewalt so ist die traurige Erfahrung werden durchschnittlich mehr Frauen verlässt oder geschädigt als durch Körperverletzung oder Art gewiss auf gesetzlicher Ebene hat sich so manches getan ja die Rechtslage so schreiben sie auch in ihrem Begehrensantrag ist das eine die Realität ist allzu häufig ganz was anderes es dauert oft sehr lange bis Straftaten zur Anzeige gebracht werden bis sie Frauen von ihren Paaren oder Familien trennen trotz wiederholter Gewalt erfahren viele schaffen es gar nicht je näher sich Täter und Frauen stehen desto geringer ist die Bereitschaft zur Anzeige das das sind seelische und finanzielle Abhängigkeiten da ist oft auch die Hoffnung auf einen Neubeginn in der Beziehung wenn wir nun die Probleme Gewalt an Frauen aufzeigen bemerken wir zugleich was alles noch zu bewältigen ist aber wir sehen auch was anderes das Problem Bewusstsein ist einfach auch gewachsen der rechtliche Schutz für die Frauen wurde deutlich verbessert Frauen können fast immer auf Unterstützung durch das Recht und auf die Solidarität der öffentlichen Meinungen aufzählen Gleichberechtigung Gleichstellung der Frau sind ein Seismograph und das ist mir wichtig für den Zustand einer freien und demokratischen Gesellschaft geworden doch die Öffentlichkeit hat auch begonnen umzudenken häusliche Gewalt wird immer selten als reiner Familienstreit beschönigt oder als bloße Ruhestörung abgetan ja reicht es aus wenn wir die Gesetzeslage verschärfen oder Frauenhäuser oder andere Institutionen sich um die Mädchen und Frauen kümmern sollte nicht Beistand und Solidarität mit bedrohten Mädchen und Frauen eigentlich nicht unserer aller Bürgerpflicht werden sind wir als Nachbarn Arbeitskollege wirklich zur Stelle wenn eine Frau Hilfe Trost Beistand vielleicht unterkommt für einige Tage sind gleichfertig sind wir zur Stelle wenn es gilt einem Kollegen einem Freund oder Bruder der seine Grenzen nicht kennt ein Entschiednis so nicht entgegen zu halten wir müssen deutlich machen dass es für Gewalt in unseren Familien und unserer Gesellschaft keinen Platz gibt und dass Frauen die misshandelt werden unsere Unterstützung und unsere Solidarität haben Ja wir alle müssen Frauen ausreichend schützen denn jeder Mensch egal ob Mann oder Frau hat das Recht auf ein Leben ohne Gewalt Danke Vielen Dank Abgeordneter zu Wort gemeldet hat sich Kollegin Dammerle Arzt Dammerle Bitte Vielen Dank Herr Präsident Wie all diese Beschlussanträge und Begehungsanträge eben jetzt in dieser Woche eigentlich gezeigt haben ist das Thema Gewalt an Frauen sehr umfangreich und es dürfte eigentlich nicht nur unter Anführungszeichen diese Tage im Jahr brauchen oder dass es diese Tage im Jahr sind an denen auch im Landtag oder auch eben in der Gesellschaft diese Themen diese heikelnen Themen diese verschwiegenen Themen die oft eben Tabuthemen noch sind eigentlich Platz in unserer Gesellschaft und im Alltag finden und auch in der Öffentlichkeit auch in den Medien sondern eben wie auch hier in diesem Begehungsantrag richtig steht das ganze Jahr über an allen Tagen sollte diese Problematik Thema sein denn sie sind eigentlich wie man weiß viel mehr präsent als ursprünglich gemeint ursprünglich ging man immer von einer Dunkelzirra aus die sehr hoch sein soll mittlerweile weiß man jede dritte Frau eben wurde einmal in ihrem Leben Opfer von Gewalt und das ist einfach zu viel für unsere Gesellschaft man fragt sich warum muss das so sein warum sind hier heute gehen die Frauen die Opfer sind sie das schwächere Geschlecht die schwächere Rolle und das eigentlich heute in Zeiten in denen eigentlich Gleichheit und Chancengleichheit und eigentlich diese Rollen eigentlich nicht mehr präsent sein sollten und ist es umgekehrt aber dann noch wirklich eben dass der Mann immer hier der Stärkere der Bösere ist und eben der hier seine Macht seine Kraft eben auf die Frauen eigentlich ausübt in dem Gewalt ausgeübt wird ich möchte hier aber auch ein anderes Thema ansprechen vor einigen Jahren weil dies ist ja ein Begehrensantrag vor einigen Jahren wurde ja in Rom unten eben auch das Gesetz in Bezug auf das Wort der Gatscheri überarbeitet und da muss ich jetzt aber der SVP schon die Ohren lang ziehen denn immerhin hat da die SVP dafür gestimmt und genau in diesem Gesetz war auch ein Passus drin in dem eben genau die Verfolgung von Straftaten von Stalking gelockert wurde das kann man auch nachlesen auch eure Kollegin Renate Gebhardt hat dazu gestimmt dass eben dem Gesetz zugestimmt und somit ging einher dass eben gerade hier eben diese diese Lockerungen auch vorgenommen wurden auch die Lockerungen in Bezug auf die Straftaten wenn sie nicht so gravierend sind dass eben diese Täter nicht mehr ins Gefängnis müssen aufgrund eben dem Gesetz all das schön und gut dass wir hier einen Hauf ganz viele Beschlussanträge und Begehrensanträge jetzt behandeln und auch beschließen aber das beste Gesetz und auch die besten Beschlussanträge Begehrensanträge der beste Arbeitstisch hilft nichts wenn Schluss und endlich dann keine harten Strafen folgen sondern wenn diese Täter nach wie vor auf freiem Fuß sind und dann zu Wiederholungstötern möglicherweise werden und deshalb ist es hier wichtig dass auch in Rom auch dahin gearbeitet werden dass wenn Straftaten vorliegen dass diese schnell und hart bestraft werden Vielen Dank zum Wort gemeldet hat sich die Vizepräsidentin Matei Prego Grazie Presidente I dati del 2020 sono come purtroppo ogni anno veramente allarmanti una donna viene uccisa ogni tre giorni su questo lo dico riflettiamo veramente a fondo perché è una cosa pazzesca è una piaga che purtroppo mondiale nazionale ma purtroppo anche in Alto Adige i dati anche in Alto Adige sono terrificanti e lo vediamo purtroppo dalle notizie degli ultimi anni la consigliera Amhof l'ha accennato ma io vorrei proprio anche in questo contesto abbiamo parlato appunto in questi giorni in consiglio parecchio di questo argomento però io vorrei ricordare brevemente la legge la cosiddetta codice rosso entrata appunto in vigore in agosto dell'anno scorso una legge che vorrei ricordarlo è stata portata avanti con convinzione dalla Lega e approvata poi in Parlamento e visto appunto che la consigliera ne ha fatto menzione che non basta io però vorrei ricordare cosa prevede perché è stato fatto un passo fondamentale a livello naturalmente procedurale quindi innanzitutto è stato previsto proprio uno sprint diciamo per l'avvio del procedimento penale per alcuni reati tra cui maltrattamenti in famiglia stalking violenza sessuale appunto con l'effetto che i provvedimenti di protezione delle vittime siano più veloci perché questo è naturalmente importantissimo inoltre la cosa secondo me fondamentale è quella praticamente dove entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato si deve intervenire è chiaro che la tempistica è importante perché se una donna sa che entro tre giorni il procedimento inizia è anche più portata a denunciare logicamente perché tant'è che quest'anno diciamo c'è stato un aumento di denunce chiaramente non c'è da essere contenti di questo dato per carità però se lo vediamo nell'ottica di un incentivo e aiuto per le donne alla denuncia che si sentono più tutelate naturalmente sì perché è chiaro che una donna che visto che parliamo naturalmente la maggior parte delle volte sono reati che purtroppo succedono in famiglia è ovvio che se la donna deve tornare in famiglia e poi succede il peggio è ovvio che non è neanche portata a denunciare naturalmente è stata modificata anche la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima anche questo è importante tramite diciamo i famosi braccialetti elettronici i maltrattamenti contro familiari e conviventi anche quelli vengono ricompresi tra quelli tra i reati che permettono l'applicazione di chiedo scusa vedo di concludere siccome è una cosa veramente molto importante ne abbiamo parlato per tre giorni sarò breve e poi abbiamo appunto altri reati che sono stati inseriti in questa legge non meno importanti il revenge porn sappiamo tutti di cosa si tratta le lesioni deformazioni dell'aspetto della persona mediante deformazioni permanenti al viso eccetera la costrizione e induzione al matrimonio che anche quello sappiamo che purtroppo succede spesso eccetera adesso naturalmente devo concludere io devo dire è stato secondo me un grandissimo passo avanti ma certamente non dobbiamo mai abbassare la guardia su questo tema tenere sempre alto l'interesse sia a livello statale che provinciale per cui qualsiasi iniziativa va portata avanti una cosa però vorrei dirla che quest'anno purtroppo il ministro Bonafede durante il lockdown ha sospeso tutti i termini processuali per cui ha sostanzialmente azzerato il punto fondamentale della legge cioè il termine imprescindibile dei tre giorni che a questo punto è saltato e questo secondo me è un errore inaccettabile concludo dicendo che se posso vorrei ringraziare veramente il centro antiviolenza che in Alto Adige svolge un lavoro veramente fondamentale ed eccellente grazie scusate eine Gewissensfrage ist und weil es eine Frage des Grundrechts ist. Und hier lassen wir die Parteilogik hinten und werden diesen Begehrensantrag natürlich unterstützen. Dankeschön, Herr Präsident. Bitte sehr, Abgeordneter Staffler. Wir haben keine Vorbereitung mehr, somit kommen wir zur Stellungnahme der Landesregierung. Landeshauptmann, bitte sehr. Ja, Dankeschön, Herr Präsident. Danke der Einbringerin, genauso wie allen, die hier ihre Beiträge auch im Landtag formuliert haben. Auch hier, glaube ich, besteht große Einigkeit darüber, dass es nie genug gibt an Maßnahmen in diesem Bereich. Die Zahlen sind traurig und leider in Europa auch ein trauriger Rekord. Und ja, es stimmt, mit dem kordische Rousseau sind Maßnahmen verabschiedet worden. Allerdings dürfen die nicht nur auf dem Papier bleiben. Es geht darum, dass das auch umgesetzt wird, was im kordische Rousseau drinnen steht. Was es auch tatsächlich an wirksamen Schutz für Frauen gibt und auch an wirksamer, also einmal im Sinne der Prävention, aber auch an wirksamer Repression. Es geht eben wirklich darum, dass es auch diese gesellschaftliche Ächtung dieses Phänomens gibt, die leider in einem auch doch kulturell patriarchalisch geprägten Land nicht so ist, wie das in anderen Ländern bereits der Fall ist. Und auch das Phänomen des Upskirtings, des sogenannten Upskirtings, leider, mir ist aus dem persönlichen Umfeld ein Fall bekannt, wo eine Mittelschülerin, ich betone das, sie in einem Bus saß und von einer erwachsenen Person ganz einfach über dem Bussitz hinweg mit dem Handy von oben ins Dekolleté fotografiert worden ist. Sie können sich vorstellen, wie es diesem Kind in einer solchen Situation geht. Das wäre genauso natürlich schlimm, wenn es auch eine erwachsene Frau betrifft, aber ich denke noch einmal verabscheuungswürdiger ist es, wenn erwachsene Menschen so eine Person, auch wenn es Kinder tun würden, aber das war ein erwachsener Mann. Und das ist nicht einmal eine Straftat. Das ist nicht einmal eine Straftat. Deshalb auch hier die Notwendigkeit, solche Dinge auch wirklich unter Strafe zu stellen und das auch wirksam zu tun. Aber ganz einfach schon einmal allein durch die Tatsache, dass es Straftatbestand wird, auch klar aufzuzeigen, wie die Gesellschaft diese Dinge bewertet. Deshalb volle Unterstützung auch von der Seite der Regierung für die Straftat. Vielen Dank, Landeshaubenmann. Wir kommen nun zur Replik der Einbringerin. Bitte, Abgeordnete Amhof. Ja, viel zu replizieren habe ich jetzt hierzu nicht mehr. Ich möchte mich aber bei allen für die wertvollen Redebeiträge bedanken. Der Appell, der jedes Jahr kontinuierlich von Europa nach Italien lanciert wird, hat mit dem Codice Rosso irgendwo auch Widerhall gefunden. Aber damit ist nicht genug. Da gebe ich Ihnen recht, Kollegin Rieder. Da ist noch viel, viel Luft nach oben. Da ist noch sehr, sehr großer Handlungsbedarf. Und schauen wir uns das Beispiel Spaniens an. Spanien hat es geschafft, mit einer extrem hohen Anzahl an Femiziden vor circa zehn Jahren und jetzt ein Start zu werden, in dem Frauen auch wirklich geschützt sind. Hundertprozentige Sicherheit werden wir hier nie erlangen. Das ist uns allen klar. Aber jedes Opfer weniger ist schon ganz, ganz viel, das man erreicht hat. Die Zahlen sind erschreckend. Da gebe ich euch allen recht. Und ich denke, wir schicken diesen Begehrensantrag weiter in der Hoffnung, dass wir hier auch einen Anstoß geben, dass auch dieser Staat diesen Strafbestand, vor allem des Upskirtings, aufnimmt. Es berührt mich, wenn ich dann solche Wortmeldungen oder Berichte, wie sie auch der Landeshauptmann gerade gebracht hat, höre. Dann muss hier angesetzt werden. Es muss auch hier angesetzt werden. Und ganz kurz noch, vielleicht gelingt es auch einigen Kollegen in unserem Landtag, auch Argumente wahrzunehmen und auch bei Argumenten hinzuhören, anstatt sie immer als Parteilogik abzutun. Vielen Dank. Und in dem Sinne hoffe ich auf eine breite Zustimmung und dass wir im Sinne von Frauen hier doch auch ein Stück weit etwas weitergebracht haben. Nicht nur in der Woche, in der der Tag gegen Gewalt an Frauen gefeiert wird, sondern jeden einzelnen Tag im Jahr. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Wir kommen nun zur Abstimmung. Pongo in Votatione. Beschluss Begehrensantrag, und zwar der Ersetzungsantrag zum Begehrensantrag. Nummer 16, Tagesordnungspunkt 165. Apriler Votatione. Ich schließe die Abstimmung. Bei 34 Ja-Stimmen und einer Nicht-Teilnahme ist der Begehrensantrag genehmigt. Wir kommen nun zum Tagesordnungspunkt 166. Beschlussantrag Nummer 338. Erfahren, bewerten, verbessern, politische Bildung, Schattenwahlen. Da hat mir die Erstunterzeichnerin und Einbringerin, Abgeordnete Amhof, mitgeteilt, dass sie um eine Vertagung ersucht, da noch Klärungsbedarf mit der Landesregierung, mit dem Landeshauptmann besteht. Dem wird stattgegeben. Somit kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist der Tagesordnungspunkt Nummer 167, Landesgesetzentwurf Nummer 63, Änderung des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018. Nummer 9, Raum und Landschaft, vorgelegt von der Landesrätin Hochgruber-Kwanza. Ich ersuche nun die Landesrätin um Verlesung des Berichtes, worüber sie auch verzichten kann, wenn sie will. Ja, danke schön. Danke schön. Frage, muss ich mich hier anmelden? Immer anmelden. Immer, immer, immer. Okay. Okay, gut, danke schön. Ich werde den Begleitbericht nicht verlesen. Ganz kurz einige einleitende Worte zu diesem Gesetzentwurf. Und zwar, es geht hier um einige technische Anpassungen, aber auch einige Umsetzungen im Zuge der Diskussionen, die wir mit dem Ministerium auf römischer Ebene geführt haben. Ihr wisst, 2019 hat das Ministerium uns ja einige vier Artikel angefochten und es lag nun gemeinsam mit dem Landesaugmann an uns, hier Gespräche zu suchen, Diskussionen zu führen, Vorschläge zu machen. Und es ist uns einiges gelungen und das haben wir jetzt natürlich in diesem Gesetz wieder mit hineingefügt. Natürlich geht es auch um die Übergangsregelung in diesem Gesetz und wir sehen, wenn wir die Abänderungsanträge alle betrachten, dann gibt es eben zu zwei, drei Artikeln viele Abänderungsanträge. Übergangsregelung ist notwendig und wir hören es immer wieder ganz von unterschiedlichen Richtungen, dass die Handlungsmöglichkeiten im Land nach wie vor gegeben werden muss, auch bevor jede Gemeinde ihr Gemeindeentwicklungsprogramm umgesetzt hat. Ich denke, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass wir den Gemeinden Spielräume übergeben, damit sie eben weiter planen können. Die Spielräume sind derartig eingegrenzt, dass es heißt, bauen, wo schon gebaut ist, das heißt, im Wohnbau kann eventuell weiter erweitert werden, im Gewerbe kann eventuell weiter erweitert werden, nicht aber im Bereich Tourismus. Dort sehen wir in den Übergangsbestimmungen vor, dass ein Tourismusentwicklungskonzept natürlich auch vorhanden sein muss. Einige Vereinfachungen hat das Gesetz auch mit sich gebracht. Und zwar, es geht als Beispiel, wenn eine Photovoltaikanlage gemacht wird, dass es keine Baubeginnmeldung braucht, sondern lediglich eine Meldung an den Bürgermeister, beziehungsweise wenn ordentliche Instandhaltungen in Schutzgebieten gemacht werden, dass wir da kein Projekt brauchen, sondern dass es das, so wie die Bagatell-Eingriffe auch gemacht werden könne. Einige Streichungen sind gemacht, weil bei einigen Artikeln, ich mache ein Beispiel, gerade im Zuge von der Wohnbauförderung, sollten wir die Diskussionen zum Thema konventionierten Wohnbau, geführten Wohnbau noch ausführlich führen, für und wieder Modelle anschauen, damit wir hier nicht punktuell jetzt etwas machen, was wir dann eigentlich, wenn das Wohnbauförderungsgesetz kommt, auch zu machen wäre. Dann natürlich die Kohärenz, die 1.000 Quadratmeter. Wisst ihr, dass es innerhalb und außerhalb des Siedlungsgebietes ist. Das war ein ganz großes Unterfangen, dass wir die halten wollen. Wir wollen ja einerseits die Verbauung in den Ortskernen fördern, andererseits dem bestehenden Bestand draußen die Möglichkeit geben, dass er eben auch diese 1.000 Kubik erweitern kann. Was noch wichtig ist, ist natürlich Artikel 19, 20, 21, was die CEMED anbelangt. CEMED, die zertifizierte Baubeginnmeldung. Da hat es einige Schwierigkeiten gegeben, auch was die Haftung der Bauunternehmer und der Techniker anbelangt. Auch hier den Artikel klarer formuliert, sodass er auch anwendbar ist. Es gibt noch einige Regelungen dazu, was den geschlossenen Hof anbelangt. Die Abtrennung bei Eigentumsbereinigung, wenn es darum geht, wenn wir wissen, in unterschiedlichen Landesteilen, nicht nur in einem Landesteil, sondern in unterschiedlichen Landesteilen in unserem Land Südtirol, gibt es durch die frühere Bauweise und die Eigentumsrechte natürlich ganz unterschiedlich. Heute Situationen, wo man das bereinigen möchte. Und auch hier im Gesetz wieder klar festgeschrieben, dass über diese abgetrennte Kubatur keine neue wieder aufgebaut werden kann. Einfach einige Überlegungen dazu, auch was die Verlegung der Hofstellen anbelangt. Auch dort selbstverständlich sind im Gesetz die 40 Meter vorgesehen. Es muss aber auch bedacht werden, dass mit den 40 Metern es oft nicht möglich ist, den heutigen Anforderungen der Bauweise, aber auch, was das Tierwohl anbelangt, das zu errichten, aufgrund des Geländes, wo es nicht möglich ist. Und auch da wurde präzisiert, dass das mit Gutachten von Seiten des Beratungsringes, aber auch mit Gutachten von Seiten der Landwirtschaft genehmigt werden kann. Ich würde es dabei belassen, wissend, dass noch vieles ungesagt ist. Und wir werden aber im Zuge der Artikel-Debatte ganz sicherlich auf einiges antworten können. Wenn Fragen sind, dann werde ich sie mir natürlich im Zuge der Generaldebatte notieren. Soweit ich antworten kann, werde ich antworten. Ich werde am Nachmittag oder vielleicht jetzt schon auch ersuchen, dass Ressortdirektor Frank Weber auch anwesend sein kann, wenn es um technische Fragen geht, die ich nicht beantworten kann, damit wir eure Fragen natürlich, euren Fragen auch Antwort geben können. Das vorab von der Seite der Landesregierung und der Einbringerin. Dankeschön. Vielen Dank. Wir kommen nun zum Bericht des Gesetzgebungsausschusses. Abgeordneter und Vorsitzender, Kollege Locher, kann den Bericht vorlesen. Er kann natürlich auch verzichten, da der Bericht allen Abgeordneten vorliegt. Deshalb die Frage, was gedenken Sie zu machen, Kollege Locher? Danke, Herr Präsident. Ich verzichte auf die Verlesung. Danke. Vielen Dank. Wir kommen nun zu den Minderheitenberichten. Es liegt ein Minderheitenbericht des Abgeordneten de los Barba auf und auch der Abgeordnete kann auf die Verlesung seines Berichtes verzichten. Ich frage deshalb den Abgeordneten, ob er auf die Verlesung des Berichtes verzichten möchte oder ob er ihn vorlesen will. Abgeordneter, Herr Sparber. Grazie, Presidente. Lei sa benissimo che le relazioni di minoranza sono fatte per essere lette. Volevo dire anche che nella traduzione tedesca, che è una splendida traduzione, io vorrei ringraziare veramente l'ufficio traduzioni, però ci sono un paio di punti che adesso sono stati modificati perché c'era un equivoco. Ovviamente il testo che fa, il testo iniziale era in italiano. Allora, leggo. Cari colleghe e cari colleghi, pare incredibile, ma siamo di fronte alla quarta modifica nel giro di due anni della legge provinciale numero 9 Territorio e Paisaggio. Dal 2018 ad oggi, il testo originario della nuova legge urbanistica ha subito la bellezza di 407 modifiche su 107 articoli. Un record assoluto che neanche il più pessimista di noi avrebbe mai immaginato. Questa legge doveva portare trasparenza, ordine e stabilità nell'urbanistica e nel paesaggio, ma è accaduto purtroppo il contrario. A distanza di poco tempo, ci rendiamo conto che la legge approvata nel luglio 2018 era solo un canovaccio provvisorio, che sarebbe stato aggiustato di volta in volta, a seconda degli equilibri via via raggiunti nel braccio di ferro tra interesse pubblico e interessi privati e nel conflitto tra le diverse lobby. Così si spiega l'enorme quantità di modifiche che la legge ha subito in così poco tempo. Una breve cronistoria. Già la legge originaria, voluta dall'assessore Tainer, una volta arrivata in Consiglio, fu sottoposta a un incredibile bombardamento di emendamenti da parte delle correnti interne della stessa maggioranza. 189 in commissione e 53 in aula, un totale di 242 modifiche che stravolsero completamente l'impianto originario approvato qualche mese prima dalla Giunta Provinciale. Tra il 2019 e il 2020, poi, altre tre leggi provinciali apportarono ulteriori cambiamenti. La legge 3 del luglio 19 sugli apparti pubblici, la legge 17 del dicembre 19 modifiche alla legge territorio e paesaggio e la legge 9 dell'agosto 2020, bilancio di previsioni 2020. Queste tre leggi in tutto portarono ben 114 modifiche. Altre 51 nuove modifiche, e siamo ancora al testo di commissione, sono contenute ora nel presente disegno di legge, che porta per la seconda volta il titolo modifiche alla legge territorio e paesaggio. Ho allegato una tabella che riassume questi dati. È raro che una pioggia così fitta di cambiamenti lasci filtrare qualche raggio di sole. Il presente disegno di legge non fa eccezione. Esso contiene ulteriori passi indietro sulla rappresentanza di genere, sul turismo, sulla pianificazione urbanistica, mentre una serie di correzioni positive arrivano solo sulla spinta dell'impugnazione del governo. Vediamo dunque dettagli, partendo dai punti più critici. Tra questi, purtroppo, il primo e il più eclatante non l'ha portato né la Sessona né la Giunta, ma la stessa commissione legislativa. Nelle commissioni comunali basta una sola donna. Si tratta del nuovo comma 01 all'articolo 2, introdotto in commissione con un emendamento presentato dal collega Feist Nauer del Team K e votato da Vallazza Tower Locker della Volkspartei e Leiter Rebe dei Frei Heitlinger. Mi dispiace citare nomi e partiti d'appartenenza, ma penso che nessuno di questi colleghi abbia difficoltà a riconoscersi nelle scelte fatte. La legge in vigore prevedeva una rappresentanza di genere da almeno un terzo nelle commissioni comunali per il territorio e il paesaggio. L'esatta dizione è che in ogni commissione entrambi i generi devono essere rappresentati in modo equilibrato, pena la nullità, ed è stata introdotta nel dicembre 2019 da un emendamento promosso da un'alleanza trasversale tra donne di diversi partiti di questo Consiglio che contava tra le promotrici e la nostra collega Brigitte Foppa che vorrei qui ringraziare per quel successo. La nuova dizione introdotta nel 2019 in legge rimandava alle definizioni contenute nella legge provinciale 5 del 2010 sulle pari opportunità. Situazione di equilibrio fra i generi si legge nell'articolo 2 e quella in cui ogni genere è rappresentato in proporzione da almeno un terzo. In linea di principio, questo diritto riguarda sia uomini che donne, ma sappiamo bene che il genere meno rappresentato in questa commissione è sempre quello femminile. Faccio notare anche che la legge non limita solo a un terzo la rappresentanza femminile, come ha affermato qualcuno in commissione legislativa, poiché la parola almeno indica un numero minimo e non la soglia massima, che può arrivare fino a due terzi. Quindi questa definizione rendeva tranquillamente possibile, ad esempio, una soluzione metà donne, metà uomini. L'emendamento del collega Feisnauer ha sostituito questa rappresentanza equilibrata con una frase che dice in ogni commissione devono essere rappresentati entrambi i generi. In parole povere, significa che per essere valida nella commissione basta che sieda una sola donna o un solo uomo, ma non c'è pericolo che questo succeda. L'emendamento, votato poi da altri quattro colleghi, riprendeva purtroppo la proposta del Consiglio dei Comuni, dico purtroppo per i comuni. Contro l'emendamento abbiamo votato, rimanendo in minoranza, la collega Ammov della SVP, unica donna in commissione, visto cosa succede se in commissione c'è una sola donna, il collega, ripeto, del PD e il sottoscritto del Gruppo Verde. L'argomento portato dai colleghi favorevoli ha ripreso quello dei comuni. Non si trovano abbastanza donne negli elenchi degli esperti e delle esperte da cui bisogna pescare le persone da nominare nelle commissioni. Non so se questo sia vero. Gli elenchi sono appena partiti, certamente manca l'informazione e comunque non si può risolvere il problema semplicemente tagliando la presenza femminile perché senza donne manca lo sguardo della metà del mondo sullo sviluppo del nostro territorio. Se fosse vero che ancora troppo poche donne si sono finora iscritte in alcuni di questi albi, allora bisogna capire perché bisogna invitarle e motivarle. Siamo appena usciti da un lungo passato di esclusione delle donne dalla politica. La democrazia è nata da Atene nel VI secolo a.C., mentre le donne hanno avuto il diritto di voto tra il 1893 in Nuova Zelanda e il 1971 in Svizzera, in Austria nel 2018, in Italia nel 46. Per 2600 anni la democrazia è stata un monopolio maschile che non prevedeva le donne. Se adesso dobbiamo fare un po' di fatica per andare a cercarle, non lamentiamoci, è solo un minuscolo risarcimento dopo 26 secoli di esclusione. Naturalmente abbiamo presentato un emendamento per ripristinare l'equilibrata presenza nelle commissioni prima firmataria alla collega Foppa. Turismo oltre ogni limite. L'articolo 15 modifica la lettera G del comma 5 dell'articolo 51 sul piano di sviluppo comunale della legge territorio e paesaggio e cancella la frase incluso il numero massimo di posti letto dal comma che riguarda l'indice da riportare nei piani comunali di sviluppo turistico. Questa ultima cancellazione è la conclusione di un lungo percorso. Già nel 2018 dalla legge territorio e paesaggio fu eliminato il precedente tetto di 229.088 posti letto previsto su scala provinciale per evitare proprio il rischio della bolla turistica. Ciò accadde proprio mentre in Europa si cominciava a discutere di overturismo intendendo con questo termine non tanto un eccesso di arrivi e presenze di turisti quanto soprattutto il rischio di un eccesso di offerta che avrebbe messo in pericolo la stabilità economica di questo settore così importante. In Sud Tirolo i sintomi di una bolla turistica si erano già manifestati negli anni recenti con una vera e propria esplosione di domande per ampliare esercizi esistenti o creare nuove zone turistiche. Solo nel biennio 2016-2017 erano stati costruiti 260.000 metri cubi in più affini turistici. Più di quanto in dieci anni si era costruito nell'edilizia sociale e a inizio 2019 si erano superati 225.000 letti ufficiali che sommati all'area grigia degli affitti privati Vedi e Airbnb facevano temere che il limite fosse ormai superato. Neppure l'approvazione della nuova legge territorio e paesaggio nata proprio per limitare il consumo di suolo è riuscita a frenare la corsa all'ampliamento dell'offerta turistica. Subito dopo solo tra il 2018 e il 2019 sono state presentate in provincia domande per oltre grazie 50 nuove zone turistiche. Questo boom di investimenti per ingrandire alberghi o crearne di nuovi era spesso avvenuto ricorrendo all'indepitamento con piani di rientro che sembravano garantiti dalle tendenze positive delle più recenti stagioni. La crescita però è stata bruscamente interrotta dalla pandemia da covid-19 col turismo tra i settori più drammaticamente colpiti. Improvvisamente all'offerta non ha corrisposto più una domanda adeguata. Molte imprese stanno vivendo una crisi gravissima, molti imprenditori sono veramente disperati e naturalmente vanno in ogni modo aiutati. Alla luce di questa difficilissima situazione però ci sembra che l'eliminazione nel 2018 di ogni limite su scala provinciale al numero di posti letto sia stata una decisione azzardata. In verità anche allora si sentì la necessità però di un bilanciamento. Mentre si eliminava ogni calmiere su scala provinciale la nuova legge lo recuperava almeno in parte a livello comunale prevedendo articolo 51 che ogni comune indicasse nel proprio programma di sviluppo turistico anche il numero massimo di posti letto. Ciò era presupposto per poter approvare il programma comunale di sviluppo per il territorio e il paesaggio. Certo si trattava di molto meno del vecchio tetto provinciale poiché non impediva che la somma dei posti letto richiesti da diversi comuni gonfiasse il totale ma l'obbligo di indicare un limite massimo comunale e quindi di confrontarsi pubblicamente con questo limite nel procedimento pubblico di approvazione del piano era in mancanza di meglio un invito politico alla prudenza e un dovere a motivare le scelte fatte. Proprio per questo cancellare ora anche questo estremo e modesto calmiere comunale come fa il presente disegno di legge è innanzitutto un segnale politico nella direzione sbagliata quella dell'eliminazione di ogni autolimitazione proprio in un'epoca di grande incertezza che consiglia invece la massima precauzione per questo con un emendamento proponiamo di ripristinare l'obbligo di indicare il tetto ai posti letto in ogni comune altro capitolo pianificazione addio articolo 27 l'articolo 103 sulle norme transitorie viene per l'ennesima volta modificato nell'articolo 27 ampliando le possibilità di un comune di realizzare opere senza prima aver elaborato il piano di sviluppo comunale che quindi rischia di essere rinviato a non più rivederci la grande novità della legge territorio e paesaggio è proprio il rilancio della pianificazione comunale svolta attraverso processi di partecipazione dei cittadini e delle cittadine questa è infatti l'unica via per far prevalere il bene comune sull'interesse di parte si tratta anche di un grande trasferimento di poteri dalla provincia comuni uno spostamento delle competenze dell'autonomia verso il basso nella sede più vicina alla popolazione la legge dà i comuni 24 mesi per presentare il proprio nuovo piano di sviluppo comunale la straordinaria importanza di questo passaggio la si capisce solo se si ripercorre la storia della pianificazione urbanistica nella nostra provincia pianificare infatti non è una cosa che si fa tutti i giorni è un grande sforzo di guardare al futuro e progettare lo sviluppo considerandone tutti gli aspetti e l'intero territorio in Sud Tirolo un'opera così si è sfatta solo due volte dal dopoguerra ad oggi la prima volta fu agli inizi degli anni 70 con l'epoca dei grandi piani urbanistici per primi in Italia già a metà degli anni 70 tutti i comuni della provincia di Bolzano avevano un piano urbanistico in vigore facevano così scuola in Italia e nella maggior parte dell'Europa la seconda volta fu negli anni 80 nel corso di quel decennio tutti i comuni si dettero una rielaborazione completa dei propri piani urbanistici anni 80 e poi poi la spinta progettuale si è affievolita e nei comuni si è preferito andare avanti a colpi di semplici varianti all'inizio era comprensibile con alle spalle due grandi cicli di pianificazione si riteneva che le linee di fondo mantenessero il loro valore per un certo tempo passati vent'anni però con l'ingresso nel 2000 bisognava prendere atto che l'Alto Adige era in piena trasformazione mentre lo sviluppo urbanistico restava affidato a progetti parziali e di breve durata c'era bisogno di una nuova zona abitativa di qualche albergo in più di un'espansione artigianale volta per volta si trovavano gli ettari che servivano per queste esigenze la domanda su dove andava l'insieme del territorio non veniva posta mentre la demografia mentre demografia società ed economia cambiavano la faccia del Sud Tirolo dunque la sfida della nuova legge territorio e paesaggio era epocale aprire una terza fase della pianificazione territoriale in Alto Adige affidarla ai comuni farla attraverso processi di partecipazione delle cittadine e dei cittadini niente di meno di qui l'ampio capitolo della legge che parla degli strumenti di pianificazione il titolo 4 con al centro lo strumento del piano di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio obiettivi della pianificazione sia provinciale che comunale sono la tutela del paesaggio il contenimento del consumo di suolo nonché il governo del territorio dice l'articolo 41 forse non tutti hanno compreso l'importanza di questa sfida e però una parte di chi l'ha compresa si è spaventato le incertezze che hanno accompagnato l'entrata in vigore della legge nel luglio scorso hanno aumentato le preoccupazioni le norme di attuazioni che mancano l'impreparazione dei comuni la mancata formazione del personale hanno ripreso così forza le voci di chi dubitava sulla possibilità o addirittura sulla necessità di pianificare sul serio così è andata crescendo la pressione per inserire in legge delle scorciatoie e a questo scopo non c'è nulla di meglio che dilatare il più possibile le norme transitorie già nella prima versione della legge quella del 2018 l'articolo 103 consentiva a un comune anche in assenza del piano comunale di chiedere alla giunta provinciale l'approvazione di nuove zone edificabili a patto che esse fossero adiacenti a zone edificabili esistenti il problema è la definizione di queste zone esistenti nella prima versione arrivata in consiglio provinciale per centro edificato si intendeva quello definito dalla legge per gli espropri dove il concetto di centro è riferito proprio al nucleo compatto del paese in aula però con un emendamento Wittmann dell'ultimo minuto questo concetto fu dilatato accanto al centro compatto si aggiunsero anche gli agglomerati connessi con più di dieci edifici ad uso abitazione chi conosce la dislocazione di certi paesi frazioni e Weiler capisce la potenzialità di questa giunta il caso pilota che lo dimostra è arrivato nel gennaio 2020 e riguardava tre domande per altrettante nuove zone turistiche chieste alla provincia dal comune di Lavalle una zona turisticamente molto sviluppata come la Balvadia le tre zone erano adiacenti a Tre Weiler Chance Tolpei e Coates e la giunta provinciale decise di sperimentarvi in anticipo i criteri dell'articolo 103 che sarebbe entrato in vigore nel luglio successivo nota bene su tutte e tre queste domande la commissione provinciale per la natura il paesaggio e lo sviluppo del territorio aveva dato parere negativo la giunta però ribaltò questo parere e approvò ben due di queste tre nuove zone turistiche quelle di Chance e Tolpei motivazione erano adiacenti ad agglomerati con almeno dieci edifici ad uso abitazione purtroppo il presente disegno di legge amplia ancora di più la possibilità per i comuni di fare senza pianificare nella nuova versione proposta per l'articolo 103 comma 5 infatti si prevede che prima e senza pianificazione i comuni potranno chiedere alla provincia di poter realizzare nuove infrastrutture e modificare gli indici urbanistici di intere zone trasformando così radicalmente il loro volto in più e questo fuori dalle aree edificate in più nelle aree già edificate i comuni potranno modificare le destinazioni di uso delle aree e gli indici urbanistici delle zone insediate stavolta senza neppur dover chiedere l'approvazione della provincia a meno che le modifiche non interessino beni paesaggisticamente tutelati si ritorna insomma alla logica delle varianti urbanistiche tra l'altro specificando che le procedure d'approvazione seguiranno quanto previsto al comma 2 dell'articolo cinquantaquattro nel testo Vicente invece è citato solo l'articolo cinquantaquattro interamente una parte del processo decisionale quello della prima adozione della variante viene spostata alla giunta comunale e sottratta al consiglio comunale che nella nuova versione verrà coinvolto solo alla fine in pratica giunte e sindaci avranno mano libera per operare dentro e fuori i centri edificati dentro cambiando destinazioni e indici delle aree costruite e fuori individuando nuove aree da costruire e tutto questo senza passare né dalla pianificazione comunale né dalla partecipazione delle cittadine e dai cittadini molti comuni avranno la tentazione di rinviare i piani alle calende greche e di procedere a colpi di varianti continuando come hanno fatto negli ultimi trent'anni questa norma è un disincentivo per i comuni a mettersi al lavoro per una vera pianificazione e non è escluso che in prossimità della scadenza dei ventiquattro mesi venga chiesto a gran voce il rinvio dei termini per presentare il piano comunale rinviandolo così alle calende greche noi verdi abbiamo creduto e crediamo nello strumento della pianificazione e vogliamo difenderlo per questo abbiamo presentato numerosi emendamenti per limitare la possibilità di fare senza pianificare eliminando una per una dalla legge tutto o almeno parte di queste scappatoie non passassero questi miglioramenti e grecia assessora abbiamo proposto un'ulteriore proposta abbiamo preparato un'ulteriore proposta per salvare in estremis la pianificazione in particolare per rafforzare l'efficacia del termine dei ventiquattro mesi che scade il primo luglio del duemilaventidue questa sarebbe la proposta scriviamo fin da ora in legge che trascorsa questa data senza che il comune abbia presentato il programma di sviluppo comunale e fino a che non l'avrà presentato il comune potrà chiedere alla giunta provinciale da provare esclusivamente progetti di interesse collettivo cioè zone per attrezzature pubbliche e infrastrutture di interesse pubblico tutte le altre possibilità edificatorie riconosciute nel periodo di transizione non saranno più concesse scaduti i ventiquattro mesi senza piano questo dovrebbe suggerire a tutti che il gioco delle varianti non potrà continuare all'infinito come molti invece sperano per ultimo capitolo le correzioni imposte dall'impugnazione del governo si tratta di diversi articoli su cui la trattativa con Roma si è protatta fino al giorno della commissione in generale sono migliorativi questi articoli sia per la tutela del paesaggio che per la corretta amministrazione ed è amaro constatare che serva un'impugnazione romana per rimettere le cose a posto l'impugnazione a cui si è dovuto porre rimedio è del Ferrabbraio 2020 e riguarda diverse modifiche introdotte alcune per la verità dai mentamenti d'aula di colleghi delle sofe nella nuova legge urbanistica della legge provinciale 17 del 2019 che questi fossero punti problematici il gruppo verde lo dichiarò in aula fin dalla relazione di minoranza che presentammo la maggioranza non ci volle ascoltare e ha sbattuto contro il muro della corte costituzionale ora la giunta deve correre ai pari i punti più rilevanti dell'impugnazione furono quattro il nuovo comma 5 dell'articolo 17 consentiva l'ampliamento fino a più mille metri cubi di edifici di abitazione nel verde agricolo la nuova combatura doveva essere vincolata per residenti ma può essere affittata anche a turisti una contraddizione in termini che è saltata agli occhi anche del governo la correzione contenuta nell'articolo 3b del presente disegno di legge risolve solo in parte l'impugnazione infatti la nuova versione certamente migliorativa elimina la possibilità di affittare a turisti e rafforza quindi il vincolo per residenti l'articolo però non risolve l'obiezione fondamentale che riguarda la tutela del paesaggio l'argomento del governo è che nel verde non si può dare un permesso generalizzato ed a priori di ampliamento di cubatura perché ciò contrasta con il codice dei beni culturali e del paesaggio espressione della tutela che la Costituzione esercita sulla materia paesaggistica secondo il codice i singoli progetti vanno regolati concretamente nel piano paesaggistico e va approvato secondo la rigorosa procedura di legge questo è il primo punto secondo punto il nuovo comma 1 dell'articolo 54 prevedeva una procedura semplificata di approvazione delle varianti urbanistiche anche per una parte delle zone tutelate paesaggisticamente la procedura semplificata esclude per queste zone il parere della commissione provinciale territorio e paesaggio e tiene tutto il procedimento a livello comunale l'impugnazione del governo si rifà ancora una volta alla tutela costituzionale del paesaggio e chiede che dalla procedura semplificata siano escluse tutte le aree ed edifici sottoposti a tutela paesaggistica il presente disegno di legge dell'articolo 15 bis accoglie parzialmente le obiettazioni costituzionali poiché conserva comunque la procedura semplificata per lo stesso tipo di beni paesaggistici tutelati ma inserisce fortunatamente la nuova previsione che se per i beni tutelati l'esperto o l'esperta del paesaggio all'interno della commissione comunale non dà parere positivo allora l'approvazione passa alla provincia e alla commissione provinciale per il territorio e il paesaggio i nuovi articoli sessantotto comma uno bis e sessantanove comma uno prevedevano che il sindaco e la sindaca facciano parte senza diritto di voto della commissione di esperti che esprime il parere per l'autorizzazione paesaggistica di competenza del comune e che il sindaco o la sindaca facciano parte in questo caso con diritto di voto della commissione chiamata esprimere il parere per il rilancio dell'autorizzazione paesaggistica di competenza della provincia qui l'argomentazione del governo è che non si può confondere l'amministrazione con la politica e che dunque sindaci e sindacene se ne devono stare fuori dalle commissioni di esperti qui c'è poco da obiettare perché si tratta di un principio san rosanto che dovrebbe essere sempre rispettato gli articoli 15 bis e 15 ter escludono sindaci e sindache da queste commissioni e questo va bene ma per salvare la faccia riconoscono loro il diritto di essere ascoltati il nuovo articolo 99,1 prevedeva nel caso di un intervento senza autorizzazione su un bene sottoposto a tutela paesaggistica la possibilità di una sanatoria pagando una sanzione o facendo opere compensative se non fosse possibile il ripristino dello stato dei luoghi anche in questo caso il governo ha fatto valere la tutela costituzionale del paesaggio affermando che il ripristino dei luoghi è sempre possibile e deve essere imposto in ogni caso fatto salvo l'ottenimento di un'autorizzazione paesaggistica postuma ai sensi della legge la provincia non ha potuto che adeguarsi tramite l'articolo 25 del presente disegno di legge se queste modifiche positive riusciranno a risolvere le impugnazioni bene resta però l'amara domanda ma davvero ce lo deve venire a dire Roma come tutelare correttamente il paesaggio come distinguere tra politica e amministrazione come rispettare questi basilari principi costituzionali non dovremmo noi usare l'autonomia per fare meglio e non peggio dello Stato infine ultimo punto un regalo di troppo l'articolo 20 bis modifica il comma 10 dell'articolo 79 della legge territorio e paesaggio sul contributo d'urbanizzazione questa modifica è dovuta non all'assessora né alla giunta ma a un emendamento presentato dalla nutrita delegazione dei contadini all'interno della commissione legislativa formata questo gruppo da colleghi Nocler, Loche e Vallazza in nome del pari trattamento della categoria degli agricoltori con quella degli artigiani e degli industriali si prevede che qualora le opere di urbanizzazione primaria per edifici situati nel verde e facenti parte in un'azienda agricola siano realizzate dagli interessati a proprie spese il contributo di urbanizzazione e venga considerato interamente corrisposto Ora, è vero che una norma simile esiste all'articolo 79,3 per le zone produttive ma chi rivendica il pari trattamento si dimentica che nelle zone produttive questa norma riguarda edifici industriali mentre la formulazione generica contenuta nell'articolo 20 bis introdotto in commissione il concetto di edifici nel verde facenti parte di un'azienda agricola questa è la dizione può comprendere anche le abitazioni e gli agriturismi si va dunque troppo oltre la norma o va eliminata o va ristretta ai soli fabbricati rurali abbiamo presentato due emendamenti a questo fine in conclusione ho finito in diversi punti il disegno di legge 63 2020 somiglia purtroppo a una dichiarazione di bancarotta è l'ennesima modifica di una legge già abbondantemente tormentata amplia ancora le possibilità di operare in assenza di quella pianificazione comunale partecipata che costituiva il cuore della nuova legge per il territorio e il paesaggio elimina l'ultimo cammiere dell'offerta turistica che era emiastro almeno a livello comunale taglia drasticamente la presenza delle donne nelle commissioni comunali subisce di nuovo le incursioni di interessi particolari e le cose e le poche cose buone ce le impone Roma non sono messaggi politici incoraggianti per una legge così giovane né per una assessora per una assessora così impegnata grazie per una Vielen Dank. Mit einer Ausnahme, Kollege de los Barba, dass ich nicht Teil der Gesetzgebungskommission bin, aber sehr wohl mitunterschrieben habe. Aber sehr wohl mitunterschrieben habe, das stimmt, aber nicht Teil der Gesetzgebungskommission bin. Ja, somit der Minderheitenbericht vorgelesen vom Abgeordneten de los Barba. Und wir kommen nun zur Generaldebatte. Ich möchte in Erinnerung rufen, jeder Abgeordnete hat maximal die Möglichkeit, zweimal sich zu Wort zu melden, aber für maximal 15 Minuten. Und die Landesregierung oder die Landesrätin kann für 15 Minuten dann auch erläutern. Ja, wir kommen zur Generaldebatte. Zu Wort gemeldet hat sich Abgeordneter de los Barba. Bitte. Grazie, grazie Presidente. Volevo dire alcune cose di aggiunta su quello, soprattutto intervendo avendo ascoltato l'introduzione dell'assessora Cuenz. E' una legge tormentata, questo lo sappiamo. Questa modifica è una modifica ampia che è partita, purtroppo è sempre così con queste leggi urbanistiche, è partita dal dover mettere riparo all'impugnazione venuta da Roma, ma quando parte il carro della modifica della legge urbanistica, poi ci sono molti passeggeri che ci salgono, anche se non avrebbero niente a che fare con l'intenzione originaria di riparare all'impugnazione del governo. E quindi le impugnazioni, benissimo, la risposta all'impugnazione del governo, l'abbiamo detto, ci sembra diciamo tutto sommato corretta, è stato riconosciuto che su alcuni punti la legge andava cambiata e questo va benissimo. Ma questa modifica basata sull'impugnazione del governo sono una minima parte di questa legge. La gran parte riguardano i punti che ho toccato, cioè si va a eliminare anche a livello comunale l'obbligo di indicare un numero massimo di posti letto, che era certamente molto più debole che il numero massimo a livello provinciale, ma rimaneva un segnale politico a chi doveva pianificare, cioè i comuni, che dovevano in qualche modo guardarsi in faccia, discutere con i cittadini e le cittadine e definire, diciamo, i limiti del loro turismo sostenibile. Questo da un lato. E dall'altro, quello che fa più male, quello che fa più male è questo ampliarsi della possibilità di comuni per agire con quelle che io ho chiamato varianti urbanistiche e che è un Schimpfort, sia in italiano che in tedesco, no? È diventato. Perché noi andiamo avanti dagli anni Ottanta con varianti al piano comunale, dove il piano comunale è stato fatto l'ultimo negli anni Ottanta, quindi a questo punto è uno scheletro dell'armadio sostanzialmente che viene tenuto lì, ma che non ha più nessuna validità, che non rispecchia più lo sviluppo del territorio concreto e neanche le esigenze. Per cui si è andati avanti per trent'anni con le varianti. E adesso che questa legge doveva aprire questa grandissima nuova fase di pianificazione urbanistica e paesaggistica, terza fase, dal dopoguerra a oggi, tre falli, questa era la terza, questo era l'obiettivo perché poi il risparmio del consumo di suolo, la tutela della biodiversità, tutti questi valori, solo con la pianificazione li fai, non li fai con le varianti, perché le varianti rispondi a esigenze immediate, magari a proposte di privati, eccetera. Quindi variante per variante tu trasformi il territorio, ma perdi spesso di vista l'insieme del territorio. Allora, qui noi con questa nuova modifica aggiungiamo scorciatoie a quelle che già c'erano e che ho citato. Si poteva individuare nuove zone edificabili adiacenti al nucleo abitato, addirittura adiacenti a gruppi di case di almeno dieci edifici d'abitazione, se visto alla valle cosa ha significato, se visto la corsa che è partita a chiare delle nuove zone turistiche. E adesso a queste possibilità se ne aggiunge altre, cioè cambiare gli indici urbanistici sia dentro che fuori l'area insediabile, a cambiare dentro l'area insediabile le Zwekbestimule, le destinazioni d'uso. Va bene, questa possibilità di individuare infrastrutture pubbliche, questa andava messa, forse ce ne eravamo tutti dimenticati, questo è l'unico punto che è giustificato. Ma il resto, il rischio è che i comuni capiscano che si può andare benissimo avanti di variante in variante, di autorizzazione in autorizzazione e rimandino alle calende greche o a non vedersi mai più il piano. È chiaro che i comuni sono preoccupati, è chiaro che i comuni non hanno avuto anche dalla provincia o l'hanno avuto in ritardo, i mezzi, il sostegno. Lì bisogna sostenerli al massimo, ovviamente, perché lo so che nei comuni c'è grossa preoccupazione. Pensiamo al front office, a tutto questo problema del personale, eccetera, eccetera. La formazione delle commissioni. Però non si risolve questa cosa dando un segnale, diciamo, che c'è la possibilità di fare senza pianificare, di continuare a fare senza pianificare. Guardate che il segnale è pessimo. I comuni, nei comuni, molti penseranno, vabbè, non è una cosa, non è inteso seriamente questa roba. Possiamo rimandare, possiamo andare lenti. Del resto, i comuni pilota, quel gruppo di comuni, nessuno di quelli ha finito la pianificazione. E pochissimi hanno fatto la partecipazione. E il comune che ha più, glielo ho detto all'assessore ieri, e il comune che ha meglio lavorato, è quello di chiusa, e la sindaca che ha meglio lavorato, è quella di chiusa, e la sindaca è stata, proprio per questo forse, no? Bocciata alle elezioni, perché chiaramente ha toccato troppi interessi. Quindi vi immaginate che clima c'è nel comune. Allora, noi facciamo, proponiamo di sfoltire queste possibilità, oppure di dire, questa proposta che abbiamo pensato, di dire, va bene, diamo queste possibilità, ma queste possibilità durino solo per i 24 mesi. E poi, dopo 24 mesi, se il comune non ha presentato il piano, queste possibilità vengono tutte sospese, finché non arriva il piano, eccetto quella per le infrastrutture pubbliche. In questo modo si rende questi 24 mesi un termine perentorio, cioè più obbligante, più motivante, perché adesso è un termine ordinatorio. Cosa non si può fare senza il piano? Si può fare di tutto meno zone turistiche. Meno zone turistiche, meno mare. Ma infatti il Consiglio dei Comuni, che se ne è accorto, chiede anche se è possibile fare zone turistiche senza il piano di sviluppo turistico. Per cui, capite che la tendenza è questa, la spinta è questa, la spinta. Io ho paura che tra 24 mesi, o forse prima, ci sarà il Consiglio dei Comuni che ci chiede di spostare termini. Di spostare termini. Assessora, noi siamo all'opposizione, però noi, come vede, difendiamo, siamo qui che si difende estremamente il testo come era, gli obiettivi come erano. Cioè, perché era, cioè, gli obiettivi erano seri, era il discorso del consumo di suolo, di impedire il consumo di suolo, di tutelare il clima, di tutelare la biodiversità, di tutelare il paesaggio, pur con le mille mancanze che vedevamo. Ma adesso si sta facendo talmente passi indietro, talmente passi indietro, che a questo punto ci ritroviamo dalla parte dei difensori del testo, del testo Tainer, ma anche del testo Kuenzer, diciamo, quando, dopo le modifiche, perché ogni volta che c'è una modifica, dopo sei mesi ne viene un'altra peggiore. Questo è il problema. E quindi noi critichiamo la prima modifica, ma dopo alla seconda modifica dobbiamo difendere il testo, il testo modificato. E questa è una situazione incredibile. Ci sono tantissimi tecnici, tantissimi cittadini e cittadini che hanno aspettato questa legge, che si sono mobilitati su questa legge, che aspettano, cioè che avevano grossissime aspettative e questa era una buona legge, era un'ottima impostazione, al netto di tutti i difetti che aveva. Ma adesso c'è sconcerto, c'è i furbetti che dicono dai, piano piano la sgonfiamo. Questa è la verità. E poi ci sono quelli che avevano delle aspettative serie, oneste, e che cosa succede? Sono un po' delusi. Certo, l'assessorato, io lo so, l'assessorato ha l'intenzione di andare avanti. Io lo so, assessore. Lo so come lavora l'assessorato. Lavora bene. Il problema è che la legge urbanistica non la fa solo l'assessorato all'urbanistica e al paesaggio. La fanno anche altri assessorati, all'economia, all'agricoltura. Poi la fanno i ferbende, un ferraine. E poi la fanno gli avvocati. La fanno un sacco di gente. Per favore, assessora, difenda il senso della legge. Io, insomma, ho fiducia che lei lo possa fare. Difenda il senso della legge e difenda la sovranità sulla legge urbanistica. Perché gliela tirano da tutte le parti e la strappano da tutte le parti. E questo non è accettabile. Non succede in nessun altro dipartimento, diciamo, della provincia. Per questo lavoriamo, lavoriamo, cerchiamo, e cerchiamo, per favore, in aula, almeno, di ridurre un po' queste scappatoie e queste scappatoie, perché ci sembrano, veramente, ci sembra che la legge sia avviata su una brutta china. Praticamente, fino a luglio 2020 di questa legge l'articolo è più corto sulle norme transitorie. Questo è il problema. Si rischia di applicare solo le norme transitorie. Cioè, un articolo su 107. Io spero di no. E, guardi, veramente, sono convinto che lei e i funzionari dell'assessorato abbiano tutta la volontà. Noi sosteneremo tutte le mosse che farete nella direzione buona. Non però vi possiamo sostenere se fate dei compromessi che indeboliscono questa legge. Vielen Dank. Es ist jetzt 13.01. Somit schliessen wir per vormittag o werden... Ma Knull ha già già 10 minuti... Ah, ja, 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 ho visto. Du kommst schon zum Vorgang arbeiten. Bitte, Abgeordnete Knoll. Kurz vor Schluss noch. Nein, Herr Präsident, nur eine Frage. Es kommen ja jetzt am laufenden Band Abänderungsanträge und so weiter herein. Wie gehen wir da am Nachmittag mit um? Weil da ist es jetzt ganz schwierig, die Übersicht zu behalten. Besteht die Möglichkeit, dass, wenn wir diese zur Abstimmung bringen, dass sie diese selbst einblenden, dass sie praktisch den Bildschirm freigeben mit diesem Antrag, dass wir Abgeordnete immer wissen, über welchen Antrag jetzt gerade abgestimmt wird. Wenn wir hier im Fünf-Minuten-Takt jetzt Abänderungsanträge zugeschickt bekommen, dann verliert man da jetzt komplett den Überblick, weil im Landtag haben wir diesen Stoß, den kann man durchblättern, aber das kommt jetzt in einer Flut auf uns zu, da verliert man jetzt wirklich den Überblick. Zumal es auch schwer ist, gleichzeitig am Bildschirm zu folgen und dann zuzumachen und gleichzeitig sozusagen die Dokumente runterzuladen. Ja. Das ist mein Vorschlag. Ich gehe mal davon aus, dass keine weiteren Änderungsanträge mehr kommen, das heißt Änderungsanträge sowieso nicht, wenn Änderungsanträge von Änderungsanträgen. Genau. Ich gehe mal davon aus, ist alles abgegeben und ist alles zugesandt worden. Folglich jeder Abgeordnete oder der Verzeihung die Neunummerierung von einem Änderungsantrag des Änderungsantrags. Alles andere sollte verteilt sein und jeder Abgeordnete verfügt über diese Änderungsanträge. Zum Fortgang der Arbeit und dann komme ich nochmals zurück zum Abgeordneter Knoll. Zuerst Teller Sparber in dieser Insicht. Ja, bitte. Grazie, Presidente. Io avrei forse una proposta e poi aiutare i colleghi, soprattutto quelli collegati in Videoconferenza. Ci sono alcuni articoli che hanno pochi emendamenti o nessuno, quelli non c'è problema. Ci sono un paio di articoli, in particolare l'articolo 27, che invece ha molti emendamenti, sub-emendamenti, sub-sub- eccetera. Allora lì si potrebbe studiare un modo per votare, per trattare quell'articolo lì che ha così tanti emendamenti solo dividendo la trattazione in parti in quell'articolo e facendolo in diversi momenti. In questo modo forse colleghi possono e le colleghe collegate possono forse seguire meglio, riducendo il numero degli emendamenti in discussione, diciamo. Ja, wir haben das eigentlich schon so irgendwie gedacht zu machen, denn es sind viele hinfällig, wenn die Streichung des Artikels der Landesrätin angenommen wird, dann entfallen natürlich sehr viele. Aber wir werden es so übersichtlich als möglich gestalten und werden es natürlich frühzeitig auch den Abgeordneten per E-Mail zuschicken. Abgeordneter Knoll, haben Sie weitere Fragen noch? Mein Vorschlag wäre halt, dass man es entweder einblendet, indem Sie den Bildschirm freigeben, das wäre eine Möglichkeit, oder Sie können ja auch hier diesen Antrag, der gerade dann zur Behandlung kommt, im Chat einfach an alle schicken, dann hat man den sofort präsent. Das wäre, glaube ich, die einfachste Form. Ja, das ist schwierig, wenn ein mehrseitiger Änderungsantrag, wie soll man den einblenden? Nein, Sie können ihn zuschicken, Sie können ihn per Chat genau in dem Moment zuschicken, an alle. Wir haben sie alle per Mail zugeschickt. Aber wir wissen nicht, dann werden welche gestrichen, ich kann immer nur ein PDF-Dokument aufmachen, dann entfallen plötzlich drei oder vier wieder, dann verliere ich ja total den Überblick. Und wenn Sie genau denjenigen, der jetzt zur Abstimmung kommt, zum Beispiel über das Chat allen zuschicken, dann haben wir den in dem Moment komplett offen. Das ist technisch, aber wir schicken alle nochmals per E-Mail zu. Somit haben Sie ein PDF, jawohl, schicken wir allen zu, dann könnt ihr sie dann vor Ort dann auch kontrollieren. Und wenn es ein Problem gibt, dann bitte frühzeitig melden. Aber wir werden die Abstimmung so übersichtlich als möglich gestalten, dass wir kein Problem haben. Noch zum Vorgang der Arbeiten hat es Dammerle in Zukunft dann vor melden, Hand hoch. Ich habe, auch ich habe, gleich wie andere Abgeordnete, ich habe diese Hand zum hoch eben nicht. Jedenfalls, und wenn man uns beispielsweise diese ganzen Änderungsanträge in eine Cloud geben würde und uns den Link zuschicken würde, wäre das technisch möglich, denn da könnte ja eben sozusagen fortlaufend auch jetzt die neuen Änderungsanträge zu den Abänderungsanträgen abgespeichert werden, so ähnlich wie beispielsweise Google Drive oder sowas, dass uns hier eben der Link zugesandt wird. Wir können jetzt nicht bis halb drei alles über den Haufen werfen. Wir schicken das alles nochmals geordnet und nummeriert zu, dass Sie dann den Änderungsantrag und Änderung vom Änderungsantrag und so weiter alles verwenden können und dann werden wir sehen, wenn es ein Problem gibt, Verständigungsproblem, dann werden wir das so übersichtlich als möglich gestalten. Sie melden sich auf jeden Fall, wenn es ein Problem gibt, aber wir können das jetzt nicht alles wieder von vorne beginnen. Arbeit ist es deshalb vom Aufwand. Wir haben den Abgeordneten alles per E-Mail zugeschickt, werden wir auch in Zukunft in der Vergangenheit so gemacht, werden das auch in Zukunft zu machen, dann haben Sie alles und wir werden versuchen, die Abstimmung auch sehr transparent und übersichtlich zu gestalten. Lass es sich überraschen, das wird schon hinhauen. Somit schließen wir für Vormittag. Ich wünsche allen einen guten Appetit. Dankeschön. 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 Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......... ...... ......... ...... ............ ......... ............ ......... ...... ......... ......... ...... ......... ......... ......... ...... ......... ......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... Diese Innovation, sich nicht in die Raumordnung zu holen, das ist fahrlässig. Das ist fahrlässig. Das ist etwas, das wir uns entgehen lassen. Deshalb bewerbe ich so die Präsenz von mehr Frauen in der Raumordnung, von mehr Frauen in den Gemeindekommissionen. Das sind die Herzstücke der künftigen Planung der Gemeinden. Und da brauchen wir die Alltagserfahrung, aber vor allem die Expertise von Frauen, die sich mit diesen Themen ganz anders auseinandersetzen als die Männer. Deshalb mein Plädoyer dafür, dass wir hier nicht Schritte zurück machen, nicht nur, weil es die Geschichte verlangt, auch weil es unser gemeinsamer Raum, den wir hier im Lande gestalten wollen, vonnöten hat, den Blick der Frauen nicht in den eigenen vier Wänden und in den Büros vergammeln zu lassen. Dankeschön. Vielen Dank, Kollegin Foppa. Es ist Ihnen sicherlich nicht entgangen, dass die Chefin der Raumordnung eine Frau ist. Und wir sprechen jetzt von untergeordneten Kommissionen. Und wenn da auch in den untergeordneten Kommissionen ein Mann drinnen ist, dann glaube ich, wird das auch kein großes Problem sein. Aber die Chefetage ist weiblich besetzt. Zu Wort gemeldet hat sich Abgeordneter Peter Feistnauer. Bitte. Ja, vielen Dank, Präsident. Nun, mir fällt nicht ein Gedicht ein wie Kollegin Foppa, sondern ein altes Sprichwort zu diesem Raumordnungsgesetz 9.2018. Und zwar zu viele Köche verderben den Brei. Was braucht es denn für ein gutes Gericht, für ein gutes Essen, Frau Landesrätin? Wir brauchen gute Zutaten. Was sind die guten Zutaten in einem guten Raumordnungsgesetz? Das wären gute Artikel und ein gutes Gesetz per se. Aber was wir noch brauchen, wenn man draußen mit den Leuten spricht, das ist eine gute Hardware. Beim Kochen wäre das die Töpfe, der Ofen, der Herd und so weiter. Bei der Raumordnung ist das für mich oder für die Anwender draußen eine funktionierende digitale Plattform. New Plan, wo wir auch die Pläne abrufen können. Und nicht seit Monaten, wie auch die Techniker, mit denen ich rede, mir bestätigen. Einen deaktivierten Geo-Browser wir haben und einen New Plan, das noch nicht existiert, beziehungsweise erst nach einer Viertelstunde oder einer halben Stunde das Ausdrucken zulässt. Und dann haben wir noch die guten Köche. Die guten Köche haben wir eine Person des Dr. Weber hier sitzen und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ressort Raum und Landschaft. Die guten Köche hätten 2018 dafür sorgen sollen, dass wir ein gutes, praktikables, klares, rechtssicheres Erwohnungsgesetz erhalten. Nun, wir haben es noch nicht erhalten, nachdem wir über 400 Abänderungsanträge eingearbeitet und diskutiert und wieder zurückgenommen haben, wie Kollege Delos Barba auch beeindruckenderweise dargelegt hat. Deshalb stehen wir immer noch hier an dem Flickwerk, wo wir daran arbeiten und wir riskieren, die Übersicht zu verlieren. Dann haben wir aber noch die Anwender. Das wäre genau der, der das Gericht dann ist. Das sind dann die Wirtschaftsbeteiligten, die einfachen Bürger und Bürgerinnen, die Planer, die Techniker, die, die sich täglich mit diesem Gesetz auseinandersetzen. Die Politiker vor Ort, die Leiter der Servicestelle in der Gemeinde. Auch die tragen uns täglich die Nicht-in-der-Praxis-Umsetzbarkeit dieses Gesetzes weiter. Wenn ich mir überlege, das alte, ausjustizierte Gesetz 13.1997, hätte man ohne Probleme bis 30. Juni 2021 weiterlaufen lassen. Diesen Antrag haben wir von Team K. mehrmals gestellt im April, Juni. Und man wäre, da bin ich überzeugt, Frau Landesrätin, mit diesem Aufschub auf 30. Juni 2021 sehr, sehr vielen Problemen aus dem Weg gegangen. Wenn wir schauen, wir haben jetzt wieder 30 Änderungsanträge in diesem Gesetzentwurf drinnen, wo die Landesrätin selber wieder drei zurückzieht. Und wenn ich mir die Einzelnen anschaue, den Artikel 5, Artikel 10, Artikel 13, dann kann es sein, oder kommt mir der Verdacht auf, beim 10er Artikel zum Beispiel, frage ich die Landesrätin, will man da dann verhindern, dass der Absatz 01, den die Kollegen Valazza, Nockler und Locher reinbringen, dass der gekippt wird, frage ich in die Runde. Also wenn es so das Spiel hin und her geht, kann das Ergebnis kein Gutes sein, meiner Meinung nach. Nun, wer hat hier die fachliche Verantwortung zu tragen für diesen Pasticcio? Pasticcio, heißen wir immer so, wenn wir wieder auf das Essen rübergehen, sind es die vielfach Beteiligten am 9. Gesetz 2018, an einigen Sitzungen habe ich ja auch als ehemaliger Bürgermeister teilgenommen, an die Juristen drüben, an die Raummodulungsexperten, an HGV-Mitglieder, an die LVH-Mitglieder, an die Bau- und Bund-Mitglieder, die alle die Entsendeten geschickt haben. Gehre ich wieder zurück, zu viele Köche verdorben den Prei. Die Erfahrungen, die ich draußen gemerkt habe, beziehungsweise höre, sind folgende, sie bombardieren die Abteilung Raummodulung nun mit Anfragen. Das war in der Fangenheit dosiert schon so, dass man um Rechtsauskunft anfragt, dass die Gemeinden Projekte an die Abteilung 28 schicken und fragen, ja, was haltet ihr davon, wie interpretiert ihr das? Dass die Servicestellenleiter das so auslegen, manche Projektanten und Wirtschaftszeiten anders auslegen. Deshalb, wie viele Anfragen bekommt die Abteilung, frage ich die Landesrätin, monatlich herein? Und wie lange dauert es, bis sie eine Antwort erhalten? Zur Geschichte, beziehungsweise zum Teil wegen der Frauenanteil in der Kommission für Raum und Landschaft. Kollegin Fopper, Sie haben gemerkt, ich habe hier das Gutachten des Rates der Gemeinden eins zu eins übernommen, wo ich hier sehe, immer die Gratwanderung zwischen Kohärenz und Pragmatismus. Und ich bin überzeugt, nachdem ich viele Anfragen auch bekommen habe, wir können da keine Kommission zusammenstellen, gut, Gutachten des Rates der Gemeinden gibt es auch her, müssen wir sofort handeln, weil wir müssen operativ bleiben. Nun, ich habe eine Anfrage gestellt, wer da wohl geschlafen hat, auch in dieser Hinsicht. Wie viel hat die Landesrätin, die zuständige, in den letzten eineinhalb Jahren aktiv dazu beigetragen, bei den zuständigen Berufskammern interveniert, dass sich möglichst viele Freiberufler beider Geschlechter in diese Verzeichnisse dann eintragen lassen würden. Wie viel oder welche Maßnahmen hat der Landesbeirat für Chancengleichheit und welcher das Frauenbüro zur Gewinnung von Frauen für das Sachverständigenverzeichnis ergriffen? Nun, ich hatte hier dann den Artikel vorgestern in den Dolomiten gesehen, es könnte fast ein Team K-Artikel sein in den Dolomiten, ganz klein, ich habe extra vergrößert die ganze Sache, wo wir nun den Aufruf sehen, der des Beirates für Chancengleichheit, der alle Expertinnen zur Eintragung in das Sachverständigenverzeichnis für Raum und Landschaft aufruft, wohlgemerkt, in der Fragestunde aktuellen ist der nicht behandelt worden, die Antwort habe ich auch noch nicht bekommen, aber in den Dolomiten am Dienstag stand dieser mini-kleine Artikel drinnen, dass wir noch fünf Tage Zeit haben, online uns einzutragen. Also planvolles Arbeiten ist meiner Meinung nach so nicht gegeben und wenn man will, dass die Kommissionen arbeiten in der Hinsicht, dann hätte man müssen früher sich auf die Hinterbeine stellen. Wir haben einen Änderungsantrag angebracht, ich als Erstunterzeichner, der diese angemessene Vertretung wieder vorsieht. Mir gefällt der Zick-Zack-Lauf auch der Landesräte nicht, die einmal einen Antrieb einbringt, wieder die angemessene Vertretung vorzusehen, dann wieder ab 1. Juli 2021 vielleicht, dann wieder ab 1. Mai, wenn die Kollegin Amhof hernehme, wenn ich den Änderungsantrag gesehen habe. Also entweder, oder ein klarer Schritt wäre es gewesen, das Inkrafttreten des Raummodellungsgesetzes des Neuen mit 1. Juli 2021 zu implementieren und diese Zeit dieses Jahr herzunehmen, genau diese Durchführungsbestimmungen zur Vollständigkeit auch auszuarbeiten und diese Fachkommissionen mit Mitgliedern beider Geschlechter einzurichten. Zu den einzelnen Artikeln habe ich dann auch nachher jeweils die Gelegenheit, noch diese zu kommentieren. Vielen Dank. Zu Wort gemeldet hat sich Abgeordneter Staffler. Bitte. Ja, danke schön, Herr Präsident. Werte Kolleginnen, werte Kollegen. Ich möchte auch mit einem kleinen Zitat fortfahren, wo Kollegin Brigitte Popper aufgehört hat. Erik Fried hat auch einmal gesagt, es ist, wie es ist. Das ist ein Titel von einem Liebesgedicht und er sagt, es ist, wie es ist. Und hier hat man auch manchmal das Gefühl bei diesem Gesetz, es ist halt, wie es ist. Aber wenn auch Kollege Ricardo de los Barba mit all seiner Kompetenz und mit all seiner politischen Kraft versucht, hier noch etwas Gutes aus diesem Gesetz zu machen, dann stellt sich schon die Frage, ob dieses Gesetz nicht, so wie es heute hier vor uns liegt, einfach ein missglücktes Gesetz. Und auf diese Frage möchte ich auch ganz gleich antworten. Ja, es ist ein missglücktes Gesetz. Es ist deswegen ein missglücktes Gesetz, weil ein Gesetz, das über 100 Artikel verfügt und mittlerweile 400 Abänderungen erfahren hat, einfach zeigt, dass es nicht stabil ist, dass es nicht in dem Sinne konzeptionell durchdacht ist. Es ist eben, wie es ist. Es ist ein Gesetz der Lobbys und es ist ein Gesetz all jener, die hier wirklich immer wieder Hand angelegt haben, um Teilbereiche oder effektorielle Fragen zu lösen, aber nicht die große, ganze Frage. Und damit sind wir beim Geist dieses Gesetzes. Das Raumwohnungsgesetz, werte Kolleginnen und Kollegen, das Raumwohnungsgesetz ist nach den übergeordneten Gesetzen wie die Verfassung oder das Autonomiestatut das Gesetz der Gesetze. Es ist das Gesetz für die Allgemeinheit. Und dieses Gesetz für die Allgemeinheit muss von der Allgemeinheit und für die Allgemeinheit gemacht werden. Der Kollege de Rosvalho hat es ja angedeutet, das Gesetz vor vielen Jahren war ja von Prinzip her gut aufgestellt. Es gab einen ersten Entwurf, an den wir uns alle nicht mehr erinnern, weil es schon so weit zurückliegt, der in diesem Sinne und in diesem Geiste verfasst wurde. Und von diesem ersten Entwurf mit der Partizipation von Interessensgruppen, die es tatsächlich gab, das erste Mal gab es tatsächlich den Versuch an der Partizipation. Und ich habe erst kürzlich mit einem von jenen Menschen gesprochen, die an dieser Partizipation teilgenommen haben. Das war wirklich ein offenes Verfahren. Und er hat gesagt, das erste Mal hatte man das Gefühl, dass man von der Regierung, von der Landesregierung ernst genommen wird und dass man wirklich eingebunden wird. Dass man wirklich eingebunden wird in ein so wichtiges Gesetz, wo es ja um uns alle geht, um unseren Raum geht, um unsere Landschaft geht, um unsere Wohnen geht und um unser Fortkommen geht. Und jetzt hat diese Person gesagt, jetzt, ich bin sowas von enttäuscht. Also so eine Enttäuschung habe ich jetzt selten erlebt, weil man wurde in den Prozess hineingeholt. Man durfte sozusagen auch einen Input geben. Und dann hat sich dieser Prozess verselbstständigt. Man wurde nie wieder gefragt. Und es ist ganz was anderes rausgekommen als damals am Anfang des Prozesses, wo wir noch an das Gute und Allgemeine glaubten. Das sind die Worte eines Menschen, der wirklich von Anfang an dabei war und jetzt maßlos enttäuscht ist über die Zerfledderung dieses Gesetzes. Und dieses Gesetz hat ja noch ein weiteres großes Problem mittlerweile. Es ist ja nicht mehr lesbar. Die Lesbarkeit dieses Gesetzes ist nicht mehr gegeben. Es sind wahrscheinlich einige Beamte und Beamtinnen, die noch imstande sind, hier einigermaßen zu folgen, weil sie tagtäglich sich damit beschäftigen. Und es sind vielleicht noch einige Fachleute außerhalb der Behörde, die auch hier immer aufmerksam mitschreiben oder mitgestalten und die sich auch noch auskennen. Aber ansonsten ist dieses Gesetz für keinen Menschen verständlich. Es ist ein Gesetz, wo wir sagen müssen, hier haben wir wirklich ein Niveau erreicht, dass man uns in Südtirol so nicht zugetraut hätte. Ich darf nur erinnern, was dann sogar im Deutschen Bundestag müssen, und das ist sozusagen die Vorgabe, Gesetzesentwürfe müssen sprachlich richtig sein und möglichst, und daran zweifle ich nicht, dieses Gesetz wird auch sprachlich richtig sein, aber der zweite Halbsatz, der hat es in sich und der ist wichtig, und möglichst für jedermann verständlich gefasst sein. Werte Kolleginnen und werte Kollegen, bitte sagt es, ob dieses Gesetz für möglichst jedermann verständlich verfasst ist. Das ist es natürlich nicht. Es ist ein Gesetzeskonvolut, das es in sich hat und sozusagen unglaublich, unglaublich verschachtelt ist und unglaublich, unklar auch formuliert ist. Und wir werden dann sehen, wir werden dann erst später sehen, in den einigen Jahren vorher sicher nicht, wer wirklich, was wirklich in diesem Gesetz steckt, was wirklich hineingeschrieben wurde, weil das sehen wir dann nur an den Früchten. An den Früchten werden wir sie erkennen, und das ist hier auch der Fall. Man wird in einigen Jahren erkennen, wenn gewisse urbanistische oder gewisse Bauten oder Bauwerke errichtet werden sein, wer sie errichtet hat und wo sie errichtet wurden, und dann wird man sozusagen das Gesetz im Nachhinein beginnen zu verstehen, was da alles hineingepackt wurde. Das Gesetz hat aber auch einen absoluten Sündenfall in sich von Anfang an, und diesen Vorwurf muss man auch wirklich wieder zurückreichen in jene Zeit, wo dieses Gesetz das erste Mal entworfen wurde. Die Idee, dass den Landschaftsschutz und die Raumordnung in einem Gesetz zusammenfassen, diese Idee führt nur dazu, dass der Landschaftsschutz verschwindet. Also es wird immer so getan, Landschaftsschutz wird aufgewertet. Das ist nicht der Fall. Unser Landschaftsschutzgesetz aus den 70er Jahren war ein gutes Gesetz, war eines jener Gesetze, die lange, lange Standgehalten haben, wissen Sie dann natürlich auch, unterminiert wurden, wie es halt im Laufe der Zeit passiert. Also Erosionen passieren im Laufe der Zeit. Es ist Teil der Geschichte und Teil des Prozesses. Aber den Landschaftsschutz mit der Raumordnung in ein Gesetz hineinzupacken, ist ein Sündenfall. Und wenn noch irgendwer behauptet, dass das ein Vorteil für den Landschaftsschutz sei, dann beweist es ja, beweist es ja die Debatte, die wir tagtäglich führen, beziehungsweise jetzt in diesen Tagen führen, zu diesem Gesetz, dass über Landschaft nie gesprochen wird, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Das ist der Beweis. Hier wird nur mal über Urbanistik gesprochen, es wird nur mal über Bettenzahlen gesprochen, es wird nur mal über Pläne gesprochen, es wird nur mal über Kubatur, vielleicht nicht gesprochen, aber die Kubatur ist immer im Hintergrund, im Hinterkopf mit dabei. Das sind die Themen. Das Thema Landschaft ist verschwunden. Und daher ist das der Sündenfall, der erste Sündenfall dieses Gesetzes, dass hier der Landschaftsschutz sozusagen aufgesogen wurde von diesem mächtigen und großen Raumwohnungsgesetz. Es ist auch eine demokratiepolitische Frage, die wir hier uns stellen müssen. Es ist offensichtlich, und Kollege Dallos Barber hat es x-mal bereits aufgezeigt und er hat es Gott sei Dank auch x-mal in seinen Minderheitenberichten dargelegt und niedergeschrieben und zu Protokoll gegeben, sodass wir es alle wissen. Niemand kann sagen, wir wüssten nicht, was hier passiert ist. Wir wissen, dass dieses Gesetz von einer kleinen Minderheit, von sogenannten Lobbys, wie wir sie heute nennen, geschrieben wurde. Und eine kleine Minderheit hat ein Gesetz, das alle betrifft, alle 530.000 Menschen in diesem Lande geschrieben. Und das ist auch demokratiepolitisch ein großer Fehler. Also wir haben einen zweiten Sündenfall in diesem Gesetz. Der erste Sündenfall ist, dass der Landschaftsschutz sozusagen inkorporiert wurde und der zweite Sündenfall ist, dass ein Gesetz, das alle betrifft, nicht mit partizipativen Mitteln geschrieben wurde, sondern es wurden Einzelinteressen und Einzelkreise damit befasst. Das ist der zweite Sündenfall dieses Gesetzes. Und noch etwas möchte ich sagen in diesem Zusammenhang. Es wird, es gibt in diesem Landtag eine Reihe von Landtagsabgeordneten, die immer wieder sich beklagen über die Bürokratie. Jeder und jede, die diesem Gesetz zustimmen, dürfen nie wieder etwas über die Demokratie, über, Verzeihung, über Bürokratie, über zu viel Bürokratie sagen. Nie wieder. Weil was hier geschaffen wird, ist ein bürokratisches Monster. Und dieses bürokratische Monster müssen jene verantworten, die dafür abstimmen. Wir werden hier auch natürlich eine namentliche Abstimmung verlangen. Vielleicht noch zusammenfassend und abschließend die Gedanken. Dieses Gesetz greift auch sehr stark in die Landschaft ein. Hier wurden sehr viele Fallschirme oder Kanäle aufgemacht, wie man in unserer Südtiroler Kulturlandschaft ohne Genehmigungen in Zukunft arbeiten oder jetzt schon und in Zukunft arbeiten kann. Wie man mit Bagger und LKW aufwarten kann und den gewachsenen Boden zerstören kann. Wie man den gewachsenen Boden umkrempeln kann. Das sind alles Dinge, die dieses Gesetz in Zukunft erlauben wird. Bisher war das nur unter Anführungszeichen ein Dekret des Landeshauptmannes. Dort vielleicht die Fachleute unter Ihnen wissen, dass da gab es diese Bagatell-Eingriffe, die erlaubt waren. Und diese Bagatell-Eingriffe, die sind mittlerweile Teil des Gesetzes. Also wenn dieses 33er und dieses berühmte, für manche auch berüchtigte 33er Dekret des Landeshauptmannes fallen sollte. Nein, man hat vorgebaut, man hat vorgesorgt in diesem Gesetz hier. In diesem Raumordnungsgesetz findet man alles noch, um draußen in der Landschaft munter, traflos wühlen zu dürfen. Und aus diesem Grunde ist eigentlich, was wir den Kampf, den Kollege Delos Barber führt, das ist ein edler Kampf, aber er erinnert mich einfach an Don Quixote und den Kampf gegen die Windmühlen. Wir sind auf diesem Ebene sozusagen gelandet und mit diesem literarischen Bild möchte ich auch meinen Beitrag wenden und bedanke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Zu Wort gemeldet hat sich Abgeordneter Kölnsberger, bitte. Ja, danke. Ich kann mich noch gut erinnern, als damals, das war der 17. November 2016, ich habe jetzt in meinem Kalender extra nachgeschaut, war ich bei der ersten oder einer der ersten Vorstellungen des neuen Raumordnungsgesetzes vom Landesrat Richard Deiner dabei, das war im Konferenzzentrum der Müllverbrennungsanlage in Bozen, es folgten dann weitere Vorstellungen im Pastoralzentrum und so weiter. Und da wurde das ganz neue Konzept vorgestellt 2016, 2015, 2016, es ging vor allem um die Idee der Siedlungsgrenzen und das damit zusammenhängende Anliegen, den Bodenkonsum drastisch zu reduzieren. In einem Land wie Südtirol, weil ja der verfügbare Boden in den Talsohlen sehr beschränkt ist und den teilen wir uns mit dem Tourismus, mit der Landwirtschaft, mit den Wohnungen und eben mit der Landschaft. Die Eindämmung des Bodenkonsums, das war also das große Ziel, die große Vorgabe und auch das Konzept der Siedlungsgrenze. Da hatte man zwar einige Zweifel, auch wir, wie das im Konkreten umsetzbar sein kann, aber es war zumindest einmal ein neuer und ein interessanter Ansatz. Und gleichzeitig auch war natürlich ein erwünschter Nebeneffekt mit dabei, dass beim alten Gesetz, das war mittlerweile im Laufe der Jahre so voll von ad hoc und auch ad-personen Bestimmungen, wir denken an den famosen Artikel 55 Quinquies, der nicht umsonst prophetisch Lex Penco hieß, die fielen damit natürlich auch automatisch einmal weg. Also der Start war durchaus von einer gewissen Aufbruchstimmung gekennzeichnet damals. Dann kam dieses Gesetz langsam, aber mit x Vorversionen, von denen wir ja viele auch hier vorab schon bekommen und gelesen hatten, nach x Vorversionen, wo schon extrem viel herumgedoktert wurde, kam das Gesetz dann in den Landtag. Wo es in den Landtag kam, kam es natürlich in den zweiten Gesetzgebungsausschuss. Das hat auch Ricardo de los Barba schon erwähnt und wurde dann von einem Berg von Änderungsanträgen mit dem überzogen. Es ging dann im Plenum in der gleichen Tonart weiter. Auch ich hatte damals 100 Änderungsanträge präsentiert, die Grünen glaube ich noch mehr. Die meisten Änderungsanträge kamen aber von der Mehrheit und von der Landesregierung selbst. Und dieses Gesetz wurde hier Änderungsantrag nach Änderungsantrag so richtig umgekrempelt, vor allem von Seiten der Bauern, die im zweiten Gesetzgebungsausschuss eine satte Mehrheit hatten und auch und auch Plenum durchaus entscheidend war. Und so war eigentlich dieses Landesgesetz, das dann hier herauskam, schon zum Start schlechter als das alte, das es eigentlich ersetzen hätte sollen. Vom ursprünglichen Anliegen von diesen Ideen blieb eigentlich nicht viel übrig. Die meisten Regeln hatten eine Ausnahmeregelung und wenn du ein Tourismuskonzept machst, dann gilt das nicht und wenn du das andere machst, dann gilt jenes nicht und so im Grunde genommen wurde es schön langsam von einem Gesetz, Prinzipien festlegen sollte und Instrumente dazu bereitstellen eigentlich zu einem Geschenkkorb, vor allem für die zwei stärksten Verbände im Lande, vor allem vor allem den Bauernbund, aber auch den Hoteliersvereinigung. Ich hatte 2018 hier, das steht auch im Wortprotokoll bei der Abstimmung zum neuen Gesetz Nummer 9, da haben man schon gesagt, dieses Gesetz, das wird noch oft verändert werden. Es war natürlich leicht hier Prophet zu sein, denn das lag auf der Hand. Das Resultat jedenfalls ist ein Gesetz, das unleserlich ist, von Rechtsanwälten geschrieben, für Rechtsanwälte. Das und das hat Kollege Staffler auch gesagt, hatte ich auch damals kritisiert, dass den Landschaftsschutz, der eigentlich verfassungsmäßig der Raumordnung übergeordnet ist, in ein einziges Gesetz gießt, mit dem großen Risiko und heute können wir sagen, mit der logischen Folge, dass der Landschaftsschutz der wirtschaftlich interessanten Raumordnung untergeordnet wird oder unter die Räder kommt. Viele der Prinzipien des Gesetzes, mit dem wir gestartet sind, können wir heute sagen, sind so verschwunden beziehungsweise nur noch ansatzweise erkennbar. Auch der Vorrang des öffentlichen Interesses mit den ganzen Möglichkeiten von Abkommen und Beteiligungen von Privaten ist hier schwer noch herauszulesen. Aber damit ist ja nicht genug. Es geht in dieser Legislatur in der gleichen Tonart weiter. Wir haben es jetzt schon wieder dreimal geändert, heute das vierte Mal. Heute mit einigen Rückschritten, mit ein paar Fortschritten. Die Rückschritte sind schon genannt worden. Wir werden danach in der Artikel Debatte noch mehr drauf eingehen. Unter anderem der definitive Wegfall der Betten Obergrenze, ein Aufschieben der Planungsebene, der Grundsatz sein sollte. Ein paar Zuckerlein, wie zum Beispiel die Erschließungsbeiträge für die Bauernweg fallen. Und mit ein paar positiven Neuerungen, wobei zu sagen ist, dass man eingefordert wird, die sich auf die verfassungsmäßigen Prinzipien berufen, mehr als von uns. Und das ist leider ein Armutszeugnis. Das wenig Positive, das wir hier sehen, zum Beispiel keine touristische Vermietung, keine Vermischung der politischen Mit der Verwaltungsebene, der Vorrang des Landschaftsschutzes, die Änderungen sind Resultate von Rekursen, die in Rom anhängen. Insgesamt sehen wir heute nur zum x-ten Mal, dass erstens vielleicht auch wegen der ganzen Änderungen immer noch unausgereift ist und in weiten Teilen kaum anwendbar. Wir sehen auch an der ganzen Geschichte der Raumordnung in diesem Lande auch ein bisschen die Geschichte der SVP in diesen letzten Jahrzehnten, wie man immer mehr den großen Verbänden und den Interessensvertretungen die Türe aufgetan hat. Und so hat dieses Gesetz eigentlich ein Grundproblem. Man will es als politisches Steuerungsinstrument verwenden, anstatt klare Regeln, klare Instrumente und gleich für alle. Dieses Gesetz vermischt seit jeher die Planungs- und die Genehmigungsebene, es vermischt die politische und die technische Ebene. Was hat es denn bisher gebracht konkret? Eine Senkung des Bodenverbrauchs ist schwierig zu argumentieren, dazu ist es auch noch zu wenig lang in Kraft und wenn momentan weniger Boden verbraucht wird, dann nur, weil momentan alles blockiert ist. Erleichterungen bürokratischer Natur? Nein. Mehr Schanzengleichheit für die Bürger? Auch nicht. Billiger Wohnen? Kann man hier noch nicht herauslesen. Der Vorrang des öffentlichen Interesses habe ich schon gesagt, genauso wenig. Hier haben bei diesem Gesetz, das mit guten Anliegen gestartet ist, eigentlich mit jedem Änderungsantrag immer mehr wieder die Partikularinteressen Eingang und vorrang erhalten in einem Gesetzestext, der heute so dasteht, dass er für einen normalen Menschen sowieso schon längst nicht mehr leserlich ist. Und wie gesagt, diese Geschichte der Raumordnung, wenn wir uns das anschauen, angefangen von 1986 von Alfons Benedichter bis heute, dann sehen wir leider auch, dass hier mit den Prinzipien der Raumordnung auch die Prinzipien der Volkspartei den gleichen Werdegang erlitten haben. Ich schließe es hier, den Rest werden wir bei der Artikeldebatte sagen und dann bei der Stimmabgabeerklärung am Ende. Das Gesamturteil zu diesem Gesetz mit oder ohne Änderungen bleibt weiterhin für uns natürlich sehr negativ. Vielen Dank, Abgeordneter Kölnsberger. Zu Wort gemeldet hat sich Abgeordneter Josef Unterhülzner. Bitte sehr. Ja, danke, Herr Präsident. Vor zwei Wochen, wenn der Kollege Leiter Reber den Beschlussantrag eingereicht hat, dann hat der Landeshauptmann das Wort in den Mund genommen, Sammelsirium oder Sammelsurium. Ich glaube, es würde sehr gut zu diesem Gesetz passen. Dieses Gesetz aus meiner Sicht ist schlichtweg eine Katastrophe für ganz Südtirol. Dieses Gesetz steht auf sehr, sehr wackeligen Stelzen, Pfeilern oder Trägern und wenn einer zusammenstürzt, dann stürzt das ganze Kartenhaus zusammen. Ich werde nicht wieder alles beginnen, was meine Vorredner gesagt haben, habe ich mir nur einige Punkte aufgeschrieben, weil ich seit Beginn dieser Legislatur laufend auch immer rede und versuche, mich einzusetzen, um den bürokratischen Aufwand abzubauen. Und das hat ja der Kollege Schaffler in den Mund genommen, dass es ein bürokratisches Monster ist. dieses Gesetz ist nicht mehr lesbar und aus meinen Augen auch nicht mehr anwendbar. Alle über 80 Unterschriften von diesem Brief der Gemeindetechniker wurden einfach nicht ernst genommen. Auch der Brief über 400 Bürger, die Architekten, Bürgermeister und und die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes sich geläußert haben, wurden anscheinend oder werden anscheinend nicht geführt. Aber das nützt jetzt nichts. Wir hier haben die Verantwortung, wir hier haben die Aufforderung, ein klares, verständliches, umsetzbares und anwendbares Gesetz zu machen. Wir alle sitzen im selben Boot. Und deshalb glaube ich glaube ich einfach, dass die Techniker draußen, die was draußen mit diesem Gesetz arbeiten müssen, für die Gemeinden, für die Bauherren, für die Planer, das ist unsere Aufgabe und Verantwortung gegenüber aller Menschen, so ein Gesetz zu machen, was die Menschen verstehen und was auch umsetzbar ist. Was die Bauherren verstehen, was die Planer verstehen und auch was die Behörden verstehen. Aber deshalb das nützt auch nicht nur zu kritisieren. Ich würde jetzt einfach die Anregung hier hineinschmeißen, ob es nicht möglich ist, dieses Deiner Gesetz Nummer 9 vom 10. Juli 2018 zu prüfen, ob das mit einem Gesetz wieder zur Anwendung kommt und dieses Gesetz, was wir verabschiedet haben vom 17. Gesetz Nummer 17 vom 20. Dezember, was ja jetzt praktisch im Juli abgetreten ist, wir das vorerst annullieren, um dass die Leute draußen zumindest für ein Jahr oder für zwei Jahre weiter arbeiten können und dann ist ein Gesetz zu schreiben, was für alle verständlich ist, das, was jeder lesen kann, das, was jeder versteht und auch das, was umsetzbar ist, was die Techniker umsetzen können, was die Bürgermeister verstehen, was die Bürger verstehen, was der Bauherr versteht, dass man einfach schlichtweg genau so, auch wie es auch Kollege Schaffler erklärt hat, möglichst für jeder Mann und für jede Frau verständlich sein muss und das glaube ich ist unsere Aufgabe. Alles andere ist aus meiner Sicht komplett kontraproduktiv. Ich habe mir hier sehr viele Daten herausgesucht, ich lese jetzt gar nicht mehr alle vor, weil es nichts nützt. Wir sollten schauen und wir müssen schauen, jetzt das Bestmögliche heraus zu machen und mein wirklich konkreter Vorschlag, um dass es nicht ankommt, der kritisiert nur oder alles wird nur kritisiert, alles wird schlecht gemacht, aber dieses Gesetz sagen uns, wir und ich glaube euch allen, die Techniker draußen, alle sagen das, Leute, Leute, das ist eine Katastrophe von A bis Z und diese Katastrophe jetzt, das ist unsere Aufgabe, unsere Verantwortung, das sind wir den Leuten draußen schuldig, dass wir hier aus diesem Gesetz entweder annulieren es, entweder machen wir ein neues Gesetz und sagen, dieses neue Gesetz annuliert, dieses Gesetz in Kraft ist, wir lassen jetzt diese Richtlinien laufen, dass die Leute zumindest das, was sie bis zum 31 Juli 2020 umgesetzt haben, dass sie mit denen Mittel zurecht kommen und dann haben wir uns zu konzentrieren mit Einbindung der Techniker, mit Einbindung dieser Leute draußen, die mit diesem Gesetz arbeiten müssen und jeder, der was mit diesem Gesetz in Verbindung kommt, dass man ein imstande sind ein Gesetz zu verabschieden, zu auszuarbeiten, zu verabschieden, das, was von den Leuten verstanden wird und was auch anwendbar ist. Und mit diesem Satz ähnlich. Und das, glaube ich, sind wir unseren Leuten schuldig. Danke. Vielen Dank, Kollege Unterholzer. Sie müssten aber Ihre Forderung hier, das Gesetz abzuändern beziehungsweise zu annulieren, auch einen schriftlichen Antrag vorlegen, ansonsten kann Ihr Antrag natürlich nicht behandelt werden. Zur Wortgemeinde hat sich Abwörter Knoll. Bitte. Ja, danke schön. Wie der Name des Gesetzes ja schon beschreibt, das Raumordnungsgesetz soll mit diesem Gesetz Ordnung in den öffentlichen Raum gebracht werden. Das ist ja die ureigene Aufgabe eines Raumordnungsgesetzes. Und ich kann mich gut erinnern, ich war damals junger Gemeinderat in meiner Heimatgemeinde, als ich das erste Mal mit der Raumordnung auf Gemeindeebenen in Kontakt getreten bin, als es damals darum ging, dass ein Hotelbetreiber eine alte Mühle gekauft hat, die an einem ganz anderen Teil des Dorfes am Waldrand lag, die abgetragen wurde und sozusagen die Kubatur Hokus-Bokus durch die Gemeinde hindurch getragen wurde, um auf einer anderen Stelle sozusagen eine Erweiterung des Verteils zu ermöglichen. Und da bin ich das erste Mal mit dieser Thematik konfrontiert worden und auch mit der Problematik, die mit dem Raumordnungsgesetz einhergeht, nämlich, dass dieses Gesetz, das ursprünglich ja von Alfons Benedikter, der ja nicht umsonst auch der Vater der Raumordnung eigentlich eine Zersiedelung der Landschaft in unserem Land zu verhindern, um Ordnung auch in das Baugeschehen in unser Land hineinzubringen, dass das eigentlich nicht mehr so ganz diesem Geist entspricht. Es ist ja kein Zufall, dass das erste Raumsordnungsgesetz eben erst in den 70er-Jahren und dann in den 80er-Jahren gekommen ist, weil damit natürlich auch die großen Veränderungen, die baulichen Veränderungen in unserem Land einhergegangen sind mit dem Wohlstand, mit dem Tourismus und man damals schon eigentlich sehr weitblickend die Notwendigkeit gesehen hat, hier ein Gesetz zu machen, damit es hier nicht zu Fehlgriffen kommt, auch was die Landschaftsplanung, was die Bautätigkeit in den Gemeinden anbelangt, die man dann vielleicht nicht mehr zurücknehmen kann, um die langfristig einen großen Schaden anrichten, weil Ortschaften, also der Kern von Ortschaften, Ortszentren dadurch zerstört werden, weil vielleicht Infrastrukturen am Rande von Gemeinden geschaffen werden, die natürlich dann auch entsprechende Infrastrukturen mit sich bringen müssen, die dann sehr schwer auch nur zu finanzieren sind, weil der kostbare Boden, wir sind uns ja bewusst, dass ein Großteil des Landesgebietes nicht bebaubar ist und auch viele Teile nicht bewohnbar sind, also der Teil, an dem man bauen kann, ist ja relativ eng bemessen, dass das ein Schatz ist, mit dem man auch sorgsam umgehen muss und dass man dafür Sorge tragen muss, dass dieser Schatz, den wir haben, nicht Spekulationen einherfällt und einheimfällt, besser gesagt, und dass man hier auch klare Richtlinien braucht. Und die Landesrätin wird sich erinnern können, in unserer gemeinsamen ersten Legislaturperiode, als sie noch so wie eine schnöde Abgeordnete war und nicht in den hohen Gefilden der Landesregierung saß, da waren wir ja bei dem zweiten Gesetzgebungsausschuss und wir hatten damals ja auch mehrfach mit der Raumordnung zu tun mit der Unlesbarkeit des Gesetzes, mit diesen vielen Winkelzügen, die angewendet werden können, aufgrund ungenauer Bestimmungen und so weiter. Wir hatten damals ja auch schon damit zu tun und ich erinnere mich auch an lebhafte Diskussionen mit der nunmehrigen Landesrätin zu diesem Thema und wir waren damals eigentlich auch im zweiten Gesetzgebungsausschuss einhellig der Meinung, dass es klare Richtlinien braucht. Das heißt, dass ein Raumordnungsgesetz in diesem Land Ordnung schaffen muss und nicht durch Ausnahmebestimmungen eigentlich noch mehr Unordnung schaffen kann. Denn wenn wir uns anschauen, was in den letzten Jahren in Südtirol auch bautechnisch geschehen ist, dann ist das nicht mehr im Geiste des Raumordnungsgesetzes von Alfons Benedikter. Dann sind in den letzten Jahren auch aufgrund des Druckes, den bestimmte Lobbys ausgeübt haben, Bausünden in unserem Land entstanden, die es eigentlich mit einem klaren Raumordnungsgesetz in dieser Form nicht geben sollte. Es hat entsprechende Hotelprojekte auf der grünen Wiese oder im grünen Wald gegeben, die gebaut worden sind, von denen man natürlich jetzt sagen kann, ja, die bringen eine Wertschöpfung für das Land, die bringen Arbeitsplätze, aber wir müssen auch immer die Kehrseite sehen, die Veränderung unseres Landes und auch der langfristige Schaden, der durch derartige Dinge angerichtet wird. Das heißt, in welche Richtung entwickelt sich unser Land wird unser Land im wahrsten Sinne des Wortes zubetoniert, entscheiden einige Lobbys, die vielleicht den notwendigen politischen Druck ausüben können, darüber, wie bestimmte Gesetze interpretiert werden und welche Dinge gebaut werden können. Ich möchte in dieses Kapitel auch, weil wir diese Woche schon darüber diskutiert haben, und es hängt ja mit der Bautätigkeit zusammen, auch den Denkmalschutz mit hineinnehmen. Wir haben leider in den letzten Jahren immer wieder gesehen, wie wertvolle Bausubstanz in unserem Land verloren geht, unwiederbringlich verloren geht. Wir hatten diese Woche die Diskussion über das Hotel Post. Das steht jetzt seit über 100 Jahren. Dort wird jetzt irgendein Mehrfamilienkomplex gebaut, ein Mehrparteienhaus gebaut, das wird halt 20, 30 Jahre recht modern ausschauen, ist dann aber ein alter Kasten, den man wahrscheinlich abreißen kann. Und der bestimmt nicht zum ästhetischen Erscheinungsbild unseres Landes passt. Und wenn wir doch ehrlich sind, wenn wir unsere Hochglanzbroschüren hernehmen, was für Bilder sehen wir denn dort? Wir sehen die schönen kleinen Dörfer, wir was ist, womit wir uns vermarkten. Aber das ist nicht das, wie wir mit unserer Landschaft umgehen. Wir erleben es, dass auf der grünen Wiese Betonkomplexe hingestellt werden. Wir erleben es auch diese Woche wieder, dass jahrhundertealte Höfe einfach abgerissen werden, wo man sich dann den Dialekt verlottern lassen muss, bis Bude zusammen bricht und dann ist der Denkmalschutz eh obsolet. Ich möchte die Landesrätin hier beispielsweise an den Hotelkomplex des Wildbads in Inichen erinnern. Der ganze Komplex ist, glaube ich, seit den 80er-Jahren unter Denkmalschutz. Ich lade es ein, wir können gerne einmal zusammen dort hineingehen. Es gibt dort wertvolle Fresken und viele andere Dinge. Das bricht ist ja Baugrundstück, da wird irgendwann einmal, wenn das Ganze zusammengebrochen ist, wieder irgendetwas anderes gebaut, das überhaupt nicht in die Landschaft passen wird, weil es heute modern ist, dass man möglichst hässlich bauen muss. Das sehen wir auch bei den Plänen, die für den Landtag und den Landhausplatz gemacht worden sind. Hübsch hässlich muss es sein. Niemand denkt daran, wie das in den nächsten Jahrzehnten noch in unserem Land aussehen soll. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir mit einem Raumordnungsgesetz vorsichtig umgehen müssen. Und hier würde mich wirklich auch ganz offen die Meinung bei Landesrätin interessieren, sie ist ja selber Kommunalpolitikerin gewesen, ob sie glaubt, dass dieses Raumordnungsgesetz in dieser Form, wie es jetzt formuliert ist, Klarheit schafft. Denn die Vorredner, und da ist die Kritik schon berechtigt, und ich glaube, das sieht die Landesrätin auch, dass hier dieses Raumordnungsgesetz für viele nicht mehr lesbar ist. Und ich glaube, es müsste schon auch der Anspruch von uns als Politiker sein, Gesetze zu schaffen, die klar nachvollziehbar sind, die eine klare Richtung vorgeben, wie soll Raumplanung in unserem Land gestaltet werden, und was wünschen wir in unserem Land einfach nicht, weil das unseren Vorstellungen, und wie sich unser Land entwickelt in den nächsten Jahrzehnten zuwiderläuft. Deswegen bräuchten wir hier ein klares Gesetz, ein klar lesbares Gesetz und vor allem auch ein Gesetz, das es vermeidet, dass Einzelinteressen sich durchsetzen können und dieses Gesetz einfach umgehen können oder halt irgendwelche Schlupflöcher in diesem Gesetz finden können, um dann doch das bauen zu können, wie Sie das sich vorstellen und nicht, wie das eigentlich der Gesetzgeber sich gedacht hat. Erlauben Sie mir nur ein Wort noch abschließend zu dieser leidigen Diskussion mit den Unterkommissionen. Die Kollegin Foppa hat es ja geschafft, hier auch ihr Lieblingsthema hier mit hinein zu nehmen. Kollegin Foppa, es gibt immer zwei Seiten. Das kann man natürlich jetzt unter der Seite betrachten, wie du sagst, ein Schritt vor, ein Schritt zurück, nur es kommt halt auf den Blickwinkel an, ob man nach vorne geht oder zurück geht. Und ich wage zu behaupten, dass es eigentlich ein Schritt nach vorne ist, wenn wir diesen ganzen Quoten, den ganzen Zwangsquoten nicht mehr brauchen. Für mich heißt echte Gleichberechtigung auch in diesen Gremien drinnen, dass sich überhaupt niemand die Frage stellt, setze ich da jetzt eine Frau hinein oder gebe ich da jetzt einen Mann hinein und ich möchte auch ein bisschen dieses Bild zurecht drücken, dass hier immer wieder im Landtag vermittelt wird, als ob es hier auch im Landtag diese Weltverschwörung der Männer gebe, hier Frauen möglichst aus derartigen Gremien hinaus zu halten. Das entspricht einfach nicht der Realität. Wir alle wären froh, wenn mehr Frauen sich finden würden, die auch in solchen Gremien aktiv mitarbeiten würden. Aber die Realität sieht leider anders aus. Und ich sage auch, es reicht nicht, Frau zu sein. Das hört die Kollegin Fopper jetzt vielleicht nicht gerne, aber es reicht nicht, Frau zu sein, um in einer Kommission drinnen zu sitzen. Es reicht auch nicht Mann zu sein, um in einer Kommission drinnen zu sitzen. Denn denselben Anspruch, den die Kollegin Fopper für sich als Frau erhebt, dass hier eine gerechte Quote drinnen ist, denselben Anspruch und dieselbe Berechtigung gibt es auch für die Jugend in derartigen Gremien mit drinnen zu sitzen. All die Entscheidungen, die in diesen Gremien getroffen werden, all die Entscheidungen, Generationen, die sind es, die mit den Entscheidungen leben müssen, die überhaupt nichts mit zu reden haben, die nicht mit 16 wählen dürfen, die in diesen Gremien nicht drinnen sitzen, da fragt niemand nach einer Quote für junge Leute und so weiter. Die Kollegin Fopper erlaubt mir, wenn ich sie auf einen kleinen Widerspruch hinweise, sie hat vorher gesagt, die Frauen sehen Dinge anders, das stimmt, das stellt niemand den Abrede, dass Frauen viele Dinge anders sehen, das ist doch durchaus positiv, aber du hast das Beispiel gebracht mit den Plätzen, also ich denke mal, diese ganzen Plätze, die du so gelobt hast, die so wichtig sind, ich glaube, die sind alle von Männern geplant worden, ich glaube nicht, dass einer von den Plätzen in unseren Gemeinden und diese großen schönen Stadtplätze von Frauen geplant worden wären und da sieht man eigentlich schon, wie absurd das ist, denn da haben keine Männer Plätze für Männer geplant, sondern da haben Architekten und Planer Plätze für Menschen geplant und darum geht es, da geht es nicht darum, ob die Frau weiß, ob man mit einem Kinderwagen über eine Gehsteigkante kommt oder nicht, sondern da kommt es auch darauf an, ob beispielsweise ein Mensch in einem Rollstuhl sich im öffentlichen Raum zurecht findet, ob vielleicht in einem Gebäude drinnen Hürden sind, die für einen Rollstuhlfahrer oder für einen gehbehinderten Mensch nicht basierbar sind, das sind die wirklichen Fragen, um die es geht und ich glaube, wir werden außer vielleicht in bestimmten Kreisen in Südtirol keine Frau finden, die sagen wird, ich fühle mich als Frau benachteiligt, weil in Unterkommissionen einer bestimmten Kommission nicht ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis gegeben ist, ja bitte, wo sind die Frauen, die in diese Kommissionen hinein drängen? Sagen wir das auch bitte mal, wir hätten kein Problem damit, wenn eine solche Kommission auch rein nur mit Frauen besetzt wäre, da gibt es nicht die Welt Verschwörung der Männer, die sich dagegen wehren würde, aber wir müssen die Realität auch sehen, dass bestimmte Quoten einfach Schaden anrichten und ich habe das sehr deutlich dieses Jahr bei den Gemeinderatswahlen gesehen, es gibt bei diesen Gemeinderatswahlen oder hat bei diesen Gemeinderatswahlen jetzt Gemeinden gegeben, wo überhaupt keine Oppositionsliste angetreten ist, weil die Frauenquote nicht eingehalten werden konnte und da frage ich mich, was dient der Gesellschaft mehr? Gar keine Opposition oder eine Opposition, wo dann vielleicht nur Frauen oder vielleicht halt wenn sich keine Frau findet nur Männer drinnen sind, also ich denke, wir müssen wegkommen von diesem sich gegenseitig ausspielen. Es werden in unserem Land keine Entscheidungen von Männern nur für Männer getroffen, genauso wie Frauen Kommissionen oder mehrheitlich ist, wir haben heuer auch eine Gemeindestube bekommen, die mehrheitlich von Frauen besetzt ist, wir werden auch keine Gemeinden finden, die von Frauen nur Politik für Frauen machen. Das hat nichts mit der Lebensrealität der Menschen in unserem Land zu tun und deswegen glaube ich, dass es nicht nur ein Schritt, sondern zehn Schritte nach vorne ist, wenn wir diese ganzen Quoten hinter uns lassen können und diese Gremien mit Bürgern besetzen, die sich für die Menschen in unserem Land einsetzen, unabhängig davon, ob das jetzt nun Männer oder Frauen sind, weil sie bringen etwas mit, das wesentlich wertvoller und wesentlich wichtiger ist, als ihr geschlechtlicher Hintergrund und das ist ihr Einsatz für unser Land. Vielen Dank. Zu Wort gemeldet hat sich Maria Rieder. Bitte, Frau Abgeordnete. Ja, Dankeschön. Ja, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, im Jahr 2018, als dieses Gesetz verabschiedet wurde, war ich noch im Südtiroler Sanitätsbetrieb tätig und auch die Jahre vorher war ja immer Politik interessiert, habe ich das schon verfolgt und habe mir gedacht als Angestellte des Sanitätsbetriebes, oh, wenn das der Landesrat Deiner übernimmt, was da wohl herauskommt, denn die Erfahrungen, die wir in der Sanität mit ihm gemacht haben, waren nicht die besten. Im Jahr 2007 haben wir aus vier funktionierenden Sanitätsbetrieben einen einzigen gemacht und zwar ohne jegliche Planung, wie es, wenn wir aus vier Betrieben einen machen, dann weitergehen wird. Und so ähnlich oder ein bisschen so scheint es mir doch auch bei diesem Gesetz zu sein und deswegen tut es mir auch ein bisschen leid, dass genauso wie in der Sanität die Schäden, die da angerichtet wurden, irgendwie dann die Frauen ausbügeln sollten. Das geht jetzt der Kollegin Kurzer nicht anders, wie es der Landesrät in Stucka gegangen ist. Aber Klammer auf, Klammer zu. Es war damals im Jahr 2018 wurde dieses Gesetz durchgepeitscht, so wie es Kollege De Los Barba und auch meine Vorredner schon beschrieben haben, die ja schon hier im Landtag waren. Und obwohl, das wurde durchgepeitscht, obwohl eben maßgebliche Voraussetzungen fehlten. Und ich möchte hier noch gerne auf ein paar allgemeine Punkte eingehen. Etwas, das im Moment immer wieder Thema ist, ist eben diese fehlende Rechtssicherheit. Und es herrscht große Rechtsunsicherheit eben und das bedeutet eben für die Freiberufler oder für jene, die an den Projekten arbeiten, dass laufend Änderungen vorgenommen werden müssen, weil eben noch keine ausreichenden Durchführungsbestimmungen vorhanden sind. Dann müssen die Gemeinden einen Gemeindeentwicklungsplan erstellen, wo eben die Siedlungsgrenzen festgelegt wurden sollen. Und auch das hat der Kollege De Los Barba schon gesagt. Außer der Handvoll Pilotgemeinden ist auch mir nicht bekannt, dass irgendeine Gemeindeverwaltung dies bereits in Angriff genommen hat. Und die Frage, die sich dann stellt, ist schon, wo wird ein Gesetz angewandt oder so durchgepeitscht, wenn die Verwaltung und die Politik ihre Hausaufgaben noch nicht gemacht haben. Wir wissen wir wissen ja, dass manche Orts eben die Servicestellenleiter fehlen, wo es jetzt dringend notwendig ist, neue Kurse zu organisieren, dass es auch neues Personal braucht. Viele Aspekte sind einfach noch nicht ausgereift. So herrscht eben auch ein Chaos bei den Fristen, zwei Jahre Gemeindeentwicklungsprogramm, die Baukommissionen, die weiterhin im Amt sind, wie lange und diese ganze Unsicherheit und Rechtsunsicherheit, von der ich spreche, ist eben auch, wird sich auch als Bremsklotz für die Bauwirtschaft und auch für die Planerinnen zeigt sich als das. Weil eben viele Regelungen und Durchführungsbestimmungen fehlen. Also diese öftere Umplanung von Projekten und dann wissen wir, dass vieles präventiv nicht genehmigt wird. Und wir alle kennen diesen Brief, den 400 Technikerinnen im Juni geschrieben haben, wo Architektinnen und Architekten, Gemähterinnen und Gemähter und andere Technikerinnen und Techniker eben diese ausufernde Bürokratie beklagen. Dann haben sie eben gesagt, wo beschrieben wird eben, wie die baulichen Veränderungen, die ja über dieses SUAP-Portal angesucht werden müssen. Es braucht viel, viel mehr Dokumente, als es vorher üblich war. Und nachdem jetzt die Gemeinden zum Großteil noch nicht auf das neue Gesetz gerüstet sind, werden viele Gesuche präventiv abgeplant. Denn wenn innerhalb einer Frist eben keine Reaktion von Seiten der Gemeinde kommt, würde das Ansuchen ja als genehmigt gelten. Und deswegen werden sie präventiv abgelehnt. Diese präventive Ablehnung vieler Gesuche oder auch das Aufschieben mangelndes Informationen trifft in weiterer Folge natürlich die Bauwirtschaft. Und das ist in Zeiten wie diesen sicherlich keine positive Entwicklung. Denn wir riskieren ab Frühjahr, Sommer 2021 wirklich fast einen Baustub, da es derzeit zwar noch genügend Aufträge gibt für die Bauwirtschaft, einfach kaum neue dazukommen. Denn das SUA-Portal lässt bestimmte gar nicht zu. Also es gehen kaum noch neue Projekte durch. Und das ist nicht etwas, das ich jetzt sage, also ich bringe es hier vor, aber das hat sich gerade, wir hatten vor kurzem eine Aussprache mit dem Kollegium der Bauunternehmer und die haben genau dieses Problem uns geschildert. Und sie haben uns gebeten, auch dafür einzutreten und zu sagen, wir brauchen mehr Rechtssicherheit. Ein anderes Problem, das ich auch noch hier kurz ansprechen möchte, ist das Problem der Sanktionen im Gesetz. Wenn ein Gemeindeentwicklungsprogramm innerhalb von zwei Jahren erstellt werden muss, aber dann ist die Frage, wenn es nicht erstellt wird, was passiert dann? Es passiert nichts. Und ein weiteres Thema, das wir ansprechen müssen, ist natürlich der Schutz von erhaltenswerter Bausubstanz, denn das ist weiterhin irgendwie ein zahnloser Papiertiger. Wir haben ja die Berichte letzte Woche über den Abbruch eines denkmalgeschützten Bauernhofes im Bustertal alle gehört. Es ist sinnlos, dass wir Gesetze erlassen und Regeln erlassen, wenn es keine Strafen gibt. Leider ist es so. Es wäre besser, wenn es diese nicht bräuchte. Aber denkmalgeschützte Architektur ist eben ein kulturelles Allgemeingut, das es wirklich zu erhalten gilt. Und hier braucht es Strafen, aber es braucht auch selbstverständlich mehr finanzielle Unterstützung bei den erforderlichen Baumaßnahmen. Dasselbe ist bei Baukommissionen und bei anderen Gremien, die Nutzen immer nur, wenn es klare Spielregeln gibt und auch hier mit Sanktionen bei Nicht-Einhaltung der Regeln verbunden. Und was noch anzumerken ist, dass hier in diesem Gesetz auch vieles im Sanierungswege möglich ist und das gefällt mir eigentlich gar nicht so. Südtirol hat eine sehr schützenswerte Landschaft und es ist ja das Gesetz Raum und Landschaft und es gilt ja den Bodenverbrauch zu drosseln und das Grönland zu schützen. Es werden in diesem Gesetz diesbezüglich Anpassungen gemacht, aber leider Gottes sehr viele erst auf die Beanstandungen des Gesetzes des Staates hin. Also ist es wirklich gut oder lassen wir es als Südtirolerinnen und Südtiroler wirklich zu, dass der Staat sich mehr für den Landschaftsschutz fast einsetzt als wir. Also unsere alpine Landschaft und Vegetation zu schützen und nicht zu viel zu verbauen, das müsste unser aller Anliegen sein. Und selbstverständlich muss ich ja jetzt auch noch etwas zu der Gemeindekommission für Raum und Landschaft sagen. Und wenn mir Kollege Sven Knoll jetzt vorher erklärt, will wieder mal, dass die Frauen ja in alle Kommissionen und in alle Ämter hinein dürften, wenn sie nur wollten, aber es halt leider keine gibt, da muss ich sagen, ich bin es jetzt wirklich langsam leid, diese Diskussionen zu führen. Und ich wäre da jetzt wirklich mal dafür, dass wir wirklich die Schritte nach vorne machen und zwar klar nach vorne. Es muss klar sein, dass in diesen Kommissionen zumindest ein Drittel Frauen drinnen sein müssen. Darüber sollten wir im Jahr 2020 nicht mehr diskutieren müssen. Ich bringe Ihnen ein Beispiel, vielleicht wird es da sichtbar, ein bisschen mehr zur Erklärung. Wir hatten vor Jahren, oder das ist noch gar nicht lange her, oder manchmal wird es auch heute noch gesagt, dass Frauen für Verwaltungsräte nicht ausreichend vorhanden sind. Und dann haben wir irgendwann, ich habe mal angefragt, beim Landeshauptmann gibt es, das wissen vielleicht viele von Ihnen, diese Ausbildung für zukünftige Verwaltungsrätinnen. Und da haben wir jetzt in den letzten Jahren über 120 Frauen als Verwaltungsrätinnen ausgebildet. Und da wären jedes Jahr sind 20 Plätze. In der Zwischenzeit wird diese Ausbildung zweimal jährlich gemacht. Also zweimal 20 Frauen, die sich ausbilden lassen. Es wäre viel mehr Andrang, viel mehr möchten diesen Kurs besuchen. Also bitte sagen Sie mir nicht, dass es nicht genügend Frauen gibt, die was tun wollen, dass es nicht genügend Frauen gibt, die Ausbildungen haben. Wir wissen alle, oder wer es noch nicht weiß, dem sage ich es jetzt, und da geht es nicht darum, dieses Frauen Männer Spiel zu machen. Aber es geht darum, und das glaube ich hat Kollegin Fuppe heute auch sehr gut dargelegt, die beiden Sichtweisen vertreten zu haben. Einfach 50% der Bevölkerung, 50% der Südtirolerinnen und Südtiroler, sogar mehr als 50%, sind Frauen. Und es wird wohl nur recht und billig sein, dass die Hälfte unserer Bevölkerung in den Gremien, in den öffentlichen Gremien vertreten ist. Es geht ja nicht um die Hälfte, sondern es geht hier wirklich nur um ein Drittel. Und lassen Sie mich noch zwei Worte dazu sagen, wenn man Frauen, wenn man sie nicht findet. Okay, wenn man etwas nicht findet, dann muss man sich halt bemühen. Wenn nicht genügend Gäste in unser Land bekommen, dann machen wir Werbung, dann investieren wir wie viele Millionen in die Werbung, in Kampagnen, in was weiß ich alles noch. Ja, gut, dann müssen wir hier halt vielleicht auch mal was investieren und uns mal bemühen und nicht einfach sagen, ja, wir finden keine und deswegen streichen wir das wieder raus. Ich hoffe wirklich, dass wir heute hier das letzte Mal über dieses Thema, zumindest dieser Kommissionen diskutieren, dass wir das heute diesen Änderungsantrag genehmigen und zwar möglichst einstimmig, denn das wäre auch mal ein Zeichen, dass wir heute in dieser Woche, wo es viel um Frauenthemen ging, vielleicht setzen können. Dann gehe ich noch zum Schluss. Jetzt habe ich mich doch ein bisschen aufregen müssen, wieder mal. Ich komme zum Schluss einfach zum Gesetz wieder zurück. Also der ursprüngliche Grundgedanke dieses Gesetzes ist ja auch einmal der Schutz der Landschaft und zum anderen eben weniger Bodenverbrauch eben durch strategische Planung. Ich erwirte leider nicht wirklich das Ziel wird mit diesem Gesetz bisher nicht wirklich erreicht. Ich befürchte, dass wir uns sehr bald wieder hier mit diesem Gesetz oder mit Abänderungen zum Gesetz werden befassen müssen. Aber ich möchte noch mal in Erinnerung rufen, was die Grundsätze und das Ziel dieses Gesetzes sein sollen. Und wie es schon der Name des Gesetzes sagt, Raum und Landschaft. Es geht also, wir müssen mit diesem Gesetz gerecht werden, dem Schutz der Landschaft und auch weniger Bodenverbrauch durch strategische Planung beziehungsweise optimale Nutzung unseres Bodens. Dankeschön. Vielen Dank. Kollegin Rieder, ich muss da schon meinen Kollegen Deiner jetzt in Schutz nehmen, denn schuldig für dieses Gesetz, wie es hier vorliegt, ist durch Landesrat Deiner, sondern das ist das Ergebnis von vieler Diskussionen hier im Landtag, von vielen Abänderungsanträgen, wie auch ihr Kollege Kölnsberger gesagt hat, 100 Anträge hat Kölnsberger gebracht, 200 Anträge die Grünen und so weiter und da wurde natürlich ja 400 insgesamt zum Vorschlag des Landesrat Deiner und das ist das Ergebnis, was hier diskutiert wurde und auch verabschiedet wurde und deshalb ist das nicht ein Vergehen oder die Schuld des Landesrates Deiner dass hier das nicht unbedingt so ich sage 100 Anträge von dir das weiß ich nicht auf jeden Fall es wurde hier diskutiert die Anträge wurden hier diskutiert und das ist das Ergebnis und daran wird halt weiter gearbeitet und weiter diskutiert und wir werden wiederum zu einem Ergebnis kommen und deshalb nicht Deiner ist schuld wenn das eine und das andere nicht unbedingt passt so viel möchte ich meinen Kollegen meinen finsten Kollegen Deiner in Schutz nehmen zu Wort gemeldet hat sich der Abgeordnete Roberto Cusiliere die Frauen brauchen nicht den Schutz nehmen die sind schon geschützt die machen keinen Fehler me di la grazie presidente vedo che anche lei è della stessa nostra opinione insomma una legge che è stata molto cambiata e modificata rispetto all'inizio no dove si diceva che il piano urbanistico comunale ehm doveva guidare lo sviluppo territoriale di un comune non era non Das war nicht mehr aktuell, so musste man sich in der ihrer Intereza verändern. Dann, nach dieser Situation, in der wir alle Zutaten waren, mit einer Rivoluzion, die Situation kam ein bisschen an sich, in dem nicht nur korrekten, aber diese ist die Realität. Ich wollte diesen breiten, nicht so lange, wie ich meine Kollegen, ist es zu zwei Dinge. Nell Artikel 2, wo es die Finalität gibt, ein Punkt B, das heißt, eine Planung der Territoriale und Funzionale für den sozialen, sozialen und sozialen, sozialen und sozialen und sozialen, sozialen und 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 sozialen. Dalla Provincia. Allora, siccome io vengo da Bolzano, sono stato tanti anni amministratore nella città di Bolzano, amo la mia città, cerco anche di portare in questa aula un sentimento della città di Bolzano e volevo capire all'interno di questa legge, all'interno delle modifiche che sono state fatte, gli emendamenti e quant'altro è stato detto, dove io trovo un aspetto che va ad agevolare un ragionamento molto importante che è della città stessa, che è di un terzo del suo territorio, che è quello della cosiddetta zona industriale, zona produttiva. Bene, io trovo un articolo 9 dove, e questo lo dicono gli industriali, non è che l'ha detto, non lo dicono, non lo dicono, sando ripeto, ma lo dicono le imprese, sono estremamente preoccupate di questo fino al 20% della volumetria che deve essere visto dal piano di attuazione rispetto al punto B o C. Il C è stato inserito successivamente dove c'è la giunta provinciale, dove la preoccupazione che è stata anche espressa nei confronti all'assessore dell'attività dell'economia era quella che ci potesse essere una situazione di sviluppo residenziale all'interno della zona industriale con tutti i problemi che ci sono, perché poi noi sappiamo c'è il problema della zonizzazione, nel momento in cui vanno gente a abitare, persone vanno a abitare nella zona industriale, è chiaro che poi individuano una qualità della vita differente rispetto a andare in via Montello. Ecco, questa situazione qua è una situazione su cui è da capire, da ricercare dove si vuole andare a parare, cioè lo sviluppo della città di Bolzano è individuata, faccio un esempio, del capoluogo dove abita esattamente un quarto della popolazione totale della provincia di Bolzano, dove io dico sempre da Ponte Resia a Ponte Palermo, abbiamo 80 mila abitanti, che vuol dire quasi tutta la Val Venosta, per cui con questo addensamento, con questa densità di abitazione in un territorio molto limitato, andiamo a individuare altri sviluppi residenziali dove? Nella zona produttiva, con problemi poi relativi proprio della qualità della vita. Ecco, questa situazione qua che dovrebbe essere svolta poi dal piano di sviluppo territoriale del comune, col piano di sviluppo comunale e via di conseguenza, parte già con un piede sbagliato perché dà una dimensione completamente diversa. Ho fatto questo piccolo esempio. Queste sono situazioni su cui, a mio modo di vedere, c'è poca attenzione nei confronti di un articolo 2.b che io mi ricordo quando eravamo in giunta con voi, era stato salutato come un elemento di grande pregio, di grande valore. Ecco, al di là di questa situazione che volevo appunto dare questa riflessione in questo senso, io sento da tutti i miei colleghi, essenzialmente, ma questo l'ho sempre anche vissuto io, all'interno di quest'aula, che si parla di una legge urbanistica di emendamenti che nella stessa relazione di minoranza del collega dello Sbarba viene più volte citato, fa parte di alcune lobby che si intersecano, che creano questa situazione. Allora io dico questo, qua lo si dice, lo si dichiara, ma io vorrei che venisse dichiarato in modo aperto dicendo che la legge urbanistica va anche incontro a situazioni e soluzioni di economia esistenti sul territorio. Cioè, se l'agricoltura e il turismo sono due elementi portanti dell'economia di questo territorio, diciamolo in modo molto chiaro, che si cerca anche di trovare una agevolazione in questo senso, perché questo continuo lavoro da parte degli uffici legali, delle associazioni di queste cose preditoriali, di questo sindacato, danno il senso di un qualcosa di confuso, di un qualcosa che non cresce e questo secondo me sta affossando questa legge urbanistica. In questo senso qua, io poi volevo un attimo intervenire sulla questione di genere. Io sono andato a leggermi i registri, che attualmente sono stati anche approvati dalla giunta provinciale, insomma, mi sembra che i registri cominciano a riempirsi di tutti i generi, per cui quell'emendamento che era passato in commissione, che qui ce lo troviamo, che adesso si cerca di sanare, non ha senso, perché quello che ho sentito da un collega dicendo ma non ci sono abbastanza genere femminile, non è vero. C'è già attualmente in questi registri, per cui dal mio punto di vista si può veramente intervenire in modo positivo per portare, diciamo, a sanare una situazione incresciosa che era nata a suo tempo. Ultima cosa del mio intervento è quello relativo essenzialmente a ciò che sta avvenendo nelle ripartizioni o negli uffici comunali dei vari comuni. Secondo me c'è un po' di confusione, non c'è ancora una ben precisa indicazione da parte, non so se da parte della provincia o da parte di chi deve raccogliere questo tipo di nuova organizzazione comunale. Io ad esempio mi sono letto il DUP del documento unico di programmazione del comune di Bolzano e nell'ambito delle azioni da tradurre in obiettivi gestionali. Il DUP rispetto alla provincia, qui ci sono delle descrizioni, è molto più facile ragionare quando c'è il bilancio di previsione nell'ambito comunale rispetto al bilancio di previsione provinciale, perché esistono diverse descrizioni che io non riesco mai a trovare nell'ambito provinciale. Comunque qui parla di deliberare la definizione del confino di aria insediabile entro il 2023. Redazione al programma di sviluppo comunale territorio e paesaggio entro il 2024. Avviare la redazione del nuovo piano comunale territorio e paesaggio e essenziai da legge urbanistica provinciale entro il 2025. Qua dei dati entro il mandato del comune di Bolzano deve essere realizzato. A parte che si parla del 2022. Mi pare che qui c'è grande confusione. Noi l'abbiamo fatto notare a chi di dovere come partito democratico all'interno del comune. Però mi pare che ci sia grande confusione. Chi ha redatto questo? Non l'ha redatto il politico. L'ha redatto il funzionario. L'ha redatto probabilmente il direttore di ripartizione. Per cui approvare il programma di sviluppo comunale, redazione, approvazione e redazione, adozione e approvazione sono tre passaggi che sono previsti dove l'approvazione è l'ultimo che è del Consiglio comunale. Questo voglio dire a me. Io ho portato un esempio concreto, non un piccolo comune, ma del comune capoluogo di cui dovrebbe dare un certo tipo di esempio. Insomma, c'è questo tipo di confusione. Io lo porto qua come esempio tanto per far capire all'assessore e a tutti i suoi uffici come bisogna andare avanti. Ci sono queste deroghe che vengono portate però, per colpa del coronavirus, per colpa di questa pandemia maledetta, però voglio dire c'è questa situazione da ulteriormente delucidare, una delucidazione migliore nei rapporti tra provincia e amministratori, ma soprattutto funzionari dei vari comuni. Grazie. Grazie Presidente. Ho l'intenzione di fare di tutto tranne che polemica con il collega Repetto che mi ha preceduto. Però, il collega Repetto invece ci offre un assist particolarmente ghiotto, nel senso che fa riferimento alla legge nella sua versione originaria, diciamo così, si fa per dire, quella del 2018, su cui si innesta la presente, dove all'articolo 1 la legge ricorda che persegue la finalità di garantire una pianificazione territoriale funzionale allo sviluppo sociale ed economico sostenibile del territorio urbano e rurale, proprio con particolare considerazione delle esigenze del capoluogo della provincia. Va ricordato che il 10 luglio 2018, quando questa legge sostanzialmente ha avuto il sigillo, c'era un'altra amministrazione, lo ha ricordato per onestà intellettuale anche il collega Repetto, e c'era un altro assessore di lingua italiana, che era Cristian Tommasini. Grandi aspettative, verissimo, si sono riposte in questa norma perché potesse essere, come dire, un grimaldello per mettere in moto processi virtuosi nel capoluogo altoattesino, ma è rimasto uno slogan elettorale, fu uno slogan elettorale per il Partito Democratico questo inciso nel 2018 ed è rimasto uno slogan non elettorale nella legge oggi che c'era la possibilità di dare corpo a questa aspettativa. Quindi io francamente faccio difficoltà a vedere un grande cambio di direzione di rotta fra la precedente amministrazione, la precedente rappresentanza anche del gruppo linguistico italiano e la attuale, eppure dei cambiamenti ci sono stati. Questo ad onore della cronaca e del vero. Tutto voglio anche, tranne che fare un ragionamento sui singoli articoli, quindi mi limiterò semplicemente a delle valutazioni di cornice che però affondano le proprie radici nel lontano passato e qualcuno lo ha voluto ricordare. Il collega Knolles è rifatto anche esplicitamente all'impianto originario della visione del sviluppo urbanistico sul territorio da parte dell'allora vicepresidente Alphonse Benedicter. La legge Benedicter costituisce ancora oggi un punto di riferimento storico per quello che si intendeva a suo tempo il concetto di conservazione del territorio e quello che sottintendeva il concetto di conservazione del territorio. Sottintendeva controllo dello sviluppo sul territorio, ovviamente allora con una visione più che verso l'ambiente, verso la cultura, verso come dire l'espressione pigioneuina di questa nostra provincia, verso la conservazione di carattere etnica e identitaria del territorio. Questo fu il segno lasciato da Alphonse Benedicter sulle prime, come dire, basi di calcestruzzo, su cui si è costruita e fondata una politica per generazioni, per comunque sicuramente lustri in provincia di Bolzano. Poi tutto questo è diventato ingessato e forse ingessava eccessivamente lo sviluppo del territorio. Io, presidente, mi colloco fra coloro che si ritiene, ma in tante espressioni della nostra vita sociale, uno proiettato al futuro e perché non c'è solidità del nostro presente se non guardiamo al futuro. Quindi sviluppo significa opportunità. E quindi sono, presidente, dall'altra parte della barricata rispetto a coloro che ritengono come ogni ambito di sviluppo e di opportunità data al territorio sia un ambito pericoloso. Non è vero. Più turismo, gestito meglio, interventi mirati, capaci di aumentare le potenzialità e la competitività del nostro territorio. Un buon intervento è un buon obiettivo, così come ogni altro intervento che riguarda la possibilità di far crescere le opportunità abitative è un buon obiettivo. A proposito di questo, io una parentesi la apro, presidente, a proposito di quello che doveva essere e dovrebbe essere ancora oggi l'obiettivo di rispondere alle esigenze del territorio. Sul comune di Bolzano significherebbe dare più case. Ecco, il fallimento che ha molti evocato nel corso di questo dibattito è anche in un dato banale, elementare, che può individuare anche il cittadino qualunque che di urbanistica non si occupa affatto, ma che passeggiando, il pensionato che invece di andare a guardare il cantiere si ferma davanti ad un'agenzia immobiliare e guarda i prezzi del mattone dell'alloggio a Bolzano e magari fa un salto anche presso quell'agenzia che si occupa di affitti. L'affitto, il costo del mattone del nuovo in Alto Adige è totalmente, in Alto Adige in senso generale, nel comune di Bolzano in particolare è totalmente sproporzionato. Una buona crescita armonica sul territorio, evidentemente dovrebbe riuscire a soddisfare le esigenze del territorio. Certo, garantire uno sviluppo, quindi non bisogna avere paura del nuovo, ma ovviamente guardando anche ai bisogni del territorio. Si sono fatte scelte che sono un mix fra la conservazione di benedicteriana memoria e invece le nuove logiche del business e delle opportunità di business e quindi evidentemente la costruzione con il pontagocce di nuove soluzioni immobiliari e lasciare sempre quel margine di incapacità da parte del sistema e della rete sociale di far fronte alle richieste di alloggi, quindi riversando queste richieste di alloggi sul mercato privato dove evidentemente per acquistare un alloggio bisogna indebitarsi fino al collo. Tutto ciò ha un riflesso anche evidentemente sulla stabilità sociale del nostro territorio perché figli che non possono uscire di casa per andare ad acquistarsi un appartamento sono figli che o si negano il diritto di avere una famiglia oppure mantengono la famiglia all'interno delle mura domestiche della famiglia d'origine e questo non è logico e non è all'altezza soprattutto della fama del nostro territorio. Quindi si è passati, Presidente, da una visione, da una situazione estremamente ingessata di sviluppo del territorio ad una situazione più elastica e quindi io mi colloco fra coloro che non hanno paura di maggiore elasticità, maggiore flessibilità, maggiore aderenza ai bisogni del territorio, ma non come strumento di agibilità della norma, ma come strumento molto spesso di soddisfacimento dei bisogni di, se detto lobby qualcuno contesta il termine lobby, diciamo così, categorie, ma talvolta possiamo anche leggere nelle norme, attraverso la chiara indicazione di principi o vincoli che sono effettivamente riconducibili a situazioni reali, interessi del tutto molto particolari. E allora una legislazione che ha superato probabilmente la rigidità del passato, ma che invece di essere si trasformata in legislazione snella e diventata legislazione al servizio di quelli che bussano alle porte dei potenti, non è una buona legislazione. La legislazione ad hoc non è mai una buona legislazione, noi ci siamo abituati ormai ad avere legislazioni ad hoc, ma non dobbiamo smettere di indignarci di fronte alla legislazione ad hoc. E talvolta viene non solo il soffetto, talvolta anche qualche certezza del fatto che certe norme in questo senso siano orientate. E allora io mi domando, Presidente, che tipo di modello culturale e politico ci sia oggi in Alto Adige. Benedicto ha lasciato un'eredità pesante, che non ha saputo essere raccolta per il positivo che portava con sé dalle generazioni politiche successive, anche la sua stessa classe politica che è figlia della visione di Benedicto. E oggi viviamo delle contraddizioni frenetiche e schizofreniche invece del bisogno di rincorrere i bisogni particolari. Questo credo, Presidente, che sia l'elemento fondamentale sul quale si svolge la critica attorno a questa norma, in forme e in modo diverso. Diversi colleghi lo hanno ricordato e richiamato questo tema. Io credo che una seria analisi di sviluppo della legislazione più che di sviluppo del territorio debba essere fatta e anche del modo in cui si ritiene di legiferare. Il richiamo che è stato fatto dal collega dello Sbarba ieri all'Aula è un richiamo che va riconosciuto avere un fortissimo fondamento. Era un richiamo squisitamente formale. Se dobbiamo, questo consiglio deve affrontare una materia tanto complessa come quella dell'urbanistica, che senso ha, parlo di sera o di notte, perché non garantirgli la dignità di un dibattito serio in aula nel corso della giornata. Nemmeno questo è stato garantito. Si ritiene forse, anzi, con una certa lucida follia che proprio con il carare delle ombre e della tenebre sia opportuno fare passare certe lenti. Io credo che, come dire, la situazione esterna fuori da questo palazzo, con le tenebre che si stanno incominciando a svolgere sulla città e sul palazzo stesso, accompagni in un certo qual modo, in modo simbolico, la discussione su questa, così come su altre leggi. Non è la prima volta che finiamo a discutere di giorno di bagatelle, non solo bagatelle, e di notte invece a mettere il sigillo su riforme su cui erano riposte tante aspettative e che però si sono rivelate poi poco foriere di progressi. Io rendo merito a coloro precedente che a questa complessa vicenda che si dipana ormai da molti anni hanno dedicato anima e corpo, di qualcuno ho fatto anche il nome, perché rendo merito perché questo è un tema sul quale sarebbe realmente opportuno e necessario che la provincia si aprisse in un dibattito non necessariamente partecipato, ma intellettualmente onesto. Non è così. Le norme sono, se non dico blindate, sono già frutto di accordi e di sintesi fatte in una sede non necessariamente politica, ma di incontro tra gli interessi e il legislatore e quindi credo che di margini ce ne siano molto pochi. Una piccolissima battuta la dedico al tema delle pari opportunità. Presidente, non mi stancherò mai di ripetere che le pari opportunità sono le pari opportunità. Le riserve indiane non rendono merito agli indiani, così come le quote, la politica delle quote ha dimostrato di essere una politica che ancora una volta ingessa. A questa terra piace molto ingessarsi. Io mi permetto sempre di ricordarlo con un po' di bezzo e anche convinto di potermelo permettere rispetto a tanti altri. Nessuno può dire e rimproverare a Fratelli d'Italia di non essere all'altezza del dibattito sulle pari opportunità, perché è l'unico partito nazionale che ha una presidente donna, che rifiuta le quote perché crede che alle donne spetti solamente quello che loro si meritano. Il nostro dovere è quello di rimuovere ogni forma di difficoltà nella possibilità di accesso, ma non creare la condizione di privilegio in virtù solo ed esclusivamente della propria appartenenza. Che sia di genere, noi riterremmo anche che fosse di gruppo linguistico piuttosto che, ahimè, di appartenenza politica. E su questi principi, Presidente, che rendono onore alle donne, noi siamo fermissimi. E quindi catalogarle come oggetti che debbono avere la loro quota di rappresentanza e quanto di più oscuro possa esserci nei confronti della dignità e del ruolo fondamentale che la donna e le donne devono avere nei nostri organismi rappresentativi. De rispetto a questa legge, Presidente, così come è formata e soprattutto lo sottolineo, lo sottolineo, lo sottolineo, per l'aspettativa tradita rispetto a quello che giustamente ci ha richiamato il collega Repetto, l'obiettivo strategico di essere una norma che doveva essere funzionale a garantire la ripartenza di Bolzano. Non c'è stata una norma, nel 2018 si è fermato solo lo slogan elettorale Tommasini, senza voler adesso parlare degli assenti e mi scuso di questo, diciamo così, il Partito Democratico. Quindi il Partito Democratico ha usato questo come slogan allora. Ecco, non vorrei che rimanesse tutto questo uno slogan anche per l'intera legislatura in corso. Cambiati gli attori, non è cambiata la musica. Grazie, Presidente. Vielen Dank. Zu Wort gemeldet hat sich Abgeordneter Tauber. Bitte. Ja, danke, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, bringe ich auch einen Spruch. Also mit Mut, mit Mut, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit Mut fangen schöne Geschichten an. Ein neuer Auftrag, ein neues Gesetz, eine neue unternehmerische Herausforderung. Ich denke, jeder versucht, diese Dinge mit Mut anzugehen. Dann kommt die Realität. Und sind wir uns ehrlich, wenn wir meinen, dass ein so wichtiges Gesetz, also die Champions League in Südtirol, das alles mit beeinflusst, so ganz einfach über die Bühne geht, dann glaube ich, sind wir hier alle irgendwo falsch am Platz. Vor über 23 Jahren werden die auch nicht das Gesetz auf den Tisch gelegt haben. Und es ist über die Bühne gegangen, ohne Abänderungsanträge, ohne Diskussionen, ohne Impulse von zig verschiedenen Menschen. Hier haben jetzt verschiedenste Leute massiv mitgearbeitet. Jeder hat versucht, seine Beiträge zu leisten. Und ich bin persönlich überzeugt, auch wenn unsere Landesrätin sagt, jetzt passt es für die nächste Zeit mal sicherlich nicht mehr an, bin ich überzeugt, dass auch dieses Gesetz immer wieder Anpassungen braucht. Wer von uns hätte gedacht vor acht Monaten, dass wir irgendwann nur noch Online-Meetings machen, dass wir uns so schnell verändern, wie es zurzeit ist. Permanent in diesem Land müssen wir uns anpassen und permanent wird es auch so sein, dass es immer wieder neue Herausforderungen gibt. Dasselbe gilt natürlich für die Gesetzgebung. Dasselbe gilt es für das tägliche Leben, für die gesetzlichen Normen, die wir reinzuhalten haben. Wir sehen ja, dass auch unsere Landesregierung permanent fast tagtäglich agieren muss. Ich möchte jetzt einfach nochmal spezifisch ein bisschen auf den Tourismus eingehen. Vor allem, lieber Kollege Zelos Barber, ich habe einfach nicht Verständnis, dass man da immer drauf hat. In einer Zeit, wo wir jetzt im März schon den ganzen Sektor zum Erlegen gebracht haben und jetzt wieder erneut das gleiche Problem ist, über 30.000 Leute nicht wissen, ob sie morgen eine Arbeit haben oder schon noch arbeiten können, wo wir jeden Tag warten müssen, ob jetzt Rom sagt, wir dürfen die Lifte aufsperren oder nicht und uns Europa sagt, ihr müsst die Hütten zulassen. In dieser Zeit dann nochmal drauf zu halten. Wenn du ganz genau weißt, dass über 28.000 Genehmigte Betten nicht mal 10% gebaut worden sind in den letzten zehn Jahren, dann kann man nicht immer nur draufschlagen. Das muss ich schon sagen. Auch wir selber, jeder Einzelne versucht sich permanent weiterzuentwickeln. Wir arbeiten heute mit Tablet und mit Computer und nicht mehr mit der Kreide und mit dem schwarzen Brett, aber versuchen uns weiterzuentwickeln. Und der Tourismus muss das auch tun. Jedes Unternehmen muss das tun. Jeder Privater tut das, die Schulen tun das, das Land tut das und natürlich auch der Tourismus. Die Masse hat sich im Bestand weiterentwickelt. Also wenn wir dann sehen werden, wie viel wir Betten aktuell haben, bin ich überzeugt, dass wir nicht so viele Betten mehr haben, wie er das immer meint. Wir haben tausende von Betten, die heute leer stehen. Wir werden nach dieser Rezession, werden wir tausende von Betrieben haben, die zusperren wollen, wenn sie es können. Also da immer drauf, aufhauen, verstehe ich einfach nicht. Ich denke, dass gerade dieser Sektor in den letzten 10, 15 Jahren versucht hat, sehr stark in die Regionalität, in die Nachhaltigkeit sich zu integrieren, dort neue Schritte zu setzen, versuchen sich zu verbessern, zu optimieren und das Beste für den Betrieb, für seine Mitarbeiter und auch für das Territorium rauszuholen. Das wollte ich einfach hier noch gesagt haben. Dankeschön. Vielen Dank, Abgeordneter Locher. Danke, Herr Präsident. Also eine Frage, dürfen wir hier die Maske abnehmen mit Rehen oder müssen wir die nicht? Eigentlich nicht, dann tausche ich ab, weil ich noch eine hier habe, was ein bisschen einfacher ist. Also ich muss sagen, ich habe es förmlich, köstlich genossen, hier zuzuhorchen. Jetzt am Nachmittag und immer, wenn es um Raum ohne geht, dann wissen alle über alles Bescheid und wissen auch, wie es läuft und was sein soll und wie es weitergehen soll. Also ich möchte hier, erstens, Kollege Knoll, zum Glück muss nicht ich immer was sagen über die Quoten. Ich habe nichts gegen Frauen und nichts gegen Männer, aber vor allem diese Quoten, die sind nicht ganz einfach zu handhaben. Das ist das große Problem. Sie haben da völlig recht. Und was ich auch dazu sagen möchte, wie viele waren heuer anlässlich der Gemeinderatswahlen Plätze im Vorfeld frei auf den Kandidatenlisten, Plätze frei, wo genügend Männer und Frauen Platz gehabt hätten. Und ich habe einen riesen Respekt vor der Gemeinde, vor dem Gemeinderat. Das ist das demokratische Gremium vor Ort. Das weiß Bescheid über alles. Das kennt sich eben aus. Und das ist die direkte Demokratie in den Gebieten, in den Gemeinden draußen. Und hier, glaube ich, wäre es nichts Schöneres und nichts Erfreulicheres, wenn sich wirklich Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stellen wollen, um für dieses Gremium auch zu arbeiten. Und ich glaube, es waren vier Gemeinden in Südtirol, wenn ich mich so richtig erinnere, wo im Grunde genommen genau gleich viel Kandidaten waren als Gemeinderatskandidaten, die dann gewählt wurden. Das heißt, es war eigentlich keine Auswahl. Es musste nur diese Wahl durchgeführt werden, damit im Grunde genommen dieser Gemeinderat zusammengesetzt wurde. Aber nicht weiteres mit dem möchte ich es jetzt auch belasten. Ich gebe auch hier Kollege Repetto ein bisschen recht. Er hat es sehr gut gemeint. Und ich glaube, das ist eben der Unterschied von den 116 Gemeinden. Hier in Bozen wohnen insgesamt ein Fünftel von der gesamten Bevölkerung Südtirols, die 100.000 Einwohner. Und ich glaube, man kann diese Gemeinden nicht mit denen vergleichen, die dann in sehr entlegenen Gebieten waren, sind wie zum Beispiel ein Brennerist, wie es Brettauist oder verschiedene andere Gemeinden sein. Hier in diesen entlegenen Gemeinden haben wir eine absolute Abwanderung. Hier müssen wir irgendwas schaffen. Das heißt, Arbeitsplätze schaffen. Wir müssen Wohnraum schaffen und vor allem Lebensraum schaffen, dass die Menschen dort wohnen können. Und ich glaube schon, ich möchte hier schon der Landesrätin ein bisschen ein Kompliment machen, dass sie auch den Mut hat, immer wieder Anpassungen zu machen. Landesrätin, das machen sie auch gut. Ich glaube, man soll nicht nur kritisieren. Sie haben auch den Mut, irgendwas zu unternehmen und sagen, okay, wir könnten noch Anpassungen machen. Wir könnten Verbesserungen machen. Wir könnten noch was ändern. Wir müssen auf die Bedürfnisse eingehen. Und ich glaube, das ist richtig so. Der Blick nach vorne, so wie es der Kollege Tauber gesagt hat. Der Blick nach vorne, der Blick in die richtige Richtung. Und ich glaube, das ist, wenn wir jetzt uns selber hier auf einem Platz stehen bleiben würden und nicht mehr weitergehen würden, dann würden wir halt stehen bleiben, wo wir stehen. Und ich glaube, der Kollege Tauber hat es ja gut gesagt. Es ist ein Rahmenwurzgesetz von 1997. Das heißt, dieses Gesetz war jetzt 23 Jahre, wurde mit diesem Gesetz gearbeitet. Das war das eigentlich zur Zeit vom Kofler-Durrenweiler, die das damals geändert haben. Und das war richtig so, dass man zur damaligen Zeit auch einen Schritt weiter gemacht hat. Ich weiß nicht, wie viele sich noch erinnern können. In den 80er Jahren das Benediktergesetz, das viel gelobte, war auch nicht schlecht. Aber wenn die Bauern damals, wenn einer einen Ladewagen oder sowas gekauft hat und wollte einen Weg bauen, das war mit einem Packer nicht möglich. Und wenn jemand mit einem Pickel und Schaufel ein bisschen eine Verbreiterung gemacht hat, ohne Genehmigung, ohne Genehmigung, da war er in der Strafe. Das ist ein landschaftlicher Eingriff. Wie wird die Kolleginnen und Kollegen hier im Südtiroler Landtag? Und dann sagt man hier, das war lobenswert. Ja, das war sehr lobenswert, wenn ich nicht mehr arbeiten darf. Und was mache ich dann für einen Eingriff in der Natur und in der Kulturlandschaft, wenn ich mit dem Bergeißen, mit dem Pickel und mit der Schaufel was mache? Ja, ja, das ist ein landschaftlicher Eingriff. Okay, gebe ich Ihnen recht. Kann auch so sein. Aber irgendwo sind auch Grenzen gesetzt, auch in demokratischen Vorgehen. Was ist denn erlaubt und was ist nicht erlaubt? Also hier möchte ich schon einmal das auch klarstellen. Ist das noch möglich oder ist das nicht möglich oder dürfen wir das nicht? Oder darf eine gewisse Bevölkerungsschicht alles machen, dürfen die anderen nichts machen? Das ist manchmal ein bisschen das Problem. Und dass wir hier heute auch einen Lebensraum und einen Raum schaffen, dass auch gewisse andere Bereiche arbeiten können, das wird wohl nicht zu viel verlangt sein. Das ist wohl möglich sein. Ich glaube, es sind einige gute Ansätze, Frau Landesrätin, wie Sie das erwähnt haben, dass hier auch mit Rom einige Verhandlungen inzwischen zu einer Verbesserung geführt haben. Das ist auch richtig so, dass man sagt, okay, das übernehmen wir jetzt, wo eigentlich keine Gefahr mehr hinausläuft, dass dies von Rom dann angefochten wird oder zurückgenommen oder praktisch dann eben revidiert wird. Und ich glaube, es ist richtig, dass wir jetzt übernehmen. Ich möchte vielleicht auf ein paar Punkte eingehen und was ich auch sehr gut vor allem in meiner Tätigkeit als damaliger Gemeindeverwalter sehr gut gefunden habe. Damals diese Raumordnungsvereinbarungen, das war sicherlich ein sehr, sehr wertvolles Plus. Denn dies war auch die Möglichkeit, dass man draußen vor allem mit den privaten Verhandlungen führen konnte. Sonst wäre es immer diese Enteignung, die immer zu einem Problem geführt hat, diese Enteignung, wo man gesagt hat, okay, wir dürfen jetzt wegnehmen. Wir dürfen halt einfach nicht eine Enteignung durchführen. Das ist halt immer das, dass man einen was wegnimmt. Das ist auch nicht der richtige Weg. Und diese Raumordnungsvereinbarung, das war eine super Lösung. Eine super Lösung. Wenn jemand das noch abstreitet, dann ist so einer eigentlich, von mir aus gesehen, fehlt ein bisschen die demokratische Einstellung. Das war eine Verhandlungsbasis zwischen öffentlicher Hand und einem privaten. Das war eine super Lösung. Sonst wurden meistens die Enteignungen gemacht, die im Vorfeld zu einer urbanistischen Veränderung oder Paula-Planet mäßig ein Veränderung geführt haben. Das heißt, meistens war dann eine Paula-Planet nur vorausgegangen. Und das war dann eigentlich im Grunde genommen immer diese Enteignung, was eigentlich nicht die Lösung gewesen wäre. Ich sehe ja auch den Punkt 24 zum Beispiel als sehr gute Lösung. Die Mischgebiete, das war immer das Problem. Die Mischgebiete haben einen riesen Vorteil, weil ich im Mischgebiet zum Beispiel, wenn ich einen Raum habe, eine Friseurtätigkeit oder Friseurin machen kann. Das heißt, ich kann im Wohnraum, im Mischgebiet so kleinere Tätigkeiten machen. Und das war immer das Problem. Was machen wir mit diesen kleinen gewerblichen Tätigkeiten? Sollen die in die Handwerkerzone gehen? Sollen sie sich erst ankaufen oder erst anmieten? Oder können sie dort, wo Wohnraum ist, wenn sie keine Arbeit haben, was den Nachbarn oder so etwas stört, dass ich diese Tätigkeit auch machen kann? Das ist sehr sinnvoll, wenn ich in den Mischgebieten auch diese kleineren Tätigkeiten verrichten kann. Ich finde das vor allem sehr, sehr positiv. Und ich sehe auch hier im Artikel 34, so wie es der Kollege Dauber gesagt hat, also ein bisschen ein Tourismuskonzept tut der ganzen Sache gut. Und ich bin absolut nicht gegen den Tourismus. Und ich bin absolut gegen einen Bettenstopp. Denn ich glaube, es gibt Gemeinden, wo durchaus noch die Möglichkeit ist, einen gewissen Bettenstopp, Kollege Dauber, eine Bettenentwicklung, wenn ich so sagen darf. Weil in vielen, in den meisten Gemeinden, ich kenne die Zahlen nicht, haben wir nicht eine positive Entwicklung bei den Betten, sondern eine negative Entwicklung. Das heißt, dass weniger Betten werden. Und das ist nicht der Sinn. Wir wollen auch in den entlegenen Gebieten, dass hier eigentlich auch die betroffene Bevölkerung die Möglichkeit hat, Arbeitsplätze vor Ort zu haben. Arbeitsplätze vor Ort, das möchte ich jetzt ganz gezielt sagen. Nicht nur hier kommen die Touristen und die stören dann was. Arbeitsplätze vor Ort, Arbeitsbeschäftigungsmöglichkeiten. Und ich glaube, es ist halt dann so einfach auch etwas zur Entwicklung dazugehört und dass wir dann eigentlich nicht stehen bleiben. Ich werde es nicht allzu lang machen, aber vor allem im Artikel 40, die Parkplätze. Das ist ganz wichtig. Das heißt, dass ich im Grunde genommen Parkplätze errichten kann. Das wissen wir ja. Wir haben nicht nur Familien, wo ein Auto ist oder ein Fahrzeug ist. Es gibt heute Familien, wo die Frau ein Auto hat, wo der Mann ein Auto hat, wo die Kinder ein Auto haben, wo Fahrräder sind, Elektrofahrräder sind, wo irgendwas untergebracht werden muss. Und ich mir ist es zehnmal lieber, als diese, ganz gleich, ob es Fahrzeuge sind, wenn diese nicht vor dem Haus stehen. Das heißt, dass das Landschaftsbild und das Bild ums Haus ganz anders geordnet ist, wenn diese Fahrzeuge oder vor allem diese Räder oder alles, was dazu gebraucht ist, meistens ist schon so ein kleiner Anhänger auch noch dabei, dass diese in eine Garage oder sonst irgendwo untergebracht sind. Das schaut für das Bild, für das äußerliche Bild einfach viel, viel schöner aus und viel besser aus, wenn wir auch von Schönheit und von Pflege reden. Artikel 74 sehe ich auch ganz gut. Diese C-MIT, das ist eigentlich immer eine Entbürokratisierung. Diese C-MIT, das ist eine Sorge der Entwicklung. Wir werden es in der C-MIT positiv. Und die Variante im Zuge der Bauphase, also das ist sicherlich enorm wichtig, diese Variante in der Bauphase. Sie müssen sich vorstellen, wenn ich ja im Gelände, in einem Hang oder das kann auch in der Stadt sein, wo ich ein Gebäude in der Untererde oder sagen, das kann man nicht Untererde, zum Beispiel in einen Ausfuhr machen muss, der gefährlich ist oder wo ich das nicht voraussagen kann, die ökologischen Gegebenheiten nicht voraussehen kann, dann ist mancher Bauherr gezwungen, eine Variante einzureichen. Und was soll ich dann das Projekt zurückziehen und einen neuen Bau beginnen? Normalerweise in diesem Raummordsgesetz, das heißt, es ist vom Staat vorgesehen, dass ich keine Variante machen kann, dann wäre ich gezwungen, während der Bauphase das Projekt zurückzuziehen und ein neues Projekt einzureichen. Das ist in der Sache. Da mache ich eine kleine Variante. Ich brauche nicht eine äußerliche Variante machen oder zumindest von der Kuba durch her eine Variante machen, die eben angepasst werden soll. Und ich glaube, das ist ganz eine richtige Entscheidung. Was ich noch dazu sagen möchte, sonst möchte ich hier niemanden erwähnen, aber Kollege Staffler, ich möchte schon sagen, Sie waren genug, lange genug im Amt für Zivilschutz. Und mir kam vor, Sie haben heute gesagt, es ist ein Bürokratieabbau, ist da nichts drinnen. Und wie ich Sie sehr kennen und schätzen gelernt habe, muss ich sagen, ich habe immer einen riesen Respekt gehabt vor Ihnen. Also damals die ganze Wildbachverbauung oder alles, was die öffentliche Hand damals eine Verbesserung gemacht hat, die Bachläufe, verschiedene andere Sachen. Und da ging es immer um sehr gravierende Eingriffe, wo meistens oder im Zuge normalerweise die Gemeinde kein Anrecht hatten, ein Projekt zu bekommen und meistens auch das Projekt nicht bekommen haben. Das heißt, dass es hier um ganz große Eingriffe gehören ist, wo eigentlich kein Projekt und nichts anderes vorgelegen ist. Und dann sagen Sie, okay, ich weiß ja, Sie haben, glaube ich, einen Antrag eingebracht, die Bagatelle zu streichen. Da müssen Sie sich vorstellen, wenn Sie sagen, okay, das ist wieder ein Projekt, wo es wieder Bürokratieaufbau ist, sehe ich es ganz anders. Hier gibt es einen sehr wesentlichen Bürokratieabbau. Aber ich möchte dazu sagen, dass Sie dann die Streichung irgendwo, glaube ich, habe das einmal in einem Beschluss gelesen, diese Bagatelle abzuschaffen. Da müssen Sie sich vorstellen, wenn ich hier ganz gleich, ob ich eine Handmarkerzone mache und einen Aushub und auch nur im kleinen Ausmaß. Da möchte ich für zwei oder eine LKW-Ablagerung ein Projekt einreichen, das dann im Grunde genommen in die Gemeinde geht. Hier braucht es die Genehmigung, dann braucht es die Forschung von der Forschung Energiegenehmigung. Das heißt, ich muss die ganze Prozedur durchgehen. Hier müssen wahrscheinlich dann sechs oder sieben Leute vorbeikommen, zu schauen, ob das in Ordnung ist im Zuge von einem Lokalagungsschein. Kann sein, muss nicht sein. Aber zumindest bis ich dann zu einer landschaftlichen Genehmigung komme, da muss ich sehr, sehr weit gehen. Das ist ganz klar. Und dann sagen Sie, okay, auf der anderen Seite der Variante, aber das ist ein Bürokratieaufbau. Also hier kann ich Ihnen absolut nicht recht geben. Und das muss auch legitim sein und das muss auch in diesem Haus Platz haben, dass man sowas eben sagt. Und ich glaube, dass wir hier sicherlich, Frau Landesrätin, ich versuche es hier, dass wir nicht heute jetzt da stehen bleiben bei diesem Gesetz, dass wenn wieder Verbesserungen dazukommen, wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Ich glaube, das müssen wir auch ein bisschen berücksichtigen. Wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Und dass man dann Anpassungen macht, also das gehört auch zur Demokratie dazu. Absolut zur Demokratie. Und ich glaube schon, dass wir heute sehr froh sein können, dass wir wieder einen Schritt weiter kommen. Das ist eine Verbesserung. Immer wenn wir für Südtirol kämpfen können und für die südtiroler Autonomie und hier auch im Bauwesen eigenständig sind, das bringt uns sehr viel und das bringt uns auch in einer gewissen Hinsicht weiter. Und ich glaube, selber entscheiden, ich habe jetzt zwar keinen Spruch, aber das Präsident, das muss ich nicht verpflichtet, dass man da einen Spruch oder sowas noch dazu gibt. Mit dem möchte ich es wirklich belassen. Dankeschön. Kollege Locher, durchaus nicht verpflichtend, mit einem Spruch abzuschließen. Zu Wort gemeldet hat sich Andreas Leitereber. Bitte sehr. Danke, Herr Präsident, geschätzte Landesrätin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ich wollte eigentlich ein Recht, eigentlich auf die Artikel eingehen und dort meinen Unmut über die ein oder andere Passage äußern. Aber Kollege Locher schafft es immer wieder, mich zusätzlich zu motivieren, um auch noch einen anderen Aspekt in diese Thematik einzubringen. Aber ich möchte damit beginnen, indem ich versuche, kurz zu erklären, warum hier jedes Mal, wenn es um das Raumordnungsgesetz geht, relativ heiße Debatten geführt werden. Warum es auch den Mitgliedern, den Kolleginnen und Kollegen hier im Landtag und vor allem auch den Kollegen der Opposition so wichtig ist, dieses Gesetz. Und warum wir uns wirklich hier, ich glaube, doch mehr beschäftigen als mit vielen anderen Gesetzen. Weil ich die Annahme vertrete, dass es den meisten Mitgliedern dieses Hauses doch wichtig ist, was mit der Landschaft unseres Landes geschieht, wie die Zukunft unseres Landes aussieht. Denn Landschaft prägt die Menschen. Wir Menschen prägen die Landschaft. Und auch die Bevölkerung hat eine besondere Verbundenheit zu unserer Landschaft. Und ich gehe jetzt nicht nur auf die Naturlandschaft, sondern vor allem auf unsere Baulichkeiten, wenn wir an die Zersiedelung denken. Und ich war sehr froh, als ich mit Einzug in diesen Landtag, dass ich in die zweite Gesetzgebungskommission gekommen bin und dort mitarbeiten kann, weil auch mich dieses Thema sehr beschäftigt. Und ich halte es für eines der zentralsten Gesetze, das Landesgesetz zu Raum und Landschaft, wie wir unseren Lebensraum hinterlassen und morgen auch gestalten. Wir wissen, dass wir in Südtirol keine Bodenschätze an sich haben. Aber ich glaube, dass es doch von den allermeisten so gesehen wird, dass unsere Kultur- und Naturlandschaft unser größter Schatz und unser Erbe ist, was auch unseren Tourismus befeuert und auch stützt. Und das ursprüngliche Gesetz, ich war da immer ein Verteidiger, Landesrätin, das wissen Sie, denn ich habe immer gesagt, das ursprüngliche Gesetz schafft es oder hätte es meiner Meinung nach schaffen können, einen Ausgleich zu finden zwischen dem Schutz, der notwendig ist, und zwischen der Anpassung an die Bedürfnisse der heutigen Zeit, sowohl was das leistbare Wohnen anbelangt, was noch in einem separaten Kapitel aufgemacht werden muss, aber natürlich hier seinen Ursprung hat in diesem Gesetz auch, den Erfordernissen der Wirtschaft und eben dem Schutz unserer Kulturlandschaft. Und es wurde heute mehrmals Benedikter zitiert, das alte Benediktergesetz, das vor allem auf den Schutz von Flächen, von Grund und Boden ausgelegt war. Das stimmt. Und wir sind davon in den letzten drei, vier Jahrzehnten, haben wir uns ziemlich davon entfernt. Und das ist auch ganz klar erkennbar, wenn wir uns Fotografien aus den 70er, 80ern anschauen, unsere Dörfer und den heutigen. Aber noch etwas haben wir völlig vergessen, was zwar nicht ins Raumordnungsgesetz selber drinnen steht oder auch nicht festgehalten werden kann, aber was direkt damit zusammenhängt, und das ist die Baukultur. Ich darf daran erinnern, dass es in Südtirol in der Nachkriegszeit gar einige gegeben hat, die den Versuch gestartet haben, auch die Baukultur. Und auch das prägt unsere Menschen. Warum ist der Oberfinchgau und warum sind die Dörfer im Oberfinchgau so typisch? Das ist die dortige Baukultur auch, die sich entwickelt hat. Dasselbe gilt für das Ultental oder auch ein paar Höfe im Bustertal oder halt die Einhöfe im Bustertal und so weiter. Oder auch, wenn wir an die Kellerdörfer im Überrecht denken. Das ist die Baukultur. Und hier hat es Versuche gegeben. Greifenberg ist nur einer davon, der versucht hat, modernes Wohnen, moderne Anforderungen mit einer bestimmten Tradition an Baukultur zu verbinden. Ich kenne noch Beispiele von Gebäuden, auch Tankstellen, die zum Beispiel entworfen worden sind, wo man versucht hat, das zu verbinden. Diese Gebäude sind jetzt 30, 40 Jahre alt. Die einen oder anderen werden jetzt verschwinden, gerade von der Bildfläche. Aber das ist ein Aspekt, der mir völlig fehlt. Und da fehlt mir auch bei den Kollegen der Landwirtschaft, Klocher Franz, wo man hier diesen Aspekt bei keiner Neuerung berücksichtigt. Auch wenn es um Tierwohl geht und so weiter. Es hat alles seine Berechtigung, ist klar. Aber auch die Baukultur. Man kann manche Dinge realisieren, wo es nicht viel kostet, sie auch ästhetisch irgendwo so anzupassen, dass ich sage, ich werde hier auch einem bestimmten Lokalkolorit gerecht oder nicht. Aber diese Klammer möchte ich zumachen. Ich habe es der Landesrätin heute in der Mittagspause gesagt. Ich glaube, sie hat es vielleicht ein bisschen als Scherz aufgefasst. Ich habe gesagt, das ist ein schwarzer Tag für Südtirol. Warum? Weil wir schon wieder beim Landesraumordnungsgesetz am offenen Herzen herumoperieren. Es sind ein paar Sachen drinnen. Das sind technische Anpassungen. Da werden wir kein Problem haben. Und das ist auch verständlich. Und alles, was eine Erleichterung in der Umsetzung betrifft, das hat natürlich auch eine Zustimmung von unserer Seite. Aber es sind da natürlich wieder Dinge drinnen, wo sie verlangen, dass wir in Vorleistung gehen, hier im Landtag, wo keiner weiß, was am Ende herauskommt. Zum Beispiel eben die Mitarbeiterunterkünfte im Gewerbegebiet. Wo bei einem Betrieb mit fünf, sechs Mitarbeitern, mit, um eine Hausnummer zu sagen, mit einer Betriebsfläche von 450 Quadratmetern, da wird das vor Ort in Ordnung sein und wird gerechtfertigt sein, wenn der Bedarf dort ist. Wir wissen jetzt noch nicht, wie die Durchführungsbestimmung aussieht. Was passiert, wenn 20 Prozent einer Betriebshalle, nehmen wir jetzt eine große Brauerei, nehmen wir jetzt eine große Firma für Sanitäranlagen, die Tausende von Kubikmetern zur Verfügung hat und dann 20 Prozent davon für Mitarbeiterunterkünfte verwendet. Es ist dann auch noch gar nicht geregelt, ob diese Mitarbeiterunterkünfte nur für die eigenen Mitarbeiter zur Verfügung stehen müssen oder auch für andere oder gar für andere Branchen. Es kann dann so weit kommen, dass eine Halle in einem Gewerbegebiet zig Mitarbeiterunterkünfte macht, die dann zum Beispiel von den Mitarbeitern des Tourismus genutzt werden können und so weiter. Warum müssen wir vom Schlechten ausgehen und das Schlechteste denken? Weil es in der Vergangenheit meistens so war, dass immer das Schlechteste herausgekommen ist. Wenn wir gesagt haben, ja, das macht die Landesregierung, wenn der Landtag die Landesregierung dazu beauftragt hat. Die Übergangsbestimmungen, Artikel 27, ohne Gemeindeentwicklungsplan dürfen neue Zonen ausgewiesen werden. Ich darf daran erinnern, dass die Einteilung, die Schaffung der Siedlungsgrenzen, das Tourismusentwicklungskonzept und der Gemeindeentwicklungsplan zentrale Parameter des Gesetzes sind. Zentrale Parameter des ursprünglichen Gesetzes. Wir haben beim Artikel 11, das betrifft dann den 37er, also die Landwirtschaft im Ursprungsgesetz, wo Kollege Locher Sie lobt, dass Sie in die Zukunft schauen. Ich kann dazu nur Folgendes sagen. Falsches Lob, Kollege Locher, ist sicherer Spott. Und zwar loben Sie die Landesrätin dafür, dass sie den Anträgen und den Forderungen der Landwirtschaft entgegenkommt. Dass sie Ungleichverhältnis schafft für ein Wohngebäude außerhalb der Siedlungsgrenzen bei der Erschließung und, also bei den Erschließungskosten und einem anderen Wohngebäude. Begründen es damit mit Betrieb und Betrieb. Ein Wohngebäude an und für sich hat nichts mit dem Betrieb zu tun. Und ich bin froh, dass Kollege de los Barba diesen Einwand, den ich in der zweiten Kommission gemacht habe, diesbezüglich auch hier im Änderungsantrag weiterbringt. Aber noch etwas, was mich massiv stört und auf das wollte ich eigentlich verzichten. Wenn ich das Beispiel höre, es war zu einschränkend, weil man muss mit Bickel und Schaufel einen Weg frei machen. Das ist eine Sache, Kollege Locher. Aber was in den letzten 30 Jahren passiert ist, wo die Stadel im Wohnzentrum, also im Dorfzentrum, verkauft worden sind. Dort wurden Wohnungen daraus gebaut. Man hat einen Haufen Geld gemacht, hat den Stadel verkauft. Zehn Jahre später sagt man auf einmal, ja, mir fehlt das Wirtschaftsgebäude. Ich habe keinen Platz, die Traktoren und so weiter unterzubringen, obwohl man den eigenen Stadel ja schon verkauft hat. Dann wird genehmigt, dass sich der Hof aussiedeln kann und so weiter. Das sind alles Sachen, die auf dem Mist der Landwirtschaft auch gewachsen sind. Und ich bin der Erste, ich komme selber aus der Landwirtschaft, der sagt, wir müssen es den Betrieben möglich machen, zu wirtschaften und angemessen zu arbeiten. Aber dass hier auch von denen, die eigentlich der Scholle am nächsten sein sollten, dass die sehr oft Schindluder getrieben haben mit dem eigenen Grund und Boden, das kannst du nicht abweisen und das kannst du nicht leugnen. Und auch dieser falsche Gedankengang, dass man neben dem eigenen Bauernhof bzw. dem Wohngebäude für die weichenden Erben dann Grundstücke zur Verfügung gestellt hat, das hat dazu geführt, dass aus einem Hof heute drei, vier Häuser geworden sind, dass mit inzwischen fremde Leute nebeneinander wohnen und nur Probleme mit sich gebracht hat. Das sind diese Lobgeschichten in Richtung Landesrätin, die hat das kein Lob verdient und die Landesrätin weiß das auch ganz genau. Ist jetzt nicht in diesem Gesetz drin, wissen wir, aber ich möchte das nur klarstellen, weil hier Kollege Locher einiges, eine Wortmeldung gemacht hat, die einfach jenseits von Gut und Böse ist. Wir werden dann in den einzelnen Artikeln noch genügend Gelegenheit haben, auf bestimmte Dinge einzugehen. Ich möchte nur an einen auch erinnern, und zwar den 103er-Artikel, wo ein Änderungsantrag vom Landeshauptmann gekommen ist, der ja darauf abzielt, man begründet es mit Rechtssicherheit. Aber das Problem ist, dass man hier wieder Pläne, Projekte und Genehmigungen für Baumaßnahmen, die wegen Verfahrensmängeln aufgehoben wurden, neu einreichen kann, und dann wird die alte Regelung hergenommen zum Zeitpunkt der Einreichung. Das kann natürlich in bestimmten Fällen auch wieder das ganze Gesetz und auch alle Regelungen, die inzwischen gemacht worden sind, und da kann auch wieder böse Absicht dahinter sein. Es kann einigen helfen, aber es kann auch eine ungute Absicht dahinter sein. Und auch hier müsste man es konkret die Dinge prüfen und nicht einfach per se diese Regelung gelten lassen. Es steht natürlich jedem Mitglied dieses Landtages, zum Glück steht es jedem Mitglied dieses Landtages frei, den Fokus beim Landesgesetz für Raum und Landschaft darauf zu setzen, auf die Dinge zu setzen, die die einzelnen Abgeordneten für wichtig halten, um der Zersiedelung Einhalt zu gebieten. Es steht auch jedem frei, über das zu reden, was ihm an diesem Gesetz für wichtig erscheint. Wenn ihr den Fokus wirklich auf das Geschlechterverhältnis in der Unterkommission legt, nichts für ungut. Es wird deshalb, werden trotzdem irgendwo im Gardertal Almhütten, die verfallen oder verschwunden sind, früher oder später zu Gaststätten oder Chalets ausgebaut. Deswegen werden Zersiedelungen weitergehen. Deswegen werden trotzdem ein paar schräge Dinge auch laufen, was das Gewerbegebiet, Mischzonen und entlang der Skibisten, was so vermeintlich immer als Wolke bezeichnet wird, was hier für Dinge geschehen, die konträr zu den Ursprüngen dieses Gesetzes sind. Kollegin Rieder, warum habe ich dich namentlich genannt? Ich finde es einfach ungut, wenn du hergehst und sagst, du bist Stuff von dieser Diskussion und du erwartest dir heute ein einstimmiges Ergebnis. So, Kollegin Rieder, so etwas habe ich in diesem Landtag von keiner anderen Person, wurscht ob Frau oder Mann, je gehört, dass man den anderen Kollegen im Landtag eine Meinung vorschreiben will, dass man nicht akzeptieren kann, dass es auch andere Positionen geben kann. Also ich finde das wirklich ungeheuerlich, das wird bei deiner Fraktion so laufen, denn sonst wäre es ja auch fast nicht möglich, dass der Kollege Feisner, der dem Gesetz einen Zickzack-Kurs vorwirft, im zweiten Gesetzgebungsausschuss selbst den Artikel mit der Frauenquote streicht, jetzt ihn selber wieder bringt. Also ich kann mir das nur vorstellen, dass ihr das bei euch so handhabt, dass Meinungsverbote gelten. Aber bitte, Kollegin Rieder, weitere den Usus deiner Fraktion nicht auf andere Fraktionen und die Kollegen hier im Landtag aus. Das mag ich einfach nicht. Und ich wäre wirklich gespannt, wenn einer von uns so etwas auch gesagt hätte und erwartet hätte. Ich verlange ein einstimmiges Ergebnis, denn ich bin einfach nur Stuf von der Diskussion. Also das ist ein Demokratieverständnis, das einfach nicht in diesen Landtag gehört und wo ich auch glaube, dass du es überdenken musst. Vielen Dank. Zu Wort gemeldet hat sich zum Zweiten. Nein, das ist nicht in persönlicher Angelegenheit. Nein, da ist keine Beleidigung. Was ist das? Bitte? Nein, das entscheide ich, ob Sie beleidigt sind oder nicht. Ich glaube, das ist kein Grund. Ja, das ist kein Grund, das Wort zu erteilen in persönlicher Angelegenheit. Nein. Upgenau, Riccardo, bitte. Bitte. Allora, adesso io... Tre minuti mi pare o quattro minuti, che si rimangono ancora. Ma almeno. Adesso io litigo con i maschi, così poi lei mi dice che tra maschi non bisogna litigare, va bene? Ja, ja. Allora, volevo dire a Tauber. Allora, guarda, Hermon, io sono esattamente d'accordo con te e credo che tu sia... Forse non ci siamo capiti. Noi questo ragionamento sui limiti dello sviluppo turistico lo facciamo a tutela del settore turistico. Perché tu hai detto, adesso quest'anno ci sono un sacco di letti vuoti, chiaramente. E c'è. E quando si parla di overturismo non si parla di troppi turisti, si parla di troppa offerta rispetto alla domanda. Che rischia di inflazionare il settore e poi di andare alla svendita, no? Questo lo conosciamo in tante parti d'Italia. Noi ci siamo protetti da questa cosa e noi siamo preoccupati di questo. Anche perché tu sai, bene, che anche se la pandemia adesso passa in questa... Tra uno o due anni, non so, però ci sono delle trasformazioni profonde. Metti questa cosa di Airbnb, eccetera, no? E quindi il tema che noi poniamo è come tutelare la Wirtschaftlichkeit Tourismus. Questo è anche il punto, no? E su questo credo che dobbiamo, diciamo, senza fraintendersi, ragionare insieme. Questo è il nostro ragionamento. Noi vedevamo in questo Bet Obergrenzi uno strumento, no? Per tutelare le aziende sane che noi abbiamo, no? E discutiamone di questo. Però l'obiettivo era questo. A Loker, vorrei dire, a me, io sono stupito, perché Loker dice, ah, meno male che abbiamo concordato delle Ferbesserung mit Rome. Ma cavoli, Loker, questa storia dei sindaci dentro le commissioni, messi con il prezzemolo, non so se ti ricordi, ma avete voi votato un emendamento per inserirle? E ho controllato, ero l'unico voto contrario in quella commissione. Quindi, allora, perché chiaramente lì c'era una confusione tra il ruolo politico del sindaco e le commissioni in cui il sindaco sostanzialmente non aveva niente su su. Allora, forse bisogna un po' riflettere sul fatto che a volte c'è nella commissione un assalto con gli emendamenti che poi si paga. Cioè, bisogna rifletterci meglio prima di approvare questi articoli e forse, quando si dice, vabbè, bisogna cambiare, forse bisogna fare anche un po' di autocritica. Bisogna fare un po' di autocritica, perché qualcuno ce l'ha infilato dentro questa, nella legge, questa norma. A Leiterreber, vorrei dire, tutti si può avere poi, sulla questione interverrà la collega Ried, che non ha bisogno di... Però, voglio dire, escludere la metà della popolazione dalla partecipazione politica o non porsi il problema di come favorirla, non è un problema da poco, non è una bagatella. Fa parte della natura delle nostre leggi e della natura della nostra democrazia. Certo, nella Raumordenskese ci sono mille altri aspetti, ma non si può svalorizzare l'importanza di questo tema pensando che sia una cosa così, una specie di lusso parlare di questo. Fa parte dell'idea di partecipazione e di democrazia che noi abbiamo. Grazie mille. Vielen Dank. Wir kommen nun zur Republik der Landesrätin, auch Kuba Kornzer. Bitte sehr. Ja, danke schön. Danke, werte Kolleginnen und Kollegen. Ja, es ist in der Tat so, die Raumordnung bewegt uns alle und das ist auch gut so und es hat alles auch seine Berechtigung, denn genau das ist im Grunde das Gut, das Südtirol hat, das Besondere. Das Kapital von Südtirol ist die Landschaft, wissen wir alle, bestreitet niemand die Begrenztheit des Landes. Auch das ist Südtirol, dieses besondere Land mit seinen besonderen Eigenschaften, geologisch, geografisch auch und trotzdem eben ein begehrtes Land, wo viele Menschen ihre schönste Zeit im Jahr auch verbringen möchten. Auch das wissen wir und trotzdem müssen wir dieses Land gestalten und immer wieder den neuen Herausforderungen auch anpassen. Persönlich bin ich vom Charakter her ein, habe ich eine Eigenschaft, die sehr gerne nach vorne schaut, die immer wieder, die zwar die Vergangenheit annimmt, so wie sie war, alles Gute, was auch war, alles war ja nicht so gut. Wenn heute so oft Benedikt der Gesetz zitiert wurde, dann denke ich mir, ich kenne noch aufgrund meines Alters auch die Diskussionen von dieser Zeit, aber es hat auch vieles Gutes gegeben. Das muss man einfach sagen, es war richtungsweisend und es war auch gut und so ist es auch heute, davon bin ich überzeugt. Jetzt, wenn ich auf die einzelnen Stellungnahmen eingehen kann, so ersuche ich euch bitte, ich wiederhole mich nicht bei jeder Person, wenn es um die gleichen Themen geht. Ich versuche eben in dieser Viertelstunde alles unterzubringen. Beginnend mit Ricardo de los Barba. Ricardo, Kollege, wir sind im Grunde die letzte Legislatur, die vorletzte Legislatur und diese Legislatur zusammen und waren auch in der Raumordnung mehr oder weniger immer zusammen. Und wir kennen uns und wir kennen die Ausrichtungen und es ist auch gut. Und ich glaube, davon bin ich überzeugt, dass man gemeinsam zu etwas Positivem kommen kann, wenn es auch konträre Meinungen gibt. Und wenn man die Meinung, wenn man die Größe hat, die Meinung des anderen, man muss sie nicht akzeptieren, aber einfach stehen zu lassen. Und da muss ich sie einfach loben, weil sie ja ganz viel sich mit dem auseinandergesetzt haben. Ihre Meinung ist nicht immer meine Meinung, aber ich glaube, wir sind auf einer Ebene, wo wir gemeinsam das Beste für unser Land wollen. Sie kritisieren natürlich, die Bettenanzahl fehlt. Ich kann Ihnen nur sagen, Tourismusentwicklungsplan, auch das ist ein zukünftiges Modell, ist mehr als die Zahl von Betten. Ein Tourismusentwicklungsplan muss viel mehr beinhalten. Welche Strukturen gibt es in dem Dorf? Wie viel Verfügbarkeit von Ressourcen hat dieses Dorf? Wenn wir nur die Ressourcen Wasser hernehmen oder die Straßen, die da hinführen, zurückführen müssen oder natürlich auch die Flächen. Wie viele Flächen haben wir? Ich denke, dass wir eben genau im Tourismusentwicklungskonzept andere Kriterien zusätzlich einführen sollen. Dann entsteht die Notwendigkeit und wie viele Betten können wir noch dazu machen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass in der Diskussion beim Gemeindeentwicklungsprogramm diese Kriterien angeschaut werden, dass jede Gemeinde ganz unterschiedlich anschaut und dass eben die Bettenanzahl nicht den Tourismusentwicklungsplan ausmacht, sondern viel, viel mehr. Die Varianten, wo gebaut wird, den 103, den Artikel 27, den Sie natürlich auch in Frage stellen, ist nachvollziehbar. Aber, und das ist auch heute von Kollegin Rieder schon gesagt worden, wir müssen, wir brauchen hier eine Übergangsbestimmung, dass draußen im Grunde das Rad sich weiterdreht in den Gemeinden, dass weiterhin geplant und gebaut werden können, dass weiterhin Generationen ihr Eigenheim errichten können, dass weiterhin Antragsteller für Gewerbe, für einen Betrieb zu eröffnen, die Möglichkeit besteht. Und das wurde eben in diesen Übergangsbestimmungen festgelegt. Ja, Kollege Delos Barber, und wir wollen die Gemeinden unterstützen, dass sie das Gemeindeentwicklungsprogramm machen. Die Landesregierung hat sich dazu, hat sich ausgesprochen, dass wenn die Gemeinden gemeinsam im funktionalen Raum auch diese Gemeindeentwicklungsprogramme machen, welche Form und wie die Abläufe sind, muss noch definiert werden, aber dass das Land Gemeinden hier unterstützt, damit das Gemeindeentwicklungsprogramm nicht die finanzielle Situation einer Gemeinde derart belastet, dass es nicht angegangen wird, sondern wir versuchen wirklich, und das Land hat sich festgelegt auf 80 Prozent, was die Fachpläne anbelangt, zu unterstützen. Ja, und danke, ich spüre bei Ihnen auch immer wieder eine Unterstützung, wie ich schon am Beginn gesagt habe, es geht um ein gemeinsames Ziel. Wir spüren Verantwortung für unser Land. Kollegin Brigitte Fopper, die Geschlechtsvertretung möchte ich nicht kommentieren. Dazu kommen wir dann in der Abstimmung. Nur so viel vorab, ja, es wird heute klare Angaben geben, sofern es, so wie Kollege Leiter gesagt hat, Mehrheiten im Landtag gibt. Dann werden eben dementsprechend Änderungsanträge auch vorgenommen, beziehungsweise zurückgenommen. Sie haben diese Arbeit, diese Alltagserfahrung angesprochen, wie den Wert der Frauen, den möchte ich nicht kommentieren, das ist selbstverständlich. Und ich fühle mich auch verantwortlich, gerade in diesem Bereich, den Sie angesprochen haben, Begegnung, Bewegung, Beziehung, in den Gebieten ist mehr als nur Projekte von Häusern. Das sollte der Schwerpunkt sein im neuen Gesetz. Und auf diesen Schwerpunkt muss ich auch achten, dass er auch eingehalten wird. Wir werden auch später dann noch hören, das Eintragen in die Verzeichnisse, was sich dazu auch ändert. Ja, und Raum und Landschaft. Auch wenn einige von hier glauben, dass die Landschaft zu kurz kommt, dann kann ich euch nur sagen, aber die Landschaft ist Teil dieses Gesetzes. Und ich glaube, dass sie nicht zu kurz kommt. Sie muss zuerst einmal in unsere Köpfe hinein. Sie muss, wenn es zwei Gesetze wären, das hat Herr Staffler gesagt, wenn es zwei Gesetze wären, dann lässt man die Landschaft links liegen. So ist die Landschaft immer auch Teil des Raumes. Und ich bin davon überzeugt, dass dieses Umdenken ganz sicherlich auch Früchte tragen wird. Kollege Feisnauer, Sie haben die Zeit angesprochen. Es ist der falsche Zeitpunkt. Ich möchte Ihnen nur, und Sie haben auch den New Plan angesprochen, ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis er gedruckt werden kann. Da habe ich nicht die Erfahrung. Ich weiß nur, dass er jetzt für alle Gemeinden zur Verfügung steht und dass natürlich eine Änderung und Eintragung im New Plan sofort auch angepasst wird, wenn die Gemeinde eine Änderung macht. Ich denke schon, dass man hier einen Schritt in die richtige Richtung gemacht hat. Und wie viel Arbeit, das können Sie sich ja vorstellen, und es gibt auch Fehler dabei, wie viel Arbeit es bedeutet, dass natürlich die Kartografie, diesen New Plan mit allen Facetten in 116 Gemeinden, auch Gemeindeplan, Landschaftsplan eben zusammenführt. Ich möchte noch zu Ihrer Verlängerung kommen und zu Ihrer Zeit. Glauben Sie, werte Anwesenden und werte Kollegen und Kolleginnen auf den Videogeräten, in euren Zuhause, wo Achimera, in den Büros, wo Achimera ihr seid, glauben Sie, es hätte sich jemand auseinandergesetzt mit dem Gesetz, wenn es im Juli nicht in Kraft getreten wäre? Glauben Sie, die Gemeinden hätten, wir wüssten heute, welche Artikel wir anpassen müssen. Man hätte es nicht, man hätte sich nicht auseinandergesetzt. Glauben Sie, die Techniker und Technikerinnen und Architekten hätten sich mit den neuen Kriterien auseinandergesetzt, mit der digitalen Bauakte, wenn sie nicht eingeführt worden wäre? Ich denke mir eher nicht. Und das ist so wie bei Computerprogrammen. Im Grunde mit der Anwendung wird ein Programm modelliert und wird ein Programm getestet, ob es gut oder schlecht ist. Und die Fragen, die hereinkommen, die Fragen, die gestellt werden, wie soll dieses Gesetz ausgelegt werden? Ja, da haben wir und wir sind der Gemeindeverband und die Abteilung 28 sowie eine Erste-Hilfestation eingerichtet. Aber wohlgemerkt, eine Erste-Hilfestation, das sollte nicht für immer und für jeden sein, sondern nur, wenn man es dringend braucht, dass Fragen für die Auslegung der einzelnen Artikel auch beantwortet werden. Und die Gemeinden, es ist nachvollziehbar, dass natürlich sehr, sehr viele Fragen da sind. Aber manchmal haben wir, und erzähle ich von wir, den Eindruck, dass die Gemeinden schnell eine Frage an das Land schicken, damit sie sich mit dem natürlich nicht auseinandersetzen müssen. Hans-Peter Staffler, Sie haben, es ist, was es ist, sagt die Liebe, mit Erich Fried begonnen und dann haben die ganzen Gespräche angefangen, glaube ich. Nein, also, Feisner hat das Beispiel von vielen Kircheverderben den Brei noch gehabt. Ja, ich glaube eben, ich habe schon vorhin gesagt, es ist für das Gemeinwohl, die Landschaft ist ein Gewinn. Es liegt an uns, was wir daraus machen. Die Siedlungsabgrenzung ist eine Möglichkeit, um der Landschaft den Stellenwert zu geben. Und da möchte ich noch einmal auch, was der Losbarber schon gesagt hat, habe ich vorhin vergessen zu sagen, die zehn Häuser, sobald die Siedlungsabgrenzung gemacht ist, dann gilt das mit den zehn Häusern nicht mehr. Dann gilt dort Baumöglichkeiten, wo eine Siedlungsgrenze ist. Und nicht jede Gemeinde wird in ihren Fraktionen oder weilen wo auch immer eine Siedlungsabgrenzung machen. Also ist es sicherlich sinnvoll, wenn so schnell wie möglich der Gemeindenentwicklungsprogramm und die Siedlungsabgrenzung gemacht wird, damit eben hier dem entgegengewirkt werden kann. Ich persönlich, zurück zu Herrn Staffler, ich persönlich möchte einfach sagen, ja, es gibt Defizite und wo gibt es diese Defizite nicht? Aber wenn wir das Glas halb voll oder halb leer sehen, ich denke, wir sollten es halb voll sehen und sollten gemeinsam mit diesem Gesetz einmal die Akzeptanz dieses Gesetzes einmal auch verinnerlichen, dass wir sagen, ja, wir haben jetzt dieses Gesetz. Denn ich komme dann später zu Unterholzner, der gesagt hat, wir sollten dieses Gesetz irgendwo verschwinden lassen. Ich weiß nicht wo, aber ja, wir haben dieses Gesetz und wir haben jetzt diese Grundlage und mit dieser Grundlage sollten wir jetzt das erarbeiten, was uns wichtig ist. Und das ist natürlich auch die Raumplanung und die Landschaft. Kollege Kölnsberger, die Neuausrichtung, die Sie angesprochen haben von 2016, die Aufbruchstimmung dort und was ist noch davon geblieben? Es ist sehr oft so, dass natürlich, es braucht diesen Enthusiasmus, es braucht diese Begeisterung für das Neue und dann am Ende muss man natürlich dann effektiv sagen und was ist davon geblieben? Ich persönlich bin schon der Meinung und es hat Diskussionen gegeben, soweit ich mich auch erinnern kann, dass es hat, es hat nicht von allen, es ist nicht von allen gut geheißen worden, dass Raum und Landschaft zusammengeführt worden sind. Die haben eben, genau diese Angst ist immer wieder gekommen, dass eben damit die Landschaft einen zentralen Stellenwert bekommt. Und das ist eigentlich geblieben. Geblieben sind auch einige Möglichkeiten, wenn ich denke, Wohnung mit Preisbindung oder Mischgebiet, das ist auch geblieben. Wir müssen das noch mit Leben erfüllen, ja, das stimmt. Aber es sind schon einige Ansätze, die hier noch geblieben sind. Und ich denke, ja, von der Aufbruchstimmung habe ich persönlich in meiner Zeit, als ich die Verantwortung habe, nichts mehr gespürt. Und ich habe mir manchmal gedacht, und wer war da dabei? Und wer hat da alles mitgearbeitet? Und wer ist, und wo sind diese Menschen jetzt? Und jetzt, ich habe Anhaltsgefühl gehabt, ich stehe alleine da und verteidige irgendetwas, was niemand will. Und deshalb, von dieser Haltung habe ich mich jetzt auch verabschiedet. und ich denke mir, es liegt in der Verantwortung und auf den Schultern von uns allen. Jeder Abgeordnete hat in seiner Rolle auch eine Mitverantwortung und ich muss es nicht alleine, ich bin nicht alleine für die Raumordnung zuständig. Sehr wohl, dass es umsetzbar ist, sehr wohl, was die Verwaltung, dass es funktioniert, mein Auftrag, auch politisch, die Ausrichtung und ich kann auch meine persönliche Haltung Haltung mit hineinlegen, das ist ein ganz großer Vorteil und den mache ich auch, aber ich bin nicht mehr alleine dafür verantwortlich, ob es dieses Raumordnungsgesetz gibt oder nicht gibt, sondern das sind wir alle gemeinsam. Dann zum Kollege Unterholzner. Herr Kollege Unterholzner, es tut mir echt leid, aber ich weiß eben, ich habe schon vorhin gesagt, wo Sie dieses Gesetz hinschieben wollten, wenn Sie es nicht mehr wollten. Dieses Gesetz ist in Kraft getreten, hat der Landtag, Südtirol Landtag praktisch verabschiedet. Es ist 2018, es ist im Juli in Kraft getreten und jetzt, glaube ich, müssen wir daran mitarbeiten. Ja, und all jene möchte ich sagen, warum glaubt ihr, hat es 400 Unterschriften gegeben und warum glaubt ihr, hat es 1890 Unterschriften von Seiten von Bürgermeistern gegeben? Weil sie Angst hatten, dass dieses Raumordnungsgesetz nicht mehr so weitermacht wie bisher. Genau, weil sie Angst hatten und all jene, die heute sagen, das Raumordnungsgesetz ist aufgeweicht oder was ist noch geblieben oder es ist nicht gut. Ja, warum haben Sie es nicht anwenden wollen? Natürlich einmal die digitale Bauakte, die obligatorisch ist, weil sie einfach vorgesehen ist und die etwas Neues ist, aber auch ganz stark, weil dieses Raumordnungsgesetz eine klare Sprache spricht und zwar eine Sprache für die Landschaft. Siedlungen abgrenzen, die wir hier in der Nähe verdichten, versuchen, Leerstande zu nutzen, um Nutzungen, Zweckhinderungen zu machen, aber Landschaft zu erhalten. Das ist im Grunde die Philosophie dieses Gesetzes. Und wenn wir diesen Pfad nicht verlassen, dann bin ich überzeugt, dass dieses Gesetz auch Südtirol einen Wert, einen großen Wert bringen kann. Kollege Sven Knoll hat, okay, ganz schnell, Kollege Sven Knoll hat klare Gesetze auch gefordert. Ja, das, und er hat mich mitgenommen auf diese Reise, weil ich ja mit dabei war. Ja, das stimmt, das haben wir natürlich damals gefordert. Fordere ich heute genauso noch, also es ist nicht so, dass ich meinen Pfad verlassen habe. Sehe es natürlich, wie schwierig es ist, aber was wir vergessen haben, das ist uns bewusst geworden, dem ganzen Bereich Denkmalschutz. Das heißt, in letzter Legislatur war die Denkmalpflege bei den Museen und nicht bei der Raumordnung. Wir sehen jetzt, wie wertvoll es ist, wenn der Denkmalschutz bei der Raumordnung ist, weil diese beiden Elemente greifen ineinander. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir dem auch mehr Stellenwert geben wie bisher. Jetzt mache ich ein bisschen schneller. Elisabeth Rieder, die Rechtssicherheit im Bereich, was die Anwendung anbelangt, das wünschen wir uns alle, ganz klar. Und dass Architekten und Techniker und Technikerinnen von dieser Rechtsunsicherheit, dass sie natürlich jammern, aber wir wissen alle, dass das alte Raumordnungsgesetz im Grunde ja auch, man hat vieles ausgelegt, viele Artikel wurden über Rechtsanwälte und über Gerichte ausgelegt und gesagt, so ist die Anwendung. Aber es hat auch dort eben immer wieder auch neue Auslegungen gebraucht. Ich wünsche mir nichts mehr als eine Rechtssicherheit, aber die findigen Techniker und Techniker und die natürlich das meiste herausholen wollen und die dementsprechend begleitet von Rechtsanwälten machen es halt zu dem, was es ist, dass es eine Auslegung braucht, die dann bis zu Gericht geht und dass man dann halt schaut, wie schaut dieses Gesetz effektiv aus. Ich möchte Ihnen noch dazu sagen, die Denkmal habe ich schon angesprochen, die Unterstützung der Kommissionen selbstverständlich, wir möchten etwas erleichtern, das sage ich dann beim Gesetz, was die Anwendung anbelangt, Kollege Repetto, der natürlich diese Dienstleistungen anspricht und die Hauptstadt Bozen anspricht, der die 20 Prozent anspricht, Kollege Repetto, wir haben im Gesetz 2018 die 20 Prozent drinnen, wobei die 20 Prozent an Dienstleistungen, diese Räumlichkeiten für die Mitarbeiter fallen in diese 20 Prozent, das heißt, sie erhöhen sich nicht. Wir haben die Möglichkeit schon geschaffen, Dienstleistung, Einzelhandel oder auch eben Dienstleistung im Sinne von Restauration oder was auch immer es braucht in den Gewerbegebieten und wir haben jetzt noch einmal, auch weil Sie die Unternehmer angesprochen haben, noch einmal klar definiert, es geht nicht um Wohnungen, es geht nicht um ein Dorf im Dorf oder eine Stadt in der Stadt, sondern es geht um Unterkünfte, zeitweilige Unterkünfte und die Landesregierung legt diese auch fest. In den Verzeichnissen haben Sie gesagt, wo es eben diese Frauen auch gibt. Alessandro Urzi, Ad-Hoc-Anwendungen für bestimmte Personen, möchten wir auch nicht, die Gemeinde verortet, in Zukunft mehr als bisher entscheiden, in welche Richtung das geht. Helmut Tauber verteidigt den Tourismus und ich glaube, es ist legitim. Wir sitzen hier zu 35 heute nicht, aber ansonsten im Südtiroler Landtag, jeder von uns bringt eine eigene Welt mit, jeder von uns kann dort eben die Geschichten erzählen und weiß genau, was es braucht, welche Bedürfnisse da sind und er bringt den Bereich Tourismus ein. Ja, ich bin auch der Meinung, wie Riccardo de los Barba gesagt hat, versuchen wir gemeinsam den Tourismus auch gestalten. Wir haben vieles da. Die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen und wie viel Neues verträgt es noch, damit das Alte auch Bestand haben kann. Auch das sollten wir ohne Wertung und ohne gegenseitig eben uns einordnen in Schubladen, der ist dafür zuständig und der ist dafür zuständig. Locher Franz, die Raumwohnungsverträge, die Sie über den Zaun gelobbt haben. Ja, ich bin jetzt nicht ganz die große Verfechterin von den Raumwohnungsverträgen, aber es gibt sicherlich eine gute Möglichkeit, mit der Gemeinde und schnell ein Projekt umzusetzen. Was die Varianten in der Bauphase anbelangt, gebe ich Ihnen auch recht. Auch das ist notwendig. Andreas, Leiter Reber, die Diskussion von den politischen Verantwortlichen, auch im Bereich Baukultur haben Sie angesprochen. Wir haben im Bereich Baukultur, das ist das neue Mitglied auch in den Gemeindekommissionen für Raum und Landschaft, Auswahlverfahren gemacht. Baukultur wird ganz sicherlich in Zukunft eine grössere Rolle spielen. Sie sind ja auch, soweit ich mit Ihnen Kontakt habe, Verfechter des Gestaltungsbeirates, dass in jeder Gemeinde auch ein Gestaltungsbeirat eingerichtet werden. Gerade dieser Gestaltungsbeirat hat auch die Sensibilität vor Ort, dieses, was Kollegin Fopper angesprochen hat, dieses Alltags, die Alltagserfahrung vor Ort, was brauchen wir vom Einzelnen, aber auch Vereine und Verbände und Organisationen. Gut, ich möchte es damit belassen, damit wir den Übergang zur Artikeldebatte schaffen. Danke euch allen für die konstruktive Zusammenarbeit, für das Einbringen. Ich sehe, also ich nehme Kritik natürlich sehr, sehr ernst, ist auch notwendig, kann uns weiterbringen. Es gibt einen Spruch, den habe ich mir als Schluss aufgeschrieben, von der Virginia Satir, die sagt, wir begegnen uns in den Gemeinsamkeiten und wachsen an den Unterschieden. In diesem Sinne probieren wir es, das Gesetz dieses Mal noch einmal hinzukriegen. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, jetzt wird es etwas schwieriger und ich versuche natürlich, um Mitarbeiter seitens der Abgeordneten, wir haben schon allen zugeschrieben, man möchte doch diese Fotos, also die Kamera einschalten, damit wir auch wirklich sehen, dass hier mitgearbeitet wird. Ein Problem haben wir noch beim Kollegen Urzi. Den sehen wir nicht, den Kollegen Bessone sehen wir noch nicht und den Alfreder sehen wir jetzt auch. Jetzt fehlt uns noch Kollege Urzi. Also alle, die zu Hause sind, natürlich die hier sind, wie beispielsweise die Vizepräsidentin kam weiterhin mit ihrem Jungfoto hier. von Herrn Dasein, weil wir ja wissen, sie stimmt ab. Generalsekretär haben wir alle. Ja, und die Übrigen sind hier. Somit müsste das passen. Somit fange in Votatione die Passage all'articulato. Ich eröffne die Abstimmung zum Übergang zur Artikeldebatte. Ja, wir müssen etwas warten, da Kölnsberger, der hier in der Aula ist, wenn man abstimmen möchte. Schaffen Sie es, Abgeordneter Kölnsberger. Jawohl. Somit Kyudo und der Votatione mit 19 Ja, 11 Nein, vier Enthaltungen. Ist der Übergang zur Artikeldebatte genehmigt? Wir kommen nun zu Artikel 1. Also zum Vorgang arbeiten. Schaut ihr bitte, weil alles Siege. Artikel 1. Wir haben einen Änderungsantrag bei Artikel 1, und zwar des Abgeordneten de los Barba. Wollen Sie den erläutern? Sì, grazie. Dunque, l'articolo 1, noi siamo per sopprimerlo, perché l'articolo 1 riguarda la Commissione Comunale per il Territorio e il Paesaggio. quindi la Commissione che è il cuore diciamo così del processo di sviluppo del territorio, di progettazione, eccetera. Ora, questa Commissione, la novità di questa legge era che in questa Commissione ci stanno dei tecnici e questi tecnici, quindi per la loro qualificazione, vengono presi da un registro di esperti ed esperte che tra l'altro definisce anche se uno è messo in questo registro e poi viene nominato nella Commissione che cosa può progettare, che cosa non può progettare per evitare conflitti di interesse. Quindi, diciamo, un modo non, cioè, per creare, per costituire questa Commissione che sia trasparente e che si basi sulle capacità tecniche. Ora, la legge, così com'è, dice che i componenti e le componenti della Commissione si prendono da questo registro con l'eccezione di chi? C'è scritto gli esperti ed esperte che non sono rappresentanti delle ripartizioni provinciali competenti sono prese dal registro degli esperti. Quindi, si dice che questi non deve essere preso dal registro degli esperti chi è inviato, chi è nominato come rappresentante delle ripartizioni provinciali competenti. Ce ne sono nelle Commissioni, no? Questa è una dizione che va bene perché la loro, la trasparenza e la loro qualifica viene fatta dal fatto che la ripartizione provinciali competenti paesaggio, sviluppo del territorio inviano gli esperti e le esperte. Ma qui invece nell'articolo 1 l'addizione cambia e l'addizione diventa gli esperti e le esperte che non sono dipendenti provinciali sono scelti dal registro di quello dell'articolo 9. Ora non è la stessa cosa perché almeno perché altrimenti non l'avreste cambiata va bene la dizione non è la stessa cosa. Allora io capisco che non devono essere presi dal registro degli esperti quelli che sono inviati dalle ripartizioni provinciali competenti questo mi sta bene ma che uno che è dipendente provinciale possa non essere iscritto nell'elenco degli esperti e delle esperte è nominato lo stesso nelle commissioni io credo che questo apra cioè sia diciamo un sabotaggio dell'elenco degli esperti e delle esperte diciamola così insomma cioè sia un modo per svalorizzare questo registro degli esperti e questo criterio della trasparenza e della professionalità perché non so se un comune può nominare invece che prendere il registro degli esperti nomina nomina un dipendente provinciale e non lo deve prendere da quel registro e allora quindi quel registro viene aggirato allora ripeto a mio parere purtroppo l'ho detto prima mi trovo a difendere la legge così com'è pensate un po' rispetto a a mio parere la legge così com'è va bene cioè può essere saltato il registro degli esperti solo per quelle persone che sono inviate dalle ripartizioni competenti ma non se uno è dipendente provinciale e allora può essere nominato senza che si sia iscritto nel registro degli esperti perché in quel registro poi ci sono delle garanzie delle condizioni dei presupposti per poter essere dentro quindi liberare chiunque sia dipendente provinciale dall'iscrizione a questo registro è un modo secondo me per aggirare il registro e svuotarlo di significato quindi io sono perché quest'articolo uno venga stralciato ripeto sta stafler Hans-Peter wir sind dich nicht stafler Consigliere Urzi Estatului Ich gehe mal davon aus dass Kollege Urzi nicht abstimmen wird Allora pongo in Votazione l'Evendamento dello Sparva Ich eröffne die Abstimmung Apo la Votazione Chiudo la Votazione 12 Ja Stimmen 18 Nein Stimmen Und dann 18 Ja Stimmen ist der Änderungsantrag dello Sparva abgelehnt Wir kommen zu Artikel 1 Gibt es zu Artikel 1 Abgehörner der Knoll zum Fortgang der Arbeiten oder zu Artikel 1 Zum Fortgang der Arbeiten Könnten Sie uns bitte nur mal mitteilen welcher der Landesräte im Sitzungssaal bei Ihnen physisch präsent ist Ja Landesrat Schuler Landesrät in Kurns Landesrät in Deg Perfekt Wir kommen nun zur Wortmeldung zu Artikel 1 Abgeordnete Voppa bitte Abgeordnete Voppa Vielen Dank Präsident Ja ich wollte nachfragen bei der Landesräte ob es in die Richtung geht dass die Sachverständigen die keine Bediensteten der Landesverwaltung sind werden aus dem Verzeichnis aus Artikel 9 ausgewählt Julgo heißt dass die Landesbediensteten nicht in die Kammern eingetragen sein müssen und eben dann auch nicht in diese Verzeichnisse oder ist das so richtig zu verstehen Abgeordneter Leiter Ewer in Ordnung Abgeordnete oder Landesräte noch Gruber Konzo bitte Dankeschön das sind im Grunde die Sachverständigen die in der Abteilung 28 zu den Themen meistens also Experten sind Amtsdirektoren und deren Stellvertreter die von der Landesregierung hier geht es um die Kommissionen auf Landesebene die von der Landesregierung ernannt werden das heißt sie können direkt praktisch ihren Antrag stellen also es wird in Zusammenarbeit mit der Abteilungsdirektorin und dann vorgelegte Landesregierung werden diese Personen ernannt für die Kommission grün grün auf Landesebene hat Abgeordnete Feisner ist keine Wortmeldung mehr möglich Landesrätin hat das letzte Wort somit kontrollieren wir wieder ja sind die Abgeordneten anwesend somit kommen wir zur Abstimmung Artikel 1 Punkt 1 Artikel 1 ein paar Sekunden Geduld und gehen zu Lahnar in einem Moment wartet und geht zu Lahnar Geduld ist die Tugend der König Sollte ein Problem auftauchen bitte melden Ich schließe die Abstimmung zu Artikel 1 Cura la Votazione 18 Ja Stimmen 9 Gegenstimmen 6 Enthaltungen ist Artikel 1 genehmigt Wir kommen zu Artikel 2 Bei Artikel 2 haben wir insgesamt 10 Änderungsanträge wobei die ersten 5 Änderungsanträge folgende sind identisch wenn Änderungsantrag de los barba angenommen wird dann verfallen alle übrigen 2 3 4 5 Sollte der Ospar nicht angenommen werden dann verfallen sie sowieso auch weil sie identisch sind 2 und 3 identisch 3 und 4 würden dann behandelt deshalb ersuche ich um Erläuterung des Änderungsantrags Abgeordnete Foppa bitte Ja danke Herr Präsident also über die Thematik und die Sinnhaftigkeit dieser angemessenen Geschlechterquote wie sie in der Außerraumordnungsnovelle von 2019 hervorgegangen ist haben wir glaube ich schon ausreichend debattiert wenn wir diesen 01 Absatz streichen dann kehren wir zurück zum Text den wir eben 2019 in das Gesetz Raum und Landschaft eingefügt hatten und das wäre eben die bereits beschriebene Weiterentwicklung im Vergleich zum Stand von 2010 es ist jetzt 10 Jahre später also wenn man 2019 einen Schritt macht sollte man nicht 2020 wieder zurück machen ich wiederhole mich inhaltlich jetzt nicht mehr aber Kollege Leiter Reber dir wollte ich wirklich auch noch antworten auf die Ausführungen von vorhin denn siehst du jeder und jede in diesem Raum hat in der politischen Arbeit vielleicht auch insgesamt in der Lebensorientierung andere Hauptwidersprüche für die einen ist der Hauptwiderspruch zwischen biologischer Landwirtschaft und konventioneller lebens lebens beschreibend für andere ist es vielleicht der zwischen deutschen italienern oder einheimischen und migranten für andere ist der Hauptwiderspruch zwischen Kapitalismus und Kommunismus vielleicht von Bedeutung für andere was weiß ich die Zugehörigkeit zum Staatsgebiet da haben alle andere Ausrichtungen dafür was der Hauptwiderspruch ist der eine Gesellschaft beschreibt entzweit entwickelt oder bremst und so weiter diese Bruchlinien gehen quer in alle Richtungen und die Tatsache ob die Geschlechterfrage eine Wesensfrage ist oder nicht die kann man an jedem Antrag zu diesem Thema abhandeln oder ebenso nicht ich möchte dich nur daran erinnern dass bei den internationalen Zielen für eine nachhaltige Entwicklung die Geschlechterfrage eine der vordergründigsten ist dass wenn es um die Armuts bekämpfung geht die Geschlechterfrage eine der vordergründigsten ist wenn es um Erziehung um Jugend und Alter geht dann ist das immer eine der vordergründigsten und ich möchte nicht dass diese so wesentliche Frage für uns Grüne zum Beispiel so wesentliche Frage aber nicht nur auch für die Vereinten Nationen ist das eine wesentliche das hat mit das hat mit Unterkommissionen zu tun denn wo setzen wir das an bei der Chefin der Europäischen Kommission ist das dann alles erledigt oder wie heute jemand gesagt hat wenn wir eine Raumordnungslandes Rätin haben dann ist das abgehandelt nein ist das eben nicht es ist das eben nicht und die Geschlechterfrage oder die Armutsfrage oder die 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 Umweltfrage die die kann man an ganz verschiedenen Bruchlinien abarbeiten und ich möchte nicht dass es hier so in auf die Kaffeekränze Ebene gegeben wird das sind das sind strategische Kommissionen in den Gemeinden und die kann man aus ganz verschiedenen Blickpunkten bearbeiten die Themen die sich dort stellen und die Entscheidungen die dort zu treffen sind und es ist nicht nebensächlich ob da jemand ein weibliches Geschlecht hat und eine weibliche Alltags Erfahrung und eine weibliche Historie und eine weibliche Arbeitsumfeld oder eben nicht und das war der Grund warum wir warum uns auch die Unterkommissionen ein Thema sein und ein Thema sein dürfen und es ist in unserem Landtag so dass jede dass jedes Thema ein berechtigtes Thema ist und ich werde immer dafür kämpfen bitte danach und ich werde immer darum kämpfen dass jedes Thema hier ein Thema sein darf so viel so viel ja so viel Verständnis für unsere für unsere aller Arbeit müssen wir hier glaube ich immer aufbringen vielen Dank Frau wir haben das bisher immer so gehandhabt dass wir zuerst die Erläuterungen der Änderungsanträge träge und dann die Wortmeldung auch jetzt ist die Frage ob noch Erläuterungen zu den Änderungsanträgen gemacht werden ich gehe mal davon aus Abgeordnete Magdalena Amhof hat Änderungsanträge Frau Amhof wollen Sie diese erläutern nein ich würde zuerst Maria Elisabeth Reeder und Änderungsantrag von Frau Brigitte zusagen Verbindung ist nicht weil ich meine alles klar dann kommen wir schon zu den Wortmeldungen zu den Änderungsanträgen Abgeordnete Reeder bitte ja danke Herr Präsident ich werde mich auch nicht inhaltlich noch mal äußern aber ich möchte auch gern dem Kollegen Leiter Rewe antworten denn das Thema ist keine Bagatelle und ich möchte es noch mal wiederholen was ich vorher gesagt habe es geht hier um die Vertretung von 50 Prozent der Bevölkerung Südtirols von den Frauen und da ist jeder Ausschuss wichtig wie unwichtig oder nicht wichtig sie auch bezeichnen wir möchten in allen drinnen sitzen und dann möchte ich Ihnen noch etwas sagen natürlich können Sie abstimmen wie Sie wollen aber ich wünsche mir wirklich hier dass wir heute hier mal alle dieses Zeichen setzen und das wiederhole ich Kommission soll ein Drittel Frauen einfach vertreten sein das ist ein Wunsch Sie können abstimmen wie Sie wollen das ist selbstverständlich und wenn wir denken an gerade in dieser Zeit von Corona wo wir so viel über die systemrelevanten Berufe und darüber reden wer gerade in dieser Zeit alles am lau oder vieles am Laufen hält in der Familie in den Krankenhäusern im Sozialen dann reden wir da von den Frauen und deswegen glaube ich oder viel von Frauen und deswegen glaube ich ist es einfach angemessen dass diese Frauen auch in dieser Kommission vertreten sind und noch am Rande etwas Sie brauchen sich um den Umgang und um die Arbeit unserer Fraktion keine Sorgen machen um die kümmern wir sich uns selber Sie kümmern sich einfach um die Fraktion der Freiheitlichen der lassen uns von euch nicht als frauenfeindlich abstempeln nur weil wir gegen eine Zwangsquote sind ich habe nichts dagegen wenn 100% dieser Quote nur mit Frauen besetzt werden das möchte ich einmal ausdrücklich hier sagen ich bin nur dagegen dass Frauen auf eine Quote herab reduziert werden das ist eine geringschätzung für mündige und selbstbewusste Frauen die in der Lage sind sich selbstständig durch ihre Arbeit durch ihren Einsatz in alle Gremien in Südtirol selbst hinein zu bringen es gibt kein einziges Gremium und sonst nennen mir bitte eines irgendeine Unterkommission wo eine Frau nicht hineingekommen ist weil die Männer gesagt haben wir wollen keine Frau da drinnen haben wenn es das gibt dann bin ich der Erste der sagt das muss aufhören aber ich bin dagegen dass immer wieder hier ein Bild gezeichnet wird von diesen bösen Männern die Frauen daran abhalten in diese Kommissionen hinein zu gehen und dasselbe Problem ist bei den Gemeinderatswahlen und da geht es nicht darum dass nicht Werbung gemacht wird sondern es geht darum dass wir Frauen überzeugen müssen und nicht zwingen müssen und es wird seine Gründe haben warum es in manchen Fällen leichter fällt und in manchen Fällen weniger leicht fällt aber dass wir uns gegenseitig immer wieder dieses Ping Pong Spiel hin und her spielen die Quote sind die wären fast schon frauenfeindlich wenn sie heute nicht dafür stimmen das entspricht doch nicht der Realität ich dass das schlichtweg nicht der Fall ist so wie jeder Bürgermeister froh ist wenn er Frauen findet die in seinen Kommissionen mitarbeiten ist auch jede Partei und jede Bewegung die kandidiert froh wenn man Kandidatinnen findet die Kollegin hat das ja richtig gesagt die Frauen bilden nicht nur 50 sondern mehr als 50 Prozent der Gesellschaft also da geht es auch um Wählerstimmen jeder wäre von uns im wahrsten Sinne des Wortes sind Wählerinnen die Gemeinderäte werden nicht von Männern gewählt sondern die werden von Frauen gewählt und da fängt das Problem an warum wählen Frauen hauptsächlich Männer nicht weil es sich nur den Männern vorgeschrieben wird sondern aus welchen Gründen auch immer das hat vielleicht auch etwas manches mal damit zu tun dass Frauen immer auf diese Quote reduziert werden und deswegen möchte ich mich einfach dagegen verwehren ich werde gegen diesen Antrag stimmen aber ausdrücklich sage ich das für das Protokoll nicht weil ich dagegen bin dass Frauen in diese Unterausschüsse kommen sondern weil ich überzeugt bin dass Frauen das aus eigenem Antrieb schaffen und dass Frauen es im Jahr 2020 nicht mehr nötig haben sich auf eine Quote reduzieren zu lassen Vielen Dank Abgeordneter Feisner bitte Danke Präsident Ja der von mir unterzeichnete Änderungsantrag und von meiner Fraktion ist genau ident wie der vom Kollegen Dallas Barber und und zwar wenn man sich anschaut das Gleichstellungsgesetz Nummer 5 von 8 März 2010 war allen bekannt welche im Jahr 2018 auch das Raumordnungsgesetz verabschiedet haben ich war damals noch nicht hier im Hohen Haus aber alle anderen hier die damals schon hier waren wussten das deshalb ich wiederhole mich hier bei meiner Fragestellung die ich da gemacht habe was hat der zuständige Landesrat die zuständige Landesrätin gemacht in den letzten eineinhalb Jahren was haben die zuständigen gemacht um hier zu sensibilisieren und diese Kommissionen zu füllen und auch dass hier von beiden Geschlechter und Vertreterinnen sind wenig bis nichts habe ich gehört ich bin auch der Meinung oder im Gesetzgebungshaus angebracht habe dass man nur das verzichtet auf die angemessene Vertretung beider Geschlechter bis man diese in den Verzeichnissen drin hat nachdem das ein Weckruf war habe ich gemerkt aha jetzt fühlt sich schon ich habe mir die Verzeichnisse natürlich angeschaut es ist nicht überall so wie bei dem Verzeichnis für Naturgefahren wo wir von über 45 eingeschrieben nur vier von einem Geschlecht haben und über 40 von anderem sondern es gibt mehrere Verzeichnisse wo wir eben ein ausgewogenes Verhältnis schon haben dass das auch morgen gewährleistet ist also meine oberste Vermisse war hier die Handlungsfähigkeit in diesen Kommissionen zu sichern nachdem wir ja dann in späteren Änderungsanträgen sehen dass die alten Baukommissionen sogar bis 30. Juni 2021 in Funktion bleiben sollten sehe ich dann den Änderungsantrag wahrscheinlich den wir dann später abstimmen werden wo ich aber auch wieder sage es wäre leicht jetzt möglich wenn die Landesrätin und wenn die zuständigen Stellen Sensualisierungskampagnen machen und auch aus den Verzeichnissen die wir jetzt haben die kompetenten Vertreterinnen und Vertreter auswählen stellen vielen Dank wir haben noch die Abgeordnete Amhof dann Staffler und dann noch Ricardo Spadema bitte Kollegin Amhof Ja Danke Herr Präsident wir werden diesem Änderungsantrag selbstverständlich als Südtiroler Volkspartei zustimmen um den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen immerhin haben wir bereits einmal diesen diesen Passus so genehmigt oder diese Quote für die Gemeindekommissionen so genehmigt das werden wir auch ein zweites Mal tun nur ganz kurz ich habe weiter hinten finden finden Sie noch einen weiteren Änderungsantrag eingebracht von der Landesrätin wo es um die mathematische Rundung geht es hat nämlich zu Diskussionen geführt was ist nun Angemessenheit wirklich sind das drei oder zwei Frauen in diesen Gemeindekommissionen mit der mathematischen Rundung die wir hinten einführen ist es dann ganz klar dann sind es zwei Frauen die pro Gemeinde in einer Gemeindekommission sitzen müssen was hat vorhin gerade vorhin und das ist mir jetzt irgendwie noch im Kopf geblieben hat Kollege Feisnauer gemeint dass wenig bis gar nichts getan worden ist um Frauen für diese Sachverständigen Register zu finden ganz stimmt das nicht es wurde vielleicht nicht ganz so viel getan als wie man hätte vielleicht tun können aber es wurde einiges getan ich habe mir letzte Woche mal die Mühe gemacht die Frauen zusammen zu zählen die bereits in den Register eingetragen sind und ich bin auf 104 Frauen gekommen die sich bisher bereit erklärt haben und die Eintragung in die Verzeichnisse läuft noch bis Ende Monat also bis zum 30. November da kann sich dann noch durchaus einiges tun sodass die Gemeinden Auswahl haben an Frauen an kompetenten Technikerinnen und so sollten dann die Kommissionen auch handlungsfähig sein das wünschen wir uns alle und ich freue mich viele kompetente Technikerinnen in den zukünftigen Gemeinden Kommissionen zu sehen danke wir jedenfalls stimmen diesem Änderungsantrag zu vielen Dank wir kommen zum Abgeordneten Staffler bitte danke Herr Präsident werte Kolleginnen werte Kollegen und auch werte Kollege Knoll also der Begriff Quote ist natürlich ein hässlicher Begriff das ist richtig und er gefällt mir auch nicht aber offensichtlich braucht es diesen hässlichen Begriff um den Anteil der Frauen in den Gremien zu erhöhen und ich möchte das erklären Herr Kollege Knoll niemand hat jemals von seiner Seite irgendwelche negativen Bemerkungen den Frauen gegenüber gehört ich auf jeden Fall habe das noch in diesen zwei Jahren nicht gehört und das stimmt und das glaube ich ihnen aber das ist nicht der Punkt wie man persönlich zu den Frauen steht sondern der Punkt ist wie kann man eine gesellschaftliche Struktur knacken wenn man politisch was will und es ist auch richtig dass es viele oder es gibt auch einige Frauen die sagen ich möchte nicht als Quoten Frau gelten aber um diese Passion die es einfach gibt und wir sind in einem patriarchalen System das wissen wir und das haben wir heute und gestern und vorgestern diskutiert wenn es um die Gewalt an Frauen ging also wir sind in einem patriarchalen System und wenn wir hier nicht von der gesetzgeberischen Seite nachhelfen sozusagen einen Nachhilfeunterricht geben dann werden diese Bastionen einfach nicht fallen oder nur ganz ganz langsam erodieren und hier hat der Gesetzgeber sehr wohl die Möglichkeit durch eben durch die Quote und so hässlich der Begriff auch sein mag und aus meiner Sicht auch ist durch die Quote nachzuhelfen und das ist es einfach das müssen wir uns einfach eingestehen und es kommt ja noch etwas dazu Kollegin Voppe hat es heute ja schon einmal angesprochen wir natürlich brauchen wir die Frauen mehr als jeder meine ich das jetzt bezogen auf die Gremien also wir haben immer mehr Frauen die gut ausgebildet sind die Universitätsstudien abgeschlossen haben ich denke wir haben 1000 Architekten eingeschrieben in diesem Lande ich weiß nicht wie viele Architektinnen eingeschrieben sind aber ich vermute die Hälfte vielleicht nicht ganz die Hälfte aber das ist eine reine Vermutung also wenn wir 500 Architekten hätten im Lande das ist ein Pool ein Riesenpool an Frauen die uns hier in diesen technischen Kommissionen in allen technischen Kommissionen helfen können natürlich ist das daher sage ich jetzt einmal von dem Gesichtspunkt her gar nicht immer so schwer Architektinnen und Frauen zu finden technisch ausgebildete Frauen hier reden wir jetzt von technischen Kommissionen die diese Plätze einnehmen können aber wir müssen glaube ich schon sehen dass es den Gesetzgeber braucht um hier einfach die Sache zu beschleunigen und deswegen bin ich natürlich dafür aber ich möchte einfach auch diese Diskussion und dieses Gespräch mit Kollegen Knoll führen dass es den Gesetzgeber eben sehr wohl braucht um hier einfach etwas mehr Dampf aufzunehmen das ist glaube ich schon notwendig und deswegen vielleicht lässt sich Kollege Knoll noch umstimmen und hier auch mitstimmen weil ich denke hier müssen wir über den persönlichen Schatten springen und wie gesagt niemand wird Ihnen bisher irgendwelche nicht achtsamen Umgang mit Frauen vorerst das wieder noch schön danke vielen dank riccardo des svaro prego grazie presidente ma io credo che la discussione sia arrivata un po a un punto dove c'è una certa maggioranza diciamo che converge e penso che si potrebbe anche considerare chiusa la discussione nel senso che è una misura normale qui si tratta di eliminare come dice la costituzione di eliminare gli ostacoli che si frappongono alla partecipazione di tutte e di tutti alla cosa pubblica noi eliminiamo un ostacolo cioè avvertiamo il fatto che non è che queste commissioni possono essere sbilanciate oltre un certo limite dal punto di vista della rappresentanza del resto se voi vedete nella commissione ci sono gli esperti dell'agricoltura cioè la commissione sono composte da varie da varie elementi no che sono definiti bene il genere è uno di questi elementi e la cosa più normale del mondo normale dico no è che entrambi i generi siano in maniera equilibrata rappresentati nella commissione basta credo che questa sia una questione veramente naturale una questione di civiltà una cosa normale sappiamo che però questo a volte non succede io spero che non ci sia la necessità che chi nomina queste commissioni legga tre volte quest'articolo spero che venga naturale nominare queste commissioni in questo modo spero che venga naturale nominare le tecniche che ci sono in queste commissioni ci sono donne in tutti i settori tecnici sono anche iscritte a questi a questi elenchi e credo venga naturale auspico che sia naturale la loro la loro nomina senza bisogno di quest'articolo però questi articoli servono come freno di emergenza per dire attenzione c'è questo tema quindi se viene naturale nominare benissimo senza che ci sia bisogno dell'articolo però se c'è bisogno allora è bene che ci sia quest'articolo quindi speriamo che nessuno debba mai nominare queste commissioni costretto da quest'articolo sono convinto che succederà così e però è bene che ci sia appunto come paletto come freno d'emergenza quindi io a quanto capisco perché ho visto da parte della maggioranza diverse soluzioni a quanto capisco c'è un sostegno a questo nostro emendamento che poi è lo stesso anche di altri ma è stato presentato per primo e viene considerato diciamo non un ostacolo al funzionamento delle commissioni perché la nomina delle commissioni con un altro emendamento che verrà dopo viene spostata nel tempo e quindi intanto continuano a lavorare le commissioni così come sono composte e poi nel 2021 saranno nominate le nuove commissioni mi sembra che questo sia un approdo positivo e con questo diciamo possiamo possiamo concludere la vertenza diciamo anche ringraziando tutti i colleghi e le colleghe che si sono espressi però adesso presidente io credo che ci siano anche altri emendamenti che qui che vale la pena su cui vale la pena di parlare e cioè c'è un emendamento del collega Feist now che noi sosterremo l'emendamento numero 6 che che c'è no si sta discutendo si voterà anche questi si 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 voterà anche questi come si espongono dopo presidente no 15 minuti 15 minuti quindi 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 io noi voteremo il numero 6 del collega Feist now che ha lo stesso obiettivo del nostro 7 quindi questa volta è arrivato prima lui però lo spiegherà lui penso quindi poi gli lascio la parola e chiederei invece alla collega Amoff di spiegare il numero 8 perché lei istituisce una sorta di secondo registro delle esperte delle esperte non so vorrei chiedere alla collegamo questo emendamento viene mantenuto non viene mantenuto e se viene mantenuto che senso abbia perché per adesso c'è un un elenco di esperte un registro di esperte all'articolo 9 questo creerebbe un secondo registro per una categoria diciamo per tre categorie delle componenti della commissione forse si fa un po' di confusione però appunto ascolterò la spiegazione della collega Amoff zum Vorgang der Arbeiten Abgeordnete Fuppa ja danke Herr Präsident na jetzt kann schon sein dass ich jetzt verwirrt bin aber wir hatten früher in der geschäftsordnung eigentlich wir haben in der geschäftsordnung die Vorgehensweise dass man alle anträge eines artikels vorstellt und dann kommt die diskussion habe ich ja gesagt haben wir aber in den fraktionssprach kollegium seit einigen Monaten anders vereinbart doch was ist denn dann die änderung die wir vereinbart haben nein wir haben es in den letzten malen anders gemacht wir haben es einmal anders gemacht wenn es unübersichtlich war hier ist es schon übersichtlich genug weil es ja um das selbe Thema geht und ich habe zu Beginn dieses Artikels gesagt wir diskutieren sämtliche Änderungsanträge weil es gibt ja nur zwei Artikel die so wichtig sind ich glaube hinten irgendeiner und dieser sind die zwei wichtigsten mit zehn Abänderungsanträgen und werden dann die Wortmeldungen machen aber Sie sehen Herr Präsident dass Sie eben nicht erläutert worden sind gerade weil wir in den letzten malen einen anderen Usus aufgenommen hatten nein Frau Landesrätin Frau Abgeordnete ich habe gesagt dass wir alle erläutern und ich kann wenn jemand den nicht erläutern will dann will er nicht erläutern ich kann ihn ja nicht erzwingend ich weiß schon was Sie gesagt haben Sie haben es uns jetzt auch noch dreimal gesagt ich sage Ihnen nur wahrscheinlich haben die Leute nicht erläutert weil eben in den letzten malen ein anderer Usus war dass Sie es gesagt haben haben Sie vollkommen recht vielleicht war das aber trotzdem nicht allen klar es war auch die Abmachung nicht so also ich erinnere mich davon nichts dass wir gesagt haben diesmal machen wir wieder alte Methode aber egal egal wir schaffen wir alte Methode dann haben wir aber klar zu Wort gemeldet hat sich noch jemand zum Fortgang der Arbeiten bitte sehr ja ich vielleicht noch mal zur Klärung ich möchte meine Änderungsanträge zurückziehen deshalb habe ich sie auch nicht erläutert und zwar Änderungsantrag 4 8 und 10 vielen Dank dann kommen wir noch zu Josef Unterholzner ja danke Herr Präsident ich muss mich jetzt einfach zu Wort melden wegen dieser ganzen Diskussion der Frauenquote und ich habe lange genug eine Firma geführt und war lange genug in der Wirtschaft tätig aber solche Diskussionen wird es in der Wirtschaft nie geben es geht doch vielmehr um Kompetenz und nicht ums Geschlecht genau genauso wie es Kollege Sven Knoll gesagt hat ich habe absolut nichts gegen Frauen ganz im Gegenteil ich liebe Frauen aber das ist einfach die Wahrheit und genau aufgrund dieser Diskussion stimme ich zu diesem Antrag dagegen weil es einfach nicht sein kann dass man hier und ich kann auch sehr guten Kollegen Faischner verstehen verstehen der was damals dessen im Gesetzgebungsausschuss eingebracht hat weil genau aus diesem Grund kommen bestimmte Kommissionen zum Erliegen weil sich definitiv zu wenig Frauen zur Verfügung stellen das spricht aber nicht gegen die Frauen ich stimme sehr wohl zu wie es die Kollegin Rieder gesagt hat dass man vielleicht die Werbetrommel rühren soll dass man Frauen dazu motivieren soll dass man Frauen dazu bewegen soll dass man sie hierzu mithilft absolut dafür aber dass man hier dann wirklich jedes Mal so lange über diese Quote diskutiert und dann noch zusätzlich so nahezu gezwungen wird zuzustimmen da muss ich sagen das bringt eher also mich auf Abneigung zu einem solchen Änderungsantrag zuzustimmen deshalb stimme ich genau aus diesem Grund stimme ich dagegen nicht weil ich gegen die Frauenquote bin ganz im Gegenteil ich bin für Frauen dass Frauen mit eingebunden werden aber ich ziehe absolut die Fachkompetenz vor und genau dieses Argument sollte auch viel mehr Einzug hier in den Landtag haben dass man vorher redet ist diese Person kompetent bringt diese Person Erfahrung mit kann diese Person dieses Amt ausführen dass man einfach die Kompetenzen die Fähigkeiten das Profil mehr Bewertung gibt als dem Geschlecht und der Farbe ich betone das ganz bewusst und der Farbe weil wenn ich einen Arzt brauche dann interessiert mich überhaupt nicht ob das ein Mann oder eine Frau ist dann lege ich großen Wert dass ich fachärztlich betreut und behandelt werde und das muss doch ein Thema sein bleiben wir doch bei den Themen und bei der Sache und versuchen wir doch Entscheidungen zu treffen auf sachlicher Höhe ohne das runter zu brechen so na es kann ein Gremium nicht mehr eingesetzt werden weil wir keine Frau dabei haben dieses Gremium die Raumordnung wird von einer Frau angeführt absolut okay super okay und ich würde mir wünschen dass sich mehr Frauen dazu bewegen lassen und sich dafür die Zeit nehmen und sich dafür einsetzen danke ja vielen Dank Landtagsabgeordneter ich möchte folgendes mitteilen es ist sechs Uhr und wir haben 30 Artikel jetzt kann natürlich jeder den anderen den Vorredner wiederholen und so weiter und so fort ist natürlich zulässig nur müssten wir dann unsere Zeit irgendwie planen wir schlagen mal vor und wir haben soeben auch mit den Beamten gesprochen die auch irgendwie eine Pause machen müssen dass wir zwei Stunden vielleicht durchmachen sollten wir in diesen zwei Stunden es nicht schaffen das Gesetz zu machen dann werden wir dann reden wir nochmals drüber ob wir weiterhin eine Pause machen oder ob wir sehen dann in zwei Stunden wie alles aussieht also auf jeden Fall ist das in Absprache mit 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 der Übersetzung vereinbart worden zum Vorgang arbeiten ja bitte Herr Präsident ich habe Ihre Ansage verstanden aber das bräuchten Sie vielleicht nicht unbedingt zu mir zu sagen weil ich mich am wenigsten zu Wort melde und meine Wortmeldungen an kürzesten halte nur nur das zur Klarstellung alles in bester Ordnung ich habe es zu allen gesagt Kollege Josef zu allen dass alle wissen die müssen hierbleiben bis die 30 Artikel abgearbeitet sind zum Vorgang der Arbeiten bitte Abgeordnete Fopper ja danke Herr Präsident wir hatten heute so eine dichte Agenda und es war um 18 Uhr die Aussprache mit dem Landeshauptmann zum Landeshaushalt angesetzt und dann noch nach Ende der Arbeit mit unserer unermüdlichen Landesrätin Deg und ich wollte fragen wie lange das Angebot gilt ob das bis in die Nacht reicht oder ob wir da irgendwann ein closed end haben das ist alles anschließend Landeshauptmann ja also ich bin gerne bereit dass wir das auch eventuell morgen irgendwann vereinbaren oder wie gesagt auch übersuchen das machen wir ohnehin in Videokonferenz also gerne ich würde den Kollegen Renzler als Vorsitzender des zuständigen Gesetzgebungsausschusses was eben die Finanz Erläuterungen anbelangt vielleicht versuchen mit den Mitgliedern des Ausschusses zu vereinbaren dass wir einen anderen Termin finden ich glaube es macht nicht Sinn dass wir heute um um zehn irgendwo Zahlen wälzen gemeinsam das hilft ihnen nicht und wahrscheinlich auch mir nicht aber gerne das Angebot also ich stehe auch morgen zur Verfügung auch übermorgen wenn es sein muss ich weiß ihr Sonntag ist auch ihr Sonntag aber wie gesagt wenn wir in den nächsten ein zwei Tagen einen Termin finden auch montags eventuell mein Angebot steht also ich würde Kollegen Renzler bitten dass er einen Termin sucht und wir das nachholen vielen Dank bitte nein das wird organisiert vom Kollegen Renzler ja der hat eigentlich mit dem Vorgang der Arbeiten relativ zu tun Abgeordneter Knull hat sich gemeldet hier bitte zum Vorgang der Arbeiten mir geht alles gut nur eine bitte könnten wir das nicht ein bisschen konkretisieren also auch was diese Pause anbelangt ich denke für die Mitarbeiter und auch für die Abgeordneten die Familie haben wäre es schon wichtig zu wissen wann und ob eine solche Pause eingelegt wird ja okay dann schlage ich vor wir machen bis 8 durch 20 Uhr und dann sehen wir wenn wir nicht fertig haben eine Viertelstunde Pause ich habe sehr fest gesagt solltet ihr etwas essen vor Viertelstunde was wir essen sagen sie uns das Kollege Knoll haben sie nichts mitgenommen ja eben Brot Pause Brot schon zum Mittag aufgegessen ja das ist schlecht nein Spaß beiseite wir müssen konzentriert arbeiten und dann glaube ich schaffen wir Herr Präsident darf ich noch einmal zum Vorgang arbeiten der Termin steht bereits Montag 15.30 für die Information für die Mitglieder des Gesetzgebungsausschusses also die zusätzliche Information zum Haushalt Montag 15.30 der ist scheinbar schon so verschoben worden so festgelegt worden das habe ich selbst erst jetzt nur als Information für die Kollegen vielen Dank die Information Frau Abgeordnete oder Frau Landesrätin die haben sie auch einen Ausweichtermin bitte mögen sie sich zu Wort ich hätte auch zwei Vorschläge und würde ihnen jetzt einen schicken und zwar einer am Dienstag 1.12. um 16 Uhr oder als Alternative am 11.12. im Anschluss an die Rede des Landeshauptmannes zum Haushalt wie sie lieber möchten ich würde jetzt mal den Dienstag ins Auge fassen geht es gut für sie dann schicke ich den Link wieder Dankeschön am Mittwoch ist Regionalrat ja Mittwoch dann das Tag ok dann werden wir weitermachen und ich ersuche einfach konzentriert es ist schwierig genug diese Sitzungen dazu irgendwie zu managen deshalb versuche einfach wenn es Probleme gibt bitte sagen ansonsten versuchen konzentriert zu arbeiten zu Wort gemeldet hat sich Abgeordneter Feisnauer bitte ja vielen Dank Präsident jetzt wollte ich Sie fragen ob ich gütlicherweise den Änderungsantrag sechs vorbereiten beziehungsweise vortragen kann weil es ist das Dankeschön nachdem die anderen zurückgezogen sind von der Kollegin Amhoff also mein Änderungsantrag Nummer sechs der wäre bezogen auf Artikel zwei Absatz eins bezieht sich darauf dass vorgesehen war das können vom Land rückerstattet werden natürlich als ehemaliger Gemeindeverwalter werden Sie verstehen Präsident dass das nicht gut geht können deshalb hätte ich den Streichungsantrag vorgesehen damit wieder der alte Absatz Nummer zehn gilt im Artikel vier der sagt die Vergütung der Kommissionsmitglieder hat Absatz zwei Buchstaben de und f gehen zu Lasten der Gemeinde und wird vom Land rückerstattet ich habe dann gesehen von Landesrätin Kurzer Änderungsantrag neun der dann den elften Absatz reinbringt und der glaube ich in die richtige Richtung gehen wird und hoffentlich das auch abdeckt aber dem würde ich schon zur Abstimmung bringen meinen Streichungsantrag und hoffe dann wenn der abgelehnt werden sollte dass der 9.1 genau die richtige Richtung geht dann vielen Dank dann das Wort an die Landesrätin bitte zuständige Landesrätin Sie haben schon gesprochen nein überhaupt nicht bitte Landesrätin Gut dann möchte ich ganz kurz damit wir auch alle wissen worüber wir abstimmen wir würden aufgrund des eingereichten Änderungsantrages von Landtagsabgeordneten , Ricardo Delsbarba dem zustimmen damit fallen bis zu Punkt 5 alle weg also auch Punkt 5 wäre dann hinfällig Punkt 6 hat zwar Feisner aber gesagt er würde ihn abstimmen ich schlage vor dass wir dem also bitte das ist ein Vorschlag also sind alle auf Messerschneide mit der Demokratie es ist ein Vorschlag dass ich den ablehnen würde dementsprechend auch 7 und 8 hat Kollegin zurückgenommen und 9 1 würde das dann ersetzen einmal die Vergütung über die Gemeindefinanzierung das brauchen wir ganz dringend und auf der anderen Seite die Zusammensetzung die mathematische Rundung bei den Kommissionen und und dann würde 10 nimmt ja die Kollegin zurück das wäre der Vorschlag also 1 de los barba zustimmen es fallen dann bis 5 6 würde ich ablehnen 7 ablehnen 8 ablehnen 9 1 zustimmen dann würde 9 ja weg fallen und 10 hat die Kollegin ja auch zurück genommen ja 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 hier geht es um die Vergütung und um die mathematische Rundung beides zusammen in einem Absatz vielen Dank wir kommen nun zur Abstimmung ich werde sicherlich auch sagen den Änderungsantrag des jeweiligen Einbringers damit das alles klar ist wir kommen zur Abstimmung Nummer 1 de los barba Nummer 1 de los barba apro la votatione na wieso ist das stimmt nicht man kann schon ändern man kann nur ändern das stimmt schon Sepp lass leise nein nein ich schließe die Abstimmung mit 24 ja 10 nein null enthaltungen ist der Änderungsantrag den aus barba angenommen hinfällig ist 2 3 4 5 wir kommen nun zum Änderungsantrag feisten au Nummer 6 apro la votatione zum Änderungsantrag 6 zu 6 Ich schließe die Abstimmung zum Änderungsantrag 6 feisten 10 ja 19 nein 5 enthaltung ist Änderungsantrag feisten abgelehnt wir kommen zum ist auch hinfällig Abänderungsantrag der los war hinfällig ab 6 angenommen ja ist so abzustimmen ist zurückgezogen der los war zurückgezogen 8 ist zurückgezogen wir kommen zum Änderungsantrag hochgruber kurzer 9 punkt 1 apro la votatione mit 23 ja 0 nein 11 enthaltungen ist der Änderungsantrag angenommen Änderungsantrag 10 ist zurückgezogen am Hof somit kommen wir zum Artikel gibt es Wortmeldungen zum Artikel wenn keine dann kommen es gibt keine Vormerkungen zum Artikel somit kommen wir zur Abstimmung Artikel 2 apro la votatione konsilium konsilium wir kommen zu Artikel 3 da gibt es keinen Änderungsantrag gibt es Wortmeldung zu Artikel 3 keine Vormerkung somit kommen wir zur Abstimmung Pongo in Votatione Artikel 3 ich eröffne die Abstimmung teile mit mit 22 ja und einige nein stimmen 22 ja 0 nein stimmen 12 enthaltungen ist Artikel 3 genehmigt wir kommen zu Artikel 3 bis da haben wir zwei Änderungsanträge der Abgeordnete noch Robert Kornzer bitte Frau Landesrätin würden Sie diese erläutern gerne danke schön hier geht es um eine Präzisierung die wir hier eingeführt haben nachträglich und zwar bei den Verlegungen damit es zu keiner Verschlechterung im Landschaftsgebiet geht haben wir festgeschrieben dass bei Verlegung eben Natur- und Agrarflächen im Landwirtschaftsgebiet liegen muss das heißt nicht in Schutzzonen das selbe gilt auch das selbe gilt auch im Alpinen Grün also es geht um was ich schon eingangs gesagt habe Landschaft zu stärken und zu schützen und der zweite soll verhindert werden also der zweite ist die Erweiterungsmöglichkeit vom geschlossenen Hof das heißt bei drei bis wenn eben abgetrennt werden kann dann kann auf diesem auf diese abgetrennten Kubatur nicht mehr aufgebaut werden das heißt wenn wir draußen 1000 Kubik laut Gesetz ja die Möglichkeit haben dass sie von 500 600 oder 300 erweitert werden können diese bei diesen Abtrennungen darf nicht aufgebaut werden das heißt nicht Kubatur draufgelegt werden da gelten die 1000 Kubik nicht auch eine eine restriktive praktische Festlegung was draußen im Landschaftsgebiet passiert vielen Dank zu Wort gemeldet hat sich Abgeordneter Andreas Leiterreber bitte ja danke Frau Landesrätin einmal finde ich das sinnvoll in den zweiten Änderungsantrag dass sie hier klarstellen dass die Erweiterungsmöglichkeit eben nicht anwendbar ist das ist natürlich eine Einschränkung beziehungsweise eine ganz klare eine eindeutige Klarstellung hingegen beim ersten Abänderungsantrag im ersten Absatz den letzten Satz für bestehende Gebäude im albinen Grünland ist der Wiederaufbau gemäß dem vorhergehenden Satz auch an einem anderen Standort im albinen Grünland innerhalb desselben Gemeindegebietes und die nächstgelegene geeignete Lage zulässig nächstgelegene geeignete Lage Frau Landesrätin wer definiert die denn wie ich es davor schon gesagt habe man geht halt immer man muss immer damit damit rechnen und davon ausgehen dass es natürlich auch Situationen gibt wo versucht wird alles auszureizen wer entscheidet darüber ob das wirklich die nächstgelegene geeignete Lage ist vielen dank keine weiteren Wortmeldungen damit kommen wir riccardo bitte sehr nein danach zum schluss abgehörter dello sparen bitte si yo yo falle anche una domanda alla assessora quindi magari poi si risponde tutti insieme cioè il primo il secondo va bene il primo c'entra anche assessora però l'esclusione della possibilità di spostare la cubatura dal verde a zone edificabili anche non sono a zone tutelate cioè si elimina anche la possibilità di fare il gioco tra verde e diciamo e e area edificata con edifici del maso giusto abzutragen und nicht mehr neu dort aufzubauen, wenn jemand in Dorfnähe gehen will. Wenn er aber im Landwirtschaftsgebiet draußen ist, dann muss er natürlich alle Schutzgebiete, die im Umfeld sind, kommen für ihn nicht in Frage. Es kann nur von Landwirtschaftsgebiet in Landwirtschaftsgebiet gegangen werden. Die Gemeindekommission, Herr Leiter Reber, die Gemeindekommission entscheidet, also er kann nicht selber entscheiden und sie holt sich meistens auch noch ein Gutachten ein, wenn es um eine Verlegung geht, ob die Verlegung gerechtfertigt ist. Das heißt, man holt sich Gefahren, Gutachten ein, was auch immer die Gründe sind, wieso ich überhaupt eine Verlegung anstrebe. Ich kann nicht einfach so vom blauen Himmel sagen, ich möchte hier mein Haus verlegen, sondern es braucht auch eine Begründung dazu. Und man ist von diesen, wie viel Meter, wie viel kann ich weggegangen, weil es natürlich immer eine Schwierigkeit ist, wenn es genau fünf Meter nicht passt und dann wieder eine Abänderung braucht. Und ich denke, dass auf Gemeindeebene hier man schon darauf achtet, dass eine Verlegung, wenn sie das Recht hat, auch verlegt werden zu können, dass man dementsprechend einen Platz sucht. Vielen Dank. Allora, Pongo in Votatione. Zum Votatione, Pongo in Votatione, 24 Ja, 7 Nein, 4 Enthaltungen, ist Änderungsantrag 1 genehmigt. Wir kommen zum Änderungsantrag 2. Apro la Votatione. Und das hat man nicht. Votatione, Pongo in Votatione, 31 Ja, 0 Nein, 3 Enthaltungen. Somit sind die zwei Änderungsanträge genehmigt. Und wir kommen zum Artikel 3 bis. Gibt es Wortmeldungen zum Artikel 3 bis? Abgeordneter Andreas Leiter-Reber, bitte. Danke, Herr Präsident. Frau Landesrätin, aufbauend auf die Wortmeldung auch von Kollegen de los Barba, die Rücksiedelung sozusagen eines Gebäudes, das eben außerhalb bzw. im landwirtschaftlichen Grün ist, die Rücksiedelung impliziert dann auch Rücksiedelung zum Beispiel ins Tourismusgebiet. in die Tourismuszone. Nein. Warum? Wenn es möglich ist, dass ich die Zonen springen kann, oder? Nein, warten Sie, Frau Landesrätin. Ich frage zuerst, ob es weitere Wortmeldungen zum Artikel gibt. Wenn keine, dann meldet Sie sich an, Landesrätin. Ja, bitte. Okay. Also wenn ich von Tourismuszone in die Tourismuszone gehe, ja. Ja, wenn ich von landwirtschaftlichen Grün, ich brauche, wenn ich diese Rücksiedelung mache, dann brauche ich mit der Gemeinde einen Raumordnungsvertrag. Das heißt, es wird festgelegt, ich habe die Möglichkeit, vom landwirtschaftlichen Grün draußen in die Ortschaft die Kubatur zu verlegen, muss sie dort abtrennen. Aber wenn ich einen touristischen Betrieb draußen habe und eine Tourismuszone, dann kann ich von Tourismuszone in Tourismuszone gehen. Außer ich mache eine Zweckänderung mit einem Raumordnungsvertrag und sage, ich möchte diesen Betrieb draußen abtragen zur Gänze und möchte dafür etwas anderes machen. Aber das geht dann nur über den Raumordnungsvertrag mit der Gemeinde. Beispiel sage ich Ihnen dann. Vielen Dank. Tut mir leid, Abgeordnete Riccardo de Svareva. Allora, pongo votatione, l'articolo 3 bis. Apro la votatione. Apro la votatione. 20 Ja, 2 Nein, 11 Enthaltungen. Somit ist Artikel 3 genehmigt. 3 bis. 3 bis genehmigt. Wir kommen zu Artikel 4. Artikel 4 gibt es keinen Änderungsantrag. Gibt es Wortmeldungen? Auch nicht. Somit pongo votatione. De los Parva. No. Si o no? Allora, pongo in votatione l'articolo 4. Apro. Chiudo la votatione. 18 Ja, 09, 16 Enthaltungen. Somit ist Artikel 4 genehmigt. Wir kommen zu Artikel 5. Da haben wir einen Änderungsantrag von der Landesrätin Hochgruber-Kunzer. Bitte. Schon strengend. Okay, dann. Ich würde hier einen Streichungsantrag vorschlagen, und zwar aus folgender Begründung. Wir haben in den Artikel 5 bei den Raumwohnungsvereinbarungen das Land mit hineingenommen. Wir werden hinten bei Artikel 27 103 Übergangsbestimmungen einen Änderungsantrag des Landeshauptmannes diskutieren. Und dort haben wir das Land separat in den Raumwohnungsverträgen hineingenommen. Wir möchten, dass diesen Artikel, den wir bereits genehmigt haben, dass der auch so bleibt, damit auf keinen Fall eine Unsicherheit hineinkommt, weil wir ihn auf römischer Ebene noch nicht abgeklärt haben. Und ich möchte da wirklich eine Anfechtung sehr vorsichtig sein, dass es nicht angefechten wird. Die Gemeinden können weiterhin die Raumwohnungsverträge machen, wie bisher. So wie es im Gesetz festgeschrieben ist, das Land hätten wir separat herausgenommen bei den Übergangsbestimmungen. Gibt es Wortmeldungen? Gibt es Wortmeldungen? Gibt es Wortmeldungen? Somit kommen wir zur Abstimmung des Änderungsantrags. Hochkuber. Apro la votazione. Mit 29 Ja, 09, 5 Enthaltungen ist der Änderungsantrag angenommen. Somit wird über den Artikel nicht abgestimmt, da er gelöscht ist. Wir kommen zu Artikel 6. Da gibt es keinen Änderungsantrag. Gibt es Wortmeldungen zu Artikel 6? Wenn keine, dann kommen wir zur Abstimmung. Pongue Votation. Artikel 6. Ich eröffne die Abstimmung. Apro 5. Nein, 6. Apro la votazione. Apro la votazione. No, it will not. A me non funziona. Aiaz, ecco, finalmente. Giu de la votazione. 19 Ja, 09, 16 Enthaltungen ist Artikel 6 genehmigt. Wir kommen zu Artikel 7. Da haben wir zwei Änderungsanträge. Feisnauer und Hochkuber-Kunzer. Ich ersuche eine Erläuterung. Also bei meinem Halt geht es nur um meine sprachliche Korrektur. Bei und oder wird das Wort oder ersetzt. Abgeordneter Feisnauers. Ja, vielen Dank, Präsident. Also bei meinem Änderungsantrag geht es darum, die Vermietung oder Nutzungslauf sechs Jahre begrenzt einzubauen. Wir haben schon im Gesetzgebungsausschuss damals diskutiert, im Oktober, gesprochen, ob das fünf Jahre, vier Jahre oder sechs Jahre sein sollten oder können. Es hat auch der Ressortleiter damals gemeint, dass es kein Problem sei, wenn man sechs Jahre zum Beispiel fixiert. Und deshalb mein Vorschlag oder unser Vorschlag hier, wir auf sechs Jahre begrenzen. Und ich würde eben auch das oder streichen, bitte, bei diesem Änderungsantrag. Und nur mehr und. Vielen Dank. Gibt es Wortmeldungen? Riccardo, oder Svaro, bitte? Presidente, per dire che l'emendamento di Peter Feisnauers, come anche volevano, che è un po' anche la volontà del Consiglio dei Comuni, su questo mi pare una volontà positiva, cioè quello di dare, diciamo, bene, mettere dei paletti per limitare bene questo tipo di locazioni a tempo determinato. E quindi credo che sia un emendamento da approvare, altrimenti l'articolo 7 diventa troppo generico e si presta a interpretazioni forse anche non sempre corrette. Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Wenn keine, Frau Landesrätin, möchten Sie noch antworten? Bitte eintragen. Ja, ganz kurz. Ich glaube, dass mit der Begrenzung auf sechs Jahre könnte es aber genauso Schwierigkeiten geben, denn unterschiedliche Dauer von Verträgen könnten dann die Anmietung oder die Nutzung nicht mehr gewährleisten. Also wenn jemand eine andere Zeit, natürlich Sie haben sechs Jahre hergenommen, aber wenn jemand eine andere Zeit braucht, dann wäre zum Beispiel ein Objekt und ein Gebäude würde nicht mehr zur Verfügung stehen, weil es sechs, sieben, acht Jahre benötigt wird. Deshalb diese unterschiedliche Verträge, kann dem nicht Rechnung getragen werden. Ich würde das ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Apro la votation. Vielen Dank. Wir kommen zum Änderungsantrag der Landesrätin Hochgruber. Apro la votation. Mit 22 Ja, drei Nein, neun Enthaltungen ist der Änderungsantrag angenommen. Präsident, das war ich nicht in Rat o Freund. Ich weiß auch nicht. Oh, das war ich. Und es war vor dem Reihe. Votation pro Mein���uteur soll. Von 않는TA Talk. Danke. Liebe,, denn mitnynend sind ganz langsam einemporter Interaktivitas. Dann auf jeden Fall ist der Artikel 7 genehmigt, da der Änderungsantrag Artikel 7 ersetzt. Wir kommen nun zu Artikel 8. In Artikel 8 gibt es einen Änderungsantrag vom Abgeordneten der Schwalba. Bitte sehr, Frau Landesrätin Deg, nicht so laut. Abgeordnete der Schwalba, bitte. Ja, danke. Ich habe auch in einem anderen Fall, da der Änderungsantrag ist zu tun, Sper Grenier Edelze Anche qui Io Credo Che sia opportuno Visto che la materia Deguera Edilizia agevolata Affrontare E visto che Quando La collega Dech Ci presenterà La legge E quando Il Il L'antag L'avrà Approvata Contemporaneamente Dovremo fare Delle modifiche A questa legge Qua Allora Anche questa Rimandarlo All All wenn wir den gesamten Quadraten überlegen. Ich bin nicht in den Meriden, ich sage nur, wenn ich die Einladen überlegen. Wir warten, wir sehen, ob wir diese Begründung machen können. Das sagt nur die Verlegte, die wir uns in ein paar Tagen zeigen. Und dann diskutere ich im Konsilium. des Abgeordneten Veterator, Landesrat Veterator, dem es nicht möglich war, bei der Abstimmung von Artikel Änderungsantrag Hochgruber-Kunzow zu 2 war es ihm nicht möglich abzustimmen aus technischen Gründen. Somit müssten wir das wiederholen. Also wir haben abgestimmt den Änderungsantrag Feisnauer. Abgelehnt, wir kommen nun zum Änderungsantrag Hochgruber-Kunzow. Pongen Votatione, Leventamento Hochgruber-Kunzow, Apro, La Votatione, Alla Articolo Sete. Wenn es irgendwo Probleme gibt, technische Bitte frühzeitig melden, dann müssen wir das wiederholen. Ansonsten... Somit giuda la Votatione. 24 Ja, 2 Nein, 9 Enthaltungen. Somit ist der Änderungsantrag Hochgruber-Kunzow angenommen. Wir kommen nun zu Artikel 7. Gibt es Wortmeldungen zu Artikel 7? Wenn keine, Pongo in Votatione, Articolo Sette. Apro, La Votatione. Gibt es Wortmeldungen zu Artikel 8? Gibt es Wortmeldungen zu Artikel 8? Delos Barba, ich glaube, Sie haben den Änderungsantrag bereits erläutert. Gibt es weitere Wortmeldungen? Sehe nicht. Hat die Landesrätin darauf schon reagiert? Dann bitte sehr. Kollege Delos Barba hat es genau geschildert. Im Grunde, es geht in den Mischgebieten um die 1000 Quadratmeter und ich glaube, es hat natürlich wenig Sinn, dass wir bei 1000 Quadratmetern die 60-40-Regelung machen, auf der einen Seite. Kollege, Sie wissen und alle anderen wissen es auch, diese 1000 Quadratmeter ersetzen im Grunde das alte Gesetz, den 36 bis. Der war nicht limitiert auf 1000 Quadratmeter. Über 36 bis hat man auch 3, 4, 5.000 Quadratmeter gemacht. Da hätte es noch einen Sinn gehabt. Jetzt hat es keinen Sinn bei 1000 Quadratmetern, ist aber auf jeden Fall konventioniert. Das heisst, den Einheimischen vorbehalten, ganz klar. Deshalb würden wir den Vorschlag ablehnen. Vielen Dank. Pongo in votazione. Ich eröffne die Abstimmung. Änderungsantrag Delos Barba Pongo in votazione. 10 Ja, 19 Nein, 6 Enthaltungen ist der Änderungsantrag abgelehnt. Wir kommen zum Artikel 8. Gibt es Wortmeldungen zu Artikel 8? Nein. Pongo in votazione. Artikel 8. 5. 6. 8. 9. 10. 19 Ja, 9 Nein, Gegenstimmen und 7 Enthaltungen. Somit ist Artikel 8 genehmigt. Wir kommen zu Artikel 9 Gewerbegebiet. Gibt es einen Änderungsantrag der Landesrätin? Bitte, Landesrätin. Auch die Räumlichkeiten für die Unterbringung von Mitarbeitern. Und die Landesregierung legt die Kriterien und Parameter fest. Das soll nicht so sein, dass es eben dann Wohnungen werden, wo wirklich über Jahre und Jahrzehnte eben Mitarbeiter als Wohnung nutzen, sondern es sollte eine Unterkunft sein. Ich glaube, es ist eine ganz große Erleichterung für viele Kleinbetriebe, die natürlich ihre Lehrlinge, die vielleicht noch nicht so selber mobil sind, die draußen nicht in der Nähe einer Bushaltestelle auch sind, dass sie eben dort ihnen eine Unterkunft anbieten können. Aber auch Arbeiter, die vielleicht unter der Woche sind und am Wochenende nach Hause fahren. Also ich denke, querbeet, ganz unterschiedlich. Das ist eine Erleichterung und trägt aber auch dazu bei, dass eben die Mobilität eben, dass vor Ort eben auch gewohnt werden kann. Vielen Dank. Zu Wort gemeldet hat sich Abgeordneter dello Sparber. Bitte. Grazie. Grazie. Grazie, Presidente. Questa è una misura, un articolo che è stato molto discusso e controverso tra le categorie economiche che sono interessate alle zone produttive, e cioè gli industriali e gli artigiani. Ho l'impressione che ci sia una tendenza favorevole tra gli artigiani, è una tendenza nettamente contraria da parte degli industriali. Questo è un tema, ovviamente, complesso, naturalmente dipende anche, certamente, per esempio, la voce degli industriali è molto più importante per una zona industriale come Bolzano, che è più industriale che non, no? In altre zone può essere diversamente. Io credo che questa norma non sia matura, Assessora. Cioè, voi non potete fare una norma sulle zone produttive avendo contro una parte così importante delle categorie economiche come quella dell'industriale. Ho letto le cose che ha detto il Presidente Giudice Andrea su questo argomento. Ho letto, so che c'è stata, credo, ieri una riunione in cui all'assessore Aham, gli industriali hanno ripetuto in tutte le salse che loro sono contrari a questa norma, e che ne vogliono discutere ancora. Il tema è quello di inserire, di inserire già in legge alcuni vincoli, no? Alcuni vincoli, alcuni limiti. Io faccio qualche esempio. Allora, qui si tratta di creare degli alloggi per dipendenti nell'area, diciamo, delle aziende sostanzialmente, no? Dell'area delle aziende. Allora, la prima domanda è, ma quali dipendenti possono andare a abitare in questi alloggi? Cioè, i dipendenti della stessa azienda che crea questi alloggi? Oppure uno può usare il proprio terreno che gli è stato dato come terreno produttivo per trasformarsi in una specie di albergatore? Perché prendiamo alcune zone della nostra provincia, no? Dove ci sono moltissime centri abitati con zone produttive vicine e uno può anche trasformarsi in un albergatore, no? Quindi, la prima cosa da chiarire è che questi, a parte chi ci... Insomma, no, a parte, poi lo dico dopo, ma la prima cosa da chiarire è se questi, se è un'azienda che crea sistemazioni abitative per i propri dipendenti oppure se c'è un artigiano, un industriale che cambia mestiere e mette su un albergo ospitando nella propria cubatura dipendenti di tutte le aziende intorno, compresi anche magari i paesi vicini. O comunque le aziende vicine. Perché allora qui il percorso dovrebbe essere diverso. Cioè, se l'artigiano, l'industriale smette di fare quello e diventa albergatore, allora qui siamo in un'altra categoria di cose. La seconda, naturalmente, è la dimensione di questi alloggi. Anche questa andrebbe definita. Anche questo gli industriali chiedono di definirla. Poi la terza cosa è se, insomma, se è umanamente così sopportabile l'idea che ci siano, diciamo, a me mi ricorda un po' la Cina, diciamo. Avete presente questi mercati cinesi dove quelli che vendono la sera chiudono tutto e poi si stendono con una panca sotto il banco di vendita e dormono lì. Quindi, ecco, cioè, penso che, questo lo aggiungo io, che il tema della ospitalità di persone che vengono a lavorare sia un tema un po' più, insomma, che sia un po' più complesso da affrontare in maniera, diciamo, in maniera tale da rispettare anche le esigenze umane, relazionali di queste persone. Perché altrimenti veramente sembrano, sembrano delle, 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 sì, delle, dei pollai, insomma, questi, 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 questi posti. Però, questo è una mia considerazione, diciamo, che porterebbe a limitare moltissimo queste soluzioni, veramente a situazioni molto, a tempo moltissimo determinato, a breve tempo, e allora, vabbè, non è che anche il lavoratore o la lavoratrice non è che si cerca la casa per tre mesi. Però, per tempi più dilatati, anche a tempo determinato, io credo che bisogna offrire soluzioni abitative più, più adeguate. Per cui, io credo, quindi, che questa norma sia immatura, cioè non abbia il necessario consenso, non abbia il necessario consenso, e che quindi vada sospesa, vada eliminata e vada approfondita, ridiscussa con, naturalmente anche tra noi, ma anche con le categorie economiche che sono interessate e anche, direi, con i sindacati. Sentire anche i sindacati, cioè i rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici, cosa pensano di questo tipo di cosa? Perché io ho sentito, appunto, questa terza preoccupazione che avevo, cioè di comunque un trattamento decente per le persone che vengono a lavorare qui, i sindacati, la preoccupazione dei sindacati è anche questa. Certo, l'emendamento presentato dall'assessora, diciamo, non parla più di alloggi di servizio, cioè non parla più di alloggi di servizio, perché se no ci viene sempre in mente i 150 metri quadri o quanti sono, 130, 160, delle artigiani, ma parla di locali per l'alloggio, quindi, diciamo, locali non sono alloggi di servizio. Però, delegando completamente alla giunta provinciale poi i criteri e parametri, quindi la dimensione a chi sono di servizio, eccetera, eccetera, è chiaro che qui si dà una cambiale in bianco, mentre, diciamo, tutti i soggetti interessati a questo tema hanno chiesto che venga chiarito già in legge in maniera abbastanza più precisa la natura, l'uso di questi alloggi, chi ci può risiedere, dipendenti di chi e in che dimensioni degli alloggi, eccetera, per quanto tempo. Ecco, quindi io credo che questa norma vada stralciata perché è, appunto, prematura e non ha il consenso necessario. Grazie. Grazie Presidente. Il collega dello Sbarba ha detto quasi tutto su questa norma. È una norma che, dal mio punto di vista, deve essere concordata con le categorie economiche e sociali. È vero che c'è un grido d'aiuto all'interno della nostra provincia in cui le categorie economiche e le sociali lamentano una scarsa opportunità per alloggi per lavoratori. Su questo più volte si è intervenuti, si è anche tentato di dare delle mezze soluzioni con case albergo e quant'altro. Questa era, è una soluzione, però è una soluzione a cui bisogna stare attenti perché c'è il rischio della speculazione. Guardi, io faccio di mestiere l'agente immobiliare e le posso assicurare che ho già visto progetti che vanno nella direzione che dice dello Sbarba, cioè progetti che sono alberghi per lavoratori su cui c'è un investimento in questo senso. Non sono a Bolzano, sono in altre parti del territorio. Per cui questo tipo di problematica è una problematica che può far nascere alcuni contrasti e è una soluzione. Io non dico che questa non sia una soluzione, va in una direzione, in una direzione corretta a mio modo di vedere. Però deve essere ben ponderata, non può essere lasciata a una norma così aperta dove c'è una discrezionalità all'interno della giunta provinciale, per cui per carità possono essere messi dei vincoli, dei paletti molto forti. Io le dico, io ho ricevuto telefonate dal mondo dell'asso imprenditori in cui mi hanno detto, noi abbiamo paura, abbiamo parlato con l'assessore e ha detto che non se ne fa niente, questa norma va avanti, assolutamente va avanti così. Loro sono preoccupati, specialmente in un grande territorio come è la zona industriale di Bolzano, su cui esistono anche alberghi, esiste di tutto e c'è rischio che questa norma possa produrre degli effetti negativi per le attività produttive, non in senso positivo. Noi abbiamo fatto una proposta a suo tempo con l'assessore all'edilizia abitativa, noi possiamo in tutti i modi trovare delle soluzioni, però siccome si parla che questa legge urbanistica è partecipativa, allora se è partecipativa non è solo partecipativa con i cittadini, ma è partecipativa anche con le categorie, specialmente su un urlo di aiuto da parte delle attività economiche, come c'è ad esempio l'università che dice che mancano studentati, in questo caso mancano alloggi per lavoratori, ma alloggi per lavoratori è determinare cosa vuol dire questi lavoratori, cioè ci sono tutta una serie di situazioni che devono essere ben identificate, ben regolate. Per quello io sono essenzialmente contrario a questa norma, ma non perché non va in una direzione che può essere anche una soluzione, ma perché deve essere ponderata in tutti i suoi aspetti. grazie gauge desi grazie 준 grazie a tutti grazie a tutti befinden. Und wir reden von mit 8.000 Kubikmeter oder größer am Volumen, dann könnte man mit 20 Prozent maximal in dem Beispiel 1.600 Kubikmeter unter Anführungszeichen Wohnkubatur oder eben solche zeitweiligen Unterkünfte machen. Bei 30 Kubikmeter pro Zimmer mit Sanitärbereich wären das circa 50 Zimmer in so einem Gebiet. Ich wollte da die Landesräte jetzt fragen, ob man nicht auch hier denkt daran an den Beschluss der Landesregion Nummer 751 am 3. September 2019, den die Landesregierung einstimmig genehmigt hat, wo die Unterkünfte, die Mindeststandards für Räumlichkeiten für zeitweilige Unterkunft an landwirtschaftlichen Saisonarbeitern und SaisonarbeiterInnen behandelt werden. Und ich denke, sie nickt, also da wird man sich dran halten, nur da haben wir auch die 120 Tage drinnen. Sie kennen die auch wahrscheinlich und wissen davon. Wir wissen, bei Acht und Dauer der Nutzung steht die zeitweilige Unterkunft 120 Tage im Jahr nicht überschreiten. Das wird natürlich im Handwerk, wie es das Kollegen auch sagen, wenig sinnvoll sein. Aber die Merkmale der Ausstattung der Räumlichkeiten nehme ich mal an, dass man die da hernimmt, die hygienischen Mindeststandards und so weiter, weil man ja auch weiß aus dem Ausland, ich habe vorhin auch noch oder vor einigen Tagen schon recherchiert, wo man auch auf die Missstände immer hinweist, auf solche Arbeiterunterkünfte. Das hat ja manchmal erschreckende Ausmaße, nimmt das an und deshalb einerseits positive Richtung, wenn man es richtig anwendet und für betriebseigene Unterkunft wäre für die Mitarbeiter. weiter, aber das steht da nicht drin in Ihrem Vorschlag und deshalb unsere Vorbehalte zu diesem Änderungsantrag. Vielen Dank. Abgeordneter Unterholzner, bitte. Ja, danke, Herr Präsident. Ja, werte Kollegen. Ich finde diesen Änderungsantrag sehr, sehr gut und unterstütze den auch mit Sicherheit, weil es ist ein sehr großer Bedarf in Südtirol, nachdem wir ja die Dörfer, die Gemeinden sehr groß verstreut sind und ich mache Ihnen jetzt ein Beispiel. Ich habe einen Sohn, der würde nach Bruneck oder auf den Ritten gehen zum Arbeiten und findet doch keine Wohnung und dieser Unterkunftsbedarf beziehungsweise Unterkunftsmangel ist schon seit Jahren sehr groß und wird auch seit Jahren sehr oft angeprangert beziehungsweise gefordert. Das betrifft Mitarbeiter, das betrifft Lehrlinge, das betrifft Gastarbeiter und für Gastarbeiter ist auch die Industrie sehr stark betroffen. Und ich kenne auch die unterschiedlichen Meinungen des Unternehmerverbandes, der sich immer vehement dagegen wehrt, dass man in die Industriezonen beziehungsweise Gewerbegebieten keine Wohnflächen machen soll, machen darf. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Ich kenne sehr viele Gewerbegebiete, beispielsweise Industriezonen, Lahnar, dort wohnen bereits sehr viele Menschen. Und es wäre gut, der Bedarf ist noch viel größer, als derzeit Wohnfläche zur Verfügung steht. Und deshalb, ja, es muss jedem bewusst sein, wenn jemand in einer Gewerbe, in einem Gewerbegebiet wohnt, dass er gegebenenfalls um fünf Uhr morgens durch einen LKW geweckt werden könnte. Aber es bringt auch sehr viele Vorteile, wenn ich zum Beispiel einen Schichtbetrieb habe, einen Dreischichtbetrieb, was wir ja praktiziert haben in meiner Vergangenheit, dann ist es sehr wohl, sehr willkommen, wenn im oberen Stock vielleicht auch 20 Mitarbeiter wohnen, schlafen können und nach dem Schichtdienst nach oben gehen können, sich duschen und dort schlafen können. Deshalb, ich finde das sehr gut und ich werde sogar ein Befürworter, dass dieses Gesetz in diese Richtung ausgeweitet wird und nicht auf 20 Prozent limitiert wäre. Daher absolut meine Zustimmung. Das geht mit Sicherheit in die richtige Richtung. Auch das Beispiel, wie es Kollege Feisnauer gebracht hat. Ja, wenn eine Halle 8000 Quadratmeter groß ist, dann ist es möglich, dass man 1600 Quadratmeter Wohnfläche, Unterkunftsfläche dazu bauen kann, was ich sehr sinnvoll finde. Auch auf diesem Hintergrund, dass ja die Grundstücke, die Flächen hier begrenzt sind und nachdem eine Halle gebaut ist, ist diese Fläche verbaut und dann sollte diese Fläche auch optimal, maximal ausgenutzt werden. Dazu bietet sich sehr wohl in den oberen Stockwerken Büros oder in dem Fall Wohnfläche zu schaffen für Mitarbeiter, für Lehrlinge, für Gastarbeiter usw. unabhängig, ob sie im eigenen Betrieb arbeiten oder auch nicht. Deshalb meine Unterstützung zu diesem Antrag. Danke. Vielen Dank, Abgeordneter. Zu Wort gemeldet hat sich Gerd Lanz. Bitte. Ja, kurz zur Erläuterung. Es besteht ja heute schon die Möglichkeit, dass in größeren Gewerbegebieten sogenannte Arbeiterwohnheime gebaut werden können. Dort haben wir keine Limitierung, sei es, was die Größe der Unterbringungen betrifft, sei es auch, wer dann dort wohnt, sei es auch, ob die Mitarbeiter von diesem Betrieb sein sollen oder von dem anderen oder vom gesamten Gewerbegebiet oder von einer Nachbargemeinde. Das heißt, heute besteht diese Möglichkeit. Nur das Problem ist, dass diese Möglichkeit natürlich nur dort interessant ist, wo ein dementsprechendes Einzugsgebiet ist. Das führt dazu, dass einerseits ein Ungleichgewicht am Markt entsteht, denn dadurch entsteht natürlich ein Wettbewerbsvorteil, vor allem in der Zeit, wo Fachkräftemangel besteht, vor allem in einer Zeit, wo auch Mobilität vielleicht eingeschränkt ist, in einer Zeit, wo vor allem auch vielleicht die Zufahrtswege im Sommer dann überfüllt sind und so weiter. Es gibt ein weiteres Problem, dass derzeit werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor allem der kleineren Betriebe, wenn sie zeitweilig untergebracht werden müssen, in Pensionen untergebracht, in Hotels. Das führt dazu, dass es dann zum Beispiel in Hochsaisonen schwierig ist, diese Möglichkeit zu finden, weil natürlich diese Strukturen besetzt sind, anderweitig vermietet werden und dementsprechend braucht es hier eine Lösung. Der Ansatz geht ja in jene Richtung, wo man dann gesagt, es soll im Durchführungsplan geregelt werden, es soll mit Durchführungsverordnung ein ganz klares Regelwerk aufgestellt werden, was Größe betrifft, was die Bezugsmöglichkeiten betrifft, was die Dauer betrifft, was auch die Nutzung und so weiter betrifft und auch welchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das dann eventuell genutzt werden kann. Also ich glaube, dass sie auch hoffen. Und ich denke auch, dass das auch von Seiten der Industrie befürwortet wird. Dort ist seit jeher eigentlich die Angst, dass in Gewerbegebieten, dass sich das dann zu Wohngebieten entwickelt. Aber ich denke, in diesem Antrag ist ja ganz klar, dass man davon spricht, von zeitweiligen Unterkünften und wenn man davon ausgeht, sind dann Mitarbeiter des Betriebes, die sind dann untertags nicht in der Wohnung, sondern sind beim Arbeiten und wir haben dann auch nicht das Problem, was entstehen würde, wenn Familien dort hinziehen. Deswegen, auch das muss man dann wahrscheinlich in der, oder nicht nur wahrscheinlich, das muss dann in der Durchführungsverordnung geregelt sein, dass es auf keinen Fall Familien sind, dass es auf keinen Fall dann Zuzug von anderen Personen gibt, dass es wirklich klar geregelt wird. Das ist für die zeitweilige Unterbringung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort. Aus diesem Grund wurde ja auch der Begriff Wohnungen vermieden, damit ja hier kein Missverständnis entsteht, damit das ja ganz klar geregelt wird. Es geht um die zeitweilige Unterbringung. Ich möchte doch versuchen und auch, was Kollege de los Barra gesagt hat und auch Kollege Repetto, hier den Auftrag einfach mitzugeben, auch der Landesräte, der Landesregierung, dass das sehr streng geregelt wird. Denn ich persönlich möchte auf alle Fälle auch vermeiden, dass sich die Tür öffnet zu irgendeinem Wildwuchs. Es muss ganz klar sein, es geht um zeitweilige Unterkünfte. Ich möchte aber auch die Abgeordneten hier versuchen, dem hier zuzustimmen. Denn mit dieser Regelung sind diese Unterkünfte ja morgen nicht gebaut, sondern es muss geplant werden, es müssen die Durchführungspläne gemacht werden und es braucht eine gewisse Zeit. Und ich denke, dass die Notwendigkeit jetzt besteht. Wenn wir jetzt zum Beispiel wissen, die aktuelle Situation auch, wo eben die Mobilität eingeschränkt ist, wo eben diese Nähe zum Arbeitsplatz gewünscht ist, aber wir wissen, dass es derzeit nicht so ist, dann brauchen wir hier geeignete Maßnahmen. Und insofern hoffe ich doch auch, dass die Zustimmung kommt mit der klaren Vorgabe, wie erst gesagt worden ist, dass es hier wirklich eine strenge, rigide Anwendung gibt. Was die Größe betrifft, natürlich, wenn eine Gewerbeimmobile 8.000 Quadratmeter hat, dann wissen wir, dann hat sie vielleicht im Durchschnitt eine Gebäudehöhe von 6 Metern. Das heißt, wir reden von sehr großem Volumen. Aber wir brauchen jetzt nicht Angst haben, dass dann einer, nur weil er das Recht hat, plötzlich immens viele Mitarbeiterunterkünfte auf seine Immobilie baut, wenn er nicht dafür eine Verwendung hatte. Also ich glaube schon, dass dann hier sich dementsprechend auch die Eigentümer der Immobilien Gedanken machen, was möglich ist. Wie gesagt, es gibt heute schon die Möglichkeit für die Arbeiterwohnheime. In Bozen entstehen solche Strukturen. Das führt dazu, dass in der Peripherie ein immenser Druck wieder passiert, weil natürlich führt das dazu, dass Mitarbeiter wieder abwandern, dass Mitarbeiter dorthin gehen, wo sie diese Möglichkeit bekommen. Wir haben in den peripheren Gemeinden nicht diese Möglichkeit, weil wenn wir, Sie haben vielleicht auch diese Statistik gesehen, die jetzt vorgestellt worden ist, von WIFO zu den Gewerbegebieten, wo wir knapp 800 Gewerbegebiete haben in Südtirol, die kleinsten einige hundert Quadratmeter, die größten einige Hektar. Aber vor allem in den kleinsten hat man dann diese Möglichkeit nicht. Würde bedeuten, dass man diese Flächen aufgibt, würde bedeuten, dass diese Flächen dann umgewidmet werden müssen, dass dort dann vielleicht Wohnungen entstehen, die wieder anders genutzt werden oder andere Strukturen. Also ich glaube schon, dass es hier darum geht, auch im Sinne des Raumwohnungsgesetzes, das Sie hier haben, die bestehenden bebauten Flächen optimal zu nutzen. Wie gesagt, rigide Regeln, strenge Regeln, auch damit dieser Gedanke, der hinter dieser Maßnahme steht, auch dementsprechend umgesetzt wird. Vielen Dank. Andreas Leiter-Ewer, Abgeordneter, bitte. Danke, Herr Präsident. Geschätzte Landesrätin, werte Kolleginnen und Kollegen. Landesrätin, wenn du die Artikel vorstellst, dann ist das ja, dann würde man ja immer gleich zustimmen, weil es klingt ja wie im Heimatfilm, der Lehrling, der mit dem Bus so hart tut, zum Handwerksbetrieb zu kommen und so weiter. Das passt ja auch und da würde ja jeder auch dafür sein. Nur, du weißt selbst, Landesrätin, dass die Flächen, von denen wir hier sprechen und auch Kollege Lanz hat es ja jetzt nochmal gesagt, die sind ja durchaus große Betriebshallen und wenn man kurz recherchiert, welche Hallen zurzeit gerade auch verkauft werden, ob das dann Hallen sind mit 5.500 Quadratmeter und so weiter, die 30.000 Kubik und mehr haben, dann sind das natürlich Flächen, die hier möglich gewacht werden, die alle Vorstellungen übersteigen und was dazu kommt, ich bin der Erste, der den Bedarf versteht und erkennt bei einzelnen Betrieben und auch bei Industriebetrieben. Arbeiterwohnheime, das betrifft dann Landesrätin Degg, die Arbeiterwohnheime, die an und für sich ja auch genau dazu da sind, diesen Bedarf entgegenzukommen. Nur, ich habe es davor schon gesagt, wir müssen hier jetzt in eine Vorleistung gehen und ich verstehe einfach nicht, warum nicht die Landesregierung und du als stellvertretende, als zuständige Landesrätin hier auch schon die Durchführungsbestimmung uns präsentierst, damit wir wissen, was wir hier zustimmen oder eben nicht. Denn es ist halt schwer jetzt zu sagen oder uns zu ersuchen, stimmt es mit, weil der Bedarf ist. Ich erkenne ihn sehr wohl in einigen Bereichen, aber zugleich ist für mich eben nicht geklärt, gilt diese Fläche nur für den jeweiligen Betrieb und die eigenen Arbeiter, gilt es für benachbarte Betriebe, dass man sich hier einmieten kann oder halt das dann gemeinschaftlich nutzen, weil dann entsteht ja schon wieder ein neuer Kreis und ein neuer Kreislauf und vor allen Dingen geht es dann auch frisch über andere Branchen hinaus, dass ich dann sage, ich stelle solche Unterkünfte generell für Saisonsarbeiter und Kräfte mit und wir dürfen eines nicht vergessen, es gibt auch eine gefährliche negative Seite dabei, kann dieser Artikel mit all seiner, mit einer vielleicht weichen Durchführungsbestimmung danach dazu führen, dass es auch Saisonskräfte irgendwo, Gastarbeiter auch recht billig abgespeist werden, weil man vielleicht auch die Unterkunft als irgendwo Teil des Lohnelementes sieht und so weiter und so Vorteil, da kann ein Rattenschwanz auch ein Sozialer dahinter sein, der nicht von ungefähr ist, deswegen ich würde gerne zustimmen, wenn ich die Kriterien klar hätte, vorpräsentiert bekommen hätte und wenn sie hier im Artikel im letzten Satz, wo drinnen steht, die Landesregierung legt die Kriterien und Parameter für Räumlichkeiten für die zeitweilige Unterbringung von Mitarbeitern fest, ja, die Kriterien und Parameter für die Räumlichkeiten, aber das ganze Drum und Dran, von dem ich jetzt gesprochen habe und auch meine Vorredner, ist hier auch noch nicht die Rede und ich möchte gerne Ihre Haltung dazu, als Landesrätin, wo Sie jetzt schon sagen können, eins ist sicher, andere Betriebe nicht oder über die Saisonskräfte hinaus nicht und so weiter, haben Sie hier, Sie haben sich ja sicher schon Gedanken gemacht und ich verstehe nicht, warum wir jetzt den Artikel verabschieden müssen, obwohl Sie die Durchführungsbestimmung noch nicht haben. Es wäre vielleicht wirklich angebrachter, beides zugleich zu präsentieren, zumindest weiß man dann, über was wir abstimmen. Das halte ich einfach für redlich. Vielen Dank, das Wort an Dele Sparrow, bitte. Grazie, Presidente, ma volevo fare un Kommento a quello che diceva il collega Lanz. È vero, già adesso si possono realizzare Arbeite von Heime, però utilizzando l'articolo 39,5 che parla di abitazioni riservate ai residenti e dice le abitazioni riservate ai residenti possono essere anche utilizzate come casalbergo per lavoratori eccetera eccetera. Ora questa questa fattispecie sta dentro le norme sull'abitazione su 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 le aree abitative e quindi percorre tutta una una strada che è ben chiara va bene che è regolata e che ha un senso non ha un senso ma insomma è chiara. Adesso questa norma su su un su edificio a scopo abitativo no? Grandi piccoli questo poi lo stabilirà giunta viene inserito nella zona produttiva è questo il punto cioè è questo il punto e allora ha bisogno così come allora questo ha bisogno di una definizione più precisa diceva Leiterreber almeno potessimo vedere la Dulfiol un bestimolo ma la Dulfiol un bestimolo non c'è ancora questo è evidente no? Quindi non la possiamo vedere e sarà e sarà anche frutto di un bel braccio di ferro tra le varie categorie va bene? Però qui noi inseriamo una funzione abitativa dentro aree che hanno come destinazione d'uso zona produttiva e quindi diciamo cortili d'aziende o stesse parti di capannoni d'aziende che magari non lavorano più allora qui noi dobbiamo avere una maggiore certezza del diritto e anche una maggiore condivisione da parte dei lavoratori delle lavoratrici e dei loro rappresentanti i sindacati e le le varie componenti degli imprenditori quindi non solo gli artigiani ma anche ma anche gli industriali che sono interessati a queste a queste aree sia per viverci come sono i lavoratori sia per per offrirle come dovrebbero essere i proprietari qui si mette questo cuneo abitativo dentro la zona produttiva e non si può far così a mio parere non si può far così in questo modo perché si apre una porta dietro la quale non sappiamo cosa ci sia per cui io veramente invito i colleghi non senza entrare per carità troppo nel merito della questione ma invito i colleghi e le colleghe della maggioranza a ripensarci a eliminarlo questo articolo che tanto poi quando lo possiamo inserire nelle modifiche che faremo in alla luce della nuova legge sull'edilizia lì allora ci sarà tutto il contesto e si potrà anche in quel contesto diciamo fare una modifica della legge urbanistica per dare spazio nelle zone produttive anche a certe forme dell'abitare ma avendo il quadro chiaro e avendo tutti i paletti ben fissati grazie grazie presidente io ho seguito quest'ultima parte del dibattito con particolare interesse il problema esiste ed è veramente complesso mi piace ho seguito con interesse soprattutto perché indica una strada del nostro sviluppo e anche perché ahimè sono un noto frequentatore un assiduo frequentatore della zona industriale in ore serali e notturne e devo dire che già di fatto ci sono tanti lavoratori che dormono in zona industriale nessuno forse è sfuggito quel ragazzo che per una settimana è stato qui nella nostra piazza Magnago a implorare così aveva un cartello davanti alla provincia ebbene anche quel ragazzo lì da tanti anni vive all'interno di una ditta con altri operai altri sono tutti autisti e alloggiali in condizioni non particolarmente buone io ho memoria di un viaggio che ho fatto giusto tre anni fa in Cina e qua io penso che sia anche un problema di concorrenza di sviluppo come vediamo noi il futuro in Cina sul per river delta dove ci sono industrie ogni ogni industria ha agli alloggi di servizio e sono come dei lager voglio dire c'è sfruttamento le condizioni sono molto basse sono dormitori femminili dormitori maschili questo tipo di sviluppo a me non piace anche perché quando ho avuto l'occasione di stare lì anche la notte in zona industriale la zona industriale cambia dal giorno alla notte nel vero senso della parola rispetto a come può apparire per chi conosce la zona industriale di giorno ci sono dei rumori fortissimi anzi ci sono delle attività industriali che ci sono solo la notte l'acciaieria qua il ciclo dell'acciaieria lo fanno solo la notte non so come si chiama il getto dell'acciaio lo riscaldamento dà fastidio rimanere in una terrazza in zona industriale perché non si riesce neanche a stare da svegli da fastidio se si lascia la macchina parcheggiata si vede un dito di polvere dunque penso che non si potrebbe dormire con le finestre aperte è una zona fatta per lavorare non è una zona fatta per vivere perché capisco che c'è la necessità è un grande problema di dove mettere queste persone che lavorano possono stare soltanto a basso posto creano problema sulla mobilità perché c'è la coda c'è la mattina per andare in zona industriale e poi la sera per tornare però è un tipo di sviluppo che a me fa paura vedo che è una zona non adatta per viverci vielen dank via comments consigliere ripeto prego sì sì scusi era solo per per far presente una cosa questi alloggi poi producono eventualmente la residenza no bisogna stabilire questa è una cosa che deve essere stabilita perché il decreto legislativo dicono il laboratore subordinato autonomo basta che stia tre mesi in un alloggio può andare a chiedere cioè deve essere deve essere chiaro questo questo aspetto ecco perché la residenza sappiamo che cosa provoca poi tutta una serie di situazioni per cui secondo me deve essere molto chiara qua che cosa si va a cosa si va a completare ecco in questo senso per cui adesso io probabilmente l'avete studiata non lo so a me sembra insomma in modo non avete ancora messo dei parametri però secondo me questa norma dovrebbe essere rivisitata completamente grazie mille grazie Wir haben keine Vormerkung mehr. Bitte, Frau Landesrätin. Das heißt, er hat schon eine Präzisierung gemacht und damit eben nicht die Residenz damit in Zusammenhang gebracht wird. Ja, stimmt, es gibt noch nicht die Durchführungsvordnungen. Kollege Feisnauer hat gesagt, man wird sich an die Durchführungsvordnungen der zeitweiligen Unterkünfte Saisonsarbeiter an diese richten. Es geht natürlich nicht gleich eins zu eins, was die Mitarbeiter im Gewerbe anbelangt. Aber ich kann euch nur sagen, so unterschiedlich, wenn Südtirol 777 Gewerbegebiete hat, dann könnte ich euch auch vorstellen, wie unterschiedlich diese Betriebe auch sind und aufgestellt sind. Für den einen, und das ist ja hier von vielen gesagt worden, auch von Herrn Repetto, es kann ja eine Möglichkeit, eine Lösung sein für kleinere Betriebe. Bei großen Betrieben, so wie Herr Nicolini gesagt hat, ist es natürlich noch einmal was ganz anderes. Große Betriebe haben natürlich ein anderes Potenzial, auch was den Konflikt anbelangt und natürlich trifft sich hier eine ganz andere Menschenansammlung wie in kleinen Betrieben. Für die kleinen Betriebe kann es eine Lösung sein und ein Vorteil sein. Für die großen und wenn gesagt worden ist, auch die Art, wie dort gewohnt wird, eben, dass sie einfach auch menschenwürdig dort Unterkunft haben, muss gewährleistet sein. Eine Sicherheit kann ich noch geben und zwar die Gemeinde entscheidet zum ersten Mal über einen Durchführungsplan, wie viel Prozent sie an Dienstleistungen außerhalb der gewährlichen Tätigkeit zulässt. Die 20 Prozent ist die Höchstgrenze, die im Gesetz festgeschrieben ist, aber sie kann auch weniger zulassen und dementsprechend reduzieren sich auch die Unterkünfte, die zur Verfügung stehen. Und dann muss es noch aufgeteilt werden in die Arten der Dienstleistungen, die möglich sind. Und dann liegt das Zweite, natürlich kennen wir die Durchführungsvorrundungen nicht und Dillus Barber hat auch recht, so wie Leiter Rebe, wenn man sagt, ja, es wäre schon sinnvoll, wenn man die Durchführungsvorrundungen kennt. Noch einmal, ich kann sagen, man wird all diese Sorgen und auch Überlegungen mit einbeziehen. Denen glaube ich, das ist auch der Landesregierung bewusst, dass wir nicht ein Dorf im Dorf schaffen wollen oder eine Stadtviertel oder Stadtteil in einer Stadt mit diesen Unterkünften, sondern man möchte wirklich den gewerblichen Betrieben entgegenkommen. Und der Kollege Leiter Rebe, ich bleibe trotzdem bei diesem Lehrling. Es ist effektiv so, dass man einen Lehrling aufnehmen kann und sagen, ich kann dir die Unterkunft bieten. Und das ist schon einmal sehr, sehr viel. Vielleicht gibt es dann noch auch die Familie, die in diesem Haus auch selber wohnt, selber eine Wohnung hat. Und somit könnte man auch hier eben zwar mit getrennten Unterkünften, aber trotzdem eben auch diese Begleitung auch unterstützen. Ich möchte nur sagen, es ist mir völlig bewusst, dass es auch der Unternehmerverband, wie Ricardo de los Barber gesagt hat, er möchte nicht, dass Wohnungen und dass damit Wohngebiete im Gewerbegebiet entstehen. Deshalb haben wir auch diese Reduzierung gemacht an die Räumlichkeiten. Natürlich, die Limitierung kann in den Durchführungsvorrundungen noch einmal festgelegt werden. Das heißt, wenn in den Durchführungsvorrundungen, wenn es sich um große Gewerbegebiete mit 10 Hektar und mehr handelt, dann könnte man ja auch hier die Limitierung machen, wie viel Prozent kann an Arbeiterunterkünfte gemacht werden über die Durchführungsvorrundungen. Ich würde schon sagen, dass hier mit dieser gesetzlichen Änderung schaffen wir die Voraussetzungen, dass es überhaupt möglich ist. Und dann über die Durchführungsvorrundungen und die Gemeinde über ihren Durchführungsplan im Gewerbegebiet können dann die Richtlinien festlegen, in welcher Form und in welchem Ausmaß und ob überhaupt es zulässig gemacht werden kann. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir kommen nun zur Abstimmung des Änderungsantrags Hochgruber-Kurenzach. Punkt in Votation, Elementamento, Apro Votatione. Nur Geduld. Passt soweit. Cue oder Votatione. Mit 20 Ja, 8 Nein und 7 Enthaltungen ist der Änderungsantrag Kurenzachgenehmig. Wir kommen nun zum Artikel 9. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Nein, er setzt Absatz 1. Es sind zwei Absätze. Wir sind bei Artikel 9. Gibt es Wortmeldungen? Keine Vormerkungen. Somit kommen wir zur Abstimmung. Artikel 9. Apro Votatione. Cue oder Votatione. 20 Ja, 13 Nein. Zwei Enthaltungen ist Artikel 9 genehmigt. Wir kommen zu Artikel 9 bis. Es gibt keinen Änderungsantrag. Gibt es Wortmeldungen zum Artikel 9 bis? Keine Vormerkungen. Somit kommen wir zur Abstimmung. Punkt in Votatione. Articolo 9 bis. Apro Votatione. Es funktioniert hat. Ja. Juro. La Votatione. 25 Ja, 0 Nein, 10 Enthaltungen. Somit ist Artikel 9 bis genehmigt. Wir kommen zu Artikel 10. Da gibt es drei Änderungsanträge. Hochgruber, Kurnzer, Nuckler und Delos Barber. Ich versuche eine Erläuterung. Wenn ich den Änderungsantrag beziehungsweise als Streichungsantrag erklären kann. Es geht hier um die gastgewerbliche Tätigkeit auf den Almen, auf den Gemeinschaftsalmen. Hier hat es viele Diskussionen gegeben. Natürlich sind wir alle damit einverstanden, wenn im Sommer, vor allem im Sommer, aber auch im Winter, je nachdem, wo die Alm ist und wie sie erschlossen ist, dass auch dort eine Dienstleistung angeboten werden kann, dass Verabreichung von Speisen und Getränken möglich ist. Die Frage, die sich stellt, ist die rechtliche Situation, dass ohne die Ausweisung einer gastgewerblichen Tätigkeit und damit die Möglichkeit einer Erweiterung und ohne eine Tourismuszone ist es rechtlich natürlich ganz, ganz schwierig, den Aufschank zu machen, vor allem mit bestimmten Voraussetzungen, was die Gemeinschaftsalmen mit sich bringen. Trotzdem schlage ich einen Streichungsantrag vor, im Sinne, dass wir noch nach Lösungen suchen, damit zwar der Alm auf Schank gemacht werden kann, aber eng an die landwirtschaftliche Tätigkeit gebunden ist. Meine Sorge ist, wenn wir es als gastgewerbliche Tätigkeit freischalten, dann natürlich gilt das für alle und es gelten die Gesetzmäßigkeiten der Gastgewerbe und dementsprechend kann natürlich dann auch eine andere, eine Erweiterung stattfinden und es hängt nicht mehr unmittelbar mit der Landwirtschaft zusammen. Noch einmal, wir sind bestrebt, hier ist Kollege Schuler auch gefragt, dass wir eine Lösung suchen, damit eben dieser Alm auf Schank in dieser Form auch gewährleistet werden kann, ohne dass es eine Flächenwidmung bzw. eine Zweckhänderung braucht. Dankeschön. 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 Es gibt Wortmeldungen. Andreas Leiter-Eber, bitte. Herr Präsident, Frau Landesrätin, das Problem ist richtig erkannt. Gut, dass es gestrichen wird in dieser Form. Und sollte der Vorschlag dann nochmal von Ihnen kommen, darüber arbeitete, dann kann ich jetzt schon auch dem Kollegen de los Barber sagen, dass ich das natürlich auch befürworte, dass der Gemeinderat darüber befinden kann und nicht der Ausschuss, weil es dann schon eine größere Aufmerksamkeit die ganze Geschichte bekommt, als wenn es nur vom Gemeindeausschuss genehmigt worden wäre. Aber ich bin froh, dass der Artikel in dieser Form zurückgezogen und gestrichen wird. Somit wollen Sie antworten, Frau Landesrätin. Sonst kommen wir zur Abstimmung. Zum Änderungsantrag Hochgruber. Applaus-Votatione. Jetzt muss ich auch noch ausstimmen. Ja, ich muss mich, wenn es so viel noch war, warte, warte. Nein, nein, ich tue nicht so. Ich tue nicht so etwas anderes. Ich. Kudo la Votatione. 31 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen. Somit ist Artikel 10 gestrichen. Wir kommen zu Artikel 11. Da gibt es sieben Änderungsanträge. Hochgruber, Hochgruber, Nucleur, das ist Wärme, Hochgruber, das ist Wärme und Nucleur. Abgeordnete Hochgruber oder vielmehr Landesrätin Hochgruber, bitte. Ja, gut. Die Änderungsanträge bei 11. Es geht um die landwirtschaftliche Tätigkeit. Hier habe ich einen Änderungsantrag, den würde ich zurücknehmen. Es geht um die Errichtung von Leerbienenständen, Bienenstände, Holzhütten, Holzlagern. Sofern im Landschaftsplan genehmigt, der ist nicht reif für eine Abstimmung, würde ich zurücknehmen. Dann den zweiten Änderungsantrag. Hier eine Klarstellung, und zwar die 1.500 zur Wohnnutzung an der Hofstelle, damit es klar ist, dass diese 1.500 eben für die Wohnnutzung zur Verfügung steht und nicht eben dementsprechend die Konventionierung, also gilt nicht. Dann kommt der Kollege Nucleur und dann bin ich es schon, glaube ich, mit Meiniger. Nein, noch etwas wegen der Konventionierung. Änderungsantrag 5. Die Baumasse an der Hofstellung unterliegt nichts dem Artikel 38, das heißt der Konventionierung. Hier einfach eine Präzisierung, denn draußen in den Gemeinden gibt es anscheinend Schwierigkeiten, bei der Anwendung, dass man sagt, wenn der geschlossene Hof die 1.500 Kubik hat, dann müssen sie nicht konventioniert werden, weil sie ein unabtrennbarer Bestandteil des Betriebes, des geschlossenen Hofes sind. Und hier geht es einfach um diese Präzisierung in dem Bereich. Gut, und dann, nein, fertig, ich bin fertig. Vielen Dank. Bei Artikel, also der Änderungsantrag 3 betrifft die Abschreibungen von geschlossenen Höfen. Da geht es in erster Linie um kleine Abschreibungen, und zwar um Eigentumsbereinigungen, wenn die Vermessungen gemacht werden und bei den Höfen ist eine Richtigstellung zu machen, damit sie eingetragen werden können, so wie heute der Bestand ist. Dann ist es erforderlich auch, dass kleine Kubatoren von 10 Kubik oder auch wenige manchmal dementsprechend auch die Flächen abgeschrieben werden müssten. Ansonsten ist es nicht möglich, das Eigentum einzutragen, so wie heute der Bestand ist. Das ist der Änderungsantrag Nummer 3. Dann haben wir noch den Änderungsantrag Nummer 7. Da geht es um die Unterbringung von Saisonsarbeitern. Wir haben heute den Passusartikel drinnen, dass es möglich ist, Saisonsarbeiter für eine begrenzte Zeit auch im Staat, im Wirtschaftsgebäude unterzubringen. Aber im Wirtschaftsgebäude, sofern das Wirtschaftsgebäude an der Hofstelle steht, und da haben wir speziell im Unterland ein Problem, dass vielfach das Wirtschaftsgebäude nicht an der Hofstelle sich befindet, und somit müssten wir das an der Hofstelle streichen. Dann hat sich die Abgeordnete, die Landesrätin Kurns noch einmal zur Erläuterung gemeldet und dann kommst du zur Erläuterung. Bitte, Frau. Ja, ich möchte, verzeihung, ich habe etwas verwechselt. Ich möchte den 5, also Änderungsantrag 5 zurücknehmen. Das heißt, jeder von den Bienenständen würde bleiben? Der von den Bienenständen übernimmt dann den Kollegen, jemals für die Kollegen, der Kollege Gerd Lanz. Also der bleibt. Nr. 1 übernimmt Kollege Lanz und Nr. 5 würde ich zurücknehmen. Dann hat sich zu Wort gemeldet, Abgeordneter Daniel Sparber, zur Erläuterung des Änderungsantrags. Bitte. Vielen Dank. Vielen Dank. das die Abitur der zur reglementation der proprietät. Hier in Commissione l'abbiamo ridotta. Adesso, mi pare, l'emendamento dei colleghi la voglia riampliare. Ma, comunque, si tratta di spostamento di volumetria al di fuori dell'area insediabile come deroga Al divieto di spostarla di fuori dell'aio insediabile, si dice che questo può avvenire come deroga, quindi volumetria spostata nel verde, previo parere positivo della ripartizione provinciale competente per i masi chiusi. Noi proponiamo di aggiungere il parere obbligatorio della ripartizione provinciale natura, paesaggio e sviluppo del territorio. E' un po' meno che parere positivo, e quando si dice parere positivo della ripartizione provinciale competente per i masi chiusi vuol dire un parere vincolante, se è negativo no. Ecco, noi però vogliamo prevedere anche un parere consultivo, però obbligatorio, anche della ripartizione provinciale natura, paesaggio e sviluppo del territorio. Perché nel momento in cui si sposta cubatura nel verde, al di fuori dell'area insediabile, io credo che questa sia anche una decisione che riguarda la dimensione del territorio e del paesaggio. E quindi la ripartizione competente, cioè è una decisione che influisce sull'aspetto del paesaggio e dell'assetto del territorio. E quindi credo che sia opportuno prevedere anche il parere non vincolante, però da prelevare, diciamo, da chiedere alla ripartizione provinciale natura, paesaggio e sviluppo del territorio. Il comma 3, a noi sembra che, anche qui c'è lo spostamento della sede di un maso chiuso dall'attuale posizione del verde agricolo, un'altra posizione del verde agricolo, del medesimo comune. A noi pare che questo sia già previsto dalla legge e quello che prevede la legge è già abbastanza generoso, quindi su questo noi vorremmo eliminare questo comma 3. Grazie. 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 Diese Holzschlägerungen aus vom Privaten, die haben dann das Recht für zwei, drei Jahre ein gewisses Waldstück zu bearbeiten, hätten keine Möglichkeit dort einen Holzunterstand oder ein Schutztach und so weiter zu machen. Dasselbe gilt für Imker, die privat sind und keine, also nicht jetzt eine landwirtschaftliche Tätigkeit haben, die würden da ausgeschlossen. Und deswegen ist es sinnvoll, dass diese Bestimmung bleibt, damit diese Möglichkeit gegeben ist. Und ich weiß nicht, ob es möglich ist, über die landwirtschaftliche Tätigkeit für die Landwirte dann diese Bestimmung trotzdem auszunehmen, dass sie nicht für ein Recht, dass sie so und so hätten, auch diese Eintragung brauchen. Das müsste man eventuell dann klären, dass ob es über diese Schiene auch möglich wäre. Aber auf alle Fälle brauchen wir diese Regelung hier. Ja, vielen Dank. Zu Wort gemeldet hat sich Abgeordneter Andreas Leiter-Rewer. Bitte. Danke, Herr Präsident. Ja, zum Änderungsantrag, den Sie eingebracht haben, Herr Präsident, den man durchaus nachvollziehen kann für bestimmte Situationen, die ja in der Tat bestehen, wo es darum geht, eine Bereinigung herbeizuführen, Klarheit zu schaffen. Ich glaube, dass das einfach mit einem zeitgemäßen Wohnen auch verbunden ist und deswegen auch gewährt werden muss. Ich habe nach wie vor immer noch die Schwierigkeit damit, das betrifft jetzt nicht den Änderungsantrag, aber ich sage es verschätzt anstatt danach beim Artikel, weil die Landesrätin dann auch darauf antworten kann. Zu einem die Eigentumsbereinigung, okay, wo man natürlich dafür sein kann und auch sollte. Dann aber wegen objektiver betrieblicher Erfordernisse. Diese Notwendigkeit ist natürlich im Einzelfall genauestens zu prüfen. Und das Problem ist, dass es vor allem ja auch in kleineren Gemeinden ja immer auch wieder zu Interessenskonflikten kommt. Dasselbe gilt aber auch bei den aufgelassenen und von verfallgefährdeten Strukturen. Auch da gibt es genügend Beispiele dafür, wo man natürlich hier auch den Artikel ausreizen kann und zu einem Ergebnis führt, das nicht unbedingt gewünscht ist. Ich möchte hier wirklich ganz konkret fragen, diese Zuständigkeit, Sie haben davor gesagt, das sind dann in der Kommission die Sachverständigen, die hier die objektiven betrieblichen Erfordernisse ausmachen und feststellen. Aber gibt es hier wirklich keine Regelung schon aufgrund von Abständen oder ist es wirklich, dann wird es von Fall zu Fall entschieden, ohne irgendeinen Meter Abstand vorzugeben? Wenn Sie erlauben, Abgeordneter, dann antworte ich, sollte mein Änderungsantrag Nummer zwei oder mein Änderungsantrag angenommen werden, dann sind die betrieblichen Erfordernisse nicht mehr vorgesehen. Okay, dann haben wir Abgeordneten Feisnau, bitte. Ja, vielen Dank, Präsident. Nun, ich habe beim Änderungsantrag eins, den jetzt der Glanz übernommen hat, eine Frage, beziehungsweise Verständnisfrage auch, bei einem Wunsch, es sollte generell geregelt werden und nicht allgemein, also jetzt nicht über den Landschaftsplan, weil sonst jede Gemeinde hat einen Landschaftsplan, dann muss jede einzelne Gemeinde, passt das im Landschaftsplan an oder meine Frage auch an den Personleiter hier oder an die zuständige Landesrätin, könnte es passieren, dass morgen viele Gemeinden viele einzelne oder verschiedene Vorschriften haben aus der Frage. Und wichtig wäre eben meiner Meinung nach hier eine landesweite Regelung mit klaren, eindeutigen Vorschriften, also dass die dann übernommen werden können für die einzelnen Landschaftspläne in den Gemeinden. Oder wird hier die Verantwortung sozusagen den Gemeinden übergeben oder übertragen oder abgewälzt und die dann in den Landschaftsplan eintragen? Meine Frage an den Einbringer. Dankeschön. Vielen Dank. Dann das Wort an die Landesrätin, bitte sehr. Ja, ich beginne mit dem Kollege Feisnauer. Die Landesregierung erlässt die entsprechenden Richtlinien und legt das höchst zulässige Ausmaß der Baulichkeiten fest. Das heißt, es entstehen nicht unterschiedliche, beziehungsweise es werden unterschiedliche, wenn die Gemeinde es anders dann genehmigt in der Baukommission. Aber ansonsten gibt es auch hier diese Richtlinien draußen. Den Landschaftsplan der Gemeinde, den Landschaftsplan der Gemeinde abzuändern. Ich denke, dieser Änderungsantrag gibt den Weg vor, den ITER vor. Wie können solche Objekte, Binnenstände, eben Hütten, Holzlagerplätze draußen in der freien Landschaft gemacht werden? Es geht nicht mit einer einfachen Baukommission, sondern die Gemeinden schicken grundsätzlich immer auch das Gutachten an das Land. Wenn es über den Landschaftsplan geregelt wird, dann entscheidet die Gemeinde einmal im Landschaftsplan, wo sie solche Möglichkeiten zulässt und richtet sich dementsprechend vom Ausmaß her an die Durchführungsverordnungen der Landesregierung. Dann war noch eine Frage vom Kollege de los Barba, die obligatorische Stellungnahme, dass auch die Landesabteilung für Natur und Landschaft die Stellungnahme abgeben, wenn es um eine Abtrennung geht. Ich denke, dass wir hier den Verwaltungsaufwand nicht verdoppeln müssen, denn über das Höfe-Gesetz ist geregelt, dass dort eben das Gutachten gemacht werden muss. Und dementsprechend, es gibt ja auch einmal das Verwaltungsgutachten und im Zweifel auch eine Landeshöfe-Kommission. Dann die Notwendigkeit, wenn Sie sagen Absatz 11.3, Sie möchten den streichen. Und ich denke, es ist ganz klar vorgegeben, dass natürlich Denkmalschutz, Ensembleschutz, Landschaftsschutz die Unbedenklichkeit gegeben sein müssen. Betriebstechnische Erfordernisse in Absatz 3. Ich denke, das ist wichtig, weil sich in diesen, das entscheidet nicht eine einzelne Person individuell, sondern das entscheiden natürlich diese Beratungsorganisationen, die vor Ort konsultiert werden müssen. Und die geben sicherlich ein Gutachten ab, ob eben diese betriebstechnischen Erfordernisse notwendig sind. Gut. Vielen Dank. Abgeordnete Knoll, wir sehen es. Ja, schon ist alles in Ordnung. Wir kommen nun zur Abstimmung der Änderungsanträge. Ich eröffne die Abstimmung. Ich eröffne die Votation. Ich eröffne die Votation. 19 ja, 11 nein, 5 Enthaltungen. Somit ist der erste Änderungsantrag angenommen. Wir kommen zu Änderungsantrag 2. Hochgruber-Kurzach. A pro la Votatione. 23 ja, 3 nein, 9 Enthaltungen ist der Änderungsantrag 2 angenommen. Wir kommen nun zu Änderungsantrag 3. Ich eröffne die Votatione. Da muss ich dafür sein. Nein, genau. Ich eröffne die Votationantrag 3. Ich eröffne die Votationantrag 3. Ich eröffne die Votationantrag 3. Dann kommt noch der Änderungsantrag 6 und 7. Apro la Votation. Ja. Von 6 dello Sparba. Entschuldigung. Änderungsantrag dello Sparba. 10 ja, 20 nein und 5 Enthaltungen. Und wir kommen noch zum letzten hier Änderungsantrag. Nogler. A pro la Votatione. Wenn Griechenz stimme, schafft man. Chiudo. Ja, Votatione. 20 ja, 9 nein und 6 Enthaltungen. Somit ist der Änderungsantrag angenommen. Dann kommen wir zum Artikel 11. Gibt es Wortmeldungen? Keine Vormerkungen. Somit kommen wir. Von der Votatione. La Votatione. La Votatione. Abstimmung. Abstimmung. Abstimmung zu Artikel so geänderten Artikel 11. War ihr nicht. Ich cuido la Votatione. 19 ja, 11 nein. Für Ihre Enthaltung ist Artikel 11 angenommen. Wir kommen zum Artikel 12. Haben wir keinen Änderungsantrag? Gibt es Wortmeldungen? Nein. Unge Votatione. L'articolo rodici. Apropos la Votatione. L'articolo rodici. Abstimmung. Ja. Chiudo la Votatione. 23 ja, 0 nein, 12 Enthaltung ist Artikel 12 genehmigt. Wir kommen zu Artikel 13. Da haben wir einen Änderungsantrag der Landesrätin Hochgruber. Wollen Sie diesen erläutern? Ja, ganz kurz. Dankeschön. Diesen 13 würden wir streichen in Absprache mit Landesrätin Degg, damit wir eben die Themen Wohnungen für ansässige, konventionierte Wohnungen und auch wer sind die Personen, die die Wohnungen besetzen dürfen, im Wohnbauförderungsgesetz diskutieren. Und somit möchte ich ihn an dieser Stelle streichen. Vielen Dank. Gibt keine Wortmeldungen, somit Pongo in Votatione. L'emendamento, Hochdorfer Kuntzer. Apropos la Votatione. Apropos la Votatione. Ja. Ja, ich drücke all das, was wir brauchen. Rekor. Giu do la Votatione. 26 Ja, 0, 9 und 9 Enthaltungen. Somit ist der Änderungsantrag genehmigt und der Artikel 13 gestrichen. Wir kommen zu Artikel 14. Haben wir zwei Änderungsanträge, Hochgruber und Repetto. Landesrätin Hochgruber zuerst und dann Abgeordneter Repetto. Bitte. Dankeschön. Es geht beim Änderungsantrag 1.1 darum, dass wir die Möglichkeiten schaffen. Also wir haben dieses, dass im Mobilitätskonzept beziehungsweise bei den Planungen Fahrradabstellplätze verwirklicht werden können. Wir wissen alle, dass das im Grunde in Zukunft ist und dass man daran denken muss. So wie man vor 20 Jahren, 30 Jahren begonnen hat, auf die Parkplätze zu denken, dass sie auch benötigt werden, sind Fahrradabstellplätze notwendig. Dann haben wir noch einen 3 nach Artikel 40 bis 2 hinzugefügt. Es geht um die unterirdischen Parkplätze, die bisher möglich waren, dass eine Gemeinde im öffentlichen Interesse Parkplätze verwirklicht hat, die sie dann den Privaten zur Verfügung gestellt hat, meistens in einem Leihvertrag von 99 Jahren. Wir hätten das jetzt und ich denke, hier wird das Herz von Ricardo des Barba lachen, denn wir hätten es jetzt an das Gemeinentwicklungskonzept beziehungsweise Mobilitäts- und Erreichbarkeitskonzept an einer Gemeinde gebunden. Wenn die Gemeinde dieses Konzept erstellt hat, dann kann sie weiterhin diese Möglichkeit nutzen, auch unterirdische Parkplätze zu realisieren, eben im Zusammenhang und im Zuge vom Mobilitätskonzept einer Gemeinde. Vielen Dank. Consigliere Petro. Sì, grazie Presidente. Questo emendamento essenzialmente ripercorre quanto chiesto dal Consiglio dei Comuni e nello stesso tempo viene allargato soprattutto per la zona urbana come la città di Bolzano dove c'è la necessità di parcheggi sotterranei e questo lo sviluppo sia negli immobili con propri cortili oppure di proprietà comunale e nello stesso tempo di quelle in cui è stato inserito quelle società senza scopo di lucro che in realtà abbiamo fatto delle esperienze, faccio un esempio con edifici della Curia, è successo ad esempio Santissimo Rosario o il Trisarco che grazie al parcheggio e altre attività sono riusciti a trovare i soldi, i quattrini per mettere a posto tutto il compendio della Chiesa e siccome ci sono diverse situazioni di questo genere nella città di Bolzano si pensava di inserire anche questa norma di allargarla in questo senso. Ecco, questo era un po' il senso di questa norma così corposa. Grazie. Vielen Dank. Gibt es Wortmeldungen? Nein? Dann kommen, will die Landesrätin noch erläutern? Du hast vorgestellt. Kollegen, Repetto, antworten. Ich denke, natürlich ist Bozen eine andere Dimension, ist mir völlig bewusst. Und ich denke, wir lassen es auf jeden Fall zu. Bozen wird auch, wie alle anderen Gemeinden und Städte, aber ist natürlich die Hauptstadt ganz klar, hat andere Voraussetzungen, wird natürlich auch ein Mobilitätskonzept grundsätzlich brauchen und dann ist das ja auch wieder möglich. Vielen Dank. Somit kommen wir zur Abstimmung des Änderungsantrags Hochgruber-Kurzer. Kurnzer, 1.1. Apro, la votazione. Chiudo, la votazione. Apro, la votazione. Abstimmung. Chiudo, la votazione. 4.4. Ja, 23. Nein, 8. Enthaltungen. Somit ist der Änderungsantrag abgelehnt. Wir kommen nun zum Artikel 14. Artikel 14. Gibt es Wortmeldungen? Wenn keine, dann kommen wir zur Abstimmung. Apro, la votazione. Apro, la votazione. Abwarten. Chiudo. Chiudo, la votazione. 20. Ja, 0, nein, 14. Enthaltungen. Somit ist der Artikel 14 genehmigt. Es ist jetzt 20 Uhr. Was machen wir? Wir sind auf halb Weg. Dann machen wir eine Viertelstunde Pause. Ist genug, was machen wir die ganze Zeit? Ja, und die anderen? Ich glaube, da müssten Sie auch uns gegenüber solidarisch sein, Frau Kollegin Foppa. Selbstverständlich haben wir alle Hunger und so und möchten dann auch zum Essen kommen. Wenn ich schlage vor, wir machen eine Viertelstunde Pause und dann machen wir weiter. Auch für die Personen, die arbeiten, die Traduttrici und die Techniker. Ja, wo sollen die hingehen essen? Die sind froh, dass sie früher fertig werden. Dann machen wir 20 Minuten. Ja, das ist so. 20 Minuten Unterbrechung. Um 20.20 Uhr machen wir weiter. Ja, ja. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ...... 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 ......... ......... ......... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Wir haben gewartet, da der Konziliere den ersten Änderungsantrag hat. Ansonsten hätten wir bereits begonnen. Wir haben alles versucht. Auf jeden Fall, wir nehmen wieder auch Versuch, Landesrätin Kunzer, wenn Sie Platz nehmen würden. Dann kommen wir zum Artikel 15. Im Artikel 15 haben wir einen Änderungsantrag eingebracht vom Abgeordneten dello Sparabay. Riccardo, bitte. Allora, l'articolo 15 riguarda il piano urbanistico, sostanzialmente, cioè il programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio, l'articolo molto importante è l'articolo 51. Nell'articolo 51 si elencano al comma 5 tutti i documenti e i piani che compongono il piano di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio e alla lettera G c'è scritto un programma per lo sviluppo del turismo. Ora, qui viene riscritto questo passo e, diciamo, quando si legge attentamente ci si accorge che la cosa più importante che manca è che nella legge originaria al programma per lo sviluppo del turismo componenti del programma di sviluppo del turismo sono gli indici territoriali per le strategie di sviluppo del turismo incluso il numero massimo del postiletto. Quindi era questo limite, era un limite in questo caso non dato dalla legge, come il vecchio limite provinciale. Il vecchio limite provinciale aveva un numero e quel numero non si poteva superare. Qui si diceva che ogni comune fa il proprio programma turistico e deve indicare nel programma turistico che fa il comune un numero massimo di postiletto. Ora, il comune può scriverci anche 10.000 postiletto, ovviamente, no? Per cui non era più quel moratorium che era nella legge a livello provinciale, non c'è un numero qui, però si obbligava, si obbliga il comune a fare i conti sul concetto di limite, cioè tu fino a che punto puoi arrivare. E' vero, Assessora, che il numero di postiletto di per sé è solo uno dei tanti indici, questo è chiaro, però lei sa benissimo che è un indice simbolico, perché se no lo avreste tolto. Cioè è una roba su cui si discute da quattro anni e quindi dire che è uno dei tanti e non è neanche più importante contraddice il fatto che a questo trono si sega continuamente le gambe. Allora, io non seguo le gambe a uno sgabello, seguo le gambe al trono del re, va bene? Allora, evidentemente questo concetto di limite al numero di postiletto dà fastidio. Io non lo so a chi dà fastidio. Io non lo so a chi dà fastidio, perché ripeto, come prima amabilmente discutevamo col collega Tauber in aula, è questo, avere un limite, cioè frenare la moltiplicazione dei postiletto in un momento in cui tra l'altro ci scappa di mano la moltiplicazione dei postiletto con queste piattaforme, con Airbnb, eccetera. Per cui si calcola che a Bolzano ci siano circa 800 postiletto offerti in Airbnb, che è una cifra spaventosa. Io vorrei, mi piacerebbe sapere a livello provinciale quanti sono. Non so se voi, Helmut, come organizzazione, avete una stima di quanti possono essere. Ma è una cosa spaventosa. E tra l'altro è anche competitiva in questo momento, perché io conosco moltissimi che con la pandemia e tutto dicono, beh, ma insomma, l'hotel è una roba dove c'è tanta gente, allora io affitto un appartamento, è meglio, no? E l'ho affitto attraverso Airbnb. Ora, in questo momento io credo che, diciamo, chiedere ai comuni di misurarsi nell'elaborazione del piano comunale, anche con questo indice, cioè fino a dove volete arrivare con i postiletto e quali postiletto, dove. Nessuno dice a un comune, questo è il limite, mille, duemille, no, qui nessuno dice niente. Però si dice, attenzione, c'è anche questo indice, discutetelo e fissatelo e assumetevi la responsabilità di fissarlo. E confrontatevi col tema del limite. Questo è fondamentale. Io ho molti amici nella mia regione di nascita, che è la Toscana. Tre quarti dei miei amici del liceo hanno l'agriturismi. E c'è un eccesso, sì, se volete vi do gli indirizzi, ma sono anche belli perché sono gente di sinistra e verdi, e quindi saranno belli, no? Però c'è un eccesso, c'è un eccesso ormai, è una moltiplicazione di posti per il turismo, soprattutto nella Toscana interna, che fa spavento. E sono tutti adesso nei guai, ma non adesso, hanno cominciato ad essere nei guai un paio d'anni fa, quando si sono accorti che questa moltiplicazione ormai lasciava più posti vuoti che posti pieni. Quindi poi si è scatenata la guerra, prima la guerra delle piscine, cioè tutti si sono fatti la piscina, poi dopo la guerra dei prezzi, cioè a abbassare e a offrire la propria stanza a 5 euro o meno del vicino. Quindi questo è l'intento, insomma, no? Nessuno vuol prescrivere il numero di posti letto ai comuni, questo è importante, ma si vuole con questa indicazione, cioè dire, attenzione, voi dovete scrivere il numero, dovete decidervi sul numero massimo di posti letto, si vuole spingere, si voleva, almeno nella legge, così com'è fino ad oggi, si vuole spingere i comuni a confrontarsi con questo tema. Ecco, cancellarlo, a mio parere, è un segnale negativo. E ripeto, nel momento in cui lo cancellate, nel momento in cui prima c'era, adesso c'è, e voi lo cancellate, per favore non venitemi a dirmi che è un indice secondario, perché se no lo lascereste. Se lo cancellate, vuol dire che ha un senso cancellarlo. Il problema è che senso ha cancellarlo, e secondo noi non ha un senso positivo, ma un senso negativo. Per cui noi proponiamo di ripristirare in questo lettera G le parole, incluso il numero massimo di posti letto. e.Vielen Dank. Wer, wann, welche Aufgaben in der Landesregierung da macht? Ich habe hier die Antwort vom 18. November auf meine Anfrage, wie weit die Arbeiten zum Landestourismusentwicklungskonzept sind. Die Antwort an einem Landestourismusentwicklungskonzept wird derzeit intensiv gearbeitet. Das ist geplant, dies im Jahr 2021 der Landesregierung zur Genehmigung vorzulegen. Den Bach kann im Jänner sein, kann im November oder Dezember sein. Zweitens, wie viele Arbeitstreffen haben stattgefunden in den letzten zwölf Monaten, um dieses Konzept zu erarbeiten? Obwohl sich auch in diesem Zusammenhang aufgrund des Covid-Notstands Verzögerungen ergeben haben, ist die Antwort, fanden im Laufe des Jahres mehrere Arbeitstreffen statt. Dann fragte ich noch, wer die Teilnehmer sind dieser Arbeitsgruppe. Neben der Landesverwaltungsvertreter auch EURAG-Mitglieder und der Vertreter der EURAG und der Uni Bozen. Und schließlich noch die Frage, welche Strategien zur Entwicklung des Tourismus in Südtirol bis heute erarbeitet wurden. Derzeit können noch keine Ergebnisse der Arbeitsgruppe zur zukünftigen Entwicklung des Tourismus in Südtirol definiert werden, war die Antwort. Und die letzte Frage und auch die Antwort vor allem ließ mich dann erstaunen. Wie viele Gemeinden haben mit dem Datum des 30. September 2020 bereits ein Gemeindetourismusentwicklungskonzept erarbeitet? Wenn sich die Frage, war dann die Antwort auf die DEK, die Tourismusentwicklungskonzepte, gemäß dem von Ihnen genannten Artikel 51 Absatz 5 des neuen Gesetzes bezieht, so sind uns keine solche bisher erarbeitend bekannt. Auch da die dafür notwendigen Richtlinien noch niederlassen worden sind. Tourismusentwicklungskonzepte gemäß dem alten Landesgesetz, Rahmenbundungsgesetz im 13. 1997 und der diesbezüglichen Durchführungsverordnung wurden insgesamt 57 von den 67 Gemeinden mit touristisch entwickelten oder touristisch stark entwickelten Gebieten eingereicht und von der Landesregierung genehmigt. Nun, ich wiederhole es noch einmal, probieren wir den Gemeinden die Hausaufgaben zuzuschanzen und sie müssen die Hausaufgaben erledigen, aber im Land oder hier, die Landesregierung macht die Hausaufgaben eher schleppend, sagen wir es mal so. Deshalb auch dieser Vorschlag wieder, die Höchstblättenzahl hier zu streichen, dem kann ich persönlich auch nicht viel abgewinnen. Und es hat einen Grund gehabt, dass er da drinnen steht in diesem Buchstaben-G und deshalb meine Frage auch an Sie, was Sie dazu bewegt hat, die Landesrätin dieses zu streichen. Vielen Dank. Andreas Leiter-Ewer, bitte. Danke, Herr Präsident. Werte Kolleginnen und Kollegen, ich habe es öfters bereits betont. Ich bin und ich war nie und bin kein Freund von einer allgemeinen Betten-Obergrenze. Das wurde auch im Zusammenhang mit der Verabschiedung des Gesetzes bereits diskutiert. Aber die Höchstbettenanzahl, die hier angeführt ist, beinhaltet weder eine Obergrenze noch eine sonstige Klausel, sondern sie ist ja nur im Zusammenhang zu sehen mit dem Gemeindeentwicklungsprogramm, das für mich eines der wesentlichsten Elemente dieses Gesetzes ist. Warum denn? Weil hier die Bevölkerung in einem Prozess mit eingebunden werden soll und muss, wo sich die Gemeinden die Frage stellen, wie wollen wir unsere Gemeinde, wie wollen wir unser Dorf in den nächsten Jahren gestalten. Da sind die verschiedensten Elemente zu betrachten. Einmal, welche Herausforderungen haben wir im Sozialbereich, im Arbeitsleben, in der Erreichbarkeit, in der Mobilität? Brauchen wir hier bessere Verbindungen? Müssen wir Zonen schaffen, um Arbeitsplätze zu generieren oder nicht? Also das sind ganz zentrale Fragen, was Wirtschaft und Erreichbarkeit anbelangt. Auch was das Wohnen anbelangt. Vor allem auch das Wohnen ermöglichen für die Jungen des Dorfes und für junge Familien, die man vielleicht in der Gemeinde behalten will oder auch aufstocken möchte. Dann ist das ganze Kapitel des Schutzes bzw. der Ensembles, wo wir sagen, was ist charakteristisch für unser Dorf, was möchten wir unbedingt erhalten, auch für die Zukunft und welche Gebiete und markanten Flächen in unserer Gemeinde wollen wir als Ortstypisch sozusagen so erhalten, wie sie sind. Ein Teil dieser Überlegungen des Gemeindeentwicklungsprogramms ist ja das Tourismusentwicklungskonzept. Und hier geht es einfach darum, dass sich die Bevölkerung und der ganze Gemeinderat Gedanken darüber macht, wie wird der Tourismus derzeit in unserer Gemeinde praktiziert, wie äußert er sich, was sind die positiven Seiten des Tourismus für unsere Gemeinde, sprich Arbeitsplätze, Steuern und so weiter, Einnahmen, die es gibt. Was sind die negativen, wo wollen wir hin, wo wollen wir nicht hin. Und hier ist die Angabe der Höchstbettenzahl ein wesentlicher Punkt und eine wesentliche Überlegung, wo die Bürger und auch der Gemeinderat eingebunden werden muss. Und deswegen auch den Stellenwert verdient, dort drin zu haben, als Parameter und nicht als eine Verpflichtung oder sonst was. Aber das ist ein Kriterium, um das es halt auch geht, wenn man sich die ganzen Fragen, die ganzen Zukunftsfragen einer Gemeinde stellt. Und es ist für mich deshalb wichtig, weil wir sonst ja sehr, sehr oft im ganzen Gesetz die Zuständigkeiten nicht beim Gemeinderat haben, die Zuständigkeiten nicht vor Ort mit einer breiten Basis haben und hier das Gemeindeentwicklungskonzept bzw. Programm genau eben diese Einbindung vorsieht, mit diesem Prozess vorsieht. Und deswegen bin ich eben ganz klar dafür, dass diese Höchstbettenzahl als Kriterium drinnen bleibt, um darüber zu diskutieren und darüber zu befinden und auch den nötigen Rückhalt in der Gemeinde für das Tourismusentwicklungskonzept zu haben. Denn es wird Gemeinden geben, wo natürlich Aufholbedarf besteht und wo es natürlich auch den Rückhalt bei der Bevölkerung gibt, dass man sagt, wir müssen hier aufstocken, wir müssen vielleicht auch neue Strukturen schaffen. Und es wird Gemeinden geben, die sagen, ich glaube, wir stoßen an unsere Grenzen, was die Belastbarkeit auch für das Dorf und für den bestehenden Tourismus auch beinhaltet. Weil es gibt bereits ja auch genügend Touristiker, die selbst sagen, in meiner Gemeinde müssen wir aufpassen, um nicht das Wertvolle, das wir haben, irgendwie in Gefahr zu bringen, indem wir wirklich es auch die Gemeinde touristisch überreizen. Und ich kann es mir auch nicht erklären, warum man sich hier an dieser Begrifflichkeit stört. Also den Begriff der Festlegung der Höchstbettenzahl. Wer den ganzen Artikel liest, den 51er, es geht hier immer um das Gemeindeentwicklungsprogramm, das für zehn Jahre Gültigkeit hat. Also das ist nicht, dass man hier etwas beschließt für die Ewigkeit. Und dass man den Gemeinden durchaus zutragen soll und eine demokratische Entscheidung zu finden, wie sie ihr Tourismusentwicklungskonzept in den nächsten zehn Jahren haben möchten. Und dazu gehört auch, wenn man sich seriös damit auseinandersetzt, dass auch die Begrifflichkeit der Höchstbettenzahl dort drinnen ist und sich wiederfindet. Vielen Dank. Zu Wort gemeldet hat sich Abgeordneter Tauber. Bitte. Danke, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte jetzt nicht mehr noch die ganze Diskussion von vorhin wiederholen. Ich habe mich jetzt eigentlich nur gemeldet, weil ich wahrgenommen habe, der Tourismus hätte kein Tourismuskonzept und möchte dazu eigentlich nur noch wiederholen, lieber Kollege Feisnauer. Wenn wir sehen, wie die letzten Jahrzehnte sich Südtirol entwickelt hat, dann hat Südtirol sehr wohl ein Tourismuskonzept. Dahinter arbeiten das Amt für Tourismus, natürlich der Landesrat mit seinen Leuten, die IDM, die verschiedensten touristischen Organisationen eingebunden, natürlich Bezirksgemeinschaften, Gemeinden und natürlich die Unternehmer selber. Und dass wir da kein Konzept hätten, wie wir uns das vorstellen, in Allianz natürlich mit dem gesetzlichen Rahmen, davon möchte ich jetzt schon ein bisschen eben ablassen. Also das, glaube ich, war entweder falsch interpretiert, zumindest so irgendwo ist es wahrgenommen worden von mir. Ich möchte nur nochmals wiederholen, und das hatte ich heute bereits gesagt, wenn von 28.000 X-Betten der neuen Tourismusentwicklungskonzepte nicht mal 10 Prozent realisiert werden, worden sind bis heute, dann müssen wir uns jetzt nicht ganz, ganz groß Sorge machen. Fakt ist auch, jetzt haben wir eine neue Urbanistik. Wir wissen auch alle, dass wir sehr lange warten werden, bis wir neue touristische Betten überhaupt wieder realisieren. Und damit wird sich dann viel Zeit ergeben, dass Unternehmen, Tourismusorte, Gemeinden, technische Planer und alle, die mit dieser Thematik zu tun haben, genügend Zeit haben, auch für die Zukunft die Dinge so zu denken, dass sie danach auch wieder zielführend ist. Wichtig ist, und da gibt es ja schon genügend Diskussion, dass man jetzt die qualitative Erweiterung schnellstens antreibt, damit die Leute den bestehenden Strukturen gut arbeiten können, auch diese intern erneuern können und so weiter. Also ich wollte das nochmals wiederholen. Ich glaube, gerade diese Tourismusentwicklungskonzepte sind ja die Einbindung des Ortes mit den verschiedensten Partnern in der Diskussion. Und das war ja auch bewährt, hat sich ja dann auch bewährt in den letzten Jahren, dass sehr viele Leute rundherum mitgesprochen haben und dann in der Gemeinde und dann beim Land die Pläne abgegeben worden sind und entsprechend dann auch realisiert worden sind. Danke. Vielen Dank. Das Wort an die Landesrätin. Startlauf. Dankeschön. Jetzt passt es. Ich glaube, es ist bei diesem Änderungsantrag etwas verloren gegangen und die Frage war, warum hat es hier einen Änderungsantrag gebraucht? Und das ist eigentlich, weil im Artikel 51 im bestehenden Gesetz von einem Fachplan die Rede ist. Und ein Fachplan hätte natürlich ganz einen anderen ITER auf Landesebene als ein Tourismusentwicklungskonzept. Man hat es eben abgestuft, dass man gesagt hat, das Land braucht ein Tourismusentwicklungskonzept und die Gemeinden bauen auf dieses Tourismusentwicklungskonzept auf. Und ich denke, ob jetzt die Gemeinden werden im Zuge des Gemeindeentwicklungsprogramms ganz sicherlich auch über die Betten diskutieren, wenn feststeht, wie viele Betten haben wir. Denn die Zählung der Betten und der Personen, die sich in einer Ortschaft aufhalten, ist auch nicht immer ganz die gleiche. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass man sagt, wie ausgelastet sind die Betten, wie viel brauchen wir in unserer Gemeinde zum Beispiel, wenn wir strukturschwache, strukturstarke Gemeinden haben. Ich bin einfach nicht dafür, dass man sagt, natürlich kann das die Betten ein Kriterium sein, aber geben wir dem nicht allzu viel Wert, sondern versuchen wir die anderen ganz wichtigen Werte, die es braucht, um überhaupt über den Tourismus zu diskutieren, um die Ressource Tourismus auch gut nutzen zu können vor Ort. Deshalb bin ich dafür, dass man diesen Änderungsantrag so eben nicht annimmt. Vielen Dank. Wir kommen nun zur Abstimmung. Wir sehen Alessandro Urzi nicht und Daniel Alfreider nicht. Der Literator ist. Kollege Urzi. Vielleicht ist er da. Dann kommen wir zur Abstimmung. Änderungsantrag dello Sparba. Pongo in votazione, apro la votazione sull'emendamento. Kontales. Apro la votazione. Apro la votazione. Apro la votazione. 12 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen. Somit ist der Änderungsantrag dello Sparba abgelehnt. Wir haben zwei Wortmeldungen zum Fortgang der Arbeiten. Einmal Staffler und einmal Brite Foppa. Der gleiche Punkt. Dann wer will. Nein, es hat sich jetzt erübrigt. Es hat sich jetzt erübrigt, weil es war vorhin die Abstimmungsstafel nicht eingeblendet. Ah ja. Es hat sich jetzt erübrigt. Danke sehr. Dann kommen wir zum Artikel 15. Gibt es Wortmeldungen zum Artikel 15? Nein? Wie ja. Wo? Andreas Leiter Eber, bitte. Danke. Danke, Herr Präsident. Frau Landesrätin. Ich habe es davor mit dem Heimatfilm das Beispiel gemacht und jetzt ist es schon wieder ähnlich. Denn Sie sagen hier auch nicht dazu, dass mit dem neuen Artikel 15 beziehungsweise mit dem Buchstaben G ja auch das rausfällt. Denn beim ursprünglichen hat es ja noch geheißen, die Landesregierung legt Richtlinien für die Ausarbeitung des Tourismusentwicklungskonzeptes fest. Bei diesen Richtlinien hätten Sie dann das Thema, wenn es Ihnen ja auch wichtig ist, dass es nur ein Teil sein soll des Gesamtpaketes, auch ansprechen können in den Richtlinien. Jetzt heißt es aber, das Konzept beinhaltet in Übereinstimmung mit dem von der Landesregierung genehmigten Landestourismusentwicklungskonzept, von dem wir ja auch noch nicht wissen, wie es aussieht und wo ganz sicher die Höchstbettenanzahl nicht drinnen stehen wird. Das wissen wir beide, Frau Landesrätin. Und das sagen Sie nicht dazu, denn das ist eine eindeutige Schwächung. Denn sonst hätte man dieses Kriterium und wie gesagt, ich bin ja niemand, ich gehöre nicht zu denen, die eine allgemeine Betten-Obergrenze befürworten, aber ich halte es für wesentlich, dass die Gemeinden bei der Ausarbeitung dieses Konzeptes genau darüber auch befinden. Weil es von Gemeinde zu Gemeinde sehr große Unterschiede gibt. Auf der einen Gemeinde wird man nachholen müssen und aufrüsten müssen und bei der anderen wird man eher bremsen müssen. Und das weiß die Bevölkerung vor Ort sehr gut und besser, wie wir alle hier zusammen. Deswegen finde ich es einfach schade, dass man den Begriff einfach streicht und auch dann bei den, wo wir jetzt schon wissen, dass es bei den Richtlinien dann nicht dabei sein wird, beziehungsweise man orientiert sich nur mehr am Landestourismusentwicklungskonzept. Vielen Dank, dann kommen wir zur Abstimmung. Vielen Dank. Mit 20 Ja, 12 Gegenstimmen, 3 Enthaltungen ist Artikel 15 genehmigt. Wir kommen zu Artikel 15 bis, da gibt es keinen Änderungsantrag, gibt es Wortmeldungen, keine Vormerkung. Und so mit, pongo in Votatione, l'artikel 15 bis, die Abstimmung. Und so mit, pongo in Votationen. Apro la Votatione. Apro la Votatione. 19 Ja, 19 Ja, eine Gegenstimme, 15, nein, eine Gegenstimme, 15 Enthaltungen ist Artikel 15 bis genehmigt. Wir kommen zu Artikel 15, der. Kein Änderungsantrag, gibt es Wortmeldungen, nein? Dann kommen wir zur Abstimmung. Apro la Votatione. Artikel 15, der. Mit 28 Ja, 0, 9 und 7 Enthaltungen ist Artikel 15 der genehmigt. Wir kommen zu Artikel 15 Quater. Kein Änderungsantrag, keine Wortmeldung, pongo in Votatione, Apro la Votatione. Apro la Votatione. 29 Ja, 0, 9, 6 Enthaltungen ist Artikel 15 Quater genehmigt. Wir kommen zu Artikel 16. Gibt es keinen Änderungsantrag, keine Wortmeldung, pongo in Votatione, l'artikel. Gibt es keinen Änderungsantrag, keine Wortmeldung, pongo in Votationen. Gibt es keinen Änderungsantrag, keine Wortmeldung, pongo in Votationen. Ist Artikel 16 genehmigt. Wir kommen zu Artikel 17. Kein Änderungsantrag, keine Wortmeldung, pongo in Votatione. Artikel 17, Apro la Votatione. 20 Ja, 0 Gegenstimmen, 0 Nein und 14 Enthaltungen. Ist Artikel 17 genehmigt. Wir kommen zu Artikel 18. Kein Änderungsantrag, keine Vormerkungen. Dann kommen wir zur Abstimmung. Pongo in Votatione, l'articolo di Giotto, Apro. Giotto, la Votatione. 23 Ja, 0 Nein, 12 Enthaltungen. Ist Artikel 18 genehmigt. Wir kommen zu Artikel 19. Ein Änderungsantrag der Landesrätin Hochgruber, bitte. Es geht hier um eine sprachliche Anpassung bei der Baugenehmigung. Anstelle des Wortes ausgesetzt, wird das Wort unterbrochen eingeführt. Das Wort. Pongo in Votatione, l'eventamento. Apro la Votatione. Apro la Votatione. Ja, non vedo niente. Giotto, la Votatione. 22 Ja, 0 Nein, 13 Enthaltungen. Ist der Änderungsantrag Hochgruber-Kunzer genehmigt. Wir kommen zu Artikel 19. Wortmeldungen. Nein. Dann kommen wir zur Abstimmung. Pongo in Votatione, l'articolo. Apro la Votatione. Giotto, la Votatione. 20 Ja, 09, 15 Enthaltungen. Ist Artikel 19 genehmigt. Wir kommen zu Artikel 20. Gibt es keinen Änderungsantrag. Gibt es Wortmeldungen zum Artikel 20. Auch nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung. Artikel 20. Pongo in Votatione. Apro la Votatione. Apro la Votatione. 22 Ja, 09, 13 Enthaltungen. Ist Artikel 20 genehmigt. Wir kommen zu Artikel 20 bis. Haben wir zwei Änderungsanträge. De los Barba und nochmals de los Barba. Sì, grazie Presidente. Sì, sono due emendamenti. Uno, diciamo, è il programma massimo e uno è il programma minimo, diciamo. Di che cosa si tratta? Questo articolo 20 bis è stato, diciamo, è made in Bauerbund, è stato presentato dai colleghi che fanno di mestiere contadini, diciamo così, gli agricoltori dentro la commissione. E poi, appunto, il Presidente, che non fa parte della commissione, ma era co-firmatario dell'emendamento, però, o no? E qui si è chiesta il pari trattamento con le zone industriali, le zone produttive, no? Che effettivamente hanno questa previsione, cioè qualora le opere di urbanizzazione primaria, facenti parte di un'azienda, siano realizzate dall'interessati a proprie spese, il contributo di urbanizzazione primaria si considera interamente corrisposto. Quindi viene sostanzialmente annullato il contributo di urbanizzazione primaria. Ora, diciamo, questa invocazione della pari trattamento qui però ha una anomalia. E l'anomalia è che noi sappiamo che nelle aziende agricole c'è anche la casa d'abitazione, la grande casa d'abitazione, spesso, e ci sono anche gli agriturismi. E ci sono anche gli agriturismi. E questo non c'è nelle zone produttive. Quindi, questo è un vantaggio rispetto alle zone produttive, cioè è un qualcosa di più. Che il contributo di urbanizzazione primaria si consideri interamente corrisposto. se noi manteniamo questa dizione edifici situati al di fuori delle zone edificabili. Quindi tutto ciò che nel verde agricolo è compreso in questa norma. Quindi, ripeto, anche agriturismi, anche abitazioni, anche case d'abitazione, eccetera, no? Allora, io propongo come programma massimo di eliminarla questa norma. Non c'era fino adesso nella legge e ha un senso. Ma se proprio si vuole mantenere, e questo è il senso del emendamento numero due, precisiamo almeno che questo vale, non per tutti gli edifici, ma solo per i fabbricati rurali. Cioè, per quei fabbricati che corrispondono, diciamo, a un'azienda di zona produttiva. Cioè, che fanno parte del processo produttivo tipico dell'azienda agricola. E la denominazione che la legge usa è fabbricato rurale. Quindi, va bene, se noi scriviamo fabbricato rurale, allora davvero c'è le pari opportunità, diciamo, tra mondo dell'agricoltura e mondo dell'industria o dell'artigianato. Altrimenti, qui, diciamo, è una specie di cavallo di Troia attraverso cui viene portato nelle mura della città qualcosa che non comprende solo quello che dovrebbe comprendere, ma molto di più. E questo credo che non sia corretto. Grazie a tutti. Quindi, per esempio, è un'azienda di risposta. Non è vero. E quindi, è anche vero che il franzo e il franzo e il franzo e il franzo e il franzo di Manfred Falazza hanno fatto questo rispetto, da me. Gibto altre parole? Per il franzo di lavoro? Questo mi dispiace, ma adesso lo devo dire, Presidente. Lei, se interviene nel merito, e poi fa anche commenti prima, lei si deve iscrivere come tutti noi. Non può approfittare il fatto che come Presidente il microfono è sempre aperto. Grazie. Wer will, Andreas Leiter Eber, bitte sehr. Nur ganz kurz, ich habe das alles schon im Ausschuss gesagt, ist auch im Bericht drinnen und Kollege Delos Barbera ha daraufhin ja auch den Änderungsantrag hier gemacht. Das haben wir jetzt so genüge diskutiert. Nur, weil die Bauernfraktion angesprochen worden ist, eine kleine Bitte frisch auch an die Landesrätin und an den Landeshauptmann. Die Bauernfraktion macht das immer ganz angenehm für die Opposition, denn die schreibt frisch in den Änderungsanträgen ganz klar drinnen, das Wort kommt raus und dieser Satz wird so und so geändert. Während die Landesrätin und der Landeshauptmann immer den ganzen Artikel hineintun und da sucht man viel länger, wo ihr die Sachen versteckt. Deswegen ist viel feiner, die Bauernfraktion bringt die ganz klar ins Geschehen ein. Dann ist man einfach von der Diskussion her einfach gleich schon auf dem Punkt. Das ist immer ganz angenehm. Jawohl. Wenn keine weiteren Wortmeldungen sind, dann kommen wir zur Abstimmung der zwei Änderungsanträge. Zuerst Änderungsantrag Delos Barbera 1. Punkt in Votatione. Ich eröffne die Abstimmung. Änderungsantrag Delos Barbera 1. Ich eröffne die Votatione. Mit 13 Ja, 19 Nein. Drei Enthaltungen ist Delos Barbera 1 abgelehnt. Wir kommen nun zum Änderungsantrag dello Svarva 2. Apro la votatione. Apro la votatione. 13 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen. Unter Enthaltung ist der Änderungsantrag abgelehnt. Wir kommen nun zum Artikel. Gibt es Wortmeldungen? Nein. Ich eröffne die Abstimmung. Ich eröffne die Abstimmung. Chiudo, la votatione. 19 Ja, 11 dagegen, 5 Enthaltungen. Somit ist Artikel 20 bis genehmigt. Wir kommen zu Artikel 21. Es gibt keinen Änderungsantrag. Gibt es Wortmeldungen zum Artikel? Auch nicht. Bongo in votatione. Articolo 21. Apro la votatione. Chiudo. Votatione. Mit 20 Ja, 0, 9 und 14 Enthaltungen ist Artikel 21 genehmigt. Wir kommen zu Artikel 22. Kein Änderungsantrag. Gibt es Wortmeldungen zum Artikel? Auch nicht. Bongo in votatione l'articolo. Apro la votatione. Gibt es Wortmeldungen zum Artikel 21? Gibt es Wortmeldungen zum Artikel 22? Gibt es Wortmeldungen zum Artikel 21? Wir kommen zu Artikel 23. Ein Änderungsantrag der Svarber. Bitte um Erläuterung. Quindi si prevede, se io costruisco un'ala nuova che non era autorizzata dal permesso di costruire, io quella parte lì la devo demolire. Adesso viene aggiunto un comma 2, dove si dice, quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, allora si può fare la sanatoria, si paga una sanzione e io magari ho raddoppiato quello che dovevo costruire. Ora, intanto il concetto la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità non è meglio definito. Chi lo decide? L'autorità proposta alla vigilanza. Ma vi rendete conto quanto è generico questo? Se io costruisco una parte che non è autorizzata, ma io posso cercare, soprattutto se ho buoni avvocati, in tutte le maniere di dimostrare che questo crea un pregiudizio, crea un danno alla parte invece costruita in conformità. Va bene? Quindi, da un lato è una norma generica che apre una porta e darà tanto lavoro agli avvocati. Ma è una norma che invita a violare la legge. Perché? Perché se io ho un permesso di costruire e poi aggiungo due stanze, basta che queste stanze le appoggi ben bene, magari con degli incastri, alla parte autorizzati alla parte autorizzata e quindi posso costruire in modo tale che sia dimostrato che io non la posso demolire senza pregiudizio alla parte autorizzata. Cioè, capite che poi cambio il progetto. Se ho questo articolo, io lo adatto il progetto in modo tale che mi vada bene, in modo tale che possa pagare una penale e avere il condono. Ora, vi immaginate che porte apre questa norma in una situazione come la provincia autonoma di Bolzano, dove il terreno è così ridotto, il terreno insediabile, i valori immobiliari sono così alti che chiunque possa aumentare i metri quadri e la cubatura ha fatto un affarone. Cioè, da noi è difficilissimo, è molto più difficile che altrove costruire, ampliare. E allora, se io do la possibilità di avere questa via d'uscita, per cui basta che costruisca l'abuso in modo tale che la sua demolizione danneggi l'autorizzato, ma io farò sempre così. Farò in modo che l'abuso abbia una parte che è un muro portante del resto della casa autorizzata. E così via. Io poi non sono, diciamo, non ho una grande fantasia nella costruzione, nel cemento, diciamo, nell'uso del cemento. Però questa è una norma che invita a violare la norme. Questo è il problema. Cioè, non è solo una norma che fotografa in maniera anomala una situazione che quindi può essere interpretata in tutte le maniere. E quindi vincerà chi ha i soldi per pagarsi gli avvocati migliori e dimostreranno che impugneranno eventuali ingiunzioni a demolire, eccetera, in base a questa norma. Ma poi questa norma, come dire, darà ai futuri abusivi la strada, il suggerimento per come compiere l'abuso e passarla liscia pagandolo. E questo a me sembra premiare i furbi, premiare quelli che hanno gli avvocati. E quindi mi sembra una norma veramente negativa e anche poco etica, diciamo. Per una legge doveva portare ordine nella Ordnung, in the Raum Ordnung. Vielen Dank. Andreas Leiterreber, bitte. Danke, Herr Präsident. Rein, wenn wir den Artikel 89 uns ansehen, im Gesetz, dann geht es ja darum, um die Maßnahmen, die teilweise von der Baugenehmigung abweichend durchgeführt werden. Und das Problem ist, wo sind wir da beim Teilweise? Denn es ist klar, dass es natürlich Bausituationen gibt und auch auf der Baustelle selber, dass auch ein Projekt in der Bauphase eine kleine Veränderung erfordert aus gegebenen Gründen, die vielleicht mit der Bodenbeschaffenheit oder mit etwas anderem zu tun haben, aber die wirklich nur minimal abweichen. Und ich verstehe, wenn man dann sagt, man kann das jetzt nicht abreißen oder rückgängig machen, nur weil es ganz leicht von der Baugenehmigung abweicht. Es gibt dann ja den Artikel 90, den nächsten, der dafür zuständig ist, also für Maßnahmen zur baulichen Umgestaltung, die ohne Baugenehmigung oder vollständig davon abweichend durchgeführt wurden. Das heißt, wenn hier also wirklich zwei Zimmer mehr drauf sind, dann ist das natürlich eine vollständige Abweichung. Aber das Problem ist beim Artikel zuvor, den wir hier behandeln, dieser schwammige Begriff des Teilweise abweichend. Und da ist es dann schon so, wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass es immer wieder dazu gekommen ist, meistens nicht der kleine Häuslbauer, sondern sehr oft auch von größeren Investoren, dass man bewusst hier abgewichen ist und sich danach die zusätzlichen Räumlichkeiten, einfach die Geldstrafe bezahlt hat. Denn sie ist in einem Land wie Südtirol dreimal drinnen, je nachdem, wie man danach das Gebäude verkauft oder wie man das Gebäude nutzt. Deshalb, in dieser Form ist es schwierig, wenn, dann müsste man den Artikel genauer spezifizieren, was unter Teilweise drinnen ist, ob das wirklich nur, weil vielleicht die Mauer um 10, 20 Zentimeter hat müssen, versetzt werden, um eine Zahl zu sagen oder weil der Untergrund irgendwie anders war oder so, dass man hier wirklich eine Gestaltungsmöglichkeit findet. Denn in der Praxis ist es nie 100% so genau, wie ein Bau auf dem Plan ist. Aber den Unterschied zwischen Artikel 89 und 90, der wäre einfach hier zu spezifizieren. Und hier hätte ich auch von der Landesrätin die genaue Antwort dazu. Denn ich glaube, das ist entscheidend, ob man hier dafür sein kann oder nicht. Vielen Dank. Peter Feisnauer, Abgeordneter, bitte. Ja, danke, Präsident. Nun, ich habe mir da jetzt den Änderungsantrag vom Gesetzgebungsausschuss angeschaut und mir die Mitschrift da noch einmal durchgehen lassen. Und da habe ich gesehen, da ist so direkt doch, Frank Weber hat ja hingewiesen auf die staatliche Norm, den Decreto Semplifikationen, dass da die Toleranzen von 2% drin wären. Und da meine Frage an die Landesrätin, betrifft das jetzt diese 2% oder kann man das schwarz auf weiß hineinschreiben oder dass man da nicht die Missverständnisse hat, wie Kollege Leiter, Reber oder andere gesagt haben, dass man da Stockwerke erweitert und so weiter, sondern 2% sind 2%, das sind bei 1000 Kubikmeter, 20 Kubikmeter. Das versteht jeder. Das ist messbar, nachvollziehbar. Wenn wir den Artikel 84 anschauen, die wesentlichen Änderungen, da haben wir ja die verschiedenen Parameter, die Grenzwerte, die Einschwellenwerte, 20% von 0 bis 1000 Kubikmeter für Wohnbau und eine Baumaßnachung von mehr als, sieht man als wesentliche Veränderung anerst, weil alles darunter ist eine unwesentliche Veränderung. 10% von den nächsten 1000 bis 3000 Kubikmeter, als das sind schon einige hundert Kubikmeter waren. Da meine ganz präzise Frage, knüpft man da an die staatlichen Oman, dieses Dekret der Simplifikation und Toleranz, dass man da die 2% einfach hernimmt, dann hat man das schwarz auf weiß oder gibt es da kein Ende nach oben oder keine Grenze nach oben, dass man da sozusagen verdoppeln kann die Kubatoren. Vielen Dank. Frau Landesrätin, Sie müssen sich eintragen, sonst bekommen wir Schimpf wieder vom Abgeordneten Delos Barber. Dankeschön. Werte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte daran erinnern, dass im Grunde im alten Raumordnungsgesetz diese Möglichkeit bereits bestanden hat, dass es 20 Jahre lang so gehandhabt wurde, dass daraus kein Baurecht entsteht, muss ganz klar sein, Strafrecht bleibt nach wie vor aufrecht, aber der Staat und das hat Kollege Feisner gesagt und ich wiederhole es, was Ressurdirektor Frank Weber in der Kommission gesagt hat, dass es natürlich ein staatlichen Dekret ist von Juli 2020, haben wir das auch übernommen und zwar, dass natürlich die Möglichkeit klar festgelegt ist, wie viel zahle ich und wer macht die Schätzung für diese Zahlung. Das heißt, es ist besser geregelt wie vorher, dass er sagt, wenn ich ein Baurecht habe, dass ich für das Baurecht das Doppelte zahle, was dieser Schätzpreis ausmacht. Ich bin schon der Meinung, wir müssen den Menschen draußen die Möglichkeiten geben, sollte irgendein beim Bau etwas, wir haben ja vorhin gehört bei den Varianten, dass irgendetwas dazukommt und der Bau etwas anders ausschaut, dass das möglich ist und diese Möglichkeit jetzt gegeben wird, die wir übernehmen. Es fällt nicht unter die zwei Prozent, Kollege Feisnauer, dass diese Simplifikationen müssten wir erst anpassen. Das würde bedeuten, in ganz vielen Bereichen ist das anzupassen. Es ist eine Riesenherausforderung natürlich auch zu schauen, wohin gehen wir und genau das, genau die zwei Prozent würden dazu führen, dass in der Projektierung damit schon gerechnet wird. Das wäre der falsche Ansatz aus meiner Sicht, sondern dass man wirklich jetzt in dem Fall die Möglichkeit hat und das ganz klar abgegrenzt ist, dass man sagt, das wird nie ein legales Baurecht sein, sondern ich zahle im Grunde für diese Abweichung, damit ich es nicht alles abreißen muss. Weil es steht ja ganz auch klar geschrieben, wenn es nicht ein abtrennbarer Teil ist. Also es muss ja irgendwie zusammenhängen. Vielen Dank. Wir kommen nun zur Abstimmung des Änderungsantrags dello Sparba. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich schließe die Abstimmung. Ich schließe die Votation. 12 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen. 3 Änderungsantrags ist der Änderungsantrag dello Sparba abgelehnt. Wir kommen zum Artikel. Gibt es Wortmeldungen? Nein. Ja. Dello Sparba, prego Riccardo. Telegraficamente, come l'ho detto anche in Commissione, discutiamo, vediamo, può darsi che... Però un argomento, credo, Assessora, sia problematico, cioè quello che c'era già per vent'anni nella vecchia legge urbanistica. Perché noi abbiamo fatto la nuova perché la vecchia andava cambiata, no? Quindi che ci fosse nella vecchia non fa testo, per così dire. Anzi, insomma, noi abbiamo detto che facevamo tutto nuovo, facevamo tutto meglio. Ecco, quindi proprio questo argomento è quello meno convincente. Vielen Dank. Pongo allora in votazione l'articolo 23. Apro la votazione. Grazie. 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 In diesem Artikel pongo in votazione, apro la votazione, l'Artikel 24. Ja, sì, faccio. Ja, sì, faccio. Articolo, apro la votazione. Articolo, apro la votazione. 24 Ja, 0 Nein und 11 Enthaltungen. Ist Artikel 25 genehmigt? Wir kommen zu Artikel 26. Kein Änderungsantrag. Gibt es Wortmeldungen zum Artikel? Nein. Pongo in votazione, l'Articolo. No, apro la votazione sull'Articolo. Ja. Die Euro-Lavutatione. 27 Ja, 0 Nein und 7 Enthaltungen ist Artikel 26 genehmigt. Wir kommen nun zum Artikel 27. Da gibt es elf Änderungsanträge, vier Änderungen von Änderungsanträgen. Und zwar der Abgeordneten de los Barber, Landesrätin Hochgruber-Kunzer de los Barber, Hochgruber de los Barber, de los Barber, de los Barber, Hochgruber und dann nochmals Hochgruber. Mit Änderungen zu Änderungsanträgen. Hoffentlich kenne ich mich aus. Und der Landeshauptmann. Ein Änderungsantrag. Ich versuche nun um Erläuterung. Abgeordnete de los Barber, Sie Erläutern dann alle Ihre Änderungsanträgen. Ja, Peter. Grazie Presidente. Sì, grazie. Ecco, grazie Presidente. Ma questo è l'articolo 27 che è stato molto discusso in Commissione per cui chiedo ai colleghi e alle colleghe di fare un ultimo sforzo perché poi dopo la discussione è più semplice. Ma questo è veramente un articolo complesso perché interviene sul 103. Il 103 sono le norme transitorie. Le norme transitorie verso che cosa? Dalla entrata in vigore della legge sostanzialmente fino alla presentazione del piano di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio. Questo è un arco di tempo di 24 mesi. Quindi fino al primo luglio 2022. Però attenzione, questo termine non è obbligatorio, diciamo, è ordinatorio. Non ha sanzioni se non una in questo momento. E che è quella che senza piano non si possono individuare nuove zone turistiche. Questo, se un comune non fa il piano, non può individuare nuove zone turistiche, però può ampliare esercizi esistenti, eccetera, eccetera. Quindi questo può essere un certo impulso a rispettare i 24 mesi, ma non per tutti i comuni e non sempre. Quindi il rischio è che questi 24 mesi diventino di più. Adesso, il collega Repetto prima ci ha portato un esempio del comune di Bolzano, no? Che prevede, dice, avviare, avviare la redazione del nuovo piano comunale territorio e paesaggio, avviare, ai sensi della legge urbanistica, entro il 2025. Quindi questi già lo scrivono nero su bianco, che non rispettano i termini di legge. Comune di Bolzano, più grande comune della provincia, io litigherò ovviamente con i miei del comune di Bolzano su questa roba, anche se non è, insomma, la nostra collega non è responsabile dell'urbanistica. Questo ovviamente è frutto dell'urbanistica, e cioè del consigliere, dell'assessore Walker, della Volkspartei. Quindi già il comune di Bolzano dice, ci metteremo sulla strada verso il 2025. Il termine è il 2022. Quindi è chiaro che questa transizione, qui purtroppo devo dare ragione su questo punto a Sven Knoll quando dice siamo già diventati Italia, no? In Italia c'è questa regola che non c'è niente di più eterno che le transizioni, no? Si è sempre in transizione, la transizione non finisce mai, intanto si applicano le norme di transizione, le norme transitori. Quindi le norme transitorie sono importanti. Infatti quest'articolo 103 della legge, che viene cambiato in quest'articolo 27 del disegno di legge che stiamo discutendo, è stato più volte rimodellato, proprio perché sapere che cosa si può fare negli anni in cui un comune non ha ancora il piano comunale è molto importante. E più che si può fare, più cose si possono fare e meno il comune è incentivato a mettersi a programmare, a pianificare. E questo è l'obiettivo della legge che i comuni pianifichino, anche perché noi sappiamo benissimo, l'abbiamo visto anche nell'ultima elezione, come si è detto anche nella fase del dibattito generale, insomma mettersi a pianificare vuol dire andare a confrontarsi con gli interessi del territorio, vuol dire magari scontentare qualcuno. Io per esempio ho seguito, ho seguito perché i nostri colleghi della lista civica ci informavano costantemente sul processo del comune di Chiusa, è stato un ottimo processo, però lì cos'è successo? C'è stato, voi lo sapete, un conflitto tra, diciamo, chiusa centro, chiusa centro, bassa chiusa, diciamo, e le frazioni su, perché chiusa è chiaro che è un luogo compatto dove, insomma, mentre su c'era la possibilità di fare delle operazioni più ardite, diciamo così, più ambiziose. E lì c'è stato un conflitto continuo, tant'è vero che all'ultima elezione la sindaca di Chiusa, di Chiusa anche di Chiusa nel senso stretto del termine, all'improvviso ha ricevuto la bella sorpresa di trovarsi dalle frazioni dei candidati alternativi a lei, maschi, che si sono messi d'accordo e l'hanno, e l'hanno, abgevelt, no? Questa è la situazione. E se qualcuno parla, voi che potete, perché lei è molto riservata, ma se parla con la sindaca di Chiusa, andatevi a far raccontare, noi l'abbiamo così, i racconti dei nostri colleghi, andatevi a raccontare la sua delusione, qualcosa raccontato anche sui giornali. Quindi, pianificare è una grana per molti amministratori. Hanno paura, poi si lamentano, e questo hanno ragione, di essere stati poco sostenuti. Poi è vero che una volta, lo devo dire, il dottor Weber disse qui, e ci ho ripensato, il dottor Weber ha ragione lei, cioè che quando, diciamo, si mette un'amministrazione di fronte a una nuova sfida, diciamo, le resistenze sono sempre forti, no? Perché vince sempre il fatto, ma in fondo l'abbiamo sempre fatto, ma insomma, perché cambiare? Infatti, in questo foglio del Comune di Borsano, poi leggo, che loro poi partono dal master plan di vent'anni fa per riprendere quello lì, per cui non vorrei che questi pensassero che si può fare copia e incolla del passato, insomma, sulla pianificazione. Quindi, pianificare è una fatica, è anche un rischio politico, perché bisogna fare i conti di nuovo. Si fa tutti i conti di nuovo. Di nuovo si guarda al Comune, si guarda al territorio, ci si domanda verso dove si vuole andare. Però questo è il lavoro grosso, è quello che voi, dell'assessorato, volete che si faccia. Io so che state preparando anche delle indicazioni per i Comuni, proprio per un vademecum, insomma, a quanto ho capito, no? Per cui sono convinto che voi siete d'accordo su questa cosa. Il punto è che se noi diamo troppa possibilità di fare troppe cose, prima e senza il piano urbanistico, molti Comuni saranno tentati di fare prima e senza, e magari senza anche dopo la scadenza dei 24 mesi. E io temo che tra un anno, un anno e mezzo, verranno a chiederci lo spostamento di questa scadenza, dando tantissime motivazioni, anche a volte corrette, anche a volte comprensibili, ma alla fine, tutte volte, a allontanare, diciamo così, il calice amaro della pianificazione. Invece è una grandissima opportunità, soprattutto perché questa pianificazione va fatta, abbiamo messo in legge, attraverso processi di partecipazione e i processi di partecipazione sono importanti. Io, insomma, penso che ogni sindaco dovrebbe veramente pensare e organizzare bene questi processi di partecipazione, perché più sono riusciti, più sono belli, più funzionano processi di partecipazione e meno il sindaco avrà delle grane. Invece, se il processo di partecipazione non lo fanno o lo fanno in maniera fallimentare, poi alla fine ci sarà l'assalto all'ufficio del sindaco, ognuno per andare a perorare la propria causa. Quindi, processo di partecipazione. Queste sono cose importanti. E allora, noi in questa norma transitoria abbiamo già messo, cioè la legge già prevede delle scorciatoie e prevede che si possa comunque senza piano ampliare, individuare nuove zone edificabili, basta che siano annesse alle zone già edificate. Non solo, basta che ci siano aggregati di 10 case a scopo abitativo, che quella è già un nucleo edificato a cui si può attaccare nuove zone, diciamo così, d'espansione. E è vero, Assessora, che questi nuclei non conteranno più quando c'è il SIDS, un schepit, quando si è fatto questa riga nella carta. Ma io sono convinto che la riga nella carta potrebbe benissimo prendere anche queste 10 case. E quindi, comunque, poi, adesso si aggiungono altre possibilità. Cioè, la modifica di indici per singole zone, la costruzione di infrastrutture, e va bene, questo l'ho detto, è giustificato, ma questo fuori dal nucleo abitato, dal nucleo edificato. Ma non solo, si può dentro il nucleo edificato cambiare le destinazioni d'uso, cambiare ancora una volta l'indice, cambiare le destinazioni d'uso vuol dire trasformare parti nel nucleo costruito. E quindi, io credo che questo non sia positivo. Tra l'altro, ho visto nel vostro subemendamento, nel subemendamento, che mi pare 2-2 adesso sia in piedi, no? Che si cita anche la possibilità di fare, praticamente, delle partnership pubblico-privato attraverso, diciamo, l'edilizia contrattata, l'urbanistia contrattata, quando voi dite nonché quelle previste nell'ambito delle procedure di cui alla parte quarta, titolo 1 del decreto legislativo, 18 aprile 2016, sono le 50 successive modifiche, che è questo qua e che prevede il partenariato pubblico-privato. Quindi, non dico che si potrebbe fare senza piano l'operazione Benko, ma, insomma, non so che limite ci sia a questa cosa, no? Ecco, l'unica cosa che resta qui positiva è che, per l'individuazione e la modifica di superfici destinate a esercizio pubblico, è vincolato all'esistenza del piano di sviluppo del turismo. E questo, sono contento, perché almeno questo è l'unico paletto che resta. E, infatti, per capire che aria tiri nei comuni, il Consiglio dei Comuni ha proposto proprio di eliminarla, questa cosa, no? E quindi rende possibile anche individuare nuove aree turistiche. Allora, noi che cosa proponiamo con questi emendamenti? Noi proponiamo di togliere uno per uno, abbiamo una serie di emendamenti che tolgono uno per uno queste possibilità, e abbiamo però un emendamento finale, se proprio non si vuole togliere una per uno, una o più di una queste possibilità, abbiamo un emendamento finale che dice questo, trascorso il termine di 24 mesi, senza che il Comune abbia presentato il programma di sviluppo comunale, da quel momento in poi e finché non viene presentato il piano di sviluppo, il Comune può solo fare, individuare zone per attrezzature pubbliche, infrastrutture e interesse pubblico. Cioè, se proprio volete dare tutte queste possibilità a un Comune, senza, senza pianificazione di fare tutte quelle cose che ho detto, almeno diciamo che questo può durare solo 24 mesi. E se un Comune, dopo 24 mesi, non ha presentato come vuole la legge, il programma di sviluppo non può più far più nulla di tutto quello che gli si fa fare nei 24 mesi precedenti, se non infrastrutture di interesse pubblico, infrastrutture pubbliche. Almeno così questi 24 mesi diventano significativi, cioè c'è un incentivo al Comune per rispettare questa scadenza, darsi da fare, mettersi a pianificare, non sperare che si può andare all'infinito rinviando il piano oppure presentandone uno così tanto per fare e poi andando avanti come gli pare. Ora, a questi emendamenti, uno per uno però, diciamo, sono state, ho finito Presidente, ma per spiegare ai colleghi e alle colleghe cosa si sta per votare, sono state però presentate, a un certo punto c'era un sacco di emendamenti, compreso quello dell'assessora, no? Dopodiché l'assessora ha presentato un sub-emendamento al sub-emendamento e questo ha significato, diciamo, cambiare un po' il gioco perché ha costretto noi allora a questo punto a presentare anche noi un sub-emendamento che è numerato 2.3 in cui tutte queste cose che ho detto sono confluite nel riscrivere completamente il comma. L'assessora ha riscritto completamente il comma nel suo sub-emendamento e quindi se votiamo quello, praticamente tutti i nostri decadono, allora in qualche modo per rimanere in gara con l'assessore, con il sub-emendamento dell'assessore, noi abbiamo anche presentato il sub-emendamento 2.3 ho finito in modo che riassume tutto quello che ho detto e riscrive completamente il comma. Es geht hier darum, dass natürlich auch in Übergangsbestimmungen Planungssicherheit gewährleistet werden muss. Von dieser Sicherheit ist heute immer wieder gesprochen worden. Natürlich auch in Zukunft möchten wir Planungssicherheit gewährleisten, aber auch mit eben so einem Gesetz, das wirklich wesentliche Änderungen in den Artikel und in den Anwendungen der Parameter mit sich trägt, muss auch in die Vergangenheit geschaut werden und dort Planungssicherheit hergestellt werden. Das heißt, sollte es bei Projekten und Plänen Verwaltungsmaßnahmen geben, das heißt eine Verwaltungsmenge geben, so müssen die Kriterien des alten Gesetzes aufrecht bleiben, was die Berechnungen der Projekte anbelangt. Weil natürlich, und wir wissen, wir haben ja diese Übergangsbestimmungen mit den alten Kriterien bis 30. Juni gemacht, das waren die Pläne, die abzugeben sind, aber bereits genehmigte Projekte und Pläne, sollte dort eben, sollte es dort zu Verfahrensmängeln kommen, muss gewährleistet werden, dass eben, dass wir gesetzlich festschreiben, dass die alten Bestimmungen bleiben. Ansonsten glaube ich, gibt es einfach viel zu große Planungsunsicherheit. Das wäre der, soll ich die Nächsten auch erklären oder, Präsident, soll ich die Nächsten weiter erklären? Okay, dann, das wäre der 01, dann der 2.2. Hier möchte ich, das ist auch etwas Neues dazugekommen und zwar aufgrund der letzten Wochen. Ihr wisst ja alle und ihr habt sie alles hier hereingetragen auch und mir oft auch mitgeteilt, dass die Gemeinden draussen mit der Umsetzung des Gesetzes und gleichzeitigen Einführung der digitalen Bauakte ordentlich ins Schwitzen kommen. Jetzt steht natürlich noch die dritte Komponente an und das ist die Musterbauordnung. Das heißt, die Musterbauordnung auf Landesebene muss von den Gemeinden übernommen werden. Die Gemeinden müssen ihre Bauordnung an die Musterbauordnung anpassen. Dementsprechend, wo Spielräume sind, für die einzelnen Gemeinden auch nutzen. Und ich denke, weil das würde alles im November, halt im Dezember noch abgewickelt werden müssen, spätestens Jena. Die großen Gemeinden brauchen es im Dezember, weil sie natürlich Baukommissionen auch in Zukunft haben, um hier den Gemeinden auch noch etwas Spielraum zu geben. Und wir wissen alle und ich kann es selber aus eigener Erfahrung sagen, der November war natürlich auch für die Arbeit in der Verwaltung eine riesige Herausforderung durch Homeoffice, durch aber auch krankheitsbedingt hat es wirklich zu vielen Ausfällen gekommen und dementsprechend sind wir zeitlich sehr, sehr knapp. Das heißt, ich würde vorschlagen, dass die Gemeinden, wenn sie wollen, die Gemeinden können die Bauordnungen und die Baukommissionen weiterhin aufrecht erhalten bis 30. Juni 2021. Sie können sie auch vorher abmachen. Dann haben wir noch in 2.2 die Verlängerung der Verzeichnisse. Wir haben im Gesetz ja festgeschrieben, abgeklärt mit Kollegin Degg, dass die Verzeichnisse für die Wohnungen, Formen von Wohnungen, Leerstand, kommentarierte Wohnungen geführt werden müssen. Auch hier möchten wir den Gemeinden noch etwas Zeit geben, damit sie es bis Juni 2021 machen würde. 2.3 wäre dann hinfällig. Dann würde ich noch einen zurückziehen, ganz offiziell. Und das wäre der 8. Im 8. wollten wir noch einmal einen Fallschirm für das Sachverständigenverzeichnis machen, damit, wenn wirklich zu wenig der Frauenanteil zu gering ist, damit wir diesen haben. Das möchte ich jetzt zurücknehmen und genau aus diesem Grund, weil wenn wir die Baukommissionen und die Bauordnungen verlängern, dann sind wir auch imstande, die Auswahlverfahren noch einmal zu starten, dass all jene, die sich jetzt eingetragen haben, auch die Möglichkeit haben, ein Auswahlverfahren zu machen. Das gilt für Männer wie für Frauen. Und damit brauchen wir diesen Fallschirm in dem Sinne nicht mehr. Den würde ich zurücknehmen. Die Verlängerung habe ich schon angesprochen. Gemeindekommissionen, die Baukommissionen und die Gemeindebauordnungen. Dann noch etwas, was wir schon brauchen, ist die Gemeindekommissionen auf Gemeindebene in den ladinischen Tälern. In den ladinischen Tälern haben wir gesehen, dass es schwierig wird, die Sachverständigenverzeichnis mit den Experten mit ladinischer Muttersprache zu füllen. Hier hätten wir auch einen Fallschirm und dort, wo es heißt, solange im Sachverständigenverzeichnis nicht ausreichend Vertreter von Mitgliedern der ladinischen Sprachgruppe sind, können an deren Stelle auch deutsche und italienische Sachverständige ernannt werden. Ist auch ganz, ganz wichtig. Dann wäre noch der 10. Wir haben schon vorhin gesagt, beim 5 haben wir das Land gestrichen, bei den Raumordnungsverträgen, damit dieser Artikel 5, die Gemeinde mit den Raumordnungsverträgen, so stehen bleibt, weil er bereits ein genehmigter Artikel ist im Gesetz. Wir möchten aber, dass wir auf Landesebene die Möglichkeit, das Land die Möglichkeit hat, über Raumordnungsverträge mit privaten Vertragspartnern natürlich Projekte zu verwirklichen. Immer unter der Berücksichtigung der Auftragsvergabe, immer unter Berücksichtigung, dass natürlich die Vorgaben ganz klar sind, die Zuständigkeiten, die das Land, die Landesregierung betreffen. Wenn es eine Gemeinde betrifft, kann es sein, dass Gemeinde, Land und Private da zum Zug kommen. Das wäre ein Vorschlag, um eben auch hier auf Landesebene Möglichkeiten zu haben, Projekte zu realisieren. Das wären meine Änderungsanträge. Vielen Dank. Wir kommen nun zu den Wortmeldungen. Bitte, Andreas Leitreger. Danke, Herr Präsident. Kollegin Lelous-Barber hat viele Punkte bereits aufgezählt. Ich möchte gar nichts wiederholen, nur beim Abänderungsantrag 2.2, ich möchte ergänzen, dass ich sehr vieles davon teile, was Ricardo das war, aber noch zuvor gesagt hat, bei 2.2 auch den Hinweis, dass schon wieder nur der Gemeindeausschuss mit dieser Regelung darüber bestimmt, über die Ausweisung neuer Baugebiete und auch die Änderung von Bauvorschriften für einzelne Zonen und so weiter. Das läuft wieder über den Gemeindeausschuss, also 54 ab, bezieht sich ja auf 54 Absatz 2 und dort ist der Gemeindeausschuss zuständig und nicht im Einzelnen, wo der Gemeinderat zuständig ist. Zum Abänderungsantrag 01. Es ist natürlich immer schwierig, also ich stoße mich da schon sehr an diesem Abänderungsantrag, denn hier geht es darum, Projekte und Pläne, die wegen Verfahrensmängeln aufgehoben wurden, wieder zu sanieren, beziehungsweise nach den ursprünglichen Regeln bauen zu können. Das heißt, hier fehlt ganz klar auch das Datum, zu welchem Zeitpunkt. Also das heißt, wir kennen ja viele Projekte, die schon sehr lange auf dem Tisch liegen, die wegen Verfahrensmängeln ja mal abgelehnt worden sind und die man jetzt so wieder hineinbekommen möchte in ein Gesetz. Und wer aus dem Burggrafenamt ist, der weiß auch von einzelnen Projekten, die zirkulieren und wo natürlich auch darüber gesprochen wird. Und das hat halt immer einen, wie soll man sagen, hat halt immer so ein bisschen einen Faden- und Schalengeschmack, wenn man die Dinge kennt und ich bin mir sicher, dass wir sie sehr bald dann auch realisiert sehen. Ich möchte hier nicht Namen nennen, aber die Leute wissen es und das wird dann auch später mal darüber sicher auch noch berichtet werden. Und deswegen nur mit der Rechtssicherheit begründen, dann müsste man zumindest ein Datum hineintun, um eine bestimmte Einschränkung vorzunehmen. Vielen Dank. Zu Wort gemeldet hat sich der Abgeordnete Feisnauer. Ja, vielen Dank, Präsident. Genau wie Kollege Leiter Reber jetzt angemerkt hat, habe ich mir da ganz die Grafik geschrieben. Über ein 0,1er Rechtssicherheit zurück zum Landesgesetz 1797. Wie weit in die Vergangenheit zurück? Das Jahr 2005 zurück, 2000 oder alte Projekte, die abgelehnt wurden, können also wieder eingereicht werden. Wann? Ab diesem 1. Juli 2020 mit dem Datum danach abgelehnt wurden. Wann? Also das ist hier ein großes Fragezeichen, weil in den 116 Gemeinden von Südtirol liegen sehr, sehr viele Projekte, die nach dem Jahr 1997, 1998 eingereicht wurden und nicht realisiert wurden, auf und sind archiviert worden. Meine Frage an Sie, kann dann morgen jeder hergehen und ein Projekt, ein altes herausziehen und sagen, das möchte ich jetzt nach dem alten Landesraummodusgesetz von 1997 behandeln? Das ist die erste Frage zum 0,1er. Beim 2.2er würde ich um eine getrennte Abstimmung der zwei Absätze beten, Präsident. Und zwar beim ersten Absatz, wo wir das BWB drinnen haben mit dem Dekret vom Aufzahnabend 16, würde ich gerne getrennte abstimmen. Warum? Weil beim zweiten Absatz hat die Landesrätin endlich auch einen Änderungsantrag angenommen, den ich in der Kommission eingebracht habe. Sie hatten da reingeschmuggelt, heißen wir es mal so. Ich habe am 21. Oktober im Ausschuss den Änderungsantrag eingebracht, dass statt 120 Tage schreiben wir 360 Tage hinein. Und wer rechnen kann, weiß, dass das dann auch Ende Juni sein wird, wird es dann 25. Juni sein statt 30. Juni. Aber es freut mich, dass die Landesrätin wirklich jetzt bei den Gemeindebediensteten und bei den Leuten draußen wirklich das Ohr hatte jetzt und da eine Einsicht hatte, weil damals wurde das noch mit fünf Nein-Stimmen abgelehnt und zwei Enthaltungen. Und ich war der Einzige, der dafür war, dass die Gemeindebediensteten, die Bauämter, die Leiter der Servicestelle ein halbes Jahr oder noch mehr Zeit bekommen, weil es mit 31. Oktober ja schon verfallen wäre, die 120 Tage nach 30. Juni mit den vier Monaten dazu. Also deshalb schade, dass man in der Kommission nicht das schon für gut geheißen hat, hat mich gewundert. Aber wir haben ja gehört damals auch vom Ressau-Direktor, es ist ein Ordnungstermin und es sieht keine Sanktionen vor das Gesetz. Also hätten wir auch so weiter wuscheln können bis zum 30. Juni 2021, werte Landesräte. Bei 2.4 bzw. 9.1, neu nummeriert, glaube ich, wenn ich richtig drin bin, genau, wo es um die Musterbeordnung geht, haben Sie richtigerweise gesagt, das ist freiwillig jetzt, habe ich Sie richtig verstanden. Oder die Baukommissionen können weitergeführt werden bis 30. Juni 2021 mit der alten Besetzung oder es kann schon die Sachverständigenkommission eingesetzt werden. Gut, darüber kann man diskutieren. Wie gesagt, ich wiederhole mich ungern mit dem Aufschub auf die Inkrafttreten mit nächsten Jahr 2021 wäre, wären da eigentlich viele Probleme, wäre man da aus dem Weg gegangen. Und bei dem Änderungsantrag 10 habe ich eine Frage, ob man da vor allem die Kasernenareale im Land im Auge hat oder eben die Areale in Bozen hier, wo es um diese Raumordnungsverträge dann in Zukunft gehen soll. Vielen Dank, Abgeordneter. Dann erteile ich mir selbst das Wort und möchte darauf hinweisen, auf Änderungsantrag 2.2 der Landesrätin, habe ich mir das auch schon mitgeteilt, dass bis zu der Genehmigung des Gemeindeentwicklungsplanes kann die Landesregierung in diesem Zeitraum Anträge der Gemeinden für Ausweisung, Baugebiete usw. alles machen. Mit Ausnahme die Aussiedlung von landwirtschaftlichen Betrieben und natürlich auch Tourismuszonen. Das heißt, landwirtschaftliche Betriebe sind blockiert. Frage deshalb, was gedenkt man da zu machen, wenn eine Gemeinde innerhalb der 24 Monate innerhalb vom 1. Juli 2022 nicht den Entwicklungsplan macht? Ist da weiterhin die Aussiedlung blockiert oder was? Das ist die Frage, die ich hier stellen möchte, weil ja bereits jetzt schon Anfragen um Ausweisungen gestellt werden. Und denen muss man sagen, wartet mal bis, wartet mal 24 Monate oder zumindest eineinhalb Jahre. Es wird auch die Soko, also diese Sonderkommission, die sich die Ausweisungen, also die Aussiedlungen anschaut. Und das dauert ja auch einige Zeit, bis eine Aussiedlung möglich ist. Und ich finde nur, das ist einfach zu lange, was man hier erwartet, speziell bei Betrieben. Wir sprechen alle von Tierwohl und Aussiedlungen, da in Haufendürfen und so weiter, dass alles zu eng ist. Aber zwei oder drei und mehr Jahre warten, bis wir so weit sind, bis die Gemeinde so weit ist. Ich glaube, das ist einfach etwas zu lange, aber die Landesrätin wird uns das schon erläutern. Dann kommt noch mal Peter Feisnauer, nein, hat sich erübrigt. Dann Landesrätin, bitte, es sind keine weiteren Wortmeldungen mehr. Danke schön. Kollege Feisnauer, also diese Absprache, wie Sie wissen, war ich in der Kommission vertreten durch den Ressortdirektor und konnte politisch nicht intervenieren. Und es war überhaupt in keiner Weise irgendetwas, jemanden abzusprechen, um selber zu bringen, als überhaupt nicht. Und Sie wissen das genau, es wurde dann mit Kollegin Degg besprochen und gemeinsam mit dem Gemeindeverband dann die Verlängerung für die Verzeichnisse so gemacht. Dann die Frage dieser Pläne und die protokollierten Projekte. Hier geht es um bereits realisierte Projekte. Und in den Übergangsbestimmungen haben wir ja den 30. Juni im Gesetz schon drinnen. Also 30. Juni ist der Tag und es geht nicht um Projekte, die irgendwo aufliegen und irgendwo herunten sind, sondern es geht um genehmigte, oft auch schon realisierte Projekte. Und wenn im Zuge von, wenn ein Projekt realisiert ist und dann ein Verfahrensmängel auftritt und dann müsste im Grunde ein realisiertes Projekt umgebaut werden, wenn es nach den neuen Kriterien dann noch einmal eine Bewertung macht, inhaltlich, das Verfahren, wenn es Verfahrensmängel gibt, ganz klar, sind sie auszuräumen, ganz klar. Aber nicht, was das Baurecht und die Berechnung für die baurechtlichen Genehmigungen betrifft. Also das sind einfach zwei verschiedene Richtungen. Deshalb, das ist damit gemeint. Nicht, dass man Projekte, die irgendwo sind und sagt, jetzt geht gar alles. Also in keiner Weise. Sie müssen am 30. protokolliert sein und als Projekt bereits eingereicht werden. Dann die Frage, ich möchte zum Kollegen Ricardo de los Barba, der natürlich viele Änderungsanträge gebracht hat und dem es wichtig ist, dass ein Gemeindeentwicklungsprogramm auch funktioniert und dass es auch gemacht wird. Sie haben das Beispiel Klausen gebracht und ich habe das Beispiel Klausen immer als Vorzeigebeispiel gebracht, weil sie effektiv wirklich in Partizipation dieses Gemeindenentwicklungsprogramms angegangen sind. Vielleicht ist es nicht die Schuld, ich weiß es nicht, was Schuld war, aber vielleicht ist es nicht die Schuld von den Fraktionen draußen, sondern Tatsache war, dass man irgendwann einmal drei Bürgermeisterkandidaten gehabt hat und dann ist es natürlich so etwas, es war leichtsinnig in diese Richtung zu gehen. Dass sie ihre Arbeit gut gemacht hat, wird von niemanden infrage gestellt, aber wirklich von niemanden. Und ja, es ist eine Herausforderung, das Gemeindeentwicklungsprogramm zu machen, denn, und da müssen wir uns wirklich, müssen wir die Gemeinden auch unterstützen, dass wir externe Moderatoren, dass die Gemeinde externe Moderatorinnen herholen, um diese Neutralität auch zu halten, um nicht, weil, ich habe es schon am Beginn gesagt, ein Gemeindentwicklungsprogramm geht es um mehr als ich, dass sich eine Gruppierung ihre Vorhaben durchbringt. Es geht um die gemeinsamen Identitäten, um das gemeinsame Verantwortungssein für das ganze Dorf. Wir möchten, und die Landesregierung hat dazu schon ihre Zustimmung gegeben, ich habe es auch schon gesagt, ich wiederhole mich jetzt, dass wir die Gemeinden bei den Fachplänen unterstützen möchten, dass sie, wenn sie im funktionalen Raum die Fachpläne machen, dass wir sie auch von finanziellem her unterstützen, damit wir sie motivieren, diese Planungen zu machen. Wir werden, und da bin ich überzeugt, ein Jahr ungefähr warten und schauen, in welche Richtung geht es. Ich kenne aber heute schon einige Gemeinden, interessanterweise mit neuen Bürgermeistern, die sagen, du, ich möchte jetzt starten. Also die sind motiviert, dieses Gemeindentwicklungsprogramm umzusetzen, ja fast schon zu schnell, wenn wir sagen, sind wir mit dem Leistungsverzeichnis, was müssen diese Pläne beinhalten, sind wir soweit, können wir ihnen das zur Verfügung stellen. Also man bemüht sich wirklich in dieser Richtung auch die Gemeinden zu unterstützen und nicht allein zu lassen. Aber den Prozess müssen natürlich die Gemeinden vor Ort machen, ganz klar. Und dieser Prozess ist eine Herausforderung, so wie eine Leitbildentwicklung generell eine Herausforderung ist. Kollege Nockler mit einer Geschichte wegen der Aussiedelungen, Bevor nicht das Gemeindenentwicklungsprogramm steht. Eine Verlegung des Wirtschaftsgebäudes ist nach wie vor, Aussiedelung ist natürlich etwas anders wie eine Verlegung. Aber wenn die Notwendigkeit besteht, ein Wirtschaftsgebäude aufgrund von der wirtschaftlichen Tätigkeit zu verlegen, dann kann es nach wie vor verlegt werden. Eine Aussiedelung ist Wohn- und Wirtschaftsgebäude gleichzeitig. Da wird es schwierig, bis die Gemeinde ihr Gemeindeentwicklungsprogramm gemacht hat. Aber sie können das Wirtschaftsgebäude verlegen. Okay, gut. Spaß beiseite. Das wusste Kollege Nockler ganz genau. Gut, dann noch etwas. Ja, das habe ich schon gesagt. Diese Änderungsanträge, die Kollege Delos Barber bringt, würden wir ablegen, weil es einfach, ich bin schon davon überzeugt, dass wir die Gemeinden unterstützen sollten, dass sie das angehen, diese Arbeit angehen. Die Verlängerung von den Kommissionen und von den Bauordnungen. Denn Kollege Feisnauer, ich bin nach wie vor überzeugt, wenn wir das ganze Gesetz auf Juni verschoben hätten, dann hätten sie dort die digitale Bauakte, das neue Gesetz und die Bauordnungen. Es wäre noch ein Element mehr, mit dem sie sich neu auseinandersetzen müssen. Ich hoffe, dass die Gemeinden ein bisschen Übung in der digitalen Bauakte und mit der Anwendung des Gesetzes haben. Und dann vielleicht besser und viel inhaltlich besser die Gemeinde Bauordnung auf die Musterbauordnung anpassen können, sodass sie dann effektiv auf die Bedürfnisse ihrer Gemeinde, wenn sie das mit neuen Gesetz Erfahrungen haben, besser eingehen können. Ich glaube, ich habe jetzt alle beantwortet. Dankeschön. Vielen Dank. Somit kommen wir zur Abstimmung. Nur damit ich das richtig verstehe, Abgeordneter Feisnauer, also 2.2 getrennte Abstimmung, Absatz 1 und Absatz 2. In Ordnung? Wir kommen nun zur Abstimmung der Änderungsanträge. Und Herr Pongo in Votatione. Wir kommen zuerst zum Änderungsantrag des Landeshauptmannes 01. 1. Pongo Votatione. Apro la Votatione. Änderungsantrag des Landeshauptmannes 01. Chiudo la Votatione 19 Ja, 8 Nein, 6 Enthaltung, Änderungsantrag genehmigt. Wir kommen zum Änderungsantrag dello Sparba. Apro la Votatione dello Sparba 1. Apro la Votatione 13 Ja, 19 Nein, 3 Enthaltungen dello Sparba 1. Jetzt kommen wir zum Änderungsantrag 2.2 der Landesrätin Hochgruber-Kurzer mit getrennter Abstimmung. Absatz 1 zuerst. Votatione, Lementamento Hochgruber-Kurzer. Ich eröffne die Abstimmung. Apro la Votatione, non vedo niente. Chiudo la Votatione, Lementamento Hochgruber. 19 Ja, 11 Nein, 5 Enthaltungen habt zu Absatz 1 genehmigt. Wir kommen nun zur Abstimmung. Änderungsantrag Hochgruber, Absatz 2. Apro la Votatione, Lementamento, Absatz 2 Hochgruber-Kurzer. Judo la Votatione, 24 Ja, 4 Nein, 7 Enthaltungen ist auch 2.2 Absatz 2 genehmigt. 2.3 Dello Sparba verfällt, dann 2 Hochgruber-Kurzer verfällt, ich ersetze. 3.3 Dello Sparba verfällt, 4 verfällt, 5 ebenfalls, 6 ebenfalls, 7 ebenfalls, 8 wurde zurückgezogen. Dann kommen wir zur Abstimmung. 9.1 der Landesrätin Hochgruber-Kurzer. Pongo in Votatione. Apro la Votatione. Apro la Votatione. Su Lementamento Hochgruber. Chiudo, Chiudo la Votatione. Mit 21 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 14 Enthaltungen ist der Änderungsantrag Hochgruber-Kurzer, 9.1 genehmigt. 9 ist hinfällig. Und wir kommen zum Änderungsantrag des Landeshauptmannes, Nummer 10, Änderungsantrag 10 des Landeshauptmannes. Ich eröffne die Abstimmung. Apro la Votatione. 19 Ja, 13 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen ist der Änderungsantrag Humbert zur Genehmigt. Wir kommen nun zum Artikel 27. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Pongo in Votatione. L'Artikel 27. Apro la Votatione. Chiudo la Votatione. Zul Articulo 29 Ja, 13 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen ist der Artikel 27 genehmigt. Wir kommen nun zum Artikel 28. Gibt es keinen Änderungsantrag? Gibt es Wortmeldungen zum Artikel? Auch nicht. Pongo in Votatione. Artikel Vintotto. Apro la Votatione. Chiudo la Votatione. Mit 20 Ja-Stimmen, 0, 9 Stimmen, 15 Enthaltungen ist der Artikel 28 genehmigt. Wir kommen zu Artikel 29. Ein Änderungsantrag Lelos Barba. Bitte um Erläuterung. Der letzte Änderungsantrag. Ein Änderungsantrag, bitte. Presidente, è l'ora. Qui c'è la possibilità di montare pannelli solari e fotovoltaici al servizio di edifici situati al di fuori del centro storico. E io vorrei aggiungere, e non sottoposte alla tutela delle belle arti, che è una norma che esiste e che mi sembra che si potrebbe anche introdurre nella nostra legge. Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Wenn nicht, dann kommen wir zur Abstimmung des Änderungsantrages. Herr Delos Barba. Pongo in Votatione. Ich eröffne die Abstimmung. Apro la Votatione. Apro la Votatione. Mit 14 Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen, ist der Änderungsantrag abgelehnt. Wir kommen zu Artikel 29. Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann kommen wir zur Abstimmung. Pongo in Votatione. Artikel Ventinove. Ich eröffne. Apro la Votatione. Chiudela Votatione. Chiudela Votatione. Mit 19 Ja, einer Gegenstimme und 15 Enthaltungen, ist Artikel 29, oder? Ja, genehmigt. Wir kommen zu Artikel 29 bis. Kein Änderungsantrag. Gibt es Wortmeldungen zum Artikel 29 bis? Nein. Läude Pongo in Votatione. Läude Pongo in Votatione. Apro la Votatione. Apro la Votatione. Mit 19 Ja, einer Gegenstimme und 15 Enthaltungen, ist Artikel 29 bis genehmigt. Wir kommen nun zum Artikel 30, in Kraft treten. Es gibt keinen Änderungsantrag. Gibt es Wortmeldungen zum Artikel? Auch nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung. Pongo in Votatione. Artikel 30. Pongo in Votatione. Mit 20 Ja, 8, 9, 7 Enthaltungen, ist Artikel 30 genehmigt. Wir kommen nun zur Stimabgabe und Erklärung. Fünf Minuten. Gibt es Wortmeldungen zum Artikel 30, bitte. Grazie, Presidente. Noi voteremo contro questa legge. Anche se, diciamo, siamo molto soddisfatti di aver ripristinato il, questo è un elemento positivo certamente, la rappresentanza equilibrata nelle commissioni di genere, nelle commissioni comunali. Ma per il resto, questa legge, diciamo, indebolisce ancora la legge territorio e paesaggio, che è già stata ampiamente tormentata, amplia la possibilità di operare sul territorio senza e prima e senza la pianificazione e senza la partecipazione. Avete aggiunto anche adesso, ultimamente, poi l'urbanistica, il contratto urbanistico, quindi si può fare grandi cose senza fare la pianificazione e elimina l'ultimo calmiere all'offerta turistica, che era rimasto almeno a livello comunale. Quindi non abbiamo motivi per apprezzare questo disegno di legge che, diciamo, secondo me subisce ancora di nuovo le pressioni di vari interessi particolari. Noi, Assessora, prendiamo sul serio quello che lei ha detto, cioè che nonostante queste falle, diciamo, cercherete di tenere la barca a galla, non solo, ma cercherete di spingere e di motivare i comuni alla pianificazione e alla partecipazione. E noi tutti i tentativi, tutte le cose che voi farete in questa direzione le sosterremo, le sosterremo a spada tratta, in Consiglio Provinciale e nei comuni dove siamo presenti, lei sa che siamo presenti in parecchi comuni, soprattutto i medi e i grandi. Quindi sosterremo l'assessorato ogni volta che si muoverà nella giusta direzione della pianificazione e della sostenibilità e del risparmio del consumo di suolo e del rispetto del paesaggio. Un'ultima cosa, Assessora, le vorrei dire, è che la cosa che più mi dispiace adesso è dover rinunciare a questa bella pubblicazione che voi avete fatto, cioè voi avete fatto due tomi con tutta la legge bella patinata, diciamo, pensando probabilmente che era l'ultima versione, quella giusta, che sarebbe rimasta in eterno, diciamo, e però purtroppo è durata pochi mesi e non è più valida. Allora io, Assessora, mi prenoto già alla prossima edizione, la prego di fornirmi la prossima edizione appena uscirà. Grazie. Vielen Dank. Abgnuno Feisner, bitte. Ja, vielen Dank. Also, wie Riccardo Leros Barba auch erhält, das in der Hand. Ich habe es mir auch hergerichtet, aber ich hatte eine Bitte an die zuständige Landesrätin, keine Kopie mehr zu machen. Warum keine Kopie? Damit wir es digital haben und im Sinne der Umweltfreundlichkeit würde ich auf den Druck von solchen Sachen verzichten, wenn sie nicht einmal eine Haltbarkeit von fünf Monaten hat. Also bitte verzichten wir auf den Druck von solchen Sachen, weil wenn wir es trotzdem schon in den Müllkübel schmeißen müssen morgen, hat es wirklich keinen Sinn. Uns fehlt nach wie vor die Klarheit, die Rechtssicherheit, die wir alle uns wünschen für dieses Gesetz. Aber ich habe mir vor allem ein paar Dinge notiert, vor allem von der zuständigen Landesrätin in ihrer Replik, wo es ja auch angibt, dass es einige gute Ansätze gibt. Und da pflichte ich hierbei, es gibt einige gute Ansätze. Und es liegt in der Verantwortung von uns allen und dass sie nicht alleine zuständig sei für das Gelingen oder Misslingen dieses neuen Gesetzes. Wo ich aber schon große Ohren bekommen habe, als sie gesagt haben, die 400 oder über 400 Technikerinnen und Gemeindebedingungen, die unterschrieben haben, haben unterschrieben, weil sie Angst haben, es anzumachen. Und ich kann nur von meiner Seite sagen, ich habe keine Angst, es anzuwenden. Und ich denke, von den 400 Technikerinnen und Technikern daraus hat auch kein einziger Angst, es anzuwenden. Was ich aber sehr wohl mitgebe Ihnen, wäre, diesen Probelauf gemacht zu haben und den auch richtig gemacht zu haben und auch lange genug gemacht zu haben. Und dann, den hätten wir jetzt machen können bis Juni 2021. Und dann garantiere ich Ihnen, wenn man besser vorbereitet wäre, die Expertenkommissionen wären besetzt gewesen, der Probelauf wäre gemacht worden. Man hätte gesehen, ob das SUA-Portal, das über zehn Jahre alt ist, auch richtig funktioniert, up-to-date ist, zeitgemäß ist. Dann könnten wir richtig starten im 1. Juli 2021. Aber jetzt in dieser Krise da, mit Teufel komm raus, reinfahren mit diesem neuen Gesetz. Also ich muss sagen, Hut ab, diese Schneide hätte ich nicht gehabt, Sie haben sie gehabt. Wir stimmen und ihm kann diesen über 30 Änderungen wieder bei den über 30 Artikeln im Landesgesetzentwurf 63 mit Nein. Die 19 Übergangsbestimmungen, die wir besetzt hatten, sind auf 21 angewachsen. Also der größte Teil dieses neuen Gesetzes wird von diesen vereinnahmt, vom 103-Artikel. Und die Gemeinden haben sehr hohe Kosten, das haben Sie auch schon richtig gesagt. Und ich denke, ich war ja selber Verwalter, da kann man sie schon vielleicht abholen. Und das wird auch der Präsident sagen, wenn ich einem mit einer mittleren Gemeinde mit 3.000 Einwohnern mit Kostenrechne von 80.000 und 100.000 Euro für diese Experten, die mir dann beistehen bei den sämtlichen Plänen, die ich dann entwickeln muss, müssen wir schauen, ob wir die dann alle finden, zeitgleich, dass Sie das alles abarbeiten, dass wir da schon auch auf die große Stütze und Unterstützung von Seiten der Landesregierung dann auch als Gemeinde hoffen, das ist da weiter. Ich spreche da im Namen der Gemeinden, man spürt immer wieder, dass ich da in diese Rolle zurückfalle. Aber wirklich, ich appelliere an Sie, nehmen Sie bitte nicht mehr das in den Mund, dass die Angst hätten. Nein, Angst haben die sicher nicht. Angst habe ich eher dann vor der drohenden Rezession im nächsten Jahr, im Frühjahr, wo ich jetzt auch mit den Firmen draußen spreche, mit den Technikerinnen und Technikern, wo wirklich die Auftragsbücher dann einen Delle oder einen großen Einbruch haben und eine gehende Lehre dann haben. Davon habe ich eher Angst. Vielen Dank. Leiter Rehmer, bitte, Abgeordneter. Danke, Herr Präsident. Ich möchte es relativ kurz machen. Frau Landesrätin, Sie haben ja gesehen, auch bei der Abstimmung zu den einzelnen Artikeln, wir haben ja bei einigen durchaus zugestimmt und bei anderen mussten wir dagegen sein und uns auch enthalten. Landesrätin, um es vielleicht ein bisschen, um auch unsere Stimme und Schlussabstimmung zu erklären. Du bist ja nicht nur Landesrätin, sondern auch überzeugte Bäuerin und als Bäuerin weißt du, wenn du ein Gelege hast und eine Brut, also 30 Eier einer Henne untergibst, dann musst du da auch schauen, nach einer Woche, dass man die Faulen raustut. Denn sonst fault das ganze Gelege. Und diese Verantwortung nimmt unsere Fraktion hier auch wahr, indem sie hier dagegen stimmt. Nicht, weil alle Artikel, nicht, weil alle 30 Artikel schlecht sind. Aber es sind halt wieder, wie auch in der Vergangenheit, so oft wieder Faule dabei. Und es tut mir einfach leid und auch weh, denn ich war immer ein überzeugter Befürworter dieses Gesetzes und bin es im Kern ja immer noch, denn ich werde immer dafür kämpfen, dass es in die richtige Richtung geht. Aber es tut mir wirklich weh, mit ansehen zu müssen, wie hier immer wieder Abänderungen kommen. Und eine Landesrätin muss ich auch persönlich anbringen. Ich finde es einfach nicht korrekt, wenn wir im Gesetzgebungsausschuss über einen Entwurf, über einen Gesetzesentwurf, den sie bringen, diskutieren, dann kommen danach noch Änderungsanträge und dann kommen noch von der Regierung selber zwei Tage vor der Behandlung im Landtag schon wieder Änderungsanträge. Also das ist nicht das, was ich mir vorstelle von einer vorausschauenden Planung und auch von einer Position, die man hat, sondern man merkt, da wird dauernd geschwommen, geschwommen und immer noch nachjustiert. Und das ist nicht fein. Weder für die, die es bearbeiten, als auch für die, die draußen dann mit dem Gesetz zu tun haben. Vielen Dank. Abgeordneter Unterholzner, Kollege, bitte. Ja, danke, Herr Präsident. Da könnte man ja sagen, Maria und Josef haben wir ja bald einmal jetzt zu Weihnachten. Deshalb, ja, das wird auch bis zu Weihnachten kein gutes Gesetz werden. Das ist schlecht geboren und das wird schlecht weitergeführt. Das kann man sozusagen, das bleibt ein chaotisches Gesetz oder ein Katastrophengesetz. Daher werde ich mir der Stimme enthalten, auch weil ich einfach nicht so überzeugt bin, dass es, ja, wir haben jetzt schon einen Beitrag geleistet, dass vielleicht der eine und der andere Techniker irgendwie das eine oder andere besser zurechtkommt, aber trotzdem bleibt es ein schlechtes Gesetz und, ja, schönen Abend. Vielen Dank. Abgeordneter Kölnsberger, bitte. Danke. Kollege Peter Feisner hat bereits angekündigt, dass wir gegen dieses Gesetz stimmen wollen. dieses Gesetz hat Licht und Schatten. Die wenigen Lichtblicke haben wir absurderweise eher Rom zu verdanken, dass hier auf die Höherstellung des Landschaftsschutzes der Raumordnung gegenüber brucht, weil ein bisschen das passiert ist, was wir schon beim Entstehen des Gesetzes gesagt haben, Landschaftsschutz mit Raumordnung zusammenzulegen, wird dazu führen, dass der erste der Landschaftsschutz hier unter die Räder kommt, weil der zweite viel stärkere Interessen vertritt. Insgesamt dieses Gesetz heute eher ein weiterer Rückschritt, das hat jetzt auch die Diskussion hier bewiesen. Wir werden uns deswegen, wie schon angekündigt, hier weiterhin dagegen stimmen. Ich hatte eingangs von Alfons Benedikter gesprochen und vom Spirit und vom Geiste, das damals 1986 das Gesetz inspiriert hatte. Ich habe mir jetzt hier die Broschüre ausgerückt, eine Seite, mit der man damals das vorstellte. Und wie er die moralische Verantwortung des Raumordnungsgesetzes den künftigen Generationen gegenüber beschrieb, man liest diese Sätze fast mit ein bisschen Nostalgie und sie sind heute noch so aktuell wie eigentlich damals, als er argumentierte, warum er das alte Gesetz damals überholte mit einem neuen. Und wie er erklärte, auch hier den kommenden Generationen müssen wir Entfaltungsmöglichkeiten lassen. Das ist eine moralische Frage. Wir müssen so viel Verantwortungsbewusstsein besitzen, um den kommenden Generationen genügend Spielraum zu bieten. Wir können nicht in egoistischer Weise die letzten Reserven selbst verbrauchen. Ich glaube an diese Verantwortung. Wir brauchen ein Instrument, um die verschiedenen raumwirksamen Tätigkeiten und den Zusammenwirken zu lenken und damit unser Land für die nächsten Generationen lebenswert bleibt. Dieses Instrument ist die Raumordnung und zählt dann 13 Grundsätze auf, die im Gesetz drinnen stehen, damit es eben nicht nur Lippenbekenntnisse sind. Die Sicherung gesunder Lebens- und Arbeitsbedingungen, die Haltung der Landschaft, die Vermeidung der Zersiedelung und so weiter. Und man sieht, wie ich es eingangs auch sagte, an diesen Worten und an der Einstellung der Raumordnung gegenüber, ein bisschen auch die Entwicklung, die die Politik und vor allem die Mehrheitspartei in diesen letzten Jahrzehnten hergenommen hat. Das Verantwortungsbewusstsein den künftigen Generationen gegenüber ist hier nicht ganz und nicht bei allen, aber zu großen Teilen den Interessen von großen Verbänden im Heute und Jetzt gewichen. Die Lobbys, die Verbände haben heute mehr Gewicht, als sie es damals hatten. Es ist viel zu viel Anlass Gesetzgebung in diesem Gesetz und es geht viel zu oft ganz offen um die Sicherung von großen Wahlbefreunden, die dann bereitwillig, das haben wir jetzt gerade bei den Gemeindewahlen gesehen, auch die Werbetrommel rühren. Weitsicht und Generationen Verantwortlichkeit sind beim Raumordnung Gesetz so wichtig wie bei keinem anderen Gesetz. Und diese zwei Prinzipien Weitsichtigkeit und Generationen Verantwortlichkeit kommen hier unter die Räder, wenn man mit so einem Ansatz an dieses Gesetz drangeht. Unser Gesamturteil zu diesem Gesetz trotz einiger positiver Änderungen bleibt negativ und das Gesamturteil zum Raunumungsgesetz in seiner Grenze bleibt auch weiterhin sehr negativ. Vielen Dank. Zu Wort gemeldet hat sich Abgeordneter Sven Knoll. Ja, danke, Herr Präsident. Ja, ich hatte das Glück, in ganz, ganz jungen Jahren Alfons Benedikt noch persönlich kennenzulernen. Alfons Benedikt war sicherlich kein einfacher Zeitgenosse, aber er war jemand, und das glaube ich, sind wir uns alle einig, der ganz klare Ziele hatte und der sein politisches Handeln auch immer dem Gedanken des Wohles des Landes unterworfen hat. Und deswegen habe ich mir jetzt bei Bearbeitung dieses Raumordnungsgesetzes sehr oft die Frage gestellt, ob eigentlich von diesen Idealen, die damals auch Alfons Benedikt im Rahmen dieses Raumordnungsgesetzes aufgestellt hat, ob diese Ideale mit der Raumordnung, wie wir sie heute noch pflegen, einhergeht, oder ob die eigentlich schon in manchen Bereichen davon abgewichen sind. Es ist natürlich klar, dass die Raumordnung aus den 70er und 80er Jahren nicht mehr die Raumordnung von heute sein kann, aber die Zielsetzung, glaube ich, die ist aktuell wie nie, dass wir mit dem, was wir haben in unserem Land, mit den Ressourcen, die wir haben in unserem Land, sparsam und weitsichtig umgehen, damit eben, wie es auch vorhin schon gesagt wurde, auch die nächsten Generationen noch eine Wertschöpfung aus diesen Ressourcen genießen können, die wir haben. Und leider haben wir in den letzten Jahren gesehen, dass gerade im Bereich der Raumordnung nicht alles, aber sehr, sehr viel falsch gelaufen ist in unserem Land. Denken wir beispielsweise auch an diese großen Diskussionen um die Einkaufszentren, wie viele Diskussionen haben wir über dieses Mebo-Center geführt, die Frage der Einkaufszentren auf der grünen Wiese, die Zersiedelung der Landschaft, auch sehr oft junge Leute, die aus Gemeinden abziehen, weil sie einfach für sich auch keine Zukunft dort sehen, weil es schwierig ist, dort eine Wohnung, einen leistbaren Wohnraum zu bekommen und, und, und. Und ich glaube, dass hier in diesem Zusammenhang dieses Raumordnungsgesetz und die Landesrätin wird es uns nachsehen, nicht dazu beitragen wird, diese Situation nachhaltig zu verbessern. Nicht, weil sich die Landesräte nicht redlich bemüht hätte, das würden wir ja gar nicht in Abrede stellen, sondern weil wir auch der Überzeugung sind, dass nicht mehr ein klares Ziel die Basis dieses Raumordnungsgesetzes ist, sondern im Grunde genommen ein Rücksicht nehmen auf Partikularinteressen, ein möglichst viele Interessensgruppen abdecken damit und das ist, da bin ich der festen Überzeugung, der falsche Ansatz, denn die Interessen von Gruppierungen sind sehr oft kurzfristige Interessen, die sind oft nicht langfristig angelegt und wenn wir all diesen Dingen übernachgeben würden, wie würde Südtirol heute aussehen? Wir hatten in unserem Landtag beispielsweise auch schon mal darauf hingewiesen, es gab ja in Brixen in den 60er oder 70er Jahren diese Initiativen, dass man dieses Reifenwerk dort bauen sollte. Da gab es damals sicherlich gute Argumente dafür. Wir sind, glaube ich, im Nachhinein froh, dass es nicht so weit gekommen ist und das ist in ganz, ganz vielen Bereichen unseres Landes so der Fall und deswegen Landesrätin Hochkuburg-Kurinzer, wir werden bei diesem Gesetz uns enthalten, weil wir der Überzeugung sind, dass wir in den nächsten Jahren hier eine nachhaltige Diskussion über das führen müssen, was die Raumordnung in unserem Land ausmacht, was die Wertschöpfung für die Raumordnung in unseren Gemeinden bedeutet, was aber auch den Erhalt bestehender Strukturen ausmacht, denn es ist nicht immer besser, alles neu zu bauen. Wir haben gesehen, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr viel an historisch wertvoller Bausubstanz, auch im Landschaft, im landwirtschaftlichen Bereich, verloren gegangen ist, unwiederbringlich verloren gegangen ist und durch zwar moderne, aber nicht nachhaltig und langfristige Zweckbauten ersetzt worden ist. und deswegen bitte ich gerade Sie auch in Zukunft vermehrt diesem Denkmalschutz in unserem Land als Teil der Raumordnung als solchen sehe ich ihn vermehrt auch Augenmerk zu schenken, denn diesen Schatz, den wir noch teilweise in unserem Land haben, den dürfen wir nicht aus der Hand geben, damit er nicht unwiederbringlich verloren geht. Vielen Dank. Wir kommen nun zur Schlussabstimmung. Wir müssen kontrollieren, ob unsere Freunde zu Hause, ja, Abgeordneter Tuchzi ist hier. Pongo Votatione, ich eröffne die Abstimmung, Apollo Votatione, die Schlussabstimmung. Oh, alle abgestimmt. Cura Votatione. Mit 19 Ja-Stimmen, 13 Gegenstimmen, drei Enthaltungen ist der Gesetzentwurf genehmigt. Kompliment, Frau Landesrätin, ich erteile das Wort noch an die Frau Landesrätin ganz kurz, bitte. Dankeschön, danke allen an den Gerednern, vor allem hier in der Aula für das lange Aushalten, für die konstruktive Zusammenarbeit, für die Mitarbeit, fürs Mitdenken. Einiges von euch nehme ich sehr gerne mit und werde es auch einfließen lassen bei den nächsten Entscheidungen. Alles, was gesagt ist, hat einen Sinn, hat auch einen Grund und dient, so habe ich es empfunden, auch zur Verbesserung des Ganzen. Ich möchte schließen, mit dem ich auch begonnen habe, tragen wir dieses Gesetz gemeinsam weiter, auch wenn es Mängel hat, aber wir haben kein anderes. Dankeschön. Auch ich danke Herrn Anwesenden und teile mit, dass das Protokoll der 80. Sitzung vom 26. des 11. gemäß unserer Geschäftsordnung als genehmigt gilt, da keine schriftlichen Einwände vorgelegt wurden und schließe nun die Sitzung um 22.45 Uhr. 22.45 Uhr. Wünsche noch eine gute Heimfahrt für alle, die hier aushaben. Und guter Tag. Wiederschauen. 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 Ciao. Ciao.